Hi, ihr fragt euch vielleicht berechtigterweise, warum ist hier ein langes Video über Stadt der Diebe? Der Grund dafür ist, dass wir schon vor einer ganzen Weile eine Zusammenarbeit bzw. einen Crossover mit dem Stay Forever Podcast hatten, in dem der Gunnar Lott und ich gemeinsam die Stadt der Diebe gespielt haben. Also eines der klassischen Fighting-Fantasy-Abenteuerbücher von Ian Livingston. Wir haben das so gemacht, dass wir, wie es generell bei Ihnen in Ihrer Stay Forever Spielreihe läuft, unabhängig voneinander gespielt haben und uns dann für den Podcast miteinander darüber ausgetauscht, in welche Sackkassen wir gelaufen sind, was für bizarre Dinge uns umgebracht haben und ob wir glauben, ob wir dieses Buch jemals durchspielen werden. Spoiler, wir haben es durchgespielt. Nach ein paar Folgen war das Projekt abgeschlossen und war dann jetzt eine ganze Weile Patreon-exklusiv, sowohl für Stay Forever als auch bei uns. Jetzt haben die Leute von Stay Forever aber gesagt, machen wir das Ganze doch mal öffentlich, unter anderem auch, weil wir gerade angefangen haben, Reiter der Schwarzen Sonne, die zweite Staffel dieses Projektes, zu versenden, wo wir deutlich mehr Material zum Durchspielen haben und auch ein paar mehr Folgen aufnehmen mussten. Und wir haben dann gedacht, ziehen wir nach und machen wir ein Video draus. Und weil das eben auch eine vorproduzierte Sache ist, das hier ist der Supercut, wo alle von diesen Folgen ineinander gepackt sind und es auch recht aufwendig produziert ist, zumindest für die Ohren, kommt es eben hier auf den Hauptkanal. Und ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß dabei haben werdet, mit uns mitzuleiten und auch hin und wieder kleine Triumphe zu feiern, während wir uns durch die klassische Stadt der Diebe arbeiten. Und ansonsten, wenn ihr Patron seid, kennt ihr es natürlich schon, aber dann haltet die Augen und die Ohren offen, denn, wie gesagt, die zweite Staffel mit Reiter der Schwarzen Sonne, die läuft ja inzwischen auch schon, nur eben noch hinter dem Vorhang, hinter dem nur die Unterstützenden blumen dürfen. Gut, ich würde sagen, legen wir los. Was ist die Stadt der Diebe? Warum spielen wir das? Und wie lange werden wir dafür brauchen? Willkommen bei einem neuen Format. Stay Forever Spielt heißt es, aber das gibt es doch schon, Stay Forever Spielt. Das haben wir ja schon lange, da haben wir ja schon viele, viele Staffeln gemacht, aber diesmal spielen wir was anderes. Diesmal spielen wir kein Computerspiel, sondern ein Spielbuch. Und weil ich da einen anderen Partner brauche als den Christian, der von Spielbüchern keine Ahnung hat, keine Ahnung, gar nichts, kennt da gar nichts von, weiß nicht, warum man das hält und so, ist ganz schwierig. Habe ich mir eine Expertin geholt und zwar die Mairi, die Mairi Stritter, mit der wir schon mal ein Format gemacht haben, wo sie uns kongenial als Rollenspielmeisterin durch ein von ihr geschriebenes Abenteuer geleitet hat. Hallo Mairi. Hallo Gunnar. Mairi ist Streamerin, sehr schön mit Streamerin, Autorin, Übersetzerin und Rollenspielexpertin. Sie war früher eine Art Kollegin im anderen Lager. Sie war Videoredakteurin beim mit uns schwer verfeindeten Computex-Verlag und hat Videos für Buffed und PC-Games und PC-Games-Hardware und derartige Sachen mehr geschnitten. Dieser Tage ist ein Schwerpunkt ihres Schaffens der YouTube- und Twitch-Kanal OrkenspalterTV. Möchtest du noch was hinzufügen an der Stelle? Ein Shameless Plug? Ein Shameless Plug? Ja, also ich habe tatsächlich auch eine ganze Menge Sachen geschrieben und das ist jetzt gar nicht so Plug und auch gar nicht so Shameless, aber passend zum Thema habe ich tatsächlich auch Solo-Abenteuer geschrieben, was so die staubig deutsche Art und Weise ist, ein Choose-Your-Own-Adventure zu sagen. Aber für das deutsche Rollenspiel, das wahrscheinlich die meisten Leute kennen, für das Schwarze Auge, habe ich zum Beispiel ein paar von diesen Choose-Your-Own-Adventure-Solo-Abenteuer-Sachen geschrieben, verschiedene. Das heißt also nicht nur passiv sozusagen, indem ich selber gespielt habe und mich damit beschäftigt habe, sondern aktiv ist das ein Genre, mit dem ich doch einiges anfangen kann von Spiel. Ich habe das nur passiv konsumiert, halt gespielt. Dafür glaube ich ziemlich viele zu einer gewissen Phase meines Lebens, als ich da Zeit und Lust zu hatte. Aber du hast doch gleich gemerkt, als ich Spielbuch gesagt habe und nicht Choose-Your-Own-Adventure-Book, dass es aus meiner Phase ist, wo ich noch jung war und sowas von Verlagen wie Heine und Tienemann kaufen musste. Aber eh wir dazu kommen, was wir heute spielen, vielleicht ein paar Worte dazu, was das eigentlich ist. Jetzt hast du dich als Expertin geoutet, tut mir leid, jetzt musst du auch kurz sagen, was ist denn ein Spielbuch oder ein Choose-Your-Own-Adventure-Book? Das ist eine Art, eine Geschichte zu erzählen, wo man die Leute dazu einlädt, mitzumachen. Und entstanden ist das mit einer Buchreihe, die tatsächlich Choose-Your-Own-Adventure hieß, wo es viele, viele, viele von gab über Jahre hinweg. Da sind alleine in der ersten Reihe irgendwie 200 Stück erschienen und die waren alle möglichen verschiedenen Genres, alle möglichen Sachen. Und die Hauptidee dabei war, du hast einen einleitenden Text, der in der zweiten Person singular erzählt ist. Also sag mal, du machst das und du gehst jetzt dorthin und du siehst das und das. Und dann kommt es zu einem Punkt, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Und dann heißt es, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Gehst du links lang, gehst du rechts lang, springst du über die Grube? Und dann war jemals dahinter eine Angabe, bei welchem Abschnitt man weiterlesen soll. Und da gab es, wie gesagt, ganz viele verschiedene davon. Ich glaube, das allererste, was ich gelesen habe, war mit Zeitreisen und Dinosauriern. Und da hatte ich so einen totalen Moment, wo so Fanfaren im Hintergrund waren. Und so, in diesem Buch kann ich selber entscheiden, was passiert. Also tatsächlich, dieser Effekt hat für mich sehr gut funktioniert als Kind damals. Und die gibt es seit Ende der 70er Jahre, die Choose-Your-Own-Adventure-Bücher. Und dann haben mehrere Leute aus verschiedenen Genres und verschiedenen Ecken sich gedacht, oh, das klingt nach etwas, das können wir auch ganz gut. Und dann gibt es Anfang der 80er mehrere AutorInnen, die das dann tatsächlich auch machen. Ich denke, die, die am bekanntesten sind, sind die sogenannten Fighting-Fantasy-Bücher. Und da das allererste davon, der Zauberer vom Flammendenberg oder The Warlock of Firetop Mountain. Der Hexenmeister vom Flammendenberg. Ja. Das ist der korrekte deutsche Titel. Das wollen wir mal richtig sagen. Was habe ich gesagt? Der Zauberer. Der Zauberer. Der Zauberer, das ist natürlich falsch. Der Hexenmeister vom Flammendenberg. Das ist, ja, The Warlock of Firetop Mountain. Das ist, glaube ich, der bekannteste Titel, den es überhaupt gibt aus diesem Genre. Genau. Die erschienen hier 1982, kurz nachdem sie in England erschienen sind. Die Autoren sind Steve Jackson und Ian Livingston, die Gründer von Games Workshop. Also große Verdienste in der Rollenspielszene, kann man ihnen zuschreiben. Und das ging von Anfang an super erfolgreich los. Also der Hexenmeister vom Flammendenberg war in mehreren Ländern sehr erfolgreich, auch in Deutschland. Und dazu gab es dann eine ganze Serie von Büchern. Auch wieder wie die ursprünglichen Toosey-Round-Adventure-Bücher. Sehr erfolgreich, langlaufend. Das hat einen Nerv getroffen. Die Wikipedia spricht von, bis 2017 wurden 18 Millionen Fighting-Fantasy-Bücher verkauft. Und das ist ja eine enorme Zahl. Das ist Bestseller-Niveau. Ja. Komischerweise nie in der Spiegel-Bestseller-Liste aufgetaucht, aber Bestseller-Niveau. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn man für einen Feuilleton zuständig ist, ein solches Abenteuerspielebuch vielleicht einfach direkt unter den Tisch fallen gelassen wird. Weil das ist nicht nur Fantasy, das ist auch noch Spiel. Weißt du, das sind gleich zwei Punkte, die dagegen sprechen, das für Kunst zu halten im deutschen Sprachraum. Aber sie sind immens erfolgreich gewesen. Und dementsprechend gibt es dann auch noch ein paar andere Baustellen. Steve Jackson in Livingston sind, wie du sagtest, die Urgesteine. Ein anderes Urgestein ist dann der Lone Wolf. Der einsame Wolf. Das ist von Joe Dever und Gary Chalk gewesen. Gary Chalk hatte ich tatsächlich mal die Chance, ihn zu interviewen. Das ist in erster Linie der Illustrator gewesen. Aber der hat eine Menge dazu beigetragen. Und das war ursprünglich mal eine D&D-Welt, Magna Mund. Und man spielt dann einen Kai-Mönch. Das sind ein Kai-Mönch, ja. Und das sind auch dann Kai-Kräfte, die man hat und so etwas. Das ist so ein bisschen so, ja, man spielt Jedis in einer Fantasy-Welt. Die haben übernatürliche Kräfte und sind gleichzeitig ausgebildete Krieger. Und man ist der Letzte von dieser Gruppe, der einen Angriff überlebt. Die zeichnen sich dadurch aus, dass man sehr, sehr schnell stirbt. Und was es auch gab, dann mehr oder weniger gleichzeitig mit den Fighting-Fantasy-Büchern, waren tatsächlich von Dungeons & Dragons selber Endless-Quest-Bücher. Und man kann so diese ganzen Choose Your Own Adventure, die Abenteuer-Spielbücher und so was in grob zwei Gruppen aufteilen. Die, in denen du nur Entscheidungen triffst. Und dann kannst du vielleicht verlieren oder sterben, aber du musst nicht weiter irgendwelche Spielmechanismen haben. Und die, wo tatsächlich gekämpft wird. Und da gehört halt eben der Long Move zum Beispiel dazu. Aber eben auch die Fighting-Fantasy. Also das Fighting nehmen sie ernst. Und man muss tatsächlich dann kämpfen, was lustigerweise bei den Dungeons & Dragons-Büchern nicht der Fall ist. Was irgendwie fast ein bisschen widersinnig wirkt. Aber die sind wirklich einfach mehr oder weniger so eine Erzählung glatt runter, während wir hier des öfteren Würfel in die Hand nehmen müssen. Genau, die Fighting-Fantasy-Bücher wie auch die Long-Wolf-Sachen sind Solo-Rollenspiele, wie du das vorhin genannt hast. Da hast du Werte und solche Sachen. Die Long-Wolf-Sachen kommen vielleicht auch mal vor, aber heute geht es nicht um die. Wenn das hier, dieser Prototyp, in Serie geht, können wir uns das mal überlegen. Die Lone-Wolf-Sachen sind ein bisschen komplexer. Und wir fangen jetzt mal einfach an mit einem Buch der Fighting-Fantasy-Serie. Ich habe hier das im Original vor mir liegen. Es ist eine Ausgabe von Tienemann, eine antiquarische Ausgabe von 1900. Warte, Blätter, Blätter, Blättergeräusch. 1985 in Deutschland erschienen, 1983 die Originalausgabe. Im englischen Original hieß sie City of Thieves von Puffin Books und im Deutschen heißt sie dann sehr entsprechend die Stadt der Diebe. Das Lustige ist, ich habe tatsächlich eine Ausgabe vom Goldman Verlag, die erwähnt, auch deine, die 1985er Tienemann. Aber dann, ich frage mich, warum irgendwie das dann noch ein anderer Verlag ist, bis ich es dann umgedreht habe und gesehen habe, dass es 68,50 österreichische Schilling gekostet hat. Ich habe bei so einem österreichischen Import hier liegen. Ah, okay. Ja, ich habe mir eine ganze Reihe von diesen Büchern dann auf Booklooker oder irgendwo gekauft. Und da kriegt man die heutzutage relativ easy für so drei bis acht Euro, je nachdem, welche das sind. Auch in normaler Weise in so gutem Zustand. Und dieses Buch ist auch eindeutig gespielt. Ja, da sind Bleistiftmarkierungen drin und so. Aber das macht es ja einfach nur noch schöner. Die Fighting-Fantasy-Sachen teilen sich alle das gleiche Regelwerk. Und die sind alle, wir haben es schon gesagt, ein bisschen kampflastig. Und die sind schon, das ist schon ein bisschen ein stumpferes Rollenspiel, sage ich mal. Das ist ein bisschen die Bild-Zeitung der Spielbücher, würde ich sagen. Es ist gerade heraus und es hat sich, glaube ich, auch an jüngere Spielende gerichtet. Das war so, glaube ich, das Zielpublikum. Das glaube ich auch. Das ist eher was für Kinder. Ich würde so sagen, zwölf Jahre ist ein ganz gutes Alter. Vielleicht auch schon zehn heutzutage, aber so zehn bis 14 ist ein Alter, in dem man das ganz gut ertragen kann. Und das mit dem Solo-Rollenspiel ist ja ernst gemeint. Und diese Bücher haben auch Charakterbögen. Du brauchst einen Bleistift und in dem Buch musst du Werte mitführen und deine Ausrüstungsliste mitführen, indem du da Sachen ausradierst oder durchstreichst. Oder du machst dir eine Kopie und legst den Zettel nochmal daneben. Aber das gehört dazu bei diesen Büchern. Also du bist nicht nur lesend unterwegs, sondern du hast einen Bleistift und idealerweise zwei Würfel. Das ist das, womit man anfangen sollte. Ich bin schon gescheitert im ersten Moment. Ich, alter Rollenspieler, habe keinen Würfel in meinem Büro. Was? Du hast nicht mal die ganz armen, braven, sechsseitigen Würfel, die man hier braucht? Genau. Nicht mal einen Würfel. Ich begreife es nicht. Zu Hause habe ich selbstverständlich Würfel in irgendwelchen Brettspielen und so. Aber hier in meinem Büro, dem ich jetzt gerade aufnehme, hatte ich keinen. Das war ein bisschen peinlich und jetzt musste ich mit einer App auf dem Handy die ganzen Würfelwürfel simulieren, über die wir gleich noch sprechen werden. Ja. Und wir haben natürlich ausgemacht, kein Bescheißen, kein Vorblättern, kein Lunzen, wo es auf dem anderen Weg weitergehen würde, sondern knallhart und sehenden Auges in den Untergang gehen. Was mir auch, Spoiler, relativ bald gelungen ist. Also wir werden mehrere Durchläufe brauchen, um an das Ende von diesem Buch tatsächlich anzukommen. Genau. Unser Regelwerk, das wir uns gegeben haben, ist natürlich einfach nicht zu betrügen. Das hast du schon gesagt. Und wir haben jetzt für diese erste Folge versucht, jeder einen Run zu machen. Also jeder einmal so lange zu spielen, bis man stirbt. Ich war so erfolgreich, dass ich gar nicht gestorben bin. Ich habe dann irgendwann abgebrochen, weil ich so gut bin. Ach so, ja. Tut mir auch leid. Aber mal gucken, wo uns das hinführt. Ach, ich bin so schön gestorben, da wirst du neidisch drauf sein. Sehr schön. Genau. Und dann beginnen wir hier, wie man in jedem guten Rollenspiel beginnt, mit der Charaktererschaffung. Und bei der Charaktererschaffung erzählen wir ein paar kleine Regeln. Okay? Okay. Magst du anfangen? Hast du einen Namen für deinen Charakter? Ja. Also ich habe mir gedacht, ich spiele erstmal einen relativ simplen Charakter. Also ich wollte dann meine Entscheidungen auch treffen, je nachdem, wer denn da jetzt antritt. Und das ist Brenda, die Barbaren. Und beim Erschaffen muss man nicht allzu viel machen. Man würfelt ein paar Mal und dann werden ein paar Sachen drauf addiert. Man hat im Endeffekt drei Werte, die wichtig sind. Gewandtheit, Stärke und Glück. Gewandtheit entscheidet, wie gut man kämpfen kann. Da würfelt man einen sechseitigen Würfel und addiert dann sechs dazu. Ich habe eine traurig durchschnittliche Drei gewürfelt und bin damit bei neun Gewandtheit gelandet. Das heißt, Brenda, die Barbaren, ist eher so eine Mähkämpferin. So, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Für die Stärke würfelt man dann zwei Würfel und addiert zwölf dazu. Da bin ich dann bei der absolut durchschnittlichen Sieben gelandet, genau im Bauch der Glockenkurve und habe damit also 19 Stärke. Das sind die Lebenspunkte im Endeffekt. Die verliert man immer wieder zwischendurch und kriegt sie dann auch wieder. Und wenn man bei null gelandet ist, dann ist man halt leider tot. Dann gibt es noch einen Wert namens Glück. Da würfelt man wieder ein Würfel und zählt dann die sechs dazu. Da habe ich tatsächlich Glück gehabt und eine fünf gewürfelt und insgesamt mit elf Glückspunkten in das Ganze hineingehen können. Das war es dann mehr oder weniger auch schon. Und man startet dann auch mit ein bisschen Krimskrams wie Proviant, den man dabei hat. Und relativ schnell kriegt man ein Schwert in die Hand gedrückt, wenn man loszieht. Aber viel mehr hat man am Anfang gar nicht, dass man irgendwie sich aufschreibt oder über das man ein Buch halten muss. Die Werte braucht man. Wie gesagt, die Stärke verliert man und kriegt man wieder durch Kämpfen und Heiltränke oder andere Effekte. Und die Gewandtheit, das funktioniert folgendermaßen, dass wenn man gegen Gegner kämpft, es gibt dann immer kleine Angaben, die dir sagen, wie die Gegner gehandhabt werden. Kämpft man nacheinander, gegen die und in welcher Reihenfolge oder gelten die alle als einen Gegner? Aber im Endeffekt läuft das darauf hinaus, dass man für das Monster und für einen selber mit jeweils zwei sechsseitigen Würfeln würfelt. Dann addiert man die Gewandtheit dazu und wer mehr hat, gewinnt die Runde und der Gegner verliert dann zwei Punkte Stärke. Und Glück kommt noch mit rein. Manchmal kann man eine Glücksprobe ablegen. Und im Kampf kann man auch eine ablegen und dann macht man mehr Schaden, wenn sie gelingt. Dafür muss man zwei W sechs würfeln und unter seinen Glückswert würfeln. Und jedes Mal, wenn man das macht, sinkt der Wert. Das heißt, das ist so etwas, was man nicht ständig machen sollte. Und das war es eigentlich schon. Oder habe ich was vergessen? Nee, das war es. Also man kann nicht skillen. Nee. So richtig, ja. Man kann auch dementsprechend nicht verskillen. Und man kann den Charakter auch nicht schwerpunktmäßig ausrichten, weil alle Werte erstmal sind Zufall. Und das war es schon. Du hast schon das gut beschrieben. Nur so zu den Wahrscheinlichkeiten. Zwei Würfelwürfeln und das zu deinem Gewandtheitswert dazu addieren. Und dein Gewandtheitswert liegt zwischen sieben und zwölf. Das heißt, der Zufall hat einen fast so großen Einfluss auf diesen Würfelwurf wie deine Gewandtheit. Das ist ein relativ stark zufallsgetriebenes System. Und beim Glückswurf, da liegst du bei einem Wert auch zwischen sieben und zwölf. Und da musst du mit zwei Würfeln drunter bleiben. Und das ist schon gar nicht so leicht. Wenn du dein Glück einsetzt, um Schaden zu erhöhen für den Gegner oder für dich zu verringern, dann musst du halt jedes Mal einen abziehen. Das heißt, da bist du auch relativ schnell in Glücksregionen, wo du dann schon besser als der Durchschnitt würfeln musst, damit das noch funktioniert. Und sonst nimmst du noch extra Schaden. Also das ist ein trügerischer Wert, würde ich sagen. Und generell hat das System einen hohen Zufallseinfluss. Ich gebe auch zu, dass ich Glück kein einziges Mal benutzt habe. Oh, ich habe das so oft benutzt. Ah, interessant. Es hätte mir aber auch nicht geholfen. Das werden wir nachher sehen, dass das leider nicht die Möglichkeit gewesen wäre, um mich aus dem Tod nochmal rauszurecken. Nee, mein Glück blieb unangetastet von mir. Aber es gab Effekte, die es geändert haben. Also alle Werte gehen rauf und runter bei mir im Laufe des Spiels. Genau, die Werte verändern sich stark. Man schreibt dir die ganze Zeit mit und die Werte, keine Ahnung, sind bestimmt achtmal gesprungen in den 30 Spielrunden, die ich gespielt habe. Eine Sache kann man noch aussuchen, wo man freie Wahl hat. Man kann wählen, ob man einen Gewandheitstrank mitnehmen möchte oder einen Stärketrank oder einen Glückstrank. Jeder dieser Tränke würde den Wert des Ursprungs wiederherstellen. Welchen hast du da genommen? Ich habe den Stärketrank genommen. Echt? Ja. Gerade den? Ja, also den klassischen Heiltrank. Genau, das ist ein Heiltrank, der stellt deine Hitpoints wieder her. Du hast auch zehn Stück Proviant dabei und jedes Proviant gibt dir vier Punkte zurück. Wenn du das isst, kannst du jederzeit einfach zwischendurch nehmen. Vier Punkte auf deinen Stärkewert. Und das sind ja schon quasi zehn kleine Stärketränke. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal den Gewandheitstrank mit. Das war wahrscheinlich schlauer. Weiß man nicht. Aber wenn der Gewandheitswert runtergeht, dann bist du halt sofort im Arsch, habe ich gedacht. Und mit dem Stärkewert kommt man schon noch klar. Aber ich erzähle mir erst mal kurz von meinem Charakter. Jawohl. Ich habe echt gut gewürfelt, finde ich. Ich habe eine Fünf gewürfelt auf Gewandheit, starte mit Gewandheit 11, habe zwei Fünfen gewürfelt bei Stärke, starte mit Stärke 22 und habe bei Glück leicht unterdurchschnittlich gewürfelt mit einer Drei und bin da auf einer Neun. Das sind insgesamt überdurchschnittliche Werte. Da habe ich die Werte geguckt und habe mich getraut, da einen richtigen Charakternamen zu nehmen, einen, der mir am Herzen liegt. Ich nenne ihn Karras nach meinem alten D&D-Zwerg. Und weil es ein Zwerg ist, hat der gesunden Menschenverstand und ist handfest und fürchtet sich nicht. Durch den glücklichen Würfelwurf ist er auch ein guter Kämpfer. Ich habe große Zuversicht, dass ich mit diesem Charakter einfach durch die Stadt der Diebe schneide. Ich meine, du bist auch deutlich erfolgreicher gewesen, zumindest bislang. Von Brenner werden wir uns verabschieden müssen und bald schauen, was sich dann als nächstes zurechtwürfelt. Du hast auf jeden Fall etwas mehr Glück gehabt beim Start. Als ich mit meinen Neun und Neunzehn. Mal gucken, wie weit ich das dann noch bringe beim nächsten Mal. Aber das Spiel sagt relativ deutlich, wie dieses Buch funktioniert. Und es sagt, es gibt einen richtigen Weg und viele Tode durch dieses Buch. Und wenn man den richtigen Weg ist, dann schafft man es auch mit einem Charakter, der nur Einsen gewürfelt hat. Ob das so stimmt? Also vielleicht finden wir den ja noch. Aber auf dem Weg, den ich genommen hätte, hätte man das, glaube ich, mit einem ... Also da wäre ich schon früher ins Jenseits gehupft, als es dann tatsächlich passiert ist. Aber wollen wir mal starten und schauen, was uns überhaupt in die Stadt der Diebe bringt? Ich meine, warum sollte man da hingehen? Das klingt nicht nett. Genau, kurz zur Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist so stumpf wie irgendwas, ehrlich gesagt. Du bist halt ein Kämpfer, ein Abenteurer in einer Welt voller Monster und geheimnisvoller Zauberkräfte. Du bist so eine Art Hero for Hire. Bisschen so wie der Witcher. Jeder kann dich bezahlen. Und dann machst du da so Aufträge mit gefährlichen Monstern und so. Bist auch einigermaßen berühmt schon. Und dann gehst du so ein bisschen durch die Gegend und kommst in das Städtchen Silverton. Das ist eine reiche Stadt und da wird es dann Abend und dann merkst du, da stimmt was nicht. Die Leute sind so nervös, wenn die Sonne untergeht. Die ziehen alle die Fenster zu und die Türen sind verstärkt. Irgendwas ist hier. Dann wird wirklich befohlen, dass alle in die Häuser gehen müssen. Und dann gehst du schnell in eine Taverne, ja, zur alten Kröte. Sehr schön. Da erkennen dich die Leute offenkundig, sprechen dich aber nicht an, wollen sich gar keine Abenteuergeschichten von dir erzählen lassen. Sonst wollen die Leute immer meine Abenteuergeschichten hören. Ja, wenn ich irgendwo hingehe, ich verstehe es nicht, was ist denn hier los? Und dann klopft es in der Tür und dann ist da noch jemand draußen, obwohl da ja schon hier große Türschlusspanik ist. Dann wird er aber noch reingeholt und der geht dann zu mir und das ist der Bürgermeister des Ortes. Der hat den schönen Namen Oren Karalith. Und was will denn dieser Bürgermeister von uns? Der möchte, dass wir helfen, einen Fluch zu brechen, der über Silverton liegt. Und er erklärt, dass das Problem ist, dass vor einer ganzen Weile der Prinz der Dunkelheit Persönlich nämlich. Persönlich, ja. Also der in dieser Inkarnation Sunbar Bone heißt, vor einer Weile seine Dienstboten geschickt hat, so fiese schwarze Reiter, die vorbeikamen und gesagt haben, hey Oren Karalith, wir hätten gerne deine Tochter namens Mireille, weil unser Chef sie haben will. Also vermutlich heiraten. Ich unterstelle jetzt mal so etwas in der Art. Dann hat der Bürgermeister gesagt, nö. Und seitdem schickt der Prinz der Dunkelheit Zenbar Bone, ich finde den Namen kann man nicht oft genug sagen, der ist nämlich großartig, schickt er etwas, was Mondhunde genannt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich mir darunter vorstelle. Also entweder sind es flauschige weiße Hunde oder es geht so in Richtung Mondbestien, so Lovecraft-artig. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall haben die Leute furchtbar Schiss vor denen und deswegen verrammeln sie nachts alles, weil die dann kommen. Ach, du untertreibst. Am ersten Abend bringen die Mondhunde 23 Leute um. Das habe ich vielleicht ein bisschen unterschlagen. Also man weiß ja auch nicht, vielleicht sind die ja auch einfach gegangen oder sonst irgendetwas. Weil wir bekommen die Mondhunde nicht zu sehen, wir hören die nur, wie sie dann in diesem Ort unterwegs sind. Ganz schön fies, ey. Naja, jedenfalls terrorisieren die da alles, ne? Ja, und Owen Karaliff sagt, die einzige Person, die uns helfen kann, ist ein Magier namens Nicodemus. Und Nicodemus wohnt leider in Port Blacksand. Port Blacksand ist auch bekannt als die Stadt der Diebe. Warum der da wohnt, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall hat er sich dort niedergelassen. Und das ist wohl die einzige Person, die weiß, wie man Zanbar-Bogen besiegen kann. Und wir sollen hingehen und den ausfindig machen und um Hilfe bitten fürs Hilferten. Und das ist unser Job. Dafür kriegen wir ein hübsches Schwert. Und 30 Goldstücke. Und 30 Goldstücke. Ja, das Schwert ist aber irgendwie im ersten Moment cooler, finde ich. Naja, mal schauen, wie lange wir damit Freude haben werden oder wie lange ich damit Freude hatte mit dem tollen Schwert. Aber sehr nett. Sie geben es uns ja gleich. Es ist nicht so wie, pass auf, wenn du hier dann wiederkommst und Nicodemus dabei hast, dann kriegst du irgendwas, sondern hier ist schon mal das Schwert und 30 Gold. Jetzt guck mal, man könnte jetzt auch einfach irgendwo anders hingehen und das Schwert nur die 30 Gold behalten, würde sich Karas sagen. Aber wir sind ja nicht so. Aber wir haben auch nicht die Option. Also ich meine, du könntest natürlich jetzt das Buch zuschlagen und sagen, so Karas, setze ich jetzt mit dem Schwert und 30 Goldstücken zur Ruhe. Aber nein, das ist natürlich nur die Einleitung gewesen und die führt uns dann direkt zum ersten Abschnitt. Und wir sind dann am Eingang der Stadt der Diebe und was anderes ist auch nicht vorgesehen erstmal. Genau, jetzt geht's los. Ich würde sagen, wir machen deinen Run zuerst und steigen jetzt hier gleich mit Eintrag 1 ein. Dein Fußmarsch nach Port Blacksand führt dich etwa 50 Meilen Richtung Westen durch Ebenes Gelände und ein paar Hügel. Zum Glück stößt du auf keinerlei Hindernisse. Schließlich gelangst du an die Küste, wo du in einiger Entfernung auch schon die hohen Stadtmauern von Port Blacksand und die festungsähnlich aneinandergebauten Häuser der Stadt siehst, die wie ein hässlicher, schwarzer Flecken ins Meer hineinragen. Schiffe ankern im Hafen und aus den Kaminen steigt Rauch empor. Die Stadt bietet einen friedlichen Anblick. Erst als sich der Wind dreht, steigt dir jener Geruch von Verwesung in die Nase, der dich daran erinnert, was für einem üblen Ort du dich näherst. Während du der staubigen Straße folgst, die der Küste entlang nach Norden zum Stadttor führt, entdeckst du immer mehr, was dir den schrecklichen Charakter dieser Stadt vor Augen führt. Auf Holzpfähle, aufgespießte Schäde, schwarze Fahnen, wohin das Auge blickt und ausgehungerte Menschen, die in Eisenkäfigen an der Stadtmauer hängen. Als du dich dem Stadttor näherst, läuft dir ein eiskalter Schauder über den Rücken, sodass du instinktiv den Griff deines Breitschwerts umklammerst. Am Tor tritt dir ein baumlanger Wächter im schwarzen Kettenhemd und eisernem Helm entgegen. Er versperrt dir den Weg mit seiner Lanz und fragt, wer bist du, dass du freiwillig nach Port Blacksend kommst? Sag mir, was dich hierher führt oder geh wieder zurück, woher du gekommen bist. Wirst du ihm sagen, du möchtest zu Nicodemus gebracht werden, ihm weismachen, du wolltest Diebesgut verkaufen oder mit deinem Schwert auf ihn losgehen? Das sind schon sehr unterschiedliche Optionen und rückblickend wäre es wahrscheinlich am schlauesten, wenn wir in eine Stadt der Diebe gehen, zu sagen, ich möchte hier Diebesgut verkaufen, weil wahrscheinlich würde die Wache dann sagen, okay, cool, wie alle anderen hier auch, kein Problem, Bestechungsgeld dort drüben abgeben. Aber ich habe entschieden, dass Brenner, die Barbarin halt eher so ein bisschen geradeaus ist oder vielleicht auch einfach nicht schlau. Und deswegen tatsächlich gesagt, ich suche diesen Magier, Nicodemus. Das ist ja total clever. Ja, total. Das läuft nämlich darauf hinaus, dass die Barbarin sagt, cool. Und dann holt sie noch andere Kumpels und setzt einen gefangenen und will einen ins Verlies bringen. Aber warum? Du hast doch nichts Böses getan. Was machen diese Leute hier? Es gibt ja keine Erklärung vor, sie sagt einfach nur, aha, das möchtest du also. Mann, bist du blöd. Wir legen dich jetzt in Ketten. Auf geht's. Und dann hat man die Option, dass man das einfach mit sich machen lässt, versucht mit den Wächtern zu kämpfen oder versucht, sie zu beschlächen. Brenner hat versucht zu kämpfen. Na, völlig in Charakter. Brenner, die Barbarin. Brenner, die Barbarin. Das weiß ich mir nicht gefallen. Ich habe recht auf einen Anruf. Und dann hat sie also mit Breitschwert und Ellenbogen versucht, sich zur Wehr zu setzen. Das ist noch kein regulärer Kampf, sondern es ist nur eine einzige Probe, die man ablegt. Und ich, also, ich habe versandt. Nein. Ja. Ich habe das versemmelt und bin deswegen direkt im Verlies gelandet. Au. Ja. Aber das Spiel endet da nicht. Nein, nein, nein. Das heißt, man muss auch die Chancen sehen hier. Ja, das ist kein Fail State, sondern dann landet man tatsächlich unten in einer Zelle. Und ja, das ist immer noch das Tor zur Stadt, aber die haben direkt schon Verlies unter ihrem Wachhäuschen. Das sind vier Zellen und außer mir ist da noch ein alter Mann. Da sitze ich jetzt erst mal drin und der alte Mann sagt, hey, pst, hey, hey, ich kann dir helfen, wenn du mir Geld gibst. Ja, genau, weil du ja auch überhaupt nicht gefangen bist hier drin. Das ist eine viel bessere Erklärung, ihm kein Geld zu geben als meine, weil ich dachte mir, Brenner gibt ihm nicht einfach so Geld. Außerdem haben die mir mein Geld gelassen, cool. Aber ich meine, ja, es ist auch eine gute Erklärung. Wenn du weißt, wer mit dir rauskommt, warum sitzt du noch fest? Stattdessen, also man hat dann die Option natürlich, dem das Geld zu geben, aber man hat auch die Möglichkeit, sich umzuschauen schlicht und einfach. Und in, sag ich mal, Rollenspiele, genauso wie zum Beispiel in Text-Adventures, ist es immer gut, erst mal sich alles anzuschauen. Dementsprechend habe ich das gemacht und habe dann festgestellt, dass es einen losen Stein in der Wand gibt, hinter dem sich ein Schlüssel verbirgt für die Zellentür. Direkt unter der Fußmatte. Quasi. Also ich weiß nicht, ob das das war, was mir der alte Mann auch erzählen wollte. Ey, pst, in deiner Zelle ist ein Stein, dahinter ist der Schlüssel. Aber auf jeden Fall, es wird dann beschrieben, man nimmt den Schlüssel, man schließt sein Zellentor auf, dann legt man den Schlüssel wieder zurück, macht den Stein wieder in die Lücke. Für den nächsten Gefangenen einfach. Ja, damit der auch eine Chance hat. Damit der alte Mann den wieder verkaufen kann, theoretisch. Das Schöne ist, dem alten Mann helfe ich nicht, ja. Und dann gehe ich die Treppe hoch und wir kommen Wachen entgegen und dann muss ich tatsächlich jetzt regulär gegen sie kämpfen. Also das ist ein ganz normaler Kampf. Der hat aber tatsächlich nicht lange gedauert. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen so Schonfrist. Das ist noch ein ziemlich einfacher Kampf. Also die haben keinen hohen Geschicklichkeitswert. Und das heißt, die habe ich in überschaubar vielen Runden weggewemst. Und dabei tatsächlich nur zwei Stärkepunkte verloren. Also der eine hat Gewandtheit sechs, der andere hat Gewandtheit sieben, ich hatte Gewandtheit neun. Und die haben jeweils nur sechs und fünf Lebenspunkte. Und die kämpft man gegeneinander gegen sie. Das heißt, man muss sie jeweils dreimal treffen und dann war es das. Oder in dem Fall von dem mit den Fünfen zweimal treffen und einmal eine Glücksprobe bestehen. Das war tatsächlich gar nicht so ein großes Problem. Und das Schöne ist, wenn man dann hochgeht, also ich habe die besiegt, und marschiere dann aus diesem Dungeon, aus dem Verlies nach oben und stelle fest, da in der Wachstube, da liegt Geld und ein Ausweis. Oh, ein Ausweis, wie geil. Ja, da liegt ein Pass, der es mir erlaubt, in der Stadt Handeln zu treiben. Also jemandem, mit Sicherheit ursprünglich nicht mir, wahrscheinlich dem alten Mann, der unten festsitzt oder irgendjemand anders, der irgendwie schon erledigt worden ist. Aber auf jeden Fall stecke ich erst mal das Geld ein und dann nehme ich auch noch den Pass an mich und marschiere raus in die Stadt. Das ist ein ganz schön erfolgreicher Weg in die Stadt, ehrlich gesagt. Du bist da quasi ohne Schadenspunkte mit ein bisschen Ehre verloren, weil du dich halt wegschleppen lassen. Ja. Aber quasi ohne Schaden, sehr cool wieder rausgekommen und hast sogar einen Pass mitgebracht. Ja, also das fand ich sehr nett, dass der Pass da ist. Das gibt einem schon so den Eindruck, dass man den vielleicht im Verlauf noch brauchen wird. Vor allen Dingen sagt, dass du auf dem richtigen Weg bist, finde ich. Ja. Oder einen der richtigen Weg. Obwohl nein, das heißt, es gibt genau einen richtigen Weg. Dann führt der wohl offensichtlich dadurch, einmal sich gefangen nehmen zu lassen, dann die Wachen umzubringen und dann in die Stadt zu gehen, als wäre nichts gewesen mit dem Pass von jemand anders. Das ist zumindest das, was Brenda die Barbaren gemacht hat. Nicht schlecht. Dann hat man eine sehr simple Entscheidung. Geht man nach Norden, geht man nach Osten, geht man nach Westen. Man kommt also aus Süden in die Stadt rein. Hast du Straßennamen schon? Es gab auch ein paar Straßennamen. Die habe ich tatsächlich hier in meiner Übersicht nicht. Ich habe so eine kleine Karte gezeichnet mit den Abschnitten. Ja, ja, alles gut. Und ich bin nach Westen gegangen. Ich weiß nicht, ob wir nachher einen anderen Teil der Stadt sehen, bei Diamond Run. Warte mal. Ich habe mir nur die Straßennamen aufgeschrieben und nicht die Richtung. Okay. Weil ich mich nach den Straßennamen entschieden habe, aber es ist schon alles gut. Erzähl einfach weiter. Wir sehen das ja hinterher, ob wir in dieselben Straßen kommen. Weil die Straße, in die ich gegangen bin, die hat einen sehr klaren Namen und das erkennt man auch sofort am ersten Ort, in den ich da gehe. Also ich bin nach Westen durch die Schlüsselgasse gegangen. Ja, da war ich auch. Interessant. Okay. Ah, okay. Dann werden wir schauen, wie parallel das ist. Wenn man nach Westen in die Schlüsselgasse geht, ist das Erste, was man findet, passenderweise ein Schlosser. Und was habe ich da gemacht? Nix. Ich bin einfach weitergegangen. Ich dachte mir, Brenda sieht das. Da ist jemand, der macht Schlüssel, steckt sich. Wieso in dieser Stadt sind Schlüssel offensichtlich einfach in allen Morden versteckt? Da habe ich irgendein Problem im Schlosser. Muss ich mich doch einfach nur kurz umschauen. Hinter dem nächsten losen Stein ist der Schlüssel, den ich brauche. Ich verstehe nicht, was der ganze Aufwand hier soll. Ich gehe weiter. Ja, wie schön. Aber folgerichtig. Sie hat das ja so gelernt. Super. Sie weiß nicht viel, aber was sie lernt, das kann sie dann direkt anwenden. Sehr erfolgreich. Gut, dann kommt folgender netter Punkt, wenn man weitergeht nach Westen, den würde ich einmal kurz vorlesen. Nach einiger Zeit macht die Straße plötzlich einen Knick nach Norden. Als du an einigen kleinen Häuschen vorbeikommst, spürst du deutlich, dass du von mehreren Augenpaaren beobachtet wirst. Wenig später öffnet sich eine Tür, aus der ein kleiner, in lumpen gehüllter Junge auf die Straße läuft. Er drückt dir ein Stück Papier in die Hand, läuft, ohne stehen zu bleiben, weiter und verschwindet um die Ecke. Auf dem Papier steht folgende Nachricht. Sechs Pfeile sind auf dich gerichtet. Lege zehn Goldstücke auf die Straße und gehe weiter. Willst du der Aufforderung nachkommen, dann ziehe den entsprechenden Betrag auf deinem Abenteuerprotokoll ab. Außerdem verlierst du zwei Glückspunkte. Oder gehst du einfach weiter, ohne dich um die Botschaft zu kümmern, lies woanders weiter, logischerweise. Und ich, ich gebe doch nicht mein Geld und meine Glückspunkte her. Das ist nur ein Kind, das mir hier einen Zettel gegeben hat. Bränder kann wahrscheinlich eh nicht richtig lesen. Ja, ich gehe einfach weiter. Und was dann passiert? Was kann denn schon schief gehen? Und was dann passiert ist in dem Abschnitt, ist es, ja, du wirst getroffen. Du würfelst einen wie sechs, so viele Pfeile treffen dich, jeder Pfeil macht dir drei Stärkepunkte Schaden. Ich also, ouch, okay. Wie viele haben wir denn so an Stärkepunkten? Stärkepunkten, aktuell 17 und ich würfel eine 5 und verliere 15 Stärkepunkte. Und laufe also gespickt wie so ein Nadelkissen mit nur noch zwei Stärkepunkten. Äh, 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 aus dieser Begegnung die Straße weiter runter. Das war also keine so gute Entscheidung von mir, vorsichtig gesagt. Aber ich habe es ganz knapp überlebt. Das wäre schon beinahe der erste Tod gewesen. Schleppe mich also die Straße weiter runter. Immerhin, danach ist die Sache erledigt. In dem Sinne, als, die haben gesagt, entweder gibst du uns Geld oder wir schießen auf dich. Dann schießen sie auf mich und lassen mich gehen. Ich meine, sie könnten mich jetzt auch... Mehr haben sie nicht gesagt. Sie könnten mich jetzt auch fertig machen mit meinen zwei Stärkepunkten und mir alles Geld abnehmen. Aber sie sind echt fair. Das respektiere ich schon ein bisschen. Als die Leute in der Stadt der Diebe sehr aufrechte. Naja, das ist ja kein Stehlen. Das ist hier ja schon gewalttätig. Raub nennt man es dann, glaube ich, rechtlich gesehen. Also den Raub nicht vollständig durchgeführt haben. Ich schleppe mich da ein Stückchen weiter. Und dann kommt ein Mädchen auf mich zu und bietet mir Hilfe an. Ich kann die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ziemlich dringend gebrauchen. Also die Sache ist, ich könnte natürlich auch meinen Vorrat essen oder meinen Stärketrank trinken. Aber dann habe ich schon mal gesagt, okay, gut, ich lasse mir helfen. Die nimmt mich dann mit in ein Haus, das ein bisschen ab vom Weg ist. Und da ist ein älterer Mann. Und der zieht mir die Pfeile aus dem Körper und heilt mich. Und dann kriege ich für jeden Fall, den er entfernt, wieder zwei Stärkepunkte zurück. Das heißt, dann geht es wieder auf zwölf hoch insgesamt. Und wenn er fertig ist, ich bin sehr dankbar, selbstverständlich. Der hat einen sehr guten Job gemacht. Und dann heißt es, ja, und dafür hätten wir gerne dein schönes Schwert. Das hätte ich auch vor der Behandlung sagen müssen. Moment mal. Ich warte halt, ich bezahle die irgendwie. Ich habe keine Krankenkassen. Wieso? Halt. Das ist nicht abgedeckt. Das ist wie so in so einem amerikanischen Krankenhaus, wo sie sich da mit dem Notfallwagen hinbringen. Und dann sagen, ja, es kostet 27.000 Dollar, bevor wir anfangen. Ja, also am besten überschreiben sie uns ihr Haus. Oder in diesem Fall, weil sie eine Barbarin sind und nichts anderes besitzen, ihr Schwert. Und das ist auch keine Entscheidung, sondern das ist einfach so. Hier, Schwert, Ende Gelände. Und das heißt, ich habe das halt rausrücken müssen und bin weitergegangen. Und dass man das Schwert abgibt, das geile Schwert, das man in Silvertin bekommen hat vom Bürgermeister, damit man die Leute dort vor dem Prinz, der Finster, das beschützen kann. Das heißt, dass ich jetzt eine Geschicklichkeit weniger habe. Das heißt, ich bin nur noch bei acht. Das ist nicht so berühmt, sag ich mal. Naja, ich bin dann weitergezogen, ächzend, keuchend, ohne Schwert, ziemlich angepisst. Und als nächstes kommt dann so, hier ist ein rotes Haus. Möchtest du da vielleicht hineingehen und brennen? Also nein, ich habe eine Mission, hören auf, mich aufzuhalten, mir nervt. Dann schleppt es sich dann noch weiter und dann heißt es, hier liegt ein Haufen Müll, um auf ein paar Stiefel. Willst du das paar Stiefel mitnehmen? Auf dem Müll, Stiefel. Auf dem Müll, ja. Die würdest du ja nicht anfassen. So viel Ehre hast du ja schon. Nein, nein, nein. Ich bin eine Barbarin, ja. Und Stiefel sind wirklich lebensnotwendig für Abenteurer, die auf der Straße unterwegs sind. Das heißt, ich probiere die an und sie passen perfekt und sie geben mir plus eins Gewandtheit. Ich habe also das Schwert gegen ein paar Stiefel vom Müll getauscht und bin wieder beim gleichen Wert angekommen. Ich gehe davon aus, dass sie auch total fesch sind und irgendwie schick. Ich finde das aber gut, dass das egal ist, ob du ein gutes Schwert hast oder Stiefel. Ja. Am Ende ist das gleichwertig. Ja. Less sword fighting, more ass kicking, glaube ich in dem Fall. Also die Stiefel haben auf jeden Fall mir das wieder wettgemacht, dass ich das Schwert weggeben musste, die Müllstiefel. Also es geht dann weiter, dass man an eine Stelle kommt, wo mehrere Straßen zusammenlaufen. Man hat nicht wirklich die Entscheidung, was man macht, sondern die Erzählung sagt einem einfach, ja, du gehst nach Norden, weil du dort Trudel hörst. Dort ist ein Marktplatz. Und mehr oder weniger das Erste, was passiert ist, dass mich eine ältere Frau beklaut und ich kann nichts dagegen tun und nichts machen. Ich verliere einfach Geld, wenn mir die Frau das Geld aus der Tasche zieht. Aber man kann Essen kaufen, das einen, glaube ich, auch ein bisschen heilt. Und dort ist ein Barde mit einer Lyra, dem kann man zuhören. Der trellert mir ein Liedchen. Also man muss dem dann schon sagen, ja, ich würde das gerne hören. Und dann kriegt man tatsächlich einen Bonus auf Glück zusätzlich. Und dann gibt es noch jemanden, der dich herausfordern will, mit Kanonenkugeln fangen zu spielen. Da habe ich gesagt, das geht wahrscheinlich nicht gut. Ich habe mit Wurf geschossen und geschossen generell nicht so gute Erfahrungen gemacht in der Stadt. An dem bin ich vorbei. Und dann kann man einkaufen. Es gibt da so einen kleinen Abenteurerladen quasi. Und ich habe mir aus dem Angebot, was es da gab, so ein Seil und eine Lampe rausgesucht. Weil ich mir dachte, irgendwann wird man wahrscheinlich ein Seil und eine Lampe brauchen. Das sind so Dinge. Du hast doch schon eine Lampe. Du hast doch schon eine Laterne dabei von Anfang an. Habe ich? Warum habe ich da noch eine gekauft? Ich weiß auch nicht. Ich habe zwei Lampen jetzt. Eine für die rechte Hand und eine für die linke Hand. Ja, Dual-Wielding-Lampen. Ich habe kein Schwert mehr. Ich weiß nicht, was ich sonst mit meiner freien Hand machen soll, Gunnar. Ich muss da irgendwas drin halten. Das Seil ist zu lahm. Also habe ich jetzt eine zweite Lampe gekauft. So läuft das. Und dann gibt es noch eine Hellseherin, Madame Star. Der drücke ich ein bisschen Gold in die Hand. Und die ist richtig hilfreich. Die sagt nämlich, der Mann, den du suchst, Nicodemus, der Zauberer, der lebt in einem Haus unter einer Brücke, die nach Norden führt. Dann ist es ja nicht mehr weit jetzt. Ja. Ich bin ja schon echt viel nach Norden gegangen, weil die Straße nach Westen ist ja relativ schnell abgeknickt. Dann bin ich ein gutes Stück nach Norden gegangen, bin halb erschossen worden, bin geheilt worden, bin weitergegangen. Und an der Kreuzung, wo ich war, bin ich wieder nach Norden gegangen. Das heißt, ich kann gar nicht mehr so weit weg sein. Oder, naja, hängt davon ab, wie groß die Stadt ist. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin kurz davor. Gehe dann auch tatsächlich weiter nach Norden. Dann fängt es an zu regnen. Ich weiß nicht, welche Bewandten es das hat, aber man hat die Wahl, sich unterzustellen oder weiterzugehen. Und ich bin eine Barbarin, also bin ich weitergegangen mit meinen tollen neuen Stiefeln, die garantiert auch wasserfest waren. Komme an eine Brücke. Ich sehe nur, jemand kommt mir entgegen. Aber ich warte nicht drauf, weil ich sehe, da führen auch Stufen runter. Und ich weiß ja, zumindest das laut Madame Star, der Hellseherin Nicodemus, in einem Häuschen unter der Brücke lebt. Das heißt, ich gehe unter die Brücke und da ist er, Nicodemus, der Magier. Der hat leider überhaupt keine Lust einzugreifen und zu helfen. Ich weiß nicht, ob du den auch schon gefunden hattest, aber der ist mehr oder weniger so ein Leckte mich doch allemal am Poppes. Ich bin im Ruhestand und ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Prinzen der Finsternis zu beschäftigen. Aber ich kann dir sagen, was dir weiterhelfen kann. Und das ist eine sehr interessante Einkaufsliste, die er einem dann mitgibt. Die würde ich vielleicht einfach kurz nochmal vortragen. Aus diesem Grund werde ich dir sagen, wie San Barbone der Prinz der Dunkelheit zu besiegen ist. Und jetzt hör mir gut zu. Du kannst ihn in jedem Fall nur nach Sonnenuntergang überwältigen. Untertags existiert er auf einer anderen Ebene. Natürlich hat er seine Leute, die ihn beschützen. Doch selbst wenn du an ihnen allen vorbeikommst, brauchst du etwas ganz Besonderes, um mit Bone fertig zu werden. Um dich vor seinem hypnotischen Blick zu schützen, musst du dir ein weißes Einhorn in einem gelben Strahlenkranz auf die Stirn tätowieren lassen. Superstart. Superstart. Von meinem inneren Auge bränden so, äh, kann ich mich noch dagegen entscheiden? Normale Waffen können ihm nichts anhaben. Du musst ihm zuerst einen silbernen Pfeil durchs Herz schießen. Das wird ihn zwar lähmen, aber nicht töten. Dann musst du ihm geschwind ein fein gemahlenes Pulver aus schwarzen Perlen, Hexenhaar und einer Lotusblüte in die Augen reiben. Wenn du Glück hast, wird er in Sekunden schneller vor deinen Augen zerfallen. Sollte dein Pfeil jedoch nicht treffen, so wirst du in dem Augenblick, in dem er dich berührt, sterben. Die Zutaten für die Pulvermischung kannst du allesamt in Port Black Sand finden, wenn du nur intensiv genug suchst. Es tut mir leid, dass ich dich nicht begleiten kann. Und das ist alles, was sie einem quasi dann mitgibt. Er schüttelt einem noch die Hand, sagt viel Glück, tschüss. Dann geht er wieder hoch und geht über die Brücke und steht wieder da. Also folgendes. Ich muss jemanden finden, der mir ein weißes Einhorn in einem gelben Strahlenkranz auf die Stirn tätowiert, auch wenn ich das wirklich nicht will. Ich muss den silbernen Pfeil finden und idealerweise vermutlich auch einen Bogen, um ihn abzuschießen. Und schwarze Perlen, Hexenhaar und Lotusblüte, damit ich aus denen einen Pulver zusammenreiben kann. Okay. Ich finde das so schön, dass es ihm in die Augen reiben muss. Während er betäubt ist. Aber falls er nicht richtig betäubt ist, sterbe ich, sobald ich ihn anfasse. Wahrscheinlich, ja. Ach, das ist alles. Also hohes Risiko. Und auch sehr spezifisch. Ich frage mich, woher Nicodemus das so genau weiß. Es ist so verdächtig, so als hätte er das mit Zen Barbone selber ausgearbeitet, irgendwie dieses System. Ich finde, das klingt wie ein Fake, ehrlich gesagt. Also ich meine, es wird ja kein Fake sein. Es ist so eine Art Fetch-Quest oder so. Aber das klingt ja wie ein Fake. Ein weißes Einhorn. Weißt du, er und Zen Barbone haben da gesagt, was erzählen wir der doofen Barbarin, wenn die kommt? Warte, irgendwas ganz Blödes mit einem Einhorn und so. Und dann irgendwas, was es gar nicht gibt. Lotusblütenpulver. Hahaha. Und sowas in der Art. Das ist tatsächlich eine ziemlich sichere Sache. Weißt du, einfach den ganzen dämlichen Abenteurern irgendeine bescheuerte Anleitung geben, die sie auf keinen Fall zum Ziel führen kann. Aber gerade eben glaubwürdig genug klingt in ihrer Dämlichkeit, dass man es trotzdem versucht. Also, die arme Brenda steht da und muss diesen ganzen Scheiß jetzt irgendwo in der Stadt finden. Und sie hat die Wahl, geht sie nach Westen oder geht sie nach Osten. Das letzte Mal, dass sie nach Westen gegangen ist, haben Leute auf sie geschossen. Deswegen geht sie diesmal nach Osten. Und das erste, was sie findet, ist ein Haus mit einer gruseligen Tür, wo Totenschädel drauf abgebildet sind. Da gehst du natürlich nicht rein. Also, um ehrlich zu sein, da sind sechs Totenschädel drauf, ein schwarzer und fünf weiße. Und ich dachte mir, jetzt bin ich schon an so vielen Dingen vorbeigelaufen, an dem Schlüsselmacher, an dem Roten Haus, an dem und das und jem. Hier gehst du mal rein. Das klingt spannend. Dann landet man in einem kleinen Raum, wo jemand sitzt, der offensichtlich nur darauf gewartet hat, dass da jemand reinkommt. In einer Ecke steht ein in schwarze Gewänder gehüllter Mann mit einer eng anliegenden Kappe auf dem Kopf. Lächelnd fordert er dich auf, dich an den Tisch zu setzen. Dann nimmt er dir gegenüber Platz. Nachdem er sechs weiße Pillen auf sechs auf dem Tisch stehen getoten Köpfe gelegt hat, sieht er dich an und sagt, Und ich so, ich muss Hexenhaar und schwarze Perlen und Lotusblüten besorgen und einen silbernen Pfeil, das wird echt teuer. Und Brenda kann keine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wir probieren das mal. Ich lasse mich also drauf ein und der Mechanismus ist, wenn du eine 2 bis 6 würfelst, auf einem 6-seitigen Würfel ist alles gut, bei einer 1 stirbst du. Rate, was passiert ist. Alter, einfach so gestorben? Ich habe eine 1 gewürfelt. Das heißt, Brenda, die Barbarin, die fünf Pfeile in den Rücken überlebt hat, die Nicodemus gefunden hat, die wusste, was sie jetzt in der Stadt der Diebe machen muss und eigentlich gerade angefangen hat, ihre richtige Quest anzugeben, ist mit Schaum vor dem Mund vergiftet, in einem Keller von irgendeinem Idioten gelandet, der ihr ansonsten 20 Goldstücke gegeben hätte. Und das war ihr sehr, sehr unrühmliches Ende, in dem ihr auch kein Trank oder sonst irgendwas geholfen hat. Ich habe wirklich beim Spielen, ich dachte mir, ach, dann probierst du das mal aus und klack, die klack, eine 1. Und wir haben gesagt, kein Bescheißen. Ich bin, also Brenda, Brenda ist tot. Ja, kein Bescheißen, du bist tot. Und? Wie unnötig. Ja, wird vermutlich jetzt irgendwo im Hinterzimmer in kleine Teile zerlegt und im Nachbarladen in Küchlein gebacken oder was auch immer die Leute mit Fremden machen in Port Black Sand, die dort unbeliebt sind. Oder irgendwo verscharrt um die Ecke. Auf jeden Fall, das war ihr Abenteuer und mal schauen, welchen Charakter ich als nächstes auswürfle. Wir spielen auch so, dass der nächste Charakter nicht weiß, was man schon weiß. Das heißt, nicht einfach dorthin gehen, wo wir wissen, dass Nicodemus ist. Oder wie machen wir es? Ach, das ist eine gute Frage. Dann hätte man ja keinen Fortschritt. Sonst machst du ja immer wieder dieselben Fehler. Sonst müsstest du jetzt einen Charakter machen, der, keine Ahnung, ganz anders reagiert. Eigentlich würde ich sagen, man kann das Meta-Wissen verwenden und zwar sogar auch das aus dem Gespräch. Ich, also auch mein Meta-Wissen, was immer ich jetzt erfahre und so, um so ein bisschen zu optimieren auf den perfekten Run, der uns dann dahin führt. Dann schätze ich mal, Brenda hat das alles mitgeschrieben und in Silverton kommt dann der nächsten Brief an von dem geheimnisvollen Mann aus dem Zimmer im Keller, der sagt, Brenda hat leider ihr Glück unterschätzt und ist gestorben. Aber folgende Informationen hatte sie noch in der Tasche dabei, weil wir alle sehr fair sind hier in der Stadt der Diebe. Hier sind folgende Informationen dem Nächsten, den ihr schickt, die nächste arme Sau, der ihr ein Breitschwert gebt und nach Port Black Sand schickt. Die kann dann mit diesem Wissen schon mal anfangen. Das ist so eine Seelenwanderungsgeschichte einfach vielleicht auch. Oder das, ja. Genau. Ja, gut, dann erzähle ich mal, was Caras erlebt hat. Gleich vorweg ist es gar nicht so viel anders. Oh, okay. Wir haben erstaunlich viele Entscheidungen ähnlich getroffen. Und das fängt schon draußen an. Also bin auch natürlich an das Tor von Port Black Sand gekommen, habe mich da von der Wache anmaulen lassen und habe dann, weil ich dachte, ich habe doch auch Rechte hier als Fremder. Die werden mir doch wohl einfach mal sagen, wo dieser Nicodemus ist. Warum sollen sie mir denn das nicht sagen? Was ist denn dagegen zu sagen überhaupt? Und dann haben die mich natürlich sofort gepackt, wie dich auch, und weggeschleppt. Und der Caras ist nun aber ein Zwerg und hat sich jetzt nicht gedacht, hier sind diese baumlangen Leute da, hier sinnlos kämpfen, weiß ich nicht. Ich biete denen mal Geld. Und dann kannst du auswählen, ob du denen 5, 10 oder 15 Geld gibst. Wir erinnern uns, wir haben 30 Goldstücke bei uns. Und dann habe ich gedacht, boah, ey, was denn das für eine Auswahl? Und das ist bestimmt so eine Mechanik, dachte ich, wenn man denen nur 5 gibt, dann stirbt man. Und wenn man denen 15 gibt, dann klappt es sicher. Und in der Mitte ist es ein Glücksding mit Würfelwurf. Das machen wir mal nicht. Ich gebe denen gleich 15, dann bin ich hier durch. Vielleicht ist es auch gar nicht so, dass ich das Geld sozusagen habe, um es im Spiel einzusetzen. Das Geld ist nur, um mich durch diese Situation zu bringen. Und danach brauche ich nie wieder Geld. Jetzt hier nicht geizen, habe ich denen 15 Gold gegeben. Und da haben sie gesagt, ja, kein Problem, alles safe. Guten Tag, lauf gern hier rum. Wir haben nichts gesehen. Ich sage mal, unter uns, du brauchst noch einen Pass. Pass geben wir denen nicht. Jetzt verschwinde. Den Pass, das habe ich tatsächlich vergessen. Das ist ein Abschnitt, den ich übersprungen habe in meinen Aufzeichnungen, offensichtlich gerade beim Rekapitulieren. Ich wurde tatsächlich an einer Stelle nach dem Pass gefragt. Zu der Stelle kommen wir dann. Dann kommen wir dann noch zunehmig an. Genau. Also ich bin viel schlechter gestartet als du. Ich habe 15 Gold weniger und einen Pass weniger. Und gehe jetzt durch die Gegend. Und gehe jetzt zufällig in dieselbe Richtung wie du. Ich gehe nämlich in die Schlüsselgasse. Weil ich dachte, man muss jetzt irgendwie herausfinden, wo der Nicodemus wohnt. Und da ist es bestimmt irgendwie gut, mal was Offizielles zu machen. So vielleicht gibt es ein Einwohnermeldeamt oder einen Bürgermeister oder sonst irgendwas. Und die anderen Orte, die jetzt hier so genannt werden, die klingen nicht nach vertrauenswürdigen, respektablen Straßen. Es gibt noch die Glockengasse oder sowas. Die Marktstraße. Überhaupt nicht respektabel. Nee, aber auf der Marktstraße ist bestimmt das Bürgermeisteramt nicht. Ich habe gedacht, das ist bestimmt in der Schlüsselgasse. Und die Schlüsselgasse heißt so, wie du schon gesagt hast, weil da ein Schlosser ist. Aber ich dachte, oh ein Schlosser. Aber ich habe das Gefühl, in der Stadt voller Türen kann man da mal reingehen zu so einem Schlosser. Und denen mal fragen, ob man nicht einen Schlüssel kaufen kann für irgendwas. Außerdem, wieso soll dieser Ort so früh am Anfang des Spiels da sein? Ich lese mal ganz kurz vor, was da passiert. Das ist nur ein ganz kurzer Abschnitt. Im hinteren Teil des Ladens sitzt auf einem hohen Hocker ein alter, bebrillter Zwerg. Er ist gerade damit beschäftigt, an einer von einer Tretkurbel angetriebenen, schmiedeeisernen Maschine, die erbärmlich quiescht und einen Höllenlärm verursacht, einen Schlüssel zu schneiden. Du hüstelst, um seine Aufmerksamkeit auf dich zu lenken, doch er blickt nicht von seiner Arbeit auf. Nach einiger Zeit hält der Zwerg die Maschine an und fragt dich, was du wünschst. Jetzt kannst du ihn entweder fragen, ob er Passpartous verkauft, also Schlüssel, die alle Schlösser sperren, oder dich erkundigen, ob er weiß, wo die Kodemus wohnt. Und dann dachte ich, naja, Schlüssel kann ich ja gleich noch fragen. Das ist bestimmt eine Option, die kriege ich nochmal. Aber wo Nicodemus wohnt, das ist bestimmt die eine Chance jetzt. Ich habe hier seinen lebenslangen besten Freund, zufällig. Das ist ja ein respektabler Zauberer und hier ist ein respektabler Schlosser. Der sagt mir jetzt ganz bestimmt, wo der Nicodemus wohnt. Und dann habe ich schon mal einen großen Schritt vorwärts gemacht. Und dann hebt er eine Augenbraue, als ich ihn das frage und blinzelt mich so an. Und dann sagt er, ich kenne Nicodemus, aber was willst du von ihm? Und jetzt kann ich sagen, ich will Nicodemus töten. Oder ich kann sagen, ich komme aus Silberton und möchte Nicodemus um Hilfe bitten. Warum soll man sagen, dass man ihn umbringt? Okay, was hast du gewählt? Und dann dachte ich, das ist ja mal ein bisschen off hier, jetzt mit dem Töten und so. Warum wird das hier gefragt? Warum soll mir das Spiel das anbieten? Das ist bestimmt die richtige Lösung. Aber es ist ja immer noch ein Rollenspiel hier. Und mein Charakter hat gar keinen Grund, so einen Quatsch zu erzählen. Mein Charakter fragt hier ganz ehrlich und erzählt, dass er einfach den Nicodemus um Hilfe bitten will. Weil warum auch nicht? Was kann daran so schlimm sein? Und der Typ so, ach, du bist ein Freund von ihm. Und pfeift nach seinen Hunden. Und dann kommen zwei Hunde und dann ruft er den Hunden zu, tötet den Freund von Nicodemus. Das ist auch so ein erstaunlich spezifischer Befehl für so Hunde. Nicht so fast, sondern den Freund von Nicodemus. Die Hunde so, ist das der Freund? Okay, ja dann. Die müssen das auch erst nochmal klären. Das ist ein bisschen komisch so. Wie stehen sie denn zu Nicodemus, den Zauberer? Ja, genau. Würden sie eher sagen, eine gute Freundschaft oder eher so ein bisschen locker? Oder nur Bekannte vielleicht? Ja, genau. Genau, jedenfalls gehen dann zwei Wolfshunde auf mich los. Das ist ein bisschen komisch. Riesige schwarze Hunde mit greifernden Meulen voller spitzer Zähne springen unter einem Tisch hervor auch noch. Haben die ganze Zeit gesessen. Naja, die Wolfshunde haben gewandt halt sieben. Das ist gar nicht schlecht. Aber ich bin ja ziemlich stark. Ich habe ja in der Fünf gewürfelt und habe gewandt halt elf. Das heißt, ich habe vier Punkte mehr als die beiden Hunde. Ich würfle in diesem Kampf neun Mal. Einmal geht es unentschieden aus. Achtmal gewinne ich. Die Hunde sind tot. Ich habe nicht mal einen Kratzer hingenommen. Okay. Sensationell. Fängt gut an. Dann fragt das Spiel mich, als die Hunde tot am Boden liegen, hingemeuchelt von mir mit meinem edlen Schwert. Sehe ich, dass der Typ abgehauen ist. Der ist durch die Vordertür auf die Straße. Vielleicht will er Hilfe holen oder irgendwas. Was mache ich jetzt? Schnell abhauen oder das Geschäft noch schnell sich suchen? Da könnte ja noch so ein Schlüssel sein, der alles aufsperrt. Wenn man schon hier ist, genau. Und dann dachte ich, na, guck mal, ich durchsuche mal das Geschäft. Das habe ich mir verdient irgendwie, finde ich, ja. Dafür, dass der mich in so eine Falle gelockt hat. Und dann entdecke ich in einem Kästchen drei Goldstücke und einen eisernen Schlüssel. Als ich mir den Schlüssel angucke, sehe ich, es ist ein Passepartout. Der sperrt alle Schlösser auf. Und ich gewinne noch einen Glückspunkt, weil es so ein Glücksfall ist, dass ich ein Passepartout habe. Und das ist jetzt der Punkt, um abzuspeichern in einem Computerspiel. Ich meine, ja, ich habe einen Glückspunkt mehr als vorher. Ja, ich habe das Glück zehn. Und von meinen 30 Gold habe ich zwar 15 verloren, habe bei 30 schon wieder zurückgewonnen, habe jetzt Gold 18 und habe einen Passepartout neu im Inventar. Das ist ja alles super. Gerade ist alles super. Ich bin total zufrieden. Jetzt hier speichern. Ich bin voll auf der Höhe meines Schaffens hier. Ich bin voll der erfolgreiche Abenteurer, denke ich mir. Es geht jetzt weiter. Super. Es kann jetzt nur noch bergab gehen. Und der nächste Eintrag ist genau der mit den Pfeilen, den du auch hattest. Der kleine Junge zeigt mir den Zettel. Ich so, Pfeile. Das ist doch ein Trick. So ein kleiner Junge. Was soll da schon schief gehen? Ja, der hat doch bestimmt gar keine Pfeile. Zack, Pfeile. Ich habe nur drei Treffer, aber immerhin drei. Neun Punkte Schaden. Ist noch nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch Stärke 13. Aber man verliert beim Getroffenwerden auch noch zwei Glückspunkte. Das hat mich sehr geärgert. Und das war so ein bisschen der Grund, ehrlich gesagt. Warum ich mich entschieden habe, dem Jungen nicht zu glauben. Weil hätte man dem Jungen geglaubt, hätte man zehn Goldstücke auf den Boden legen müssen und zwei Glückspunkte verloren. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist so ein Trick von dem Spiel. Da wirst du für mangelnden Wagemut bestraft mit den zwei Glückspunkten. Ich will die Glückspunkte nicht verlieren. Ich riskiere es mal lieber. Und dann habe ich aber die Glückspunkte verloren und noch Schaden genommen. Na danke. Dann ist mir dasselbe passiert wie dir. Das kleine Mädchen winkt mich rein. Ich werde behandelt. Klettere zurück auf 19 Stärkepunkte. Falle aber auf zehn Gewandheitspunkte, weil jetzt mein Schwert weg ist. Die geben dir ein anderes Schwert. Das sind keine Schweine. Es ist halt nur ein Scheißschwert. Ja. Aber immerhin haben wir dann ein Schwert. Dann gehe ich weiter und ich lasse das rote Haus nicht links liegen, sondern mir geht es ja gut. Ich fühle mich ja stark und so. Ich gehe ins rote Haus. Das rote Haus ist ein bisschen merkwürdig. Wenn man dieses Haus betritt, dann befindet man sich in einem rot angestrichenen Raum. Ach nee, ich lese es mal vor. Sobald du das Haus betrittst, befindest du dich in einem rot angestrichenen Raum, der mit Ausnahme eines Tisches, auf dem zwei Glasschalen stehen, völlig leer ist. In beiden liegt ein Skorpion. Der eine ist silbern, der andere golden. Am anderen Ende des Raumes befindet sich eine Treppe, die ins Obergeschoss führt. Du hast die Möglichkeit, den goldenen Skorpion hochzuheben, den silbernen Skorpion hochzuheben, die Treppe hinaufzusteigen oder das Haus zu verlassen und nach Norden zu gehen. Wie viele Häuser gibt es eigentlich, die deine Leute hier vergiften wollen? Was ist denn das für ein Setup? Ist das so ein Hobby von den Leuten, dass man irgendwie giftige Kreaturen oder Giftpillen oder sonst irgendetwas hat und dass alle Leute, die einen besuchen, erst mal irgendwelche seltsamen Rätsel lösen müssen? Ich hoffe, dass Karas vernünftig war und einfach wieder rausgegangen ist und sie gesagt hat, den Scheiß mache ich nicht mit. Also ich finde, das wirkt wie eine Rätselsituation. Das wirkt nicht wie so ein Wohnhaus, wo irgendwas ganz normal ist oder so und da steht halt ein Skorpion rum, sondern ich dachte, das ist eine Rätselsituation. Lassen wir uns mal auf das Rätsel ein. Ich muss ja hier noch irgendwie vorankommen und ich habe auch das Gefühl, dass ich hier Sachen finden muss, ein bisschen abseits des Weges, damit ich hier ein bisschen weiterkomme. Ich nehme mal einen der Skorpione hoch. Und zwar Silber, Gold. Ich bin ein Zwerg, gleich den goldenen. Wollen wir mal keinen Quatsch machen hier mit Silber, gebe ich mir nie ab. Dann nehme ich den goldenen Skorpion hoch und als ich den genauer betrachte, ist es eine Brosche. Und dann stecke ich sie an meinen Lederumhang, weil warum auch nicht. Ich wusste vorher nicht, dass ich einen Lederumhang anhatte, aber jetzt weiß ich es. Es ist ein Glückszauber und ich gewinne zwei Glückspunkte. Also, wow. Okay. Einfach so, ja, aus dem Nichts. So, was tue ich als nächstes? Jetzt könnte ich noch den Silber und den Skorpion aufheben, das Haus verlassen oder die Stufen hochgehen. Und ich dachte, jetzt mal das Glück nicht übertreiben. Das war jetzt bestimmt so ein 50-50-Rätsel und ich habe irgendwie Glück gehabt. Und wenn ich jetzt den Silber nur noch hochnehme, dann beißt er mich. Das machen wir mal nicht. Aber jetzt das Haus verlassen, nachdem ich jetzt hier das Rätsel gelöst habe, vielleicht geht es noch weiter. Ich bin ja jetzt hier auf einem guten Pfad. Ich gehe mal die Treppe hoch. Dann gehe ich die Treppe hoch. Ich lese mal kurz vor. Die Treppe führt in ein kleines Zimmer hinauf, das ebenfalls rot gestrichen ist. Dort sitzt du an einem Tisch. Wer sitzt da wohl? Ein schreckenerregendes Wesen mit lang gestrecktem, schnabelähnigem Maul und einem dunkelroten Schuppenpanzer aus seinem Kiefer ragen Reihen scharfer Zähne, zwischen denen eine lange, rosa Zunge blitzschnell hinaus und wieder zurückschießt. Das Monster blickt auf und sieht dich an. Kriegst du ein Skorpion? War schon. Wenn ja, geht es weiter bei. Wenn nicht, bei. Äh, gut. Was macht denn das Monster hier an der Stelle? Was hat denn das da zu suchen? Warum ist da nicht ein Zwerg oder ein normaler Mensch, sondern ein Drache oder irgendwas? Ich finde fast interessanter die Frage, wird es, wenn du jetzt den Skorpion hast, sagen, ah, sie sind einer vom Skorpionkult. Schön, dass sie in unserer Hauptstation sind. Und sie gehören auch noch zum Goldrang. Gratulation. Oder sagt sie, warum hast du meine Brosche gestohlen? Und ich bin jetzt schon, ähm, was war es denn? Es ist ja völlig klar, dass das eine Rätselsituation war unten, so eine 50-50-Situation. Und dass das jetzt nicht einfach die Broschen sind, die er da hingelegt hat. Und der kann ja jetzt nicht verärgert sein, wenn ich eine seiner Broschen stiele. Weil das ist ja offenkundig eine Probe für mich gewesen, oder? Vielleicht, ob du stielst, ja. Also ich habe gar keine Angst. Ja, ich lege da jetzt auch nicht meine Hand auf die Brosche und gehe vorsichtig zurück, sondern selbstverständlich habe ich ja eine Brosche, ist ja ganz klar. Und das Schuppenmonster so, was? Eine Brosche gestohlen? Oh Gott! Warte, ich spucke schnell Feuer auf dich. Und dann spuckt der Feuer auf mich und kommt mir mit ausgestreckten Klauen entgegen. Der Feuerstrahl verfehlt mich, aber einem Kampf kann ich nicht ausweichen. Feuerechse, Gewandtheit 8. Mhm, nicht schlecht. Und 8 Stärke ist schon mal nicht so schlecht. Ich habe jetzt nur noch Gewandtheit 10, bin also nur noch 2 Punkte besser. Jetzt wird es schon ein bisschen stressiger und in jeder Runde bläst er noch einmal seinen Feueratem. Und wenn ich eine 1, 2 oder 3 würfle, kriege ich noch einen Stärkepunkt abgezogen wegen der Brandwunde. Also ein richtiger Kampf jetzt. Ich habe aber ja gerade vorher Glück dazu bekommen und habe jetzt Glück 10. Und das setze ich jetzt auch ein. Mit dem ersten Würfelwurf treffe ich. Und mit dem Würfelwurf kann man dann den Schaden von 2 Punkten, die man ihm macht, auf 4. erhöhen. Und dann versuche ich mein Glück, bleibe unter 10 und dann nimmt er 4 Punkte Schaden und dann mache ich das nochmal, treffe ihn wieder, habe wieder Glück, dann ist er in 2 Runden tot. Er hat mich allerdings zweimal getroffen mit seinem Feueratem, so ist es nicht, da habe ich beide Male einzeln gewürfelt. Ich habe also 2 Punkte Stärke verloren und ihn aber relativ problemlos besiegt. Aber auch 2 Glückspunkte eingebüßt dadurch, die ich halt eingesetzt habe. Ich meine, was machst du auch? Der Zwerg marschiert das Haus rein, grabscht sich ein wertvolles Stück, wahrscheinlich irgendein Erbstück, die Brosche da, und marschiert weiter ins Haus hinein. Mit dem Diebesgut an den Ledermantel gepinnt. Das war doch wie eine Probe. Was ist ein leerer Raum in einem nicht abgeschlossenen Haus mit 2 Broschen? Der wollte mir doch irgendwas sagen. Ich habe das Gefühl, dass du dem ganzen Setting mehr Sinn unterstellst, als es tatsächlich hat. Das glaube ich auch, dass das das Problem ist, genau. Also es ist alles ziemlich willkürlich. Dann über der Leiche des Drachen, den ich in seinem Haus ermordet habe, wie so ein Einbrecher eigentlich, ehrlich gesagt. Jetzt komme ich mir doch ein bisschen komisch vor. Jetzt, ja, die ganze Zeit dachte ich doch irgendwie, ich bin im Recht, aber jetzt kommt es mir irgendwie so vor, als hätte ich das vielleicht falsch gemacht. Dann nehme ich mir noch die 4 Goldstücke, weil warum auch nicht, die da rumliegen. Und dann liegt da noch eine bronzende Brosche und ich lasse die Broschen jetzt mal liegen. Ich glaube, mit den Broschen, ich weiß nicht, wo das hinführt. Besser nicht. Dann gehe ich jetzt. Dann gehe ich auf die Straße und dann kommen zwei Wachen auf mich zu. Aber sie verhaften mich nicht, weil ich da gerade einen Drachen ermordet habe, sondern frage mich nur noch den Pass. Du hattest ja einen hier, nehme ich an. Genau. Also ich meine, Leute, die im Gefängnis waren, haben dafür einen Pass bekommen am Ende. Ja, ich hatte natürlich keinen Pass. Und dann erklären sie mir, ich sei verhaftet. Und dann ziehe ich aber automatisch mein Schwert. Und die sind nicht sehr stark. Die haben Gewandtheit 7 und 6, das geht schon, aber nur Stärke 4 und 6. Also halten nicht viel aus. Das ist ein Kampf, der geht ganz okay vorbei. Also habe ich gedacht. Ich habe gar keine Angst. Weißt du, 7 und 6. Ich habe immer noch 10. Er hat mein erster Würfelwurf 2 Einsen. Die Wache gleich die 12. Aber danach haben sie nicht mehr getroffen. Ich verliere also nur zwei Punkte. Bin jetzt so auf 15. Das geht alles noch, finde ich. Und dann liegen die Wachen da tot vor mir. Und dann durchwühle ich die Wachen. Und die haben sieben Goldstücke bei sich. Mehr als der reiche Drache. Nicht so schlecht. Die nehme ich natürlich mit. Dann noch ein Stück hartes Brot. Warum auch immer, was jetzt hartes Brot ist. Und ein Schlüsselbund. Und da bin ich jetzt nicht so sicher aus der Beschreibung, ob das einfach ein leerer Schlüsselbund ist. Sozusagen, weißt du, einfach so ein Ring, an den du Schlüssel tun kannst. Oder ob das ein Schlüsselbund voller Schlüssel von allen Wachhäusern ist. Das weiß ich nicht. Aber es ist ja auch egal. Denn du hast ja ein Passepartout. Genau. Ich nehme es trotzdem mal mit. Ich habe das Gefühl, ich komme jetzt einfach überall rein. Was kann mich noch aufhalten? Dann kommt der Müllhaufen, wo ich mir auch wie du die Stiefel nehme. Ich habe keinen Stolz. Ich habe hauptsächlich gedacht, weil habe ich keine Stiefel an? Was will das Spiel von mir wissen? Oh Gott, ich bin hier in Puschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Besser mal schnell die Stiefel mitnehmen. Nur so in Flipflops die ganze Zeit gekämpft. Schlopp, schlopp, schlopp. Genau, total lässig so. Oder noch schlimmer, Crocs. Genau, in Crocs. So quietschenden Crocs. Das ist natürlich alles sehr schön. Dann geht es halt weiter. Wahrscheinlich genau auf dem Weg, auf dem du auch weitergegangen bist. Ich folge nämlich diesen Typen, die so durch die Stadt laufen. Lustige Gesellen, die sich lauthals amüsieren, heißt das. Und die gehen dann tatsächlich wie bei dir auf den Rummel. Was ist das? Ja, ein Marktplatz. Ein Marktplatz, genau. Die sind übrigens mit Eiern und fauligen Tomaten bewaffnet. Stimmt, um da jemanden zu bewerfen. Genau, da ist jemand am Pranger und die Frau, die dir da das Goldstück stiehlt, die gibt dir zwei Eier, damit du auch ein bisschen werfen kannst. Und du wirfst die dann auch, weil du nicht auffallen willst. Sag das Buch so. Ich will gar nicht auffallen. Geben Sie mir nochmal zwei Eier, dann fange ich noch weniger auf. Dann haben Sie vielleicht auch eine faule Tomate. Ja, genau. Und das ist ganz hübsch. Sie klaut dir ein Goldstück oder irgendeinen Gegenstand. Und ich nehme damit an, dass du dir das einfach aussuchen kannst, was du abstreichst. Ja. Jetzt hatte ich aber nur Stiefel oder Proviant. Genau. Ich hätte jetzt ja zum Beispiel mein hartes Brot stehlen lassen können. Aber das war mir dann zu blöd und ich dachte, das harte Brot entpuppt sich noch als Proviant oder so, wo ich dann vier Stärkepunkte zurückkriege. Lieber mal jetzt das Brot nicht weggeben. Genau. Dann habe ich das auch gemacht, was du gemacht hast. Ich war bei der Fressbude, habe mir einen Döner gekauft und an der Stelle nochmal gleich mein Proviant gegessen und bin jetzt tatsächlich wieder auf voller Kraft. Also genau wie am Anfang. Dann habe ich Lyra gehört und diesen Eintrag mit dem Magier gehört. Das war auch sehr schön. Und dann war ich auch noch bei der Wahrsagerin, die ja sehr unkt. Die sagt, der Magier will dich nicht treffen und dann ja abbricht in der Weissagung, weil irgendwas zu Schreckliches ist und dann nicht weitersprechen will. Ja, die hat gesehen, dass ich das Gift essen würde. Genau, das nehme ich mal an, dass es das war, genau. Und ich gehe noch zu dem Typen, diesem Kraftbolzen da, der mit den Kanonenkugeln wirft. Echt? Ja, weil ich dachte, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ja wohl eine Gewandheitsprobe. Nehme ich doch an, mit so Kugeln hochwerfen. Oder Stärkeproben gibt es ja wohl nicht. Also wird es eine Gewandheitsprobe sein. Und hier, ich bin ja der gewandteste Zwerg seit sonst wem. Das werde ich aber gewinnen. Und da gibt es fünf Goldstücke, wenn man das gewinnt. Und ich bin ja so ein bisschen klamm. Na, ich bin schon wieder auf 24 Gold mit diesem Zeitpunkt, weil ich ja von den Wachen Gold gekriegt habe. Aber ich dachte, Gold kann man schon brauchen. Was es aber ist, es ist gar keine Gewandheitsprobe. Es ist voll gemein. Sondern wir würfeln halt abwechselnd. Und der Erste, der eine Eins würfelt, lässt die Kugel auf den Fuß fallen. Und dann verliert man fünf Goldstücke. Und das ist mein erster Wurf. Zack, eins. Gleich so, geben Sie mir das mal. Oh, zählt das schon, dass das jetzt runtergefallen ist? Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Nee, das zählt schon. Geben Sie mal das Gold her. Und dann direkt auch noch auf deine guten Stiefel, der Geschicklichkeit. Ja, nix, 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 nix. Dann war ich noch einkaufen, wie du auch. Ich habe mir auch das Kletterseil gekauft und den Fleischerhaken dazu. Ah, okay. Ich dachte, das klingt irgendwie cool. Und dann war es das mit dem Marktplatz. Jetzt gehe ich weiter und jetzt fängt es bei mir auch an zu regnen, wie bei dir. Und dann gehe ich in das Haus, wo ich mich unterstellen kann. Weil das hast du nicht gemacht, da bist du einfach weitergelaufen. Genau. Und das war auch ganz gut, weil im Haus wohnen ... In diesem Haus sind jetzt drei Schädel und fünf Skorpionen und außerdem Giftschlangen. Ja, genau, Giftschlangen. Ernsthaft? Ja, in dem Haus wohnen sechs Schlangen, die mich umzingelt haben. Wie das so schlangentypisches Verhalten ist. Sechs Schlangen. Und die greifen mich an. Ich kann dann entscheiden, ob ich gegen die kämpfen will oder ob ich weglaufen will. Und ich habe Angst vorm Weglaufen in solchen Spielen. Ich habe gedacht, dann beißen sie mich in den Fuß auf den Weg raus oder so. Das mache ich nicht. Und außerdem, die haben mich auch schon imzingelt. Ich kämpfe halt ehrlich. Was kann denn passieren? Schlangen halt. Und tatsächlich, die sind Pille-Palle. Die haben nur Gewandtheit fünf. Wenn sie dich treffen, dann machen sie doppelten Schaden. Also vier Punkte. Das ist ziemlich schlimm. Aber ehrlich, keine von denen hat mich getroffen. Ja, ich meine, ich habe Gewandtheit elf. Das heißt, die müssten mit zwei Würfeln sechs besser würfeln als ich. Das ist keiner von denen gelungen. Und dann läuft es hier sehr parallel. Dann passiert jetzt auch nichts weiter. Dann mache ich halt die ganzen Sachen, die du auch gemacht hast. Ich gehe zu Nicodemus, lasse mir die Geschichte vom Einhorn aufbinden. Lasse mir ein Einhorn aufbinden. Genau. Dann gehe ich nicht in das Haus mit den Schädeln, weil das ist, ich dachte, das ist ein Schenkel an der Tür. Ich weiß es nicht. Und du hattest Schutzkorpioner und Drachen und Schlangen. Ja. Die letzten beiden Häuser waren nicht so erfolgreich, finde ich. Das lassen wir mal. Ich gehe einfach weiter. Was soll's denn? Und dann gehe ich eine Weile weiter und dann kracht vor mir ein Blumentopf aufs Kopfsteinpflaster und zwingt mich zum Stehenbleiben. Durch das offenstehende Fenster eines Hauses auf der linken Straßenseite höre ich lautes Gezänke. Die Tür steht offen. Willst du reingehen, um festzustellen, worum sich der Streit dreht? Klar. Ist ja nichts gefährlich jetzt hier. Hier wird ja wohl kein Drache sein. Hier sind einfach zwei Typen, die sich streiten und ich kann mit meiner salomonischen Zwergenweisheit denen schnell irgendwas erzählen und dann geben die mir fünf Goldstücke für meine Streitschlichtung. Ist ja klar. Sobald du das Haus betrittst, befindest du dich in einem Raum voller Spielzeug. Es handelt sich nicht um normales Spielzeug, sondern um ausgestopfte Tiere und dergleichen. Deren Köpfe von Nägeln durchbohrt werden und Puppenhäuser, die aussehen, als stünden sie in Flammen und andere ähnliche abscheuliche Sachen. In der Mitte des Raumes hocken zwei alte Weiber, die wie kleine Mädchen gekleidet sind und zanken sich um eine aus Holz geschnitzte Ente. Beide halten und ein Messer in der Hand und streiten sich offenbar darum, welche von ihnen das Spielzeug kaputt machen darf. Sobald sie dich bemerken, kreischen sie, gib uns Spielzeug, gib uns Spielzeug. Wenn du ihnen irgendwas aus deinem Rucksack geben willst, streiche einen Gegenstand von deinem Abenteurer-Protokoll und mache weiter. Überlässe die lieber sich selbst und setze deinen Weg fort, dann gehe zu bla bla bla. Also ich hätte ja dann ganz klar so Entschuldigung, falsche Tür und so rückwärts wieder rausgehen. Das ist mir zu seltsam. Ja, ich auch. Ja, ach so, hier ist gar nicht Schmidt. Nee, ich wollte da hinten. Tschüss. Und bin wieder rausgegangen, weil ich dachte, hier geht bestimmt was schief. Nachher gebe ich jetzt der einen was und dann ermordet mich die andere mit ihrem Messer oder so. Das habe ich nicht gemacht. Und dann bin ich rausgegangen und da bin ich stehen geblieben jetzt. Also ich bin ungefähr da, wo du auch gewesen bist. Aber ich lebe noch immerhin, bin sogar in nicht so ganz schlechtem Zustand, habe ein Passepartout und einen Fleischerhaken und hartes Brot. Und ein Seil. Und möglicherweise jetzt auch schon unseren Hinweis darauf, wo man Hexenhaar herkriegt. Also ich finde das schon sehr, sehr hexig mit Spielzeug und zwei alte Vetteln, die aber da in Kinderklamotten sitzen. Ich glaube, das könnten Hexen sein. Oh nein. Ah, ich hätte da reingehen sollen. Jetzt bin ich schon wieder rausgegangen. Oh Gott, ich werde mich so ärgern, wenn ich jetzt kein Hexenhaar finde in den nächsten Einträgen, dass ich es vielleicht hier hätte kriegen können. Aber ich merke mir das jetzt einfach für meinen nächsten Durchgang, für Donald den Dieb, denke ich. Ah. Ja, der Nächste wird sich überall einschleimen und Bestechungsgeld bezahlen und alle beklauen. Ganz anders als Brenner. Und dann mal gucken, ob der mit den Fetteln zurechtkommt. Also wenn du hier lang gehst, dann solltest du das vielleicht machen. Man hätte denen jetzt alles geben können. Ich hätte denen mein hartes Brot geben können. Das habe ich kurz erwogen. Oder deine Brosche. Oder meine, die Brosche. Die Brosche gebe ich nicht her. Ist ja interessant. Ich meine, ich habe die... Du hast die nicht aufgeschrieben im Inventar, die wird nur sozusagen erzählerisch gegeben, aber du hast sie nicht notiert, oder? Ich habe sie ins Inventar geschrieben, aber es klingt, als wäre das sozusagen, das Aufnehmen hätte ein Zauber ausgelöst. Und ich wüsste jetzt nicht so richtig regeltechnisch, ob ich meine Plus zwei Glück abgeben müsste, wenn ich die Brosche verschenken würde. Also... Ich glaube, das Glück stellt immer nur dar, ob du eine gute oder eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Ja, das glaube ich auch. Ich würde jetzt so interpretieren, dass das bleibt, auch wenn du den Skorpion weggibst. In meinem Kopf ist das irgendwie ein Glückszauber plus zwei Ding. Das heißt, so wie so ein Ring des Schutzes plus eins. Also eine Brosche des gewaltigen Glücks plus zwei. Und ich gebe die nicht weg. Das ist meine Brosche. Die gehört jetzt mir. Das ist natürlich gänzlich Karras überlassen, ob er sie hergeben will oder nicht. Genau. Aber wenn demnächst die Stadtwache nach dem Mörder von dem Drachen aus der Marktgasse sucht, weiß nicht, vielleicht würde ich sie dann irgendwo innen an der Weste tragen oder so. Zeigen Sie mir doch mal Ihren Umhang. Was? Mein Umhang? Aber Skorpione sind sehr beliebt. Also in der Herbstkollektion gibt es zahlreiche Gliederfüße. Genau. Das muss jetzt gar nicht der sein, den Sie suchen. Ja. Und irgendjemand hat die Sammlung von seltenen Giftschlangen von Madame Terrasque irgendwie aus der Schlüsselgasse umgebracht. Dann hat noch jemand hier die Hunde von dem Schlüsselmeister erschlagen. Also schlimme Dinge gehen vor in der Stadt gerade. Ja, und die zwei Toten wachen und so. Ja, ja, ja. Das war nicht mehr Wachen, ja. Das war nur vom Ordnungsamt. Die haben nur Ausweise kontrolliert. Ja, genau. Ja, die waren nicht mehr bewaffnet. Die haben sich auch so angefühlt, als wären sie nicht bewaffnet. Ja. Das ging auch zu schnell. Also ich habe relativ viele Leute umgebracht, muss ich schon sagen. Bin aber noch in so keine einzige Leben- oder Todssituation gekommen. Ich hätte jetzt natürlich Kämpfe verlieren können durch stumpfes Pech. Aber dafür habe ich halt am Anfang ein bisschen glücklich gewürfelt. Ich habe jetzt kein richtiges Hindernis getroffen. Bin mal gespannt. Ich kann natürlich sagen, dass ich Gegenstände auf dem Weg habe liegen lassen, die ich jetzt noch brauchen würde, die ich nicht gesehen habe. Das wird sich dann noch herausstellen. Das werden wir dann wohl beim nächsten Mal, dass wir uns zusammensetzen, dann herausfinden. Und ich werde da ein bisschen mehr spielen müssen als du, weil ich jetzt mit Donald dem Dieb erstmal wieder von ganz von Anfang an irgendwie nicht vorarbeiten muss. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Genau, da sind wir sehr gespannt. Wir sehen uns dann da wieder und besprechen unseren jeweiligen Fortschritt. Ich habe noch eine Sache eingangs vergessen zu erwähnen. Die würde ich noch gerne nachreichen. Dies war der Prototyp, die erste Folge. Und wir haben das Format gestohlen von einem anderen Podcast, nämlich dem Rollenspiel-Podcast Over the Hills. Die haben genauso ein Format, wo sie Spielbücher durchspielen, haben da auch ein Fighting-Fantasy-Buch gespielt in ihrem ersten Aufschlag und dann danach das große Nibelungenspielbuch, an das ich auch super Erinnerungen habe aus meiner Jugend. Das ist so ein deutsches Spielbuch. Da möchte ich erstmal also hier Props an die Jungs. Das ist wirklich unterhaltsames Format, so wie ihr das gemacht habt. Und hat uns echt gut gefallen. Und es sind aber auch, deswegen fühle ich mich nicht so ganz schlecht, wenn wir jetzt das Format stehlen, es sind Stay Forever-Hörer. Und das Format ist auch laut ihrer Aussage inspiriert von Stay Forever Spiel. Also insofern hoffen wir, dass ihr das jetzt nicht übel nehmt, dass sich jetzt hier so ein bisschen der Kreis schließt und wir uns als Hommage an Over the Hills jetzt hier das mal mit einem Spielbuch probieren. Und liebe Grüße natürlich an der Stelle. Und liebe Grüße und wir sind sehr gespannt, was ihr jetzt davon haltet und wie ihr hiermit klargekommen werdet oder seid, wenn ihr das auch mal gespielt habt. Wir freuen uns da auch auf Feedback und wir freuen uns auf die nächste Folge. Mayri, bis dann. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Hi, na, schön, dass wir wieder hier sind zur zweiten Folge unserer Prototypen-Serie Stay Forever spielt statt der Diebe. Wir wollen noch mal ganz kurz auf die vorherige Folge eingehen, aber dies hier ist die zweite Folge einer Serie. Falls ihr jetzt überhaupt nicht wisst, wovon wir reden, besser erst mal die erste Folge hören. Die ist auch im Feed. Wir spielen gerade das Spielbuch Die Stadt der Diebe von Ian Livingston. Kein Computerspiel, sondern ein Spielbuch tatsächlich, wo so Nummern drin sind und man dann wohin gehen muss. Und wir haben in der letzten Folge aufgehört, kurz nach einem Höhepunkt, weil wir hatten in unserem Questlog, in unserem virtuellen Questlog, genau eine Aufgabe, finde den Zauberer Nicodemus. Und das haben wir auf unseren unabhängig voneinander verlaufenden Runs durch das Buch auch beide geschafft und haben dann von dem das Questlog neu gefüllt bekommen, weil der hat uns dann sehr unwillig und auch in wirschem Tonfall gesagt, wie wir weitermachen sollen, wenn wir den Fürsten der Finsternis besiegen wollen, den Prinz der Dunkelheit. Entschuldigung. Alles gleich. Genau, das ist nämlich das große Ziel, den Fürsten der Dunkelheit zu besiegen, um ein Dorf zu retten. Nein, den Prinzen der Dunkelheit. Ah, Mann, diese Leute, den Herzog des Wahnsinns, den Prinzen der Dunkelheit. Du kannst ihn auch bei seinem bürgerlichen Namen nennen, Sandar Bone. Der alte Knochen, Sandar Bone, genau, den müssen wir besiegen. Und der Zauberer hat eine überspezifische Bedienungsanleitung dafür. Er sagt, wir müssen uns ein weißes Einhorn auf die Stirn tätowieren lassen. Wir müssen einen silbernen Pfeil finden, ihn dann mit dem silbernen Pfeil beschießen, treffen und damit lähmen. Und in dem Moment, wenn er gelähmt ist, müssen wir ihm ein Pulver in die Augen reiben, das aus schwarzen Perlen, Hexenhaar und Lotusblüte besteht. Also wir haben jetzt sozusagen in unserem Questlog einen Eintrag durchgestrichen, Zauberer finden und fünf neue Einhorn finden, Pfeil finden, schwarze Perlen finden, Hexenhaar finden und Lotusblüte finden. Ich nehme mal, das Pulver gibt sich dann irgendwie magisch zufällig aus den Zutaten, aber wer weiß, vielleicht ist das noch ein Extra-Quest. Und ich bin beim Zauberer raus und dann bei einer Gruppe von alten Frauen rein, habe irgendwie diesen Dreh nicht geschafft, dass das Hexen sein könnten, habe dann Angst gekriegt, als die sich echt weird verhalten haben und bin wieder raus, ohne mit denen zu interagieren und habe dann hinterher, als wir darüber gesprochen haben, gedacht, bah, wenn das der Ort für das Hexenhaar gewesen wäre oder ist, ich weiß es ja nicht, dann habe ich einen dummen Fehler gemacht. Aber da stehe ich jetzt gerade. Ja, du bist rausgegangen und warst dir nicht sicher, ob du die Hexen verpasst hast. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich dem Zauberer begegnet war und jetzt wusste, dass ich mich tätowieren lassen und Dinge beschaffen muss, war, in ein Haus zu gehen und eine Wette abzuschließen mit jemandem, der mich vergiften wollte und bin gestorben. Insofern, mein erster Charakter, Brenda, die Barbarin, hat dann sich verabschiedet, aber ich gehe fest davon aus, dass sie vorher selbstverständlich ihren Nachlass geregelt hatte und alle Sachen, die sie erlebt hat, klein, klein aufgeschrieben hat, damit ihr bester Kumpel, Donald der Dieb, sich schon ein bisschen orientieren kann, wenn er in die Stadt kommt. Donald der Dieb. Donald der Dieb, ja. Der letzte Charakter heißt dann Baldwin, der Besserwisser, weil er alles schon weiß. Möglicherweise. Oder Ulfgart, der Überlebende, hoffentlich. Ute, die unsinkbare 2. Auf jeden Fall habe ich Donald ausgewürfelt, dann wieder den Charakter. Und er ist so ein mittelprächtiger Kämpfer mit einer 9. Mit 24 hat er das Maximum an Stärkepunkten, tatsächlich zum Start, habe einen 2,6 gewürfelt. Und sein Glück liegt auch bei 9. Und ich habe mich diesmal für den Gewandtheitstrank entschieden, weil ich ja auch Proviant dabei habe. Und so ist Donald dann losgezogen. Ich dachte mir, der Gewandtheit von nur 9 ist vermutlich eher so deep, in Anführungszeichen. Aber wir probieren es mal mit mehr reden und vielleicht ein bisschen schleichen oder sonst irgendwas. Und ich werde jetzt schon mal vorher sagen, oder spoilern, das ist ein Run, in dem ich sehr, sehr, sehr viel gekämpft habe. Und insofern hat Donald seine Stärkepunkte auch gebraucht. Das geht hier sehr viel rauf und runter, inklusive auch meines Geldes. Der Anfang ist natürlich der gleiche. Der kommt nach Silverton. Und dann wird ihm gesagt, oh bitte, hilf uns gegen Senderbone, den Prinz der Dunkelheit, der mit seinen Mondhunden uns terrorisiert, weil wir die Tochter des Bürgermeisters nicht verheiraten wollen mit ihm. Geh doch zu Nicodemus in die Stadt der Diebe, nach Port Blacksand. Hier ist ein Schwert, da ist Geld. Außerdem sind hier die Aufzeichnungen von der letzten Frau, die wir hier losgeschickt haben. Die sie einen Eilbrief abgeschickt hat. Genau, sei vorsichtig. Sie ist wohl nicht wiedergekommen. Zum Glück haben wir eine ganze Reihe von diesen einmalig tollen Breitschwertern, die wir hier verleihen können. Gut, also. Der marschiert dann los. Und das letzte Mal, als ich an den Toren von Port Blacksand stand, hat Brenda, die Barbarin, ja ganz offen und ehrlich gesagt, hey, ich bin hier, um Nicodemus den Zauberer zu finden. Und dann ist sie verhaftet von, ich weiß nicht genau warum, aber darauf lief es hinaus. Und Donald, der Barbar, guckt jetzt also auf seine Notizen, nein, Donald, der Dieb, Entschuldigung. Aber vielleicht ist er eigentlich Barbar, ja will nur umschulen. Guckt also auf seine Notizen und sagt, ich will nicht zu Nicodemus, ich will hier Diebesgut verkaufen. Dann wollen die das sehen. Dann sagt er, das ist verflucht. Das kann ich nur einem Magier zeigen. Fühlt sich dabei richtig schlau, glaube ich. Voll schlau. Das habe ich ja nicht gestohlen, musst du sagen. Ja, das ist geklaut. Aber noch nicht. Ja. Und dann sagt die Wache, okay, ja, das erleben wir hier jeden Tag. Kannst reingehen, aber vielleicht willst du uns ja noch Geld geben, damit wir dir einen Rat geben. Ich will da, gut, hier ist Geld. Und dann sagt er, besorg dir einen Pass. Boah. Diese Stadt hier wird von einem fiesen Lord, Lord Azur oder Azur, beherrscht. Und wenn du erwischt wirst, ohne einen Pass für die Stadt, dann gibt es Ärger. Gut, das wusste Donald natürlich so schon. Und dann bin ich, nachdem ich in der Stadt war, nach Osten gegangen, in die Glockengasse, weil wir sind beide letztes Mal direkt nach Westen gegangen. Und ich dachte, ich gehe da ein bisschen erkunden. Und da habe ich auch eine Menge verschiedenster Sachen gefunden. Ich habe alles mitgenommen, außer die Sachen, die wir schon kannten, wenn es dann am Ende wieder zusammenläuft. Aber sagen wir so, Donald ist jetzt schon gut in der Stadt gelandet. Er hat sich mit niemandem schlagen müssen. Er weiß, dass er einen Pass braucht und steht frohen Mutes in der Stadt der Diebe und wird versuchen, den Zauberer aufzutreiben und möglichst auch alles, was er dafür braucht. Wie ist es denn dir nach den Hexen ergangen? Das war alles ganz easy. Ich bin einfach weitergegangen und bin an einer großen Mauer langgegangen, so einer Steinmauer, da führt die Straße lang. Und dann höre ich da Berufe auf der Mauer oben oder hinter der Mauer und kann da hingehen. Und das klingt halt irgendwie ganz nett. Und sagen wir mal so, ich habe eben meine Spielweise, glaube ich, ein bisschen modifiziert. Also vorher habe ich gedacht, ich bin hier Karras, der Zwerg. Ich versuche mich auch ein bisschen zwergenhaft zu verhalten, ein bisschen vorsichtig zu sein, eher Zwerge sind ja so ein bisschen konservativ. Und jetzt dachte ich, ich habe jetzt hier plötzlich fünf Sachen im Questlog stehen und das sind alles so kleinteilige Sachen wie eine Lotusblüte finden und so. Ich glaube, ich suche ab jetzt die ganze Stadt methodisch ab. Überall, wo ich reingehen kann, gehe ich rein, alles mache ich. Ich habe bis jetzt noch keinen Kampf gefunden, weil ich habe ja sehr glücklich eine Fünf gewürfelt bei den Gewandtheitspunkten, also habe Gewandtheit elf und habe auch eigentlich vor den Kämpfen keine Angst. Bis jetzt waren die alle super easy. Ich denke mir, wenn ich irgendwas Dummes mache, dann werde ich mich schon rauskämpfen können. Das wird schon gehen. Ich habe auch noch das Schwert vom Anfang und so ist alles gut. Und hier habe ich nicht Quatsch. Das Breitschwert, das habe ich auch abgeben müssen. Du hast dich auch heilen lassen, ne? Ja, es hat mich auch heilen lassen. Wieso steht denn hier dann ein Breitschwert noch drin? Das weiß ich nicht. Pragisches Breitschwert steht da nicht mehr drin bei mir. Stimmt, ich habe ein anderes Breitschwert, okay. Du hast einfach ein anderes Schwert und du hast ja die Schuhe gefunden, die dir den Wert wieder verbessern. Genau, deswegen habe ich immer noch elf. So war es, genau. Und dann gehe ich da auf die Mauer und die umschließt einen kleinen Platz und auf dem spielt eine Horde braunhäutiger, geschwänzter Wesen ein Spiel mit hölzernen Schlägern und einem Lederball. Und die schlagen gerade und der eine hat den Ball geschlagen, der andere läuft auf ein Wesen zu und das steht mit einem Bein auf einem Lumpensack. Es ist ja klar, ich weiß es, es sind Cricks und die spielen Cricket. Alle Cricks spielen gerne Cricket. Total lustig. Okay, Cricks, die Cricket spielen. Ich weiß auch nicht, jetzt habe ich die Wahl. Möchte ich mitspielen oder gehe ich weiter? Und ich denke mir, ich habe hier viel zu tun. Vielleicht sammeln alle Cricks Lotusblütenblätter und wenn ich da mitspiele, dann geben sie mir auch welche. Ich habe hier immer die Hoffnung, alles könnte mir einen meiner Gegenstände bringen. Ich spiele mit. Dann lassen sie mich mitspielen. Ich verstehe die Regeln überhaupt nicht, aber es geht irgendwie ums Werfen von Bällen. Sie geben mir einen Holzstock und damit soll ich den Ball über eine Wand schlagen hier. Und wenn ich das schaffe, dann ist es auch der entscheidende Schlag. Das ist wie so ein Elfmeter. Wenn ich das schaffe, dann haben wir gewonnen. Der Druck, der Druck, ja, den die da auf mich erlegen. Aber es ist nur eine Gewandtheitsprobe und Gewandtheit 11, ja, mei, ja. Zack, geschafft und er schießt über die Wand. So, und dann haben wir das Spiel gewonnen und alles fällt über mich her. Boah, super, hier der entscheidende Mann für unser Spiel. Sie sind selig, sie freuen sich, die Anhänger stürmen das Feld. Man überhäuft mich mit Geschenken. Ich brauche stundenlang, um mich von den Fans zu befreien und dann endlich mal die Geschenke anzugucken. Und das sind fette Geschenke. Acht Goldstücke, eine Flasche mit einer durchsichtigen Flüssigkeit, wo steht Trank zum Gedankenlesen, eine silberne Flöte, eine staude Bananen, Was? Ein Stück Kreide, eine Augenklappe. Ich weiß nicht, entweder das sind kostbare, super Geschenke oder es ist eine reine Verarsche und die haben mir allen möglichen Müll gegeben. Also die Silberflöte, da kann ich dir zumindest mal verraten, dass die für einen gewissen Gegenwert nützlich sein kann. Aber Augenklappe und eine staude Bananen ist mir noch nicht untergekommen. Genau, die staude Bananen ist natürlich ziemlich lustig, die esse ich sofort auf. Also kann ich auch gar nicht verhindern. Die ganze staude Bananen? Ja, das macht er einfach und gewinnt zwei Stärkepunkte. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Defizit hatte bei Stärkepunkten zum Zeitpunkt, habe es hier nicht notiert, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die jetzt einfach verloren, ist ja wurscht. Sind auch so super Geschenke und ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt, lass mich kurz zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Sachen in der Tasche. Also es ist richtig viel. Fleischerhaken haben wir schon gesagt, Kletterseil, Brot, Stiefel, Schlüsselbund, silberne Flöte, alles. Ich habe keine Ahnung, wozu die Sachen nützlich sind, aber ich habe halt ganz viele Sachen. Wenn irgendwas kommt, dann kann ich immer irgendwas aus der Tasche ziehen. Ich gehe weiter auf der Straße, ist alles ganz normal hier, friedliche Gegend. Ich treffe einen Bettler. Der fragt mich nach Geld, wie das Bettler so machen. Ich denke, man weiß es nicht. Meine Arbeitshypothese ist, dass hier einfach das Gehen an bestimmte Orte, das durch Wühlen von Sachen in dieser Stadt viel bringt und dass das Helfen von Leuten oft eine Falle ist. Aber ich denke, hey, ein Bettler, ein Gold, ich mache schon. Ja, mache ich. Es gibt einen Glückspunkt. Ein Gold ist weg, aber ich hatte schon genug Glückspunkte. Ich bin nicht unter meinem Anfangsstand, mache nichts. Dann gehe ich weiter, komme ich in eine enge Gasse, auch nichts weiter, will durch diese Gasse gehen und dann greifen mich zwei Hunde an. Aus dem Nichts quasi. Das ist ein besonderer Kampf, anders als bisher. Die greifen mich nämlich gleichzeitig an. Das heißt, gegen den einen Hund kämpfe ich wirklich. Also wir vergleichen unsere Würfelwürfe und der Verlierer kriegt Punkte abgezogen. Aber gegen den anderen Hund kann ich mich nur verteidigen. Dem kann ich keinen Schaden anrichten. Wenn ich da gewinne, dann habe ich ihn einfach nur abgewehrt. Also wirklich ein theoretisch gefährlicher Kampf, aber die haben nur Gewandtheit vier. Das ist sieben Gewandtheitspunkte unter mir. Keine Chance. Dann gehe ich weiter durch diese Gasse, die Hunde Leichen hinter mir gelassen und dann kommt eine total überraschende Frage aus dem Nichts. Das Buch fragt mich, nicht eine Person oder irgendwas, fragt mich, hast du eigentlich eine von Mrs. Pipes goldenen Dummen? Ja. Und ich so, habe ich noch nie von gehört. Gar keine Ahnung, wo könnte man denn die herkriegen? Keine Ahnung. Nein. Und das Buch dann so, ja, dann ist hier nichts zu finden. In dieser Gasse. Ich so, was? Was? Was ist hier? Was hätte die Buche mir gezeigt? Was wäre hier? Was ist hier für ein Geheimnis? Aber nix. Hast du es noch rausgefunden? Ne. Ja, das ist dann Teil von meinem Run nachher, was es mit Mrs. Pipes goldener Blume und den Hunden auf sich hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bis dahin, dass ich eigentlich, ich habe ja fast alles gemacht, da bin an wenigen Sachen vorübergegangen und da war ich jetzt hier völlig überrascht, dass es irgendwas gibt, was ich nicht habe. Habe mich ganz aus der Bahn geworfen. Mein ganzes Inventar ist voll. Warum ist da keine goldene Blume? Ja, genau. Hier, das ist eine goldene Blume. Das ist eine Banane. Und na gut. Also, die haben auch Blüten. Ja, genau. Und golden. Und golden sind sie auch. Aber du hast sie schon gegessen, die Bananen, ich fürchte. Ja, ich habe sie schon gegessen. Der Zug ist abgefahren. Das ist vorbei, genau. Dann gehe ich weiter, dann gehe ich durch eine Straße und dann höre ich hinten Pferdegetrappel. Und dann nähert sich eine Kutsche in rasender Geschwindigkeit. Man hört so Peitschenhiebe und so. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Verstecken, auf den Weg gehen oder gucken. Und ich dachte, diese Art von Encounter in so einem Buch führt in den Tod. Dann stelle ich mich da hin und dann kriege ich so einen Peitschenhieb ab. Oder ich schaue der Medusa, die in der Kutsche sitzt, ins Gesicht und versteinere. Nee, ich verstecke mich. Und dann habe ich mich versteckt, komme dann hinterher hinter meinem Fass wieder hervor und tatsächlich, dann sagt einem das Spiel auch überhaupt nicht, was da gewesen ist. Weiß nicht, war das jetzt der Prinz der Dunkelheit, der Herrscher der Stadt, die Feuerwehr, keine Ahnung. Habe ich nicht erfahren. Dann gehe ich weiter und bin plötzlich völlig überraschend am Hafen. Und jetzt endlich erschließt sich mir, mind blown, die Stadt heißt ja Port Blacksand. Jetzt weiß ich auch warum. Weil das eine Hafenstadt ist. Das war mir bis dato gar nicht klar. Und das Spiel legt einem dann jetzt hier sehr schön die Möglichkeiten des Hafens dar. Zum Beispiel erzählt es mir, dass die Straße an der Taverne zum Schwarzen Hummer endet und dass am Hafencai eine Galeone liegt mit einer Piratenflagge und dass die Straße nach Norden weitergeht. Ich habe jetzt einfach viele Möglichkeiten. Aber die Taverne, da kann ich nicht reingehen. Sagt es mir einfach nicht. Ich kann jetzt entweder nach Norden weitergehen und hier nichts machen am Hafen oder an Bord klettern von der Piratengaleone. Warum? Warum soll ich das tun? Weil sie da ist. Das ist wie so ein Berg. Genau, weil sie da ist. Genau. Und ich dachte, ich wäre gerne in die Taverne gegangen und hätte da die Leute ausgefragt, so typisches Rollenspielding, aber kann ich nicht und einfach so nach Norden weitergehen bei so einem wichtigen Ort wie dem Hafen bringe ich nicht. Ich muss hier was durchsuchen. also gehe ich an Bord, dachte ich und, weißt du, mir kann ja nichts passieren. Was soll mir denn passieren? Das ist ein Piratenschiff. Ich habe eine Augenklappe. Weißt du? Oh, ja, ja, ja. Ich bin ganz sicher, dass das Spiel mich jetzt gleich bei der ersten Gelegenheit nach einer Augenklappe fragt. Dann ziehe ich die aus meinem Rucksack, setze die auf und es ist völlig klar, dass ich ein Pirat bin. Und deswegen denke ich mir, naja, Piraten sind auch häufig tätowiert. Da ist bestimmt jemand, der sich mit Einhauen-Tattoos auskennt. Und dann gehe ich zum Schiff und dann fragt es offiziell über die Gangway oder lieber über die Strickleiter sozusagen hintenrum. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht nach meiner Augenklappe gefragt worden. Das unruhigt mich ein bisschen. Ich glaube, ich versuche es mal mit der Leiter. Dann komme ich aufs Schiff und da stehen lauter Fässer und Kisten und ein Wachposten steht davor. Dann fragt das Spiel, möchtest du in die Fässer und Kisten gucken? Da musst du den Wachposten angreifen. Oder möchtest du unter Deck gehen? Da ist ein Weg. Den kannst du sehen. Um jetzt hier den Wachposten anzugreifen. Ich meine, ey, wenn ich einen Wachposten angreife auf dem Piratenschiff, das kommt bestimmt noch mehr. Das lasse ich mal. Ich gehe mal unter Deck. Dann gehe ich unter Deck und da sind zwei Türen. Hinter der einen Tür schnarcht es. Ganz laut. Und hinter der anderen Tür höre ich nichts. Welche Tür hättest du genommen? Ich hätte die genommen, hinter der man nichts hört. Weil Donald, der Dieb, nicht so geschickt ist. Der hätte den Schlafenden wahrscheinlich geweckt. Ich denke mir natürlich, also hinter der Tür, wo es schnarcht, da schläft jemand. Und hinter der anderen Tür, da lauert jemand. Ah, das ist deine Logik. Wenn ich nichts höre, dann ist da jemand, aber er lauert auf mich. Genau, da ist da was Böses. Genau, ich gehe mal dahin, wo es schnarcht. Sehr schöne Szene, betrunkene Piraten in ihren Kojen, Karten liegen rum und eine Rumflasche liegt rum und ich kann mir das alles angucken. Keiner tut mehr was, weil alle weggetreten sind. Dann will ich schon wieder rausgehen und dann sehe ich einer von denen hat einen Lederbeutel um den Hals, einen kleinen Lederbeutel, wo man zum Beispiel, weiß ich nicht, Lotusblüten reintut, natürlich, oder irgendwie sowas. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich den will und wenn ich den will, dann muss ich halt versuchen, den abzuschneiden. Und ist ja ganz klar, was man jetzt macht in so einem Spiel, man speichert ab und dann versucht man, den Lederbeutel zu nehmen. Ach, abspeichern kann ich ja nicht. Wir spielen hier ein Permadeath-Spiel, quasi ein Roguelike. Es ist eine Glücksprobe, aber ich habe Glück neun und ich würfle eine sechs. Das ist alles gut. Ich kriege den Beutel, nehme den mit und was ist im Beutel? Sechs schwarze Perlen. Da sind die also okay. So, und das erste Ding von meinem Questlog ist jetzt abgestrichen. Ja, ich habe die schwarzen Perlen, das ist ein Drittel der Zutaten des Pulvers. Das, das ich ihm in die Augen reiben muss, wir erinnern uns, dem Fürsten. Ja. Genau, und ich kriege noch zwei Glückspunkte, die brauche ich aber nicht, weil ich so viel Glück schon habe. Also, gut. Aber immerhin eine Sache erledigt. Ich glaube, dein Glück kann auch über den Anfangswert steigen. Da war ich nicht so sicher. Das habe ich auch überlegt, aber ich dachte nicht. So, das lese ich jetzt nach. Ja, beachte, dass deine Glückspunkte wie Gewandtheit und Stärke den Anfangswert nicht übersteigen dürfen. Oh. Ja. Wenn du einen Glückstrank trinkst, dann stellt er deine Glückspunktezahl wieder her und erhöht sie noch um einen Punkt. Das war mir vorher auch nicht so klar. Das ist anders als bei den anderen beiden Tränken. Also, falls du die ganze Zeit mit 30 Glück rumgelaufen bist, dann... Nein, nein, nein. Mein Glück ist nur gesunken. Aber es gibt zum Beispiel bei Gewandtheit den Unterschied zwischen deinen Gewandtheitspunkten und deiner Gewandtheitspunktzahl. Punktzahl darf man vergrößern und verringern und die Zauberwaffe kann eine Gewandtheit steigern, aber beachtet, dass du jeweils nur von einer Waffe Gebrauch machen darfst. Ja. Ich finde, das ist alles etwas schwammig formuliert an der Stelle. Ich glaube, die Gewandtheit kann über deinen Anfangswert steigen, wenn du eine geile Waffe findest. Das wäre zumindest logisch. Ja. Also, es wäre auch einfach sinnvoll. Das könnte schon so sein. Ich hatte noch irgendeine Frage. Ich war auch nicht so sicher, was beim Gleichstand bei Würfen passiert. Also, bei Kämpfern ist es einfach unentschieden. Dann passiert nichts. Naja, da kommen wir noch zu. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal gleich gewürft und war irritiert. Egal. Dann gehe ich halt wieder raus mit meinen schwarzen Perlen. Super. Habe alles erledigt. Kann das Schiff verlassen bestimmt. Oder schon noch die andere Tür aufmachen. Die Lauer-Tür. Mhm. Ach komm, jetzt ist egal. Ich bin nicht schon hier. Ich mache noch schnell die andere Tür auf. Hinter der Tür ist ein Holzschaff mit heißem Wasser. Ein was? Ein Holzschaff, wie jeder weiß. Ist ein Behältnis, nehme ich dann an. Ja, aber das kann man ja nur ahnen, weil da Wasser hinter steht. Ein Holzschaff ist ein Substantiv-Neutrum, Gebrauch in Süddeutschland und Österreich, auch Häufigkeit gering, übertragende Bedeutung Bottich oder Wanne. Danke, Duden. Habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Also es ist ein Hinweis darauf, wo die Person herkam, die das übersetzt hat. Ja, eindeutig. Ein Holzschaff. Was wäre denn gegen Wanne zu sagen? Egal. So, und jetzt habe ich zwei faszinierende Möglichkeiten. Ich kann wieder gehen. Faszinierend. Oder ich kann mich hinter der Tür verstecken und warten, wer da kommt. Und dann denke ich mir, komm, also wovor ich keine Angst habe auf der Welt sind nackte Piraten. Das riskiere ich jetzt. Ich verstecke mich hinter der Tür und dann kommt tatsächlich ein nackter Pirat, ein dicker, nackter Mann mit einem Handtuch um die Hüften, das er dann nonchalant fallen lässt und in das Wasser steigt. Jetzt habe ich wieder zwei faszinierende Möglichkeiten. Wegschleichen oder ihn bedrohen. Ihn quasi mit dem Schwert bedrohen. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht, aber das Spiel sagt dann sogar, du ziehst das Schwert und sagst, ahem, warum auch immer. Aber ich denke mir, naja, vielleicht, wer weiß es, ja, vielleicht ist er Tätowierer oder hat irgendwie eine goldene Blume. Ich probiere es mal. Dann stelle ich mich hinter ihn und sage, ahem, und lege ihm auch mein Schwert an die Gruggel so und dann packt er sofort aus. Gar kein harter Bursche, dieser Pirat, einfach nur so ein Weichling. Er packt sofort aus. Ich sage ihm dann, pass auf, ich komme von Nicodemus, ich suche folgende Gegenstände. Und er sagt, ja, habe ich auch keine Ahnung, aber den Silberpfeil, den kannst du vielleicht in der Schustergasse kaufen, da ist ein Silberschmied. Und ich so, ah, okay, danke. Dann lasse ich den Mann mit Nervenzusammenbruch zitternd in seiner Badewanne zurück und verlasse das Schiff. Tada! Das war ziemlich erfolgreich. Ja, das war super erfolgreich. War auch echt null Risiko dabei und so. Alles ganz easy. Dann gehe ich dem am See entlang. Am See entlang steht da, ist das ein Binnenmeer oder an der See, ich weiß nicht, irgendwie komisch, am See entlang jedenfalls. Und dann kann ich hier abzweigen und weiter nach Norden gehen oder in die Schustergasse gehen. Und in der Schustergasse, das weiß ich zufällig, weil ich mich hier total gut auskenne, da ist ein Silberschmied. Ich glaube, ich gehe mal in die Schustergasse. Und in der Schustergasse liegt ein kleiner Junge. Verletzt. Also man sieht nicht genau, ob es wirklich ein kleiner Junge ist, aber so groß wie ein kleiner Junge und liegt auf dem Boden mit dem Gesicht nach unten und hat so eine Robe an, eine Kapuze an. Und neben ihm liegt ein Holzreif und ein Stock. Ja, bestimmt so Reifenschlagen gespielt. Wie heißt denn das? Ja, genau. Und soll ich ihm helfen oder weitergehen? Und wie war nochmal meine Arbeitshypothese? Ja, Leuten helfen ist Gefahr. Endet immer in einer Falle. Genau. Aber, ich bin halt einfach ein guter Mensch. Wer weiß, vielleicht ist es ein bewusstloser Tätowiererlehrling. Wer weiß, ich rüttle an dem und frage ihn, ob ich ihm helfen kann. Und nein, es ist ein Kobold, ein böser Kobold, der mich sofort angreift. Kein kleiner Junge greift mich an, ist aber ziemlich schwach, macht mir aber immerhin zwei Punkte Schaden. aber jetzt kein so schwerer Kampf. Ich habe immer noch 20 Punkte. Ist alles gut. Dann durchsuche ich den und der hat eine Knoblauchzehe bei sich, zwei Gold und Knöchelbeine. Und du hast dich wahrscheinlich gefragt, was zur Hölle sind Knöchelbeine? Ja, was sind Knöchelbeine? Ehrlich gesagt. Das sind Knöchel aus dem Schwein oder aus dem Schaffuß, die so eine komische Form haben, dass wenn man sie wirft, sie entweder auf einer der Seiten oder aufrecht liegen bleiben und man wirft die und fängt sie mit dem Handrücken als so ein Geschicklichkeits- und Wettspiel. Wow, was du so weißt. Und das war nicht, was du tut, sondern einfach nur, wenn man sehr viel Fantasy und pseudohistorischen Kram liest, dann spielen die Leute ständig irgendwas mit den Knöchelbeinen vor sich hin. Ah, okay. Ja, Knöchelbeine habe ich jetzt. Ich habe hier alles. Ja, sehr super. So, der nächste Ort in dieser Straße ist ein Laden und da wohnt ein Kerzenzieher. Will ich da reingehen? Klar, ich gehe da rein. Ich durchsuche hier alles. Hier kommt nichts an mir vorbei. Das ist ein Elf. Ein Elf mit einer Halbglatze. Das beunruhigt mich ein bisschen. Und der verkauft farbige Kerzen zum Preis von einem Gold. Ich kann so viele farbige Kerzen kaufen, wie ich will. Das irritiert mich, weil das ist unspezifisch. Farbig. Wenn er sagen würde, er hat drei rote und zwei blaue oder irgendwas. Ich glaube, ich will seine Kerzen nicht. Ich glaube, das ist komisch mit den farbigen Kerzen. Aber er hat auch Zauberkerzen im Hinterzimmer. Ob ich da mal mitkommen will? Klar, Zauberkerzen. Bestimmt cool. Mal gucken, was man mit Zauberkerzen machen kann. Gehe ich ins Hinterzimmer, dann brennen da Zauberkerzen und die beduseln mich. Also die machen mich doof. Die machen mich so doof für ein paar Minuten, dass ich nicht merke, dass er mir fünf Gold abnimmt und zwei Gegenstände. Und was hast du ihm gegeben an Gegenständen? Also was hat er dir geklaut? Ich merke das nicht mal, sagt das Spiel. Ich gehe dann einfach wieder. Und jetzt die Frage, ich habe das so verstanden, dass ich mir das aussuchen kann, was ich ihm gebe. Steht aber nirgendwo spezifiziert. Steht aber auch nirgendwo eine Mechanik spezifiziert, wie ich das auswürfeln soll oder so. Also ich nehme an, dass ich das aussuchen kann. Und dann war er sicher sehr glücklich mit seinen fünf Gold, den zwei Knöchelbeinen und dem kanten Brot. Nicht den Knoblauch, okay. Nee, den Knoblauch habe ich behalten. Wer weiß, ob ich den Tag einen Vampir treffe. Dann gehe ich da wieder raus, sehr zufrieden, habe mir nichts gekauft, aber ich weiß auch nicht, dass mir das Gold fehlt und die Knöchelbeine. Und der nächste Laden ist der Silberschmied, Gott sei Dank. Er heißt Ben Boreman. Dann gehe ich da rein und dann kann ich ihn ansprechen, angreifen oder weitergehen. Wieso angreifen? Wieso kann ich einen normalen Typen, der da einfach einen Laden hat, angreifen, den Kerzenzieher, den konnte ich nicht angreifen? Also das mache ich nicht. Einfach so einen Typen angreifen, das ist ja irrsinnig. Das wird bestimmt bestraft vom Spiel irgendwie. Kommt die Stadtwache oder so. Also kann ich ihn ansprechen oder weitergehen und weitergehen wäre ja dumm, also spreche ich ihn an. Der weiß auch ganz genau, was ich will und was das so wert ist. Er sagt, pass auf, Silberpfeil, jawohl, mache ich dir. Schon ein bisschen aufwendig und so, aber gar kein Problem. Gibst du mir zehn Gold? Oder zwei magische Gegenstände. Und die magischen Gegenstände, die ich jetzt habe, sind die goldene Brosche, die ich bei diesem Drachenwesen da mitgenommen habe? Genau, der Skorpion. Genau. Wo ich nicht weiß, wie die funktioniert. Ich habe mir ja irgendwie vorgestellt, dass die zwei Punkte meines Glückswertes ist quasi. Und du hast gesagt, dass die nur ein Einmalbonus aufs Glück bringt beim Nehmen. Ich habe die jetzt mal nicht weggegeben und dachte, das ist irgendwie cheesy, wenn ich jetzt mir da die zwei Glückspunkte geholt habe, letztes Mal, und dann die Brosche weggebe. Außer der Brosche habe ich noch den Gewandtheitstrank, der nehme ich an, der ist ja auch magisch ist, und den Trank zum Gedankenlesen, den ich von den Kriks bekommen habe. Und irgendwie dachte ich, ich will die nicht beide abgeben. Das ist mir unangenehm. Dieses Trank zum Gedankenlesen, entweder ist das ein Fake, oder ich kann den noch echt gut brauchen. Dann habe ich ihm halt zehn Gold gegeben. Und das war ganz schön viel. Ich hatte 17 Gold, und jetzt habe ich noch sieben. Weiß ich auch nicht, ob das so eine schlaue Idee war, aber zack, ein Silberpfeil, und hier im Questlog scheint auf, Aufgabe erfüllt. Jetzt habe ich den Pfeil, jetzt fehlt nur noch das Einhorn, das Hexenhaar und die Lotusblüte. Und jetzt mache ich mal eine Pause, und du erzählst, wie es dir weiter ergangen ist, oder? Ja, Teile davon werden sich überlappen, tatsächlich, weil das scheint so ein Rundgang zu sein durch die Stadt, wo ich dann auch dieselben Sachen erfischt habe im zweiten Teil, wie du. Also Hunde und Silberschmied und dergleichen, da ist mir viel vertraut. Aber erst mal ist Dona ja in der Stadt angekommen und gehen wir rechtslang in die Glockengasse und das Erste, was ich dort sehe, ist ein Bettler. Ich hatte eine ähnliche Einstellung wie du, dass ich gesagt habe, gut, jetzt probieren wir wirklich alles aus. Ich glaube nicht, dass Donal es schafft, aber Donal kann dann zumindest in alles mal reinschauen und dann der nächsten Person, die in die Stadt kommt, aufschreiben, wo sie hingehen muss und wo sie nicht hingehen soll. Und die arme Sau muss das jetzt alles einmal ausprobieren und mit jedem reden und alles versuchen anzutatschen und wahrscheinlich traurig sterben. Also, ich habe die Option, mit dem Bettler zu reden oder weiterzugehen und ich denke mir, dann reden wir mit dem Bettler. Vielleicht gibt er mir einen Hinweis, wo ich irgendwie Krimskrams finde in der Stadt. Lotus zum Beispiel, was man halt so braucht. Und der springt auf und zieht einen Dolch und das Buch sagt dann, er ist offensichtlich verrückt. Ah, natürlich, ist immer eine Falle. Ja, weiß nicht genau, was mir das sagen soll, aber auf jeden Fall ist er aggressiv und ich muss mit dem kämpfen, der ist aber tatsächlich leicht besiegt, der hat nur fünf Stärke und fünf Geschicklichkeit und danach kann ich seine Sachen durchwühlen und ich finde darin eine Glaskugel, in der sich Rauch befindet. Und wenn ich die einstecke, sagt mir das Buch, der Rauch verschwindet und du hast ein schlechtes Gefühl dabei. Und das war's. Es ist nie wieder relevant geworden, zumindest in diesem Run, was es mit dieser Glaskugel auf sich hat. Aber ich habe jetzt eine Glaskugel mit, die früher Rauch enthalten hat, aber jetzt einfach eine Glaskugel ist im Rucksack. Das ist ein bisschen unangenehm, oder? Weißt du, so dann ganz am Ende des Spiels auf 400. Ach, übrigens, wenn sie eine Glaskugel mitgenommen haben, müssen wir ja da von vorne anfangen. Ja, so ein bisschen. Hat die Glaskugel ihnen wahnsinnig gemacht. Ist ja deswegen auf andere Leute losgegangen, aber ich habe sie dann halt erstmal behalten und mit mir rumgeschleppt. Man weiß ja nie, wenn man irgendjemandem zwei Gegenstände in die Hand drücken soll, weil die Person einen beklaut, ne? Ja, kann man immer was brauchen. Dann, als nächstes komme ich an einem Haus vorbei, wo die Tür offen steht und Donald so, hey, ich bin offiziell Dieb. Ich will ja umschulen. Ich gehe jetzt einfach mal in unbewachte Häuser rein und schaue, was ich finde. Und was ich drin vorfinde, ist Gestank und ich höre hinter einer von den Türen jemanden murmeln. Dann habe ich die Option, wieder rauszugehen oder nachzuschauen. Natürlich schaue ich nach. Und dann stellt sich heraus, das ist ein Troll, ein Menschenfresser, der da sitzt und vor sich hin brabbelt. Und dann kann ich auch wieder entscheiden, zu gehen oder mit ihm zu reden. Noch hat er mich nicht angegriffen. Ich weiß ja nicht, wie wir hier alles wohnen. Vielleicht sind Menschenfresser nette Leute, okay. Denken über den Namen nicht weiter nach. Ich rede jetzt mit dem. Und dann sagt er, ich bin so hungrig. Und dann hat man die Wahl, ob man ihm was für Proviant gibt. Was sind das für Optionen? Das läuft doch jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich ihm was zu essen gebe und dann ist er dankbar und ich kriege was dafür. Also gebe ich ihm zwei Portionen von meinem Proviant und dann passiert nichts. Oh. Der sagt, cool, ja, jetzt bin ich nicht mehr hungrig und dreht sich um und dann habe ich die Wahl, ob ich jetzt mit ihm kämpfen will oder gehen. Und dann dachte ich mir, du Arsch. Ich ziehe jetzt das Schwert und es ist natürlich ein sehr geschlaues Vorgehen, erst mal den Gegner mit Essen zu stärken, bevor wir mit ihm kämpfen. Aber ich kämpfe jetzt mit dem Menschenfresser. Der hat Geschicklichkeit 8, was nur einen Punkt weniger ist als meine 9 und Stärke 9. Es geht ein bisschen hin und her. Ich verwende auch einmal Glück, um meinen Schaden zu erhöhen. und dann habe ich es geschafft und habe den Menschenfresser erschlagen und finde unter seinen Besitztümern ein kleines Kästchen. Das kann ich dann aufbrechen. Und da drin finde ich einen Handschuh. Jetzt weiß natürlich Donal genauso wie ich, dank der Aufzeichnungen, dass Brenda einen Schuh gefunden hat. Nein, nicht nur einen, sogar ein paar Schuhe. Und die voll gut waren. Also geil, das probiere ich jetzt. Das ist jetzt so eine Art, das ist ein Set, ne? Ist ja klar. Davon ging ich aus. Ich probiere also den Handschuh an und dann kommen wir zu folgendem Abschnitt. Sobald du den Handschuh über deine Hand ziehst, scheint er zum Leben zu erwachen und sich an deinen Fingern festzuklammern. In Sekundenschnelle ändert er seine Beschaffenheit und wird glühend heiß. Es fühlt sich an, als wäre deine Hand mit kochendem Teer bedeckt, den du nicht abschütteln kannst. Zum Glück kühlt er nach einiger Zeit wieder ab, lässt jedoch auf deiner Haut einen dünnen, weißen Film zurück, der das Öffnen und Schließen erschwert. Du verlierst zwei Gewandheitspunkte. Oh Gott. Du stößt einen Fluch aus, verlässt das Haus und hältst dich wieder nach Norden. Es ist also vollkommen für den Arsch. Zwei Proviant ausgegeben, gekämpft und dabei eine Menge Stärkepunkte verloren. Und jetzt auch noch zwei Gewandheitspunkte, weil der Handschuh vergiftet, verzaubert oder sonst irgendwas war. Weil das nämlich der Gom-Jabbar ist. Der Gom-Jabbar-Handschuh? Ja, genau. Der wäre ja direkt tödlich. Also auf jeden Fall, die Prüfung habe ich nicht bestanden, welche auch immer sie war. Ich weiß nicht, was sie von mir wollten mit dem Menschenfresser. Oh, aber es war eine rein negative Geschichte, oder? Ja. Also, solltest du jemals in dein Haus kommen, wo ein Menschenfresser sitzt, der sagt, ich habe Hunger, dann würde ich empfehlen, dass du sagst, dein Problem. Und einfach wieder gehst. Gehe ich wieder raus. Cool. Das war schon ziemlich kacke. Ja. Das heißt, ich schleppe mich da wieder raus. Und die nächste Begegnung ist ein Junge, der auf einem Fass sitzt. Den kann ich entweder ignorieren oder mit ihm reden. Und ich rede mit ihm, weil ich alles mitnehme. Und er sagt, in diesem Fass ist Heilwasser. Wenn du mir Gold gibst, dann gebe ich dir einen Krug voll davon zu trinken. Und er so, oh, ich habe gerade echt viel Stärkepunkte verloren. Brauchst du doch. Genau. Und bezahle ihm also für einen Krug Wasser. Und dann sage ich mir das Buch, ja, ist einfach nur Wasser. Alter. Die wollen dich aber auch echt verarschen. Und dann so, du drohst dem Jungen noch scherzhaft mit der Faust. Sie so, was heißt hier scherzhaft? Ja, kleine Mistkerl. Ja, dann esse ich halt was von meinem Proviant, um wenigstens ein bisschen Stärkepunkte wieder zu kriegen. Aber das ist ganz interessant. Ich hätte jetzt so Gamedesign-mäßig gedacht, dass hier was kommt, was dich heilt. Ja, also es hat mich um einen Stärkepunkt geheilt, das Wasser. Aber es ist einfach nur normales Wasser. Und es hat nicht so viel ausgemacht. Ah, okay, ja. Weil letztes Mal, als wir diesen absurden Zwischenfall hatten mit den Pfeilen, die einfach aus dem Nichts kamen, weil wir nicht Geld auf den Boden legen wollten, auf diesen Drohzettel hin, da kam mir direkt danach die Heilung. Und da dachte ich, ich habe vielleicht einfach so eine Spielmechanik, ja, um dem Spieler eine Chance zu geben. Aber nee, bei dir, da musst du schon durch. Ja, ich dachte auch so, aha, das ist jetzt das Äquivalent, mal gucken, aber nein, das ist einfach nur Verarsche. Ich gehe also weiter. Und das siehst du, was passiert ist, dass drei kleine Leute sich auf mich stürzen, sich an meine Beine festhalten und versuchen, mich zum Pfeil zu bringen. Und dann ... Was bist du für den Weg gegangen? Das ist so der ganz normale Weg rechts rum. Ich kann ihn nicht empfehlen. Also der Weg links rum war ja alles total easy vergleichsweise, ja? Also gut, man zehn Gold verliert oder die Pfeile abkriegt, aber sonst ... Ja. Boah. Also ich würfel eine Glücksprobe. Das schaffe ich auch tatsächlich knapp. Und dann habe ich sie abgewehrt. Also ich werde nicht zur Fall gebracht. Dann merken sie, dass sie doch ein Ernst zu nehmen der Gegner sind. Und so, oh nein! Und treten die Flucht an. Jetzt kann ich sie entweder verfolgen oder einfach weitergehen. Und ich so, diese Stadt, ja, diese Scheißstadt. Ich werde schon verprügelt, von Handschuhen vergiftet, von Kindern verarscht, von verrückten Bettlern angegriffen. Den zahle ich heim. Das heißt, ich renne also hinter diesen drei kleinen Gestalten her. Und was passiert ist, dass sie ein Netz von oben auf mich drauf werfen, mir alles Gold wegnehmen und ich zwei Glückspunkte verliere. Boah. Boah. Bist du am Arsch? Ja. Ich kämpfe mich aus diesem Netz wieder frei und gehe weiter. Und das Nächste, was ich sehe, ist ein Blumenladen. Ich so, ich habe kein Geld mehr. Ich bin verletzt. Mein Glück ist am Arsch. Aber ich habe gesagt, ich probiere alles, damit die nächste Person bessere Chancen hat. Ich gehe jetzt in den Blumenladen. Und da ist eine Mrs. Pipe drin. Ah, die goldene Blumenfrau. Genau. Und die sagt, hey, ich habe gerade frisch goldene Blume gepflückt, geschnitten. Die kannst du bei mir eintauschen gegen Proviant. Zum Glück. Und dann gebe ich sie dir und wenn du die Blütenblätter in frisches Hundeblut tauchst, verwandeln sie sich in Goldstücke. Ich so, ich habe keine Ahnung, wo ich frisches Hundeblut herkriegen soll. Hundeblut? Ich hätte zufällig welches. Ja, könnte man sich vielleicht zusammen tun. Ich habe die Ketten sehen, was das Benzin. Aber ich denke mir, Proviant habe ich noch. Hier, Mrs. Pipe, da ist mein, keine Ahnung, mein Sandwich. Geben Sie mir diese Blume. Und der nächste Laden ist tatsächlich dann ein Juwelier, in den gehe ich rein. Ich habe vorhin vergessen zu erwähnen, dass in der Schachtel mit dem ätzenden Handschuh auch zwei Edelsteine drin lagen bei dem Menschenfresser, wo ich wenigstens irgendwas mit rausgenommen habe. Ja, wenigstens irgendwas. Die sind jetzt 500 Gold wert. Ja, nee. Das sind wir ja gleich. Der Juwelier, der hat tatsächlich die Option, ich kann mir bei dem anschauen, was für Ringe der anbietet, was für Spucke anbietet oder ist tatsächlich auch die Option, ich kann ihm Edelsteine anbieten. Und das mache ich dann. Da steht dann auch, er schaut sich diese beiden Edelsteine an, die man von dem Menschenfresser gekriegt hat und sagt, da gebe ich dir neuen Gold für. Och, immerhin. Das kann man annehmen oder versuchen auch zu verhandeln. Ich dachte mir, das läuft gerade nicht so gut. Ich versuche es nicht mit dem Verhandeln. Am Ende versucht er auch, mich zu erdolchen. Ich nehme jetzt die neuen Gold und mache nichts weiter. Aber dann neugierig schaue ich mir doch die Ringe an und das sind magische Ringe, selbstverständlich. Nicht einfach nur irgendwelcher Schmuck, weil den würde man ja nicht tragen. Einer ist ein Feuerring, einer ist ein Eisring. Aber leisten kann ich mir keinen davon. Das heißt, ich sage, das war nett, dass sie mir die ganze Auslage gezeigt haben, aber es ist doch nichts für mich dabei. Ich bin eher so der Frühlingstüte und diese Steine sind alle Herbstfarben. Was weiß ich. Was kosten die denn so? Das müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Das habe ich mir nicht notiert, aber mehr als neun Goldstücke. Ich glaube, es war irgendwie ganz bitter, so dass sie zehn kosteten und der Unsichtbarkeitsring etwas mehr. Aber warte kurz. Ich habe mir den Abschnitt natürlich aufgeschrieben, wo das war. Also ich habe da auch noch keine Anwendung für gesehen, für Feuer, Eis oder sowas. Oh warte, ich hätte mir sogar Weiche leisten können. Der Unsichtbarkeitsring kostet zehn Goldstücke, der Feuerring acht und der Eisring sieben. Aber ich habe nur diese neun Goldstücke und ich habe mir gedacht, ich vermerke mir das einfach mal, aber dafür gebe ich es jetzt nicht aus, dass es mir nicht wert ist, dass ich nicht weiß, was das für macht der Ring. Am Ende stellt sich heraus, der Feuerring zündet dir eine Zigarette an oder sowas. Ja, genau. Also ich habe da rausgefunden, wofür der Feuerring wichtig sein könnte, aber das war es dann am Ende, war ja nicht so notwendig tatsächlich. Jetzt habe ich es aber geschafft, durch diesen Teil der Stadt durch, also durch den Ostteil der Stadt, kommen wir wieder bei der Kreuzung an, wo es heißt, hier im Norden, da ist Trubel, da ist dann ein Marktplatz, dann schmeiße ich wieder volles Obst und die alte Frau stiehlt mir ein Goldstück. Dann gehe ich an der Barsagerin und an dem Muskelprotz vorbei, danke, nein, danke, nein, danke, nein, gehe in den Laden, kaufe mir ein Kletterseil, gehe weiter, dann regnet es, ich stelle mich nicht unter, ich gehe weiter, ich komme an die Brücke und das letzte Mal, dass ich da war, da kommt einem ja ein Mann entgegen, da habe ich gesagt, ich gehe direkt runter, weil ich weiß, dass Niko D muss da unten wohnt. Irgendwie war ich neugierig und dachte mir, hm, ich warte mal, was dieser Mann zu sagen hat oder was ich mit dem machen kann. Der kommt dann ab und sagt, hey, soll ich dir einen Tipp geben? Und ich so, ja. Und dann steht er, du gibst ihm zwei Gold und er sagt dir, Niko Demos wohnt unter dieser Brücke, auf der wir stehen. Oh, oh, danke schön. Ja, kannst du dir sparen. Ich so, danke, diese Information hatte ich schon. Schönen Tag noch, jetzt habe ich noch sieben Gold. Ganz toll. So, also Niko Demos, das kennen wir ja alle schon, Tätowierung, Pfeil, Pulver aus Hexenhaar und schwarzen Perlen und Lotus und dergleichen und so weiter. Und dann gehe ich wieder hoch und beschließe, in die Hafenstraße nach Westen zu gehen, weil du nach Osten gegangen warst und da auf die Hexen gestoßen bist. Ah, da gibt es auch noch eine Trennung, das wusste ich gar nicht mehr. Genau. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich, denke ich, ein Kreisverkehr, weil ich jetzt auf die gleichen Sachen stoße. Oder man kommt direkt wieder in die Gegenrichtung raus, wenn man zu den Hexen gegangen ist. Denn ich habe jetzt auch den Bettler, der mir Glück gibt, wenn ich ihm ein Gold gebe. Dann gehe ich auch in die Seitengasse rein und kämpfe mit Hunden. Aber nachdem ich sie erschlagen habe, was mir sehr leid tat, fragt es mich, hast du die goldene Blume dabei? Und kriegt sie in Gold, weil die Blume tatsächlich funktioniert und ich sehe ein frisches Rundeblut tauchen kann. Dann verstecke ich mich auch vor dem Gespann, wo auch nur dabei steht, wie du sagtest, man weiß nicht, was das ist, sondern nur, dass der halt, als wäre der Teufel hinter ihm her, diese Gasse runterfährt. Und dann denke ich mir, wahrscheinlich würde man überfahren werden, wenn man stehen bleibt und irgendwas Schlimmes passieren. Dann sehe ich das Piratenschiff, kann auch nicht in die Taverne gehen, die ist einfach nur Deko offensichtlich. Und es fragt mich, willst du Strickleiter oder Gangway? Ich meine, das ist die Stadt der Diebe und das sind Piraten, das sind wahrscheinlich nur ganz normale Leute hier, wie alle anderen auch. Ich gehe zur Gangway und dann steht da direkt einer und sagt, ey, was machst du hier? Und hat die Hand schon am Schwert. Und dann gucke ich so auf meine Werte und gehe einfach rückwärts wieder runter und gehe in die Schustergasse, wo ein verletzter Junge rumliegt, dem ich helfen will, der dann Kobold ist. Er hat aber auch nicht nach einer Augenkappe gefragt, oder? Das hilft dir einfach nicht, das ist einfach ein Red Herring bestimmt. Nein, hat er nicht. Oder ich weiß es nicht, ob es dann irgendwie an einem späteren Punkt gekommen wäre, aber beziehungsweise jetzt, wenn du sowas fragst, dann habe ich das vielleicht einfach irgendwie überlesen. Nee, bestimmt nicht. Auf jeden Fall bin ich nicht auf das Schiff gegangen, weil ich versucht habe, den offiziellen Weg zu nehmen und da mir direkt jemand das Schwert entgegengehalten hat. Okay, aber du weißt ja jetzt, dass wir einer der Orte, die wichtig sind. beim nächsten Run dann. Oder vielleicht kommst du noch mal hin, wenn das wirklich ein Rundweg ist. Das wäre ja nur fair. Ja, Spoiler, ich schaffe es nicht um den Rundweg rum. Ah, okay. Ja, da liegt der verletzte Junge, der ist ein Kobold, der greift mich an, den muss ich auch besiegen. Dann kriege ich von ihm ein bisschen Geld, Knoblauch und Knöchelbeine. Dann gehe ich zu dem Kerzenzieher, ich will keine Kerzen kaufen, aber ich schaue mir die Zauberkerzen an, ich werde betäubt, der elft mir Geld ab und zwei Gegenstände, der kriegt von mir dann Knoblauch und die Knöchelbeine. Soll er drinnen stinken? Ich war dann zu dem Zeitpunkt ähnlich frustriert wie Donald dann schon so, das läuft ja alles super hier und dann so, der nächste Laden ist ein Silberschmied und ich so, ich will nicht in jeden Laden gehen, aber in Silberschmied gehe ich rein und dann so drin so, möchtest du ein feines? Ah! Aber mir wird die Hand vor die Stirn gehauen. Ja, der Silberschmied ist der einzelne Laden, in den ich reingehen will. Das ist vollkommen korrekt. Und ich habe ja tatsächlich frisch wieder Gold gekriegt, dank der Hundeblume. Dann hat mir der Elf wieder was geklaut, aber es reicht tatsächlich noch exakt für den Silberpfeil. Also ich habe genau die zehn Goldstücke zu einem Zeitpunkt noch in der Tasche, wenn ich das richtig in meinen Notizen habe. So, nicht schlecht. Ja, dann gehe ich da raus. Und da war das, wo du aufgehört hattest, da kann ich jetzt dann wieder ein bisschen weitermachen. Da kommt man an eine Kreuzung, eine T-Kreuzung, wie es aussieht. Und da greifen zwei Schläger den älteren Mann an. Ah ja, da bin ich auch gewesen. Erzähl du das gerne. Die Wahl hier an der Stelle ist Turmgasse oder Steilgasse. Und das sagt mir überhaupt nichts. Warum heißt das nicht Einhorn-Tattoo-Straße? Jetzt sag mal. Ich bin hilfreich, aber ich bin in die Turmgasse gegangen. Ah, okay. Und da schlagen die auch den älteren Mann ein. Und ich gucke so wieder auf meine Werte und denke mir, ich habe nicht so viel Stärke. Das heißt, ich esse erst mal was. In meiner Vorstellung ist das so, ich gehe so, Moment, ich helfe Ihnen gleich. Sekunde. Ich muss eben noch eine Banane frühstücken. Und dann greife ich an. Und das war ein richtig harter Kampf. Ja. Gegen zwei Räuber. Der eine hat Geschicklichkeit sieben, also genau wie ich. Der andere hat Geschicklichkeit acht, also mehr als ich. Der eine hat acht, der andere hat sechs Stärke. Die bekämpfen wir hintereinander. Also es war echt knapp. Ich komme am Ende da mit vier Stärke raus. Wow. Wie viel hast du verloren? Zehn? Ich gucke mal nach zu dem Zeitpunkt. 19. Wow. Ich habe 19 Stärkepunkte verloren in dem Kampf, wenn ich das richtig sehe. Ach stimmt, du hast so viel gehabt. Okay. Ja, ja, ja. Das war echt hart. Also ich habe da auch echt Grütze gewürfelt und ich habe noch mein Glück versucht und es ging immer nach hinten los und hatte dann irgendwann gar kein Glück mehr und habe es dann auch nicht versucht. Aber mit vier Stärkepunkten habe ich es knapp überlegt. Ich dachte mir schon so, ja, so da geht Donald dahin. Es war ein schönes Leben, bis er beschlossen hat, nach Port Blackstone zu gehen. Aber er hat es ganz knapp geschafft. Und der alte Mann fragt dann, ob er einen in die Taverne einladen kann zum Dank. Und ich schon so, ich wette, ich wette, der will mich jetzt noch vergiften und mir mein Zeug abnehmen. Ganz sicher. Zum Dank macht hier keiner was. Aber tatsächlich lädt er mich nur zu dem Getränk ein und gibt mir eine Heilsalbe, die mir zumindest ein bisschen Stärke wiedergibt. Für Stärke. Und danach gehe ich weiter. Und ich komme an eine Stelle, wo so Leute mit Zeugs bebladen sind. Sekunde, das war ein toller Moment, oder? Dass jemand mir geholfen hat? Ja, endlich habe ich mal gedacht, die sitzen hier am Tisch, in der Kneipe sitzen zwei gute Menschen. Möglicherweise die einzigen beiden in Port Black sind. Mit der ganzen Scheißstadt. Und beide werden die ganze Zeit verprügelt und haben Pech. Aber man hilft sich noch gegenseitig. Aber zu dem Zeitpunkt war ich gerade mit den fünf Stärkepunkten, die er mir gegeben hat, mit seiner Heilsalbe, war ich ungefähr wieder voll fast und hatte dann so ein Selbstbewusstseinsgefühl. So, jetzt hier die guten Menschen hier. Wir müssen es dir in den Bösen mal zeigen. Ich habe Proviant. Ich habe fast Stärke auf Startniveau. Weiter geht's. Dann ist dein Kampf offensichtlich deutlich besser gelaufen gegen die Räuber als meiner. Aber ich hatte hier da, wie gesagt, schon zwei Geschicklichkeit verloren. Dank Handschuhbegegnung. Dann kommt man an eine Stelle, wo Leute die Sachen tragen, über die Straße hassen und so eine Brücke zwei Gebäude über der Straße verbindet. Und da auch Leute drauf sind, an die bei Waffen mit sind. Und dann hat man die Möglichkeit, ob man da weitergeht oder ob man die erstmal halt anspricht, da hochruft. Was sagst du denen denn? Was rufst du denn da? Ich verstehe diese ganze Szene nicht. Da laufen Leute mit Säcken. Ja, wahrscheinlich Leute, die da arbeiten, oder? Denke ich mal. Also in meiner Vorstellung dachte ich mir, der Hafen ist ja nicht weit. So, hey, kann ich hier durch oder stört das gerade? Ja, genau. Was soll man da sonst rufen so? Gespielt es ist. Und ich weiß auch nicht genau, was ich gerufen habe, weil ich glaube, dass der Bauch das nicht genau sagt, aber ich weiß, wie der Typ darauf reagiert hat. Nämlich, indem er auf mich schießt, weil er sich erschreckt, weil er denkt, ich bin eine Wache. Also, das sind Verbrecher. Jetzt habe ich es verstanden. Das Spiel hatte das schon vorher geforeshadowed mit dem deutlichen Hinweis, die sind in Mäntel gehüllt. Aha! Das würden ja nur Verbrecher machen. Ja, und nicht einfach nur Leute, die arbeiten und am Wasser irgendwie ... Ja, zum Beispiel. Also, du hast auch die Leute einen Ruf abgegeben und dann wurde auf dich geschossen. Und dann willst du einen Glückswurf, ist der bei dir gelungen? Ja, ja, ja. Ich habe bei Glück 9 noch zum Verbrecher. Ja, ich habe bei Glück ja alles schon verbraucht gehabt in dem letzten Kampf. Das heißt, ich werde auch nur von dem Bolzen getroffen. Und Schaden? Gift? Es ist ein ganz normaler Bolzen. Ah. Und ich verliere drei Trefferpunkte wieder. Und ich stehe da so, hey, was soll das? Ich war ja nur am Spazierengehen. Ich bin hier nur langgegangen. Diese Scheißstadt. Dann kommen wir an die Stallgasse. Also, die Turmgasse scheint dann so in einem komischen Knick wieder zurück auf die Stallgasse zu führen, die man ansonsten hätte nehmen müssen. Alternativ? Genau. Also, ich habe daraus geschlossen, so mit dem Blick aufs Game Design. Man kann die beiden Straßen beide machen. Das ist gar keine Entscheidung vorhin, als wir uns zwischen der Turmgasse und der Stallgasse entscheiden mussten. Man spielt die wahrscheinlich einfach nacheinander, oder? Ja, wahrscheinlich. Das ist dann ein erst dahin und dann dahin schickt. Ähnlich wie nach Nicodemus, dass du erst in eine Richtung gegangen bist, aber dann trotzdem dieselbe Reihenfolge von Orten hattest wie ich. Ja, genau. Nur mit einer Abweichung. Also, wenn ich das jetzt so aufmalen müsste, ist es, glaube ich, keine freie Karte, durch die du dich bewegst, sondern es ist schon ein Strang. Und da gibt es halt Seitenwege und die führen dann wieder zurück. Der erste Teil der Stadt, nachdem man durch das Stadttor rein ist, das sind wirklich drei getrennte Wege. Also, zumindest auf jeden Fall jetzt zwei getrennte, die dann an derselben Kreuzung zusammenstoßen, von der aus man nach Norden geht. Also, ich habe so eine kleine Karte gezeichnet und die meiste Zeit ergab sie Sinn, nur hier hat es dann langsam aufgehört, der Sinn. Da habe ich langsam nicht mehr verstanden, was wir zusammenhängen sollen. Ja, willst du dann erst noch weitermachen oder soll ich erzählen, ich bin nämlich bald durch? Ja, wir haben ja, glaube ich, erst mal die nächsten paar Sachen parallel erlebt. Die können wir auch zusammen erzählen. Das nächste in der Stallgasse ist völlig passend, weil da kommt ein Stall eigentlich. So sieht es nämlich aus. Eine Holzscheune, aus dem Kamin steigt Rauch und davor sind zwei Pferde angebunden. Will ich reingehen, fragt das Spiel. Klar will ich rein. Wir wissen ja alle, zwei Pferde, das sind zwei fahrende Tätowierer, spezialisiert auf gehörnte Fabeltiere. Ja klar, gehe ich rein. Ist es ein Hufschmied? Na, ist okay. Und wieder fragt das Buch, willst du den angreifen? Willst du reden oder wieder abhauen? Also, ich möchte es fast am liebsten mal ausprobieren, so jemanden anzugreifen, ob das dann immer mein sicherer Tod ist. Aber das mache ich natürlich nicht. Ist ja völlig sinnlos. Also, ich glaube einfach, dass das Buch einzuschätzen weiß, dass man inzwischen ziemlich frustriert ist davon, dass einen jeder in dieser Stadt verarscht, klaut oder angreift. Und dann so, möchtest du dich vielleicht einfach mal refusieren, bei den Leuten hier in Port Black sind? Also, weil im Nachhinein habe ich gedacht, ist vielleicht ein gutes Zeichen, wenn man ihn angreift, weil dann kommt eine Handelsaktion. Und dann gibt es zwei Wege, reden und Geld zahlen oder töten auf das Risiko hin, das man verliert, vielleicht einen starken Kampf und dann die Sache umsonst kriegen. Und das ist vielleicht beim Silberschmied oder so auch schon so gewesen. Da war ja die ganz parallele Situation. Da konnte man auch angreifen, gehen oder reden. Und da, wo eine Falle war, nämlich bei dem Kerzenzieher, wo man nicht angreifen konnte, da war es dann auch scheiße. Da war dann eine Falle. Ich glaube aber, dass das bei einem Silberschmied, weil wenn du diesen Silberpfeil dann haben willst, sagt er explizit, ich habe keinen, aber ich fertige dir jetzt einen an. Also, wenn das Buch in sich schlüssig ist, was wir ja nicht wissen, ob es das ist, zu diesem Zeitpunkt, wenn du ihn angreifst, könntest du den Silberpfeil nicht mehr kriegen. Ja, das wäre aber auch eine ganz schön harte Entscheidung. Dann wäre ja an der Stelle dein Spiel vorbei. Ja, also. Vielleicht ist das so. Jetzt mal vorsichtig gesagt, das wäre nicht ganz unpassend für den Rest des Buchs. Ja, okay, das kann schon sein. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat er dann doch noch einen Silberpfeil irgendwo versteckt gehabt oder so. Aber egal. Also, ich greife den nicht an, obwohl ich mir da lange Gedanken drum gemacht habe, ob ich das mal ausprobieren sollte. Und dann rede ich mit ihm und dann bietet er mir an, mir einen Kettenpanzer zu schmieden für 20 Gold. Ich habe nur noch sieben und das kann ich nicht machen. Das hätte ich aber jetzt wirklich gerne gehabt. 20 Gold. Und da habe ich jetzt gedacht, das wäre jetzt vielleicht gut gewesen, hätte man hier gekämpft und den hinterrücks ermordet und dann einen Kettenpanzer als Belohnung gekriegt. Aber naja, ich habe kein Geld. Ich gehe rückwärts raus und sage, Wucher, hau mal ab. Die nächste Stelle, die würde ich gern vorlesen, weil es geht dann einfach weiter. Nach einiger Zeit kommt dir ein in Lumpen gehüllter Mann, an dessen Bein an einer Kette eine schwere Eisenkugel hängt, hastig im Ketten. Völlig erschöpft lässt er sich in deine Arme sinken. Sein Gesicht ist schmutzig und unrasiert. Selbst das Reden bereitet ihm Mühe. Ich bitte dich, befreie mich von diesem Ding. Die Stadtwächter sind hinter mir her. Zwei Jahre lang haben sie mich in einen Verlies gesperrt, aber es ist mir gelungen, in einen unterirdischen Gang zu graben und zu fliehen. Ich bin ausgeraubt worden, konnte meine Steuern nicht bezahlen, also hat Lord Asure befohlen, mich fünf Jahre in den Kerker zu werfen. Ich flehe dich an, hilf mir. Kaum hat der Mann geendet, hörst du schon Geschrei und am Ende der Straße kommen bewaffnete Männer in Sicht. Die Optionen hier sind, den Mann an die Stadtwache ausliefern oder die Kette mit dem Schwert durchtrennen. Und was tust du? Ich habe gedacht, helfen, ist ja immer eine Falle, aber wurscht. Wir sind ja hier nicht zum Spaß. Dann sage ich, okay, ich schlage die Kette und dann laufen wir beide weg. Das ist mal hart. Ja, dann liest du mal den nächsten Abschnitt vor. Kraftvoll holst du mit dem Schwert aus und lässt es mit aller Wucht auf die schwere Kette heruntersausen, doch zu deiner Verblüffung prallt es davon ab. Bevor du noch einen zweiten Versuch unternehmen kannst, bist du von vier Stadtwachen umringt, deren Lanzenspitzen auf dich gerichtet sind. Was kannst du jetzt tun? Ich könnte jetzt eine Ausrede versuchen. Ich wollte den nur einfangen für sie. Hören Sie, das ist ja offenkundig ein Häftling, habe ich gesehen. Ich wollte dich denen übergeben. Oder du kannst versuchen, die Wache zu bestechen, um den Gefangenen loszukaufen. Und ich habe so ein schlechtes Gefühl hier mit Kämpfen oder irgendwas. Also Kämpfen kann ich auch gar nicht, aber ich habe Angst vor einer Antwort, die ins Kämpfen führt, weil das vier Leute sind. Das ist bestimmt ein bisschen riskant. Also denke ich mir, ich habe ja noch sieben Geld. Ja, vielleicht kann ich den für fünf Gold freikaufen. Und dann ist er mir ewig dankbar und tätowiert mir was. Immer auf der Suche nach diesem Tätowierer. Den muss es doch irgendwo geben. Die ganze Stadt sehe ich durch die Linse des Tätowierens. Und dann sind die aber nicht bestechlich. Die sagen, ich sollte diesem Typen nicht helfen, das sei ein Mörder. Das geht so nicht. Ach, übrigens, aber hier so bestechend ist nämlich scheiße. Wir kriegen jetzt ein Geschenk von dir, sonst sperren wir dich gerade noch mit ein. Bitte einen magischen Gegenstand, einen Trank oder eine Waffe. Puh. Eine magische Waffe habe ich erst gar nicht. Einen magischen Trank habe ich zwei. Vielleicht den Trank zum Gedankenlesen, wenn der kein Fake ist und den Gewandtheitstrank. Und jetzt habe ich gedacht, ey, dieser Trank mit dem Gedankenlesen, das ist bestimmt ein Hinweis, den brauche ich bestimmt noch an irgendeiner Stelle. Ich gebe jetzt meinen Gewandtheitstrank auf. Das war eine schwere Entscheidung, aber jetzt ist der weg. Für nichts natürlich. Total blödsinniger Encounter. Ich habe hier nichts gekriegt. Dann gehe ich weiter und der Mörder schimpft noch hinter mir her. Und ich so, schnell weg hier. Der zieht mich da noch mit rein. Nachher sagt er noch sowas wie, warum hast du mich nicht richtig befreit, wie du es versprochen hast oder so ein Scheiß. Schnell weg. Und dann gehe ich einfach in die nächste Straße, schnell weg hier von den Wachen und so und stehe vor einem Park. Eine öffentliche Anlage steht hier und die kostet ein Gold Eintritt und hier habe ich aufgehört. Okay, da kann ich noch etwas weitermachen. Jetzt bin ich fertig, genau. Also ich hatte auch natürlich den Mann, der in Ketten mir entgegengestürbt kommt und seine traurige Geschichte erzählt. Ich habe auch versucht, ihm zu helfen und dann stehen die Wachen um mich herum, nachdem ich die Kette nicht durchtrennen kann. Und ich schaue mich um, ich schaue ihn an, ich schaue in meinen Geldbeutel und sage, ihr könnt ihn haben. Nehmt ihn mit. Ist alles gut. Und dann geben die mir noch fünf Gold und sagen, Dankeschön, dass sie geholfen haben, diesen gefährlichen Verbrecher zu fangen. Tschüss. Oh. Okay. Fein. Das nehmen wir einfach mal. Das war ja voll super. Ja. Und damit gehe ich weiter und dann als nächstes komme ich in den Park, der einen Gold Eintritt kostet. Ich denke mir, ich habe gerade fünf Gold dafür bekommen, dass ich versagt habe, dabei diesem Mann zu helfen. Dann kann man auch einen Gold wieder ausgeben, um hier in das öffentliche Blümchengelände zu gehen. Denn, jetzt habe ich mir dann tatsächlich mal mitgedacht, vorhin bin ich in den Silberspiel. Lotusblüte. Genau. In den Silberspiel bin ich einfach stumpf reingelaufen, weil ich in alles reinlaufe, ohne darüber nachzudenken, dass er hilfreich ist. Ja, Lotus könnte hier ja vielleicht irgendwo wachsen. Und dann steht da wirklich, da ist ein Drehkreuz, dass man so ein Goldstück einwirft und dann kann man durchgehen. Die Vorstellung ist irgendwie süß. In so einer Fantasy-Diebesstadt. Das wird ja nie jemals einfach jemand drüber steigen. Und dann geht man durch diese ganze Anlage durch und findet tatsächlich am hinteren Ende eine Stelle, wo Lotus in einer Schale liegt. Nein. Aber die Büsche ringsum sehen komisch aus. Die sind so in seltsamen Formen geschnitten. Und dann kann man halt entscheiden, lässt man den Lotus da liegen oder nimmt man den mit? Und es weist einen darauf hin. Das ist natürlich verboten, aber es ist niemand in Sichtweite. Und dann so, ich habe über die rechte Schulter geguckt, über die linke Schulter geguckt. Okay. Ich nehme den Lotus und dann werden die Büsche lebendig und greifen mich an. Oh. Und dann fragt es mich, hast du einen Feuerring oder nicht? Ah. Ah. Wahrscheinlich könnte ich die Büsche anzünden, wenn ich den hätte. Das ist so wie in dem Spiel Items funktionieren grundsätzlich, oder? Die Items sind alle einmal Use auf eine bestimmte Gelegenheit. Und dann hast du es oder du hast es nicht? Ja. Ja? Okay, ja. Also, der epische Kampf, ich gegen die Büsche. Die Büsche werden in diesem Fall als ein Monster gezählt. Ich habe Geschicklichkeit 7 und aktuell 6 Stärkepunkte und die Büsche haben 6 Geschicklichkeit und 6 Stärkepunkte. Oh, das ist ja spannender, als wir gedacht haben. Aber ich dachte auch so, jetzt sterbe ich durch den Busch. Das kann nicht wahr sein. Mit dem Lotus in der Hand werde ich von dem Grünzeug hier besiegen. Aber tatsächlich habe ich dreimal dann siegreich gewürfelt und sie tatsächlich entwurzelt, gehäckselt. Ich habe sie vernichtet, möchte ich damit sagen. Die Rasenmeerfrau. Da haben wir es. Ja, dann habe ich Lotus. In meinem Questlog macht das auch so leise Ding, 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 ding. Damit wäre das freigeschaltet. Ich ziehe weiter, verlasse diesen Park wieder und komme dann an eine Stelle, wo jemand bei einem Obstkarren steht, der mir Obst verkaufen würde und wo es in eine Gasse geht. Ich denke, ich habe keine Kohle, bleib mir mit deinem Obst weg. Du siehst auch nicht aus, als ältest du da Perlen oder Hexenhaar und gehe weiter in die Gasse und das erste Laden dort ist was? Ein Tätowierer. Nein. Du musst nicht mal raten, welcher von den ganzen Leuten, die hier in der Stadt rumlungern, nebenbei auch tätowiert. Es gibt wirklich, ich meine, es ist eine Hafenstadt, es ist nur naheliegend, es gibt einen Tätowierer. Wow. Und ich, yeah, stürm also in diesen Tätowiererladen. Mann, ich brauche einen Einhorn mit dem goldenen Strahlenkranz hier auf der Stirn. Und er sagt, wenigstens nichts dazu, wie geschmacklos das ist, sondern nur, schön, kostet zehn Gold. Oh. Hast du nicht mehr, oder? Nee. Oh. Habe ich nicht mehr. Nein. Und ich, ähm, Moment, wie viel habe ich denn? Wie viel habe ich denn? Wie viel habe ich denn? Ich habe vier Gold zu diesem Zeitpunkt. Und, ja, dann sagt er, okay, wenn du das Geld nicht hast, also man kann tatsächlich sagen, ich habe das Geld nicht. Sagt er, gut, wir gehen zu meinem Kumpel, dem Pfandleiher, dem kannst du deinen Kram verkaufen, dann kannst du vielleicht noch das zusammenbringen. Und ich, ach, Gott sei Dank. Und dann ist da eine Liste von Dingen, die er kaufen würde, unter anderem auch eine silberne Flöte auf dieser Liste von Dingen, die man verkaufen kann. Und das Einzige, was ich besitze, was auch draufsteht, sind die Knöchelbeine. Nein. Oh, ausgerechnet die. Ja, aber die, ja. Die habe ich aber schon weggegeben. Ja. Die stehen nur durchgestrichen in meinem Inventar. Die hatten mir der Elf geklaut. Ausgerechnet. Das heißt, das haben wir auch. Ja, der Pfandleiher bringt mir gar nichts. Ich stehe also weiterhin da mit meinem viel Gold. Aber hätte ein Gegenstand gereicht? Das weißt du gar nicht. Ich glaube, die Silberflöte war einer von denen, die tatsächlich dann irgendwie zehn Gold gebracht hätten. Ah, Oder die zumindest mich auf zehn Gold gebracht hätten. Halte ich aber leider nicht. Dann bleibt mir halt nichts übrig, als weiterzugehen. Und ich habe dann halt gehofft, vielleicht kann man irgendwann wieder zurückkommen an diesen Ort, obwohl das bisher noch nicht passiert ist. Und dann kann man es nochmal versuchen. Weil es wäre schon scheiße, dass wenn man an dieser Stelle das Geld nicht hat, man dann halt auch versagt hat. Aber ich würde es dem Buch durchaus zutrauen, dass das dann schlicht und einfach so ist. Das nächste, was mir begegnet, ist dann kein Gebäude oder Laden oder sonst was, sondern mir kommen zwei Wachen entgegen und nicht einfach irgendwelche Wachen, sondern Trollwachen. Nachdem ich ja weiß, dass die hier Pässe kontrollieren und mir auch gezielt gesagt wurde, dass ich aufpassen muss, denke ich mir, ich will denen vielleicht nicht begegnen. Dann hat man die Wahl, möchte man den einfach weitergehen oder möchte man auf einen Baum klettern, der neben einem steht, der gerade bis an die Stadtmauer heranreicht. Überraschende Wendung mit dem Baum, aber okay. Ja, passend. Baum nehme ich, Hauptsache weg hier und nicht von den Trollen verkloppen lassen. Ich habe den Lotus, ich habe den Pfeil, ich weiß, wo ich mich tätowieren lassen kann. Wir sind schon eigentlich auf einem ganz guten Weg. Deswegen klette ich mal auf den Baum, bis die vorbei sind. Was das heißt, ist, ich klette auf diesen Baum, während die angerannt kommen und wild ihre Waffen schwenken. Das Buch sagt mir, ich verliere mein Schild beim Klettern und dadurch noch mal eine Geschicklichkeit. Jetzt also bei sechs Geschicklichkeit. Eieiei. Und komme irgendwie auf die Mauer und das sagt mir auch, also wenn du tatsächlich einen Kettenpanzer trägst, dann musst du den ablegen, bevor du diesen Sprung machen kannst. Beziehungsweise du kannst den nicht machen mit dem Kettenpanzer. Das heißt, den hätte man da auch verloren. Oh Gott. Und dann springe ich auf die Mauer und klette ran hier runter. Also dann ist die Frage, willst du runterspringen von der Mauer? Willst du dich von den Wachen quasi einholen lassen? Weil dann gehen auch die Wachtürme rechts und links auf und es kommen weitere Wachen raus, rausgestürmt. Oder hast du ein Kletterseil? Hätte ich natürlich. Ich auch. Die einzige Sache, die ich auf dem Jahrhundert gemacht habe, war das Kletterseil zu kaufen. Ich also, yes! Nimm das Kletterseil, klettere runter und dann fragt mich das Buch. Und? Jetzt bist du aus der Stadt raus. Hast du alles? Habe ich alles. Wie alles? Wie alles. Nein, nein, ich habe nicht alles. Ich würde gerne wieder reingehen. Und dann schickt es mich zu folgendem Abschnitt. Noch einmal nach Port Blacksend zu gehen, wäre lebensgefährlich für dich, da dich viele Stadtwachen mit Sicherheit wiedererkennen würden. So bleibt dir nichts anderes übrig, als den langen Weg nach Silverton anzutreten und dort zuzugeben, dass du versagt und deinen Auftrag nicht erfüllt hast. Oh, das ist das Ende. Und es gibt keine Schleife durchs Spiel. Nein, das war's. Das heißt, du musst hier alles haben. Ja. Boah. Also da kommt man aus der Stadt, aber man muss vorher alles haben. Das heißt, der Tätowierer ist wahrscheinlich das Letzte, was man aufsuchen muss, bevor man die Stadt verlässt. Ja. Die Perlen hättest du ja easy kriegen können, das ist schon klar. Aber was uns halt fehlt und wo ich auch gar keine Idee zu habe, es ist das Hexenhaar. Außer das war tatsächlich bei den Hexen ganz am Anfang. Ich denke, das werden die seltsamen Frauen mit dem Kinderspielzeug am Anfang gewesen sein. Das heißt, man muss erst zu denen gehen, dann den Rest abklappern, in das Piratenschiff, die Perlen holen, diesem Silberschmied den Pfeil holen, in den Park den Lotus pflücken, mit den Pflanzen kämpfen und dann an dieser Stelle die Stadt verlassen. Und ich schätze mal, dann weiterziehen zu Zendarbone, dem Prinz der Dunkelheit, der Nacht. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Aber dem Typen halt. Und dann das ganze Kochrezept runterleiern, das wir von Nicodemus gekriegt haben. Ich glaube, das war es dann. Das ist dann nur noch der Bosskampf am Ende wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber beziehungsweise, also hier hängt ja durchaus auch einiges von Glück ab, ob du die Kämpfe schaffst, die du machen musst und ob du genügend Geld hast am Ende, um bei den verdammten Tätowierern dir auch deine Tätowierung leisten zu können. Weil ich bin so fröhlich reingerannt und ging dann halt raus mit nichts. Und das war es. Okay, aber ich hätte das geschafft. Ich hatte ja die Flöte noch. Das heißt, aber ich kann es ja auch nicht schaffen, weil es gibt ja dann wahrscheinlich danach keinen Weg mehr. Konntest du noch einmal abweichen an der Stelle? Also es gab irgendwo eine Abzweigung, aber das ist die, wo wir uns ja relativ sicher sind, dass man erst das eine und dann das andere macht, weil die eine Gasse wieder auf die andere Gasse zurückführt. Und danach gab es keine mehr, meinst du, beim Tätowierer oder so? Ich glaube, es war dann, also es heißt, du bist an der Kreuzung, da ist jemand, der verkauft Obst und es geht in eine Gasse. Und das sind die beiden Optionen, Obst und Gasse. Also sagen wir so, das sind erzählerische Kreuzungen, aber keine funktionalen Kreuzungen. Okay, also muss irgendwie das Hexenhaar entweder bei den Hexen sein oder noch ganz woanders, wo wir es nicht wissen. Ja, aber ich glaube, es ist immerhin so fair, dass es die Sachen, die du brauchst, erst nach Nicodemus in den nördlichen Teil der Stadt geparkt hat und der Weg, den du zu Nicodemus nimmst, eigentlich egal ist. Das glaube ich auch. So habe ich das auch verstanden. Der Weg ist wurscht. Du musst die nur überleben und möglichst stark da rauskommen. Und dann halt nach Nicodemus, wo du ein klares Ziel hast, musst du halt diese Gegenstände wirklich alle erwischen. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal dann den entscheidenden Run. Also ich scheitere jetzt ja auch in den nächsten zehn Minuten meines Spielens, wenn ich jetzt einfach weiterspiele, weil ich dann ja auch an das Ende der Stadt komme. Und dann fange ich auch nochmal von vorne an und, oh Gott, was, wenn ich Geschicklichkeit drei würfle dann? Dann, ja, dann schickst du diesen Charakter halt einfach mal in alle Kämpfe, bis er stirbt und dann würfelst du einen neuen. Und eigentlich kann man den Schritt auch überspringen. Gucken wir mal. Nee, aber ich will es dann auch versuchen. So, das Spiel sagt ja ausdrücklich, wir wollen ja nicht bescheißen, dass man das schaffen kann, auch mit dem Minimum an Stärke. Und wenn man halt alles weiß über die meisten Encounter und zum Beispiel weiß, dass man bestimmte Sachen einfach gar nicht machen muss, wie zum Beispiel den guten Mann da retten, nur damit er dir hinterher so viel Stärke wiedergibt, wie du da verloren hast. Ein Bruchteil der Stärke, die ich verloren habe. Ja, das stimmt. Das kannst du ja einfach auslassen. Ja. Also das würde ich schon, wenn ich jetzt halt nur ganz wenig würfle, das versuche ich schon ehrlich, weil es ist ja schon eine Sache, die ich gerne beweisen würde, dass es so einfach einen Weg gibt. Ja, also ich denke, zum Beispiel bei den Piraten musstest du ja auch nicht kämpfen, sondern dich nur reinschleichen. Den Selberschmied muss man nur bezahlen, den Tertifiere muss man nur bezahlen, beim Lotus muss man kämpfen, aber wenn man den richtigen Weg vorher gegangen wäre mit dem Feuerring, dann wäre das vermutlich leichter gewesen zumindest. Genau. Also. Oder gelöst sogar, das kann gut sein. Ja, das weiß ich nicht, das könnte man auch ausprobieren. Aber ich denke, ich werde für den finalen Run jetzt meinen letzten, hoffentlich letzten, mal schauen, Charakter, den mittleren Weg lang gehen lassen im südlichen Teil der Stadt, damit wir den auch nochmal haben und dann halt nach der Anleitung erst zu den Hexen, dann zum Hafen, dann zum Schmied, dann zum Tätowierer, dann zum Park. Nee, Park, Tätowierer, so. Genau. Und dann raus aus dieser Scheißstadt. Ja gut, dann nächstes Mal, also jetzt erstmal weiterspielen, gerne auch mehr zu den Runs. Also wenn wir jetzt nicht nochmal scheitern und eine ganze Folge anhängen, dann spielen wir es jetzt halt zu Ende und machen dann noch so ein paar Runs, um so Lücken zu füllen und ein paar offene Fragen nachzuschauen und erzählen dann nächstes Mal das Ende und machen so eine kleine Abschlussbesprechung, wie es uns gefallen hat. Ja. Genau. Das klingt nach einem Plan, Herr Lott. Dann vielen Dank, Frau Stritter und euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auch von mir vielen Dank für die Einladung. Ich habe sehr viel Spaß bei unseren Abenteuern in Port Blacksend und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Hallo Gunnar. Oh, hallo zurück. Na, wie ist es dir ergangen? Ja, also ich habe es durch die Stadt der Diebe geschafft und ich habe alles gefunden, aber es war auch teils nicht ganz unfrustrierend, vorsichtig gesagt. Und habe mich dann aufgemacht zu Zen Barbone und mal schauen, wie weit wir dann gekommen sind. Wie sieht es bei dir aus? Ich fange erst mal vorsichtig an und erzähle die Sachen nach, die du mir vorausgehabt hast. Wir erinnern uns, letztes Mal hattest du es ja schon bis an die Stadtgrenze geschafft. Du bist auf Trollwachen getroffen, wenn ich mich recht entsinne, und dir fehlte aber noch mindestens ein Gegenstand, oder? Mir fehlten zwei Sachen. Mir fehlte das Hexenhaar und mir fehlten die Perlen, weil ich in dem Durchlauf nicht auf das Piratenschiff gegangen bin und zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wusste, wo Hexenhaar sein könnte. Ich hatte Lotus, ich hatte den Pfeil. Oh, die Tätowierung habe ich auch nicht gekriegt, weil ich keine Kohle mehr hatte zu dem Zeitpunkt, weil ich sehr viel Pech hatte beziehungsweise alles ausprobiert habe und das meiste ist unfreundlich in dieser Scheißstadt. Ja, und dann bin ich rausgegangen und dann sagt einem das Buch mehr oder weniger, ja, wenn sie nicht alles haben, dann ist hier vorbei, weil sie trauen sich nicht noch mal zurück in die Stadt. Sie müssen jetzt zurück nach Silverton gehen zu ihren Auftraggebern und ihnen gestehen, dass das alles schiefgegangen ist. Genau, da ist es letztes Mal für dich geendet. Ja. Also mit einem Game Over, wenn wir das so sagen dürfen, und dann musst du notwendigerweise neu anfangen. Aber ich lebe ja noch und ich erzähle jetzt kurz meinen Weg bis zu den Trollen. Ich stand genau vor dem Eingang zu dem Park, in dem du die Lotusblüten bekommen hast. Also wir erinnern uns, das war ein öffentlicher Park, wo man rein konnte, wenn man ein Goldstück zahlt, total crazy in so einer Fantasystadt. Und da drin hast du ein Schild gefunden, Lotusblüten bitte nicht abreißen oder bitte nicht pflücken. Und dann, wenn man die pflückt, dann erwachen drei Büsche zum Leben. Und wenn man dann den Feuerring dabei hatte, den man ganz am Anfang finden konnte, dann kann man die gleich besiegen, ansonsten muss man kämpfen. Aber ich bin da auch einfach hin. Ich habe das genauso gemacht wie du. Ich habe auch keinen Feuerring und ich bin aber stark genug, um mit Büschen zu kämpfen. Ja, Büsche, bitte. Mal ein bisschen auf den Busch geklopft, wa? Gut, dann bin ich raus. Draußen kommt ein Trupp Wachen mir entgegen und ich biege, ohne dass ich was tun kann, in den Mühlenweg ein. Ich habe die Straßennamen leider nicht so richtig auf eine Karte eingezeichnet. Deswegen habe ich gar kein Raumgefühl in dieser Stadt. Das ist ein bisschen doof. Und am Mühlenweg kommt mir ein Junge mit einem Obstkarren entgegen. Bist man in einer ganz komischen, geteilten Situation, weil dann ist schon entschieden, dass man Obst kauft. Und dann kann man entweder die Pflaumen kaufen, die er empfiehlt, oder die Äpfel kaufen, die er nicht ausdrücklich empfiehlt. Und man muss aber eins von beiden machen. Und je nachdem geht es an unterschiedlichen Stellen weiter. Total crazy Stelle, fand ich. Ein bisschen komisch. Ich meine, das ist jetzt nichts Wildes. Da habe ich die Pflaumen gekauft, wie er es wollte. Und dann gibt es einen stärkeren Punkt dazu. Immerhin. Okay. Okay. Und dann bin ich weitergegangen. Und dann finde ich auch schon die Trolle, die du getroffen hast. Und die kommen mir entgegen, wie so eine Stadtwache. Warte einen Moment. Wenn du das Obst kaufst, kannst du nicht mehr in die Gasse abbiegen, wo der Karren steht. Glaube, dann kann man nicht mehr in die Gasse abbiegen. Genau. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, dass ich in die Gasse gehe. Ja, da ist der Tätowierer. Ja, genau. Das ist total crazy. Aber ich war nach der Obstgeschichte einfach weiter. Und das ist so ein bisschen komisch, weil das Spiel beschreibt es einem so, dass dieser Obstkarren einem entgegenkommt und man dann eigentlich noch in die Gasse gehen könnte. Das muss man ja nicht daran hindern. Falls ich mich da nicht vertan habe, bin ich einfach nach dem Obstkarren weitergesetzt worden. Und das ist ja tödlich. An dieser Stelle ist das Spiel vorbei. Okay. Also kein Obst kaufen. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich bin an diesen blöden Obstkarren immer vorbeigegangen. So, lass mich in Ruhe. Ich muss zum Tätowierer. Und ich bin gerade ziemlich froh, dass ich das gemacht habe. Also eine ganz komische Stelle. Und dann bin ich jetzt schon plötzlich bei den Trollen. Die kommen ja mir so entgegen wie so eine Stadtwache. Und dann kann man ja auswählen, ob man auf die Stadtmauer flüchten will, was du, glaube ich, letztes Mal gemacht hast. Oder ob man einfach an denen vorbeigeht. Und ich habe ja niemandem was getan. Ich bin ja völlig okay hier. Ich habe ja niemandem was getan. Es weiß ja niemand, dass ich dem Fürsten der Dunkelheit ans Leder will. Also ich gehe da einfach dann vorbei. Und natürlich fangen sie mich nach am Pass. Ich bin so doof. Also das zweite Mal, dass das Spiel einen Pass sehen will an dieser Stelle. Und dann kommt eine ziemlich spektakuläre Szene. Der Größere der beiden Trolle erklärt dir, dass du unter Arrest stehst, weil du dich ohne Genehmigung in Port Blackstone aufhältst. Dann fügt er hinzu, er habe heute jedoch seinen großzügigen Tag, sodass du es dir aussuchen könntest, ob du zur Strafe sämtliches in deinem Rucksack befindliches Gold abliefern und dich aus der Stadt werfen lassen willst. Oder ob du lieber ein Jahr mit Ratten und Kakerlaken in einem dreckigen Verlies verbringen möchtest. Der andere Troll schüttelt sich vor Lachen. Großzügig! Großzügig! Du hast einen herrlichen Sinn für Humor, Sourbelly! Entschließt du dich, die Strafe zu zahlen und dich aus der Stadt werfen zu lassen? Oder möchtest du versuchen, dich der Festnahme zu entziehen? Das ist sehr lustig. Ich weiß ja, was passiert, wenn ich mich aus der Stadt werfen lasse. Ich habe zwar nur sechs Gold, deswegen wäre mir das keine schlimme Strafe, wenn ich ihm ein ganzes Gold gebe. Aber wenn ich mich aus der Stadt werfen lasse, ist das Spiel ja vorbei. Das ist ja das, was du wahrscheinlich schon herausgefunden hast. Das Spiel möchte einen an dieser Stelle sozusagen über die Stadtmauer setzen und dann abfragen, ob man alle Gegenstände dabei hat. Und das ist ja für mich aus, weil ich habe ja weder das Hexenhaar noch die Tätowierung. Und was ich jetzt versuchen wollte, ist zu gucken, ob ich einen Bogen schlagen kann. Ob ich jetzt hier irgendwie aus dieser Situation, wenn ich hier schon bin, doch wieder in die Stadt zurück kann. Dann habe ich die Trolle angegriffen. Und boah, ey. Und ist das gut ausgegangen? Der eine hat Gewandtheit zehn und der andere neun. Und die haben beide neun und zehn Stärkepunkte. Wow, ganz ordentlich. Aber ich habe ja Gewandtheit elf. Also ich bin ja fast unbesiegbar. Und dann gibt es ein ziemliches Gemetzel. Die heißen übrigens Sourbelly, wie der eine schon gesagt hat. Und Fat Nose. Ich vermöbel die dann. Ich muss nicht mehr Glück versuchen, aber ich habe hinterher nur noch Stärke zehn, glaube ich, oder so. Nur noch. Nur noch, ja. Aber es war ganz easy. Und dann läuft eine Menschenmenge zusammen und die Leute gucken und boah, die jubeln spontan so. Aber ein Typ schleicht sich weg. Dann gehe ich in den Mühlenweg und dann tatsächlich kommt eine Wache, also eine Truppwache und die läuft auf mich zu und ich laufe weg. Und dann ruft mir ein Junge zu. Hey, komm, komm, komm mir nach. Ich helfe dir. Und dann ist so eine richtig lange Passage, wo mich dieser Junge wohin führt. Dann sein Vater kommt, er ihm erzählt, dass ich Sauerbelli getötet habe und dann beschließen die mich zu retten. Dann packen die mich auf einen Wagen und bringen mich weg. Und dann bin ich an derselben Stelle, als wäre ich rausgeworfen worden und muss zurück nach Silverton und bin tot. Das war mein Ende. Aber ich habe echt die ganze Zeit gedacht, als mich dieser Junge dann da lang geführt hat, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich schaffe es jetzt. Die führen mich jetzt zum Anfang der Stadt zurück und ich kann jetzt noch mal nach den anderen Gegenständen suchen. Aber nein, sie führen mich auch nur aus der Stadt raus. Das ist einfach nur derselbe Weg, den du einfach viel schneller beschritten bist, neben dem du über die Stadtmauer gehüpft bist. Mein Run ist zu Ende. Ich musste mit eingekniffenem Schwanz nach Silverton zurück und gestehen, dass ich auch versagt habe. Und dann kommt der zweite Run. Ja, in Silverton haben sich dann mehrere Versager getroffen. Donald der Dieb ist da ja auch gelandet. Weswegen ich dann aber geschlossen habe, dass der nächste Charakter, Carlo der Krieger, den habe ich hoffnungsvoll so benannt und dann ausgewürfelt, dass er Geschicklichkeit nur acht hat. Eine zweigewürfelt. Ja, das ist auch wieder nur so ein Wunschname gewesen von Carlo. Dass der auch wirklich dann richtig sinnig mit allen Informationen starten kann. Und aus der Vorerfahrung auch die ganze Zeit mitschreibt und sich bereit macht, im Fall seines Todes einen Notbrieftaube loszuschicken, damit die nächste Person es schafft. Ich benenne meine Charaktere zukünftig immer erst nach dem Würfeln. Und dieser Charakter, den ich jetzt gewürfelt habe, heißt Gustav. Man kann sich gleich ausdenken, warum. Der hat eine Sechs gewürfelt bei Glück. Dafür ist er bei Stärke und Gewandtheit ein bisschen schlechter. Da habe ich auch letztes Mal auch sehr gut gewürfelt. Ich habe Gewandtheit neun, knapp unterdurchschnittlich und Stärke achtzehn, auch ganz knapp unterdurchschnittlich. Also alles noch nicht schlimm. Nichts, was einen total zurückwirft. Und Glück zwölf wird das ja alles ausgleichen, ist ja klar. Und dann nehme ich mal einen Glückstrank mit, weil ich habe das Gefühl, ich setze jetzt voll auf Glück und versuche das auch die ganze Zeit. Diesmal nehme ich einen Weg in die Stadt, der deinem entspricht, dachte ich, nee, du hast dich ja gefangen nehmen lassen. Total cool. Das erste Mal, beim zweiten Mal habe ich gesagt, ich komme mit Diebesgut. Genau, das habe ich auch noch mal probiert, aber leider war ich zu doof. Ich habe ja völlig vergessen. Der Diebesgutweg führt ja nicht dazu, dass du den Pass kriegst. Ja, aber man braucht den Pass auch nicht auf allen Wegen durch die Stadt. Den Pass brauchst du nur, wenn du links lang gehst. Das habe ich auch gehofft, genau. Und dann habe ich gesagt, hier, ich habe diese schönen silbernen Kelche. Dann haben die gesagt, zeig mal die Kelche. Dann habe ich gesagt, nein, das sind verfluchte Kelche, wie du es auch gemacht hast. Dann hat er mich gefragt, ob er mir einen Ratschlag geben soll für drei Gold. Da habe ich gedacht, ich weiß schon, danke, müssen Sie nicht tun. Ich habe hier ein ausführliches Protokoll, wo das drin steht und bin dann in die Stadt gegangen und bin diesmal nach Norden gegangen. Hattest du den Weg schon? Das ist der, den ich dann jetzt auch tatsächlich gemacht habe. Also ich habe es genauso auch gemacht. Carlo, der Krieger tauchte da auf. Die Wachen, was willst du hier? Die bist gut verkaufend. Was ist das? Ist verflucht. Okay, geh rein, willst du ein Rad? Nein, danke. Kommst zur Kreuzung. Ich bin nach Norden gegangen. In die Marktstraße, glaube ich, soll meine Notiz hier sagen. Meine Handschrift ist furchtbar. Genau, das ist die Marktstraße. Hier gibt es drei Straßen und wir hatten die anderen beiden bei unseren jeweiligen Wegen ausprobiert und der hier ist neu. In den anderen beiden Wegen waren auch jeweils Läden. Ich war ja letztes Mal bei dem Juwelier, nee, bei dem Schlosser, genau, wo ich den Passepartout bekommen habe. Den kriege ich diesmal logischerweise dann nicht, weil es ein anderer Weg ist, aber hier ist ein Kräuterladen und da dachte ich, ein Kräuterladen ist ja wohl voll super und da ist ein Halborg drin, der hat verkauft da und hat ein blitzendes Beilchen an seiner Seite. Das gibt mir gleich so ein klares Gefühl davon, dass es hier eine harte Welt ist und ich kann hier dasselbe machen wie bei dem Schlossermeister. Ich kann ihn fragen nach Nicodemus, ich kann ihn direkt angreifen oder ich kann nach Kräutern fragen. Was hast du gemacht? Ich habe tatsächlich nach seinen Kräutern gefragt, weil es hat bislang irgendwie nie sinnig zu irgendwas geführt, mit ihm zu kämpfen. Genau. Und ich habe einfach gehofft, dass der ausnahmsweise mich nicht irgendwie betrügt, betäubt, ausraubt oder so. Aber da das ja das Parallele ist zu dem Ereignis mit dem Schlosser, habe ich jetzt einfach gedacht, hier gibt es einen anderen sinnvollen Gegenstand, so wie es ja auch da einen sinnvollen Gegenstand gegeben hätte, auf irgendeine Art. Und dann habe ich nach Kräutern gefragt, wie du, und dann hat er gesagt, hier, ich verkaufe dir einen Heiltrank oder Heilkräuter jedenfalls und dann dachte ich, aber brauche ich ja nicht, ich bin ja voll in gutem Zustand jetzt hier am Anfang des Spiels und ich habe noch den Sack voll Proviant. Ich kaufe Tabak und eine Pfeife für nur ein Gold. Okay. Hast du das auch gemacht? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur die Heilkräuter haben wollen. Und Tabak und eine Pfeife für ein Gold, ist ja ziemlich billig. Und dann dachte ich, naja, was mache ich denn damit? Ich dachte, das stecke ich jetzt ein. Und irgendwann kommt ein Ereignis im Spiel, wie das ja immer so ist, wo man mich fragt, hast du zufällig eine Pfeife dabei oder Tabak? Und dann kann ich die rausholen und damit zum Beispiel eine Hexe bestechen, die mir ihr Haar geben will. So dachte ich mir das. Und was aber passiert ist, mein Charakter raucht die sofort. Gustav. Wird einfach sofort angemacht. Wollt aus dem Laden raus und raucht das sofort. Und dann muss er husten und dann ist ihm schlecht und dann verliert er zwei Stärkepunkte wegen dem Kraut. Ich finde, das Buch hatte hier seine Pflicht erfüllt, die Jugendlichen, die das eigentlich spielen sollten, davor zu warnen, welche Gefahr Tabak bedeutet. Und dann fragt das Buch, ob ich mich beschweren gehen will. Und dann dachte ich, so, so, das mache ich jetzt mal. Was soll schon passieren? Dann gehe ich hin und beschwere mich. Und dann sinngemäß sagt er, es ist zu stark. Bist du zu schwach? Und lacht mich aus. Und dann werde ich gefragt, ob ich ihn angreifen will und dann mache ich das auch. Und das ist auch wieder so ganz ähnlich wie bei dem Schlosser. Der hat Gewandtheit acht. Das ist ziemlich viel, aber nur Stärke fünf. Dann besiege ich den natürlich ganz lässig. Ja, ist ja klar, weil ich meine, hat einen Gewandtheitspunkt weniger und fünf Stärke. Nee, so lässig war es nicht. Der fügt mir acht Punkte Schaden zu. Autsch. Bis er endlich umfällt und ich muss sogar noch Glück einsetzen auf dem Weg. Dann gewinne ich aber und dann fragt mich das Spiel, ob ich hier jetzt ein bisschen rumsuchen will und so und dann finde ich natürlich eine Heilmischung. Benutze ich sofort, weil ich bin ja jetzt echt schwer verwundet und dann darf ich einmal würfeln und kriege eins bis sechs Punkte zurück. Ja. Und dann bin ich also eher schlechter als vorher. Ziemlich eindeutig, ja. Dann kann ich aber noch den Laden durchsuchen und finde noch elf Gold, also zehn Gold, die er wahrscheinlich schon da gehabt hat in der Kasse und das eine Gold, das er mir abgenommen hat für das blöde Kraut. Und dann gehe ich jetzt also mit minus fünf Stärkepunkten, aber plus elf Gold aus diesem Ereignis hervor. Plus zehn. Plus zehn. Eins von dem Gold war ja deins ursprünglich. Das stimmt, genau. Plus zehn. Ja. Also ich habe da nur gesagt, hey, haben Sie Heilkräuter? Dann hat er sie mir gegeben und erklärt, dass die ein wie sechs Stärkepunkte zurückbringen. Habe dafür bezahlt, ich glaube tatsächlich nur ein Gold und habe dann auch noch so plus ein Glück bekommen. Aber ich hatte noch keins verloren zu dem Zeitpunkt, insofern war das Mumpitz. Aber ich hätte plus ein Glück kriegen können an dieser Stelle. Ja, war ja sehr clever von dir alles. Ja, es ist ja echt hier so eine Glückssache, ob die Leute einen ausnehmen, betrügen und umbringen wollen oder ob sie tatsächlich einfach nur normale Handwerker sind, denen man vertrauen kann. Und ich dachte mir, wenn der schon so beschrieben wird als der hässliche, kleine, halborkische Typ, der eine Waffe am Begürtel hat, dann würde ich dem vertrauen, weil nämlich der nette elfische Kerzenzieher war ein Arschloch, das mich betäubt und ausgeraubt hat. Und ich hatte den richtigen Riecher damit. Jetzt, wo du sagst, dass das ja ein richtiger Unterschied ist zwischen den beiden Typen, auch vom Aussehen her und so, vielleicht hätte man den doch nach Nicodemus fragen sollen. Weil vielleicht ist der jetzt der Freund von Nicodemus. Ja, aber wir wissen doch schon, wo Nicodemus ist. Ja, das stimmt. Und ich glaube nicht, dass wir die Option haben, dass Nicodemus sagt, ach, ich komme doch aus meinem Ruhestand zurück. Ja, das stimmt. Also ich glaube ja eh, dass man eigentlich durch diese Anfangsgeschichte relativ schnell durch muss, weil so wichtige Gegenstände, die man in dieser zweiten Hälfte von Poplux sind, also nach Nicodemus, braucht, also so wichtige Sachen scheint es mir gar nicht zu geben hier in der ersten Hälfte. Und in der zweiten Hälfte sind ja die ganzen entscheidenden Sachen. Also ich würde jetzt eigentlich sagen, man müsste hier schnell mal durch und sich gar nicht lang aufhalten. Aber naja, ich gehe erstmal weiter und dann kommt die Taverne zum schreckigen Hund. Und da gehe ich rein, warum auch nicht? Dann gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was man hier machen kann mit dem Wirt reden. Da sind dann so Menschen, die spielen dieses Fingerstechen da, wo man so die, das Messer so ganz schnell bewegt über die eigenen Finger hinweg und in die Zwischenräume stechen muss. Und da gibt es Kobolde, die oder Gnome, die würfeln und sowas. Man kann überall hingehen. Es gibt vier Möglichkeiten hier. Und ich gehe aber zum Wirt und versuche den anzusprechen. Warst du auch drin, oder? Ne. Da bin ich sowas von vorbeigegangen, weil, wie du sagtest, ich bin mir sicher, dass man durch den ersten Teil der Stadt relativ schnell durchrushen kann. Und das hat nur ein paar Sachen, die es dann für den späteren Verlauf ändert. Und alle Dinge, die man tatsächlich braucht, um Senderbauen zu besiegen, sind im zweiten Teil der Stadt, nachdem man durch diesen Bottleneck mit Nicodemus durch ist. Das heißt, da war eine Kneipe und ich habe mir gedacht, Carlo der Krieger, der ist fokussiert auf sein Ziel, der hat die Information schon, wo er fünf von sechs oder vier von fünf Vier von fünf, ja. Vier von fünf Dingen findet und der ist sich ziemlich sicher, dass er hier in der Kneipe nur Zeit verschwenden würde. Der ist da einfach dran vorbeigegangen und dann direkt in die nächste Begegnung reingelaufen. Aber was hast du dann alles Schönes gemacht mit dem Wirt? Ja, man muss immer bedenken bei diesem Spiel, ich nehme an, man müsste das, wenn man ganz objektiv handeln würde, müsste man jedes Ereignis so für sich nehmen. Ich nehme aber natürlich, wie jeder vernünftige Abenteurer, jedes Ereignis quasi als eine Folge des Letzten und denke mir, wenn es mir gerade gut ergangen ist, dann geht es mir bestimmt wieder gut oder wenn es mir gerade schlecht ergangen ist, dann geht es mir bestimmt wieder schlecht und dann gehe ich also rein und der Wirt so, was sind denn Sie für einer? Sie haben mir überhaupt nichts zu suchen in dieser Stadt, ich bediene Leute wie Sie überhaupt nicht raus hier. Was? Ich so, wie gemein. Ja, dann schleiche ich mich raus, weil ich könnte ihn jetzt angreifen, aber ich habe irgendwie gedacht, jetzt greife ich nicht nochmal an. Außerdem, den Wirt in einer Kneipe ist auch wirklich noch eine andere Sache, als einen einzelnen Halborg in seinem Laden anzugreifen. Dann gehe ich einfach raus, der ganze Ort ist nichts für mich. Hier sind bestimmt tolle Sachen zu erleben gewesen mit Würfeln und so und ich habe sie alle rausgelassen, weil das Erste, was ich gemacht habe, ist den Wirt ansprechen und wenn man das macht, dann gehen keine weiteren Sachen mehr. Kann man nur noch raus und draußen greifen mich sofort zwei Diebe an und wollen mich ausrauben. Ja, das halte ich kürzer, indem ich mich, ich habe abgekürzt mich nicht von einem Wirt beleidigen lassen. Ja, das zieht sich durch, du machst das alles viel schlauer. Das sehe ich schon. Effizienter, möchte ich sagen, effizienter. Ja, genau. Die Diebe sind ein einigermaßen anspruchsvoller Kampf, also nicht sehr, aber schon für einen schwach würfelnden Charakter ist das schon gar nicht so schlecht. Die haben sieben und acht Gewandtheit. Ich verliere nochmal zwei Stärkepunkte, aber ich besiege sie dann und die haben 16 Goldstücke dabei. Das heißt, das Einzige, was ich besser habe als du, ich habe jetzt 56 Goldstücke. Okay, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich, lass mich gucken, okay, 26, glaube ich. So, das wird sich später noch minimal auszahlen. Ach so, naja, nach den Dieben hatte ich dann mehr, weil die vermöppt man dann ja erfolgreich. Genau. Also, wenn nicht, dann hat man schon wieder verloren an der Stelle. Also, ich habe es durch die Diebe durchgeschafft, ich habe relativ viel von Carlos Glück verheizt dafür. Um da schnell durchzukommen. Und wenn man sie dann durchsucht, findet man Gold und hat einen grünen Trank. Und dann fragt es einen, willst du den grünen Trank trinken oder nur das Gold nehmen? Und ich so, ich weiß nicht, ich werde nicht das Risiko eingehen und jetzt irgendwas trinken. Ich habe hier schon einmal mein Glück aufs Spiel gesetzt mit der Kräutermischung von dem kleinen Halbrock. Weißt du, bei mir ist die Logik genau andersrum. Wenn ich gerade Glück hatte, werde ich jetzt als nächstes Pech haben mit irgendwas ausprobieren. Sehr gut. Ich habe die Fiole auch nicht getrunken. Ich finde auch, dass die ganze Formulierung merkwürdig ist. Also erstmal ist das Zeug ja grün, das ist ja schon mal schlecht. Und dann ist es auch so, dass man sie nicht einstecken kann, sondern nur jetzt sofort trinken oder liegen lassen. Und ich habe das deutliche Gefühl, das ist irgendein Scheiß. Also keine Ahnung, vielleicht war es der Trank des ewigen Reichtums, aber ich habe das auch liegen lassen. Dann geht es weiter. Da ist ein Haus, das ist ein bisschen zurückgesetzt und davor ist eine Hundehütte. Und da kann man jetzt auch wieder dran vorbeigehen oder zum Haus mit der Hundehütte gehen und du bist wieder vorbeigegangen, oder? Nein. Ich habe mir gedacht, Carlo mag Hunde, der will diesen Hund näher kennenlernen. Und bin dann hingegangen. Ja, dann hat es ja Gelegenheit dazu, ne? Ja, leider. Also die Sache ist, wenn man dann hingeht, stürmt auf einmal nicht ein Hund, sondern direkt ein riesiger schwarzer Wolf aus dieser Hundhütte raus und dann muss man auf Glück würfeln, ob die Kette kurz genug ist, dass der einen nicht erreicht. Und ich habe gerade ja Glück verbraucht gehabt im letzten Kampf. Und dann war dann etwas panisch, so, ah, 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 ah. Aber habe es geschafft, habe sehr niedrig gewürfelt. Die Kette war kurz genug und dann heißt es nicht, du bist vernünftig und gehst einfach wieder, sondern du gehst zur Tür und versuchst sie zu öffnen und frag dich dann, ob du einen bestimmten Schlüssel hast. Ich glaube, einen eisernen Schlüssel. Genau, einen eisernen Schlüssel. Ja. Hast du aber nicht. Nee, what the fuck? Nein, ich habe keinen eisernen Schlüssel. Wo hätte ich den herkriegen sollen? Ich kann mir auch nur vorstellen, dass man den im Grunde nur in der Kneipe kriegen kann. Ja. Weil ansonsten gab es keine Stationen, wo es eine Möglichkeit gegeben hätte bislang. Genau. Man kommt ja hier direkt vom Anfang hin auf geradem Weg. Man kann hier nicht von woanders hinkommen und der einzige inzwischen Fall, den wir nicht ausgespielt haben, ist die Kneipe. Genau. Ja. Also gut, ja, Mai. Aber brichst du einfach die Tür auf, oder? Nee, ich bin da wieder gegangen. Siehst du? Effizienz. Sehr gut. Ich breche schon die Tür auf und ich kann auch jetzt schon sagen, das hast du ganz richtig gemacht, dass du diese Tür nicht aufgebrochen hast. Ha! Die Tür ist einfach eine Gewandheitsprobe, ist nicht so schlimm, kann man schon schaffen, bricht halt auf und dann ist es ein wohlhabendes Haus, ein schönes Haus, Kunstgegenstände an den Wänden, hier wohnen wohlhabende Leute. Wenn ich mich als Dieb sehe, dann ist das hier echt ein Ort zum Ausrauben. Und ich kann jetzt auch gleich den ersten Raum durchsuchen, ich kann durch so einen Torbogen gehen im Haus oder ich kann die Treppe hochgehen. Also wirklich alles Zufall, ich konnte da auch nichts Klares herauslesen, was ich jetzt wirklich machen sollte, bin dann für die Treppe hochgegangen. Und sobald ich die Treppe hochgehe, klappt unten die Tür, jemand kommt da rein und dann sagt jemand, los meine kleine Schönheit, flieg los und such den Eindringling. Äh, und ich so, uah, das bin doch ich. Und dann gibt das Spiel dir zwei Möglichkeiten, das Schwerziehen oder aus dem Fenster auf die Straße springen. Und ich dachte, ey komm, ich bin weg. Ich bin Fenster aufgemacht, auf die Straße gesprungen, Glücksprobe, nichts passiert, ich habe ja massenhaft Glück. Wenn ich die Glücksprobe nicht geschafft hätte, wäre ein Punkt Gewandtheit weg gewesen. Das wäre schon spürbar gewesen. Aber so habe ich es alles überstanden. Also es ging halt aus wie das Hornberger Schießen. Nichts passiert, nichts gewonnen, nichts verloren. Aus meiner Hundehütteneskapade und jetzt bin ich raus und jetzt können wir den nächsten Teil überspringen, weil jetzt kommt der Rummel. Genau. Den habe ich einmal auserzählt, hast du das letzte Mal auch gemacht, da machen wir die üblichen Sachen, da kriegt man Glück und man kriegt einen Goldgestohlen und man kann auch einkaufen gehen hier. Und diesmal von den ganzen Gegenständen, da gibt es ja so lauter Gegenstände, kaufe ich alle. Ich habe das Geld ja. Ich kaufe einen Kletterseil, eine Eisenspitze, einen Fleischerhaken und einen Wurfmesser. Okay. Who knows? Who knows? Keine Laterne. Genau, die Laterne hatten wir doch am Anfang. Haben wir dann schon mal drüber diskutiert? Ich dachte, man hätte eine Laterne dabei. Vielleicht habe ich mich getäuscht und bin jetzt ohne Laterne. Okay. Ich habe gedacht, man hätte eine Laterne dabei, aber vielleicht habe ich nicht. Ich habe nicht das Gleiche gemacht, in der Sinne, ich habe nicht alles gekauft. Ich habe nur das Kletterseil gekauft, weil ich weiß, das brauchen wir, um von der Mauer zu kommen. Und ich habe die Laterne gekauft, weil kann man immer mal gebrauchen. Vielleicht muss ich irgendwo hin, wo es dunkel ist. Und ansonsten habe ich zu allen gesagt, nein, danke, nein, danke. Nein, ich will kein Lied hören. Ich will nicht meine Zukunft gewasagt bekommen. Ich will keine Stärkeprüfung machen. Und jetzt lassen Sie mich alle in Ruhe. Ich gehe jetzt nach Norden hier weg. Ich stelle mich auch nicht unter, wenn es regnet, sondern ich gehe zu der Brücke und dann warte ich auch nicht auf den Typen, der mir entgegenkommt, sondern ich gehe direkt runter zu Nicodemus und lasse mir wieder alles erzählen. Ja, genau. Das habe ich auch so gemacht. Also du hast wirklich, auf Seite 14 im Buch steht, dass du wirklich eine Laterne bei dir. Dann habe ich jetzt zwei Laternen. Genau. Was soll's. Das schadet nicht, falls eine leer geht. Genauso habe ich es auch gemacht. Ja, ich bin zu Nicodemus gegangen und das ist jetzt sozusagen der Safe-Punkt, die erste Hälfte von Paul Blacksand. Und dann ist es irgendwie, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich bin irgendwie anders weitergegangen als letztes Mal. Was ich eigentlich machen wollte, ist dasselbe machen wie letztes Mal, wo ich an diesem Spiel von den, wie heißen sie nochmal? Den Cricks. Den Cricks teilgenommen. Cricket-Spiel. Die Cricks, die Cricket-Spiel. Genau, da habe ich letztes Mal teilgenommen und danach war ja so ein Haus, wo zwei alte Frauen drin waren, Hexen vielleicht, die Haare haben. Das ist tatsächlich vor den Cricks. Oder davor, genau. Und ich wollte da wieder hin, aber ich bin da nicht hingekommen. Ich bin jetzt in die Hafenstraße gegangen, weil ich dachte, ich muss ja zum Schiff. Ja, dann hast du die verpasst. Genau, da kommt man da gar nicht vorbei. Das ist jetzt ein bisschen doof. Und mein nächster Punkt ist, an dem ich jetzt was tun kann, ist, als ich wieder diese Kutsche höre, die von hinten an mir vorbeifahren will und wo ich dann gefragt werde, ob ich von der Straße gehen will oder ob ich gucken will, wer da vorbeifährt. Und diesmal gucke ich, wer da vorbeifährt. Letztes Mal habe ich mich ja wie ein kleines Schaf hinter eine Tonne geduckt. Und das ist Lot Azur, also der Chef der Stadt. Und man hat dann ein kleines Risiko, dass einen den Peitschen hiebt, weil er seine Pferde da auspeitscht, da antreibt, dass man da einen Stärkepunkt verliert. Aber da würfelt man auf Glück, ist kein Problem. Und dann bin ich schon wieder beim Schiff. Dann hast du die alten Frauen verpasst. Soll ich Ihnen die nochmal erzählen? Ja, hast du da das Hexenhaar gefunden? Weil sonst ist ja mein Spiel schon wieder vorbei. Ja, leider nicht. Nein. Das Hexenhaar habe ich woanders gefunden. Aber ich war überzeugt zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise Carlo war überzeugt, dass diese zwei alten Frauen mit dem Spielzeug Hexen sein müssen. Er ist also rechts abgebogen, nicht in die Hafenstraße, sondern gegenüber. Und dann passiert das Gleiche wie bei dir das letzte Mal. Da fliegt ein Blumentopf aus dem Haus und man hört Schreie, Streit. Dann kann man reingehen und sieht zwei alte Frauen, die umgeben sind von lauter gruseligem Spielzeug, da wo sie Nägel reingeschlagen haben und die sich um etwas streiten gerade. Man hat immer die Wahl, möchtest du nicht doch lieber gehen? Willst du dir sicher, dass du hier weitermachen willst? Das müssen die Hexen sein. Ich mache hier weiter. So, das heißt, ich rede mit denen und dann sagen die, ja, gib uns was zum Spielen. Und ich so, ich habe echt gar nicht so viel in meinem Inventar. Dann habe ich ihnen meine Lampe gegeben. Also man musste ihnen einen Gegenstand geben. Und dann ist es, dann streiken sie sich jetzt direkt um die Lampe und du kannst dich umschauen. Und ich so, okay, vielleicht Haare. Könnte ich ein bisschen was von ihren Haaren haben? Bitte? Okay, schauen wir mal, was hier noch passiert. Dann findet man einen Topf mit Suppe drin, die irgendwie ziemlich eklig aussieht. Und dann hat man die Wahl, ob man die trinken will oder nicht. Und ich so, irgendwo muss das doch noch hinführen. Was soll denn das? Ich habe dann die Suppe getrunken, obwohl sie widerlich ist. Man kriegt vier Stärkepunkte. Wow. Und dann geht man wieder raus. Das war es, ja? Das war es, ja. Also ich habe den Gegenstand ausgegeben. Jetzt, wo ich weiß, dass ich schon eine Lampe hatte, ist das ja tatsächlich gar nicht so unpraktisch gewesen. Und habe vier Stärkepunkte bekommen und stand dann wieder auf der Straße so, aber mein Hexenhaar, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich die Straße weiter runtergelaufen und komme dann an die Mauer, klettert er hoch. Da sind die Cricks, die spielen Cricket. Ich entscheide mich mitzuspielen. Ich habe Glück bei dem Schlag. Dann jubeln die alle, versammeln sich um mich, geben mir Geld und eine silberne Flöte und eine Augenklappe und Kreide und Geld. Ich glaube, Geld habe ich schon gesagt. Auf jeden Fall habe ich auf einmal die Taschen voll mit Krimskrams. War da nicht der Trank? Hat man von denen nicht einen Trank? Ja genau, der Trank des Gedankenlesens. Der ist tatsächlich noch wichtig geworden zu meiner Überraschung. Ja, ich habe ja dieses einfach übersprungen, diese Stelle. Ich weiß nicht, wieso ich diese Stelle übersprungen habe und das ist mir dann hinterher noch auf die Füße gefallen, weil ich brauche ja dann auch noch einen Trank des Gedankenlesens. Ja, und dann, wenn du das mit den Cricks vorbei hast und den Trank des Gedankenlesens gekriegt hast, dann heißt das, ja, jetzt hier ist aber nichts mehr anderes, sie entscheiden sich jetzt, sie gehen in die Gegenrichtung und gehen jetzt doch in die Hafenstraße. Das heißt, das ist so eine Sackgasse und wenn du da nicht direkt nach Nicodemus reingehst, kommst du auch nicht mehr hin. Ah ja, genau, das war nämlich doof. Ich habe nämlich gedacht an der Stelle, dass das halt einfach ein alternativer Weg ist und ich dachte, naja, weil ich ja zum Hafen muss, das geht ja nicht anders, kann dieser alternative Weg ja nirgendwo hinführen, aber das ist ja einfach falsch. Das hätte ich aber wissen müssen, weil letztes Mal habe ich es ja genauso gemacht. Ja. Bin ja da reingegangen und wieder rausgegangen und dann trotzdem zum Hafen gekommen, aber weil ich doof bin leider, habe ich diesmal übersehen und was jetzt passiert ist, es geht jetzt weiter und wir kommen jetzt zu einer Stelle, wo es wahnsinnig gut wäre, wenn man so einen Trank hätte. Also nach ein paar Schritten. Also ich bin jetzt an der gleichen Stelle, wo du direkt hin abgebogen bist. Letztes Mal war ich verwirrt, aber ich habe inzwischen wirklich einen Plan der Stadt, der auch Sinn ergibt. Es gibt nur einmal eine Beschreibung, die falsch ist, wo es heißt, man biegt von der Straße, die nach Osten führt, rechts ab und es müsste links heißen, weil aus den weiteren Beschreibungen erschließt sich, dass diese Straße nach Norden führt eigentlich. Aber wenn man diesen einen Fehler einmal raus hat, dann gibt es tatsächlich eine relativ übersichtliche Straßenkarte der Stadt, wo man aber dann feststellt, dass man im zweiten Teil der Stadt quasi den Ostteil überhaupt nicht erschließen kann. Da muss man auf jeden Fall am Hafen vorbei. Eigentlich ist das ja geradlinig, oder? Der ganze Weg. Im Endeffekt schon. Es gibt einmal Abzweigungen, die habe ich nicht ganz zu Ende gemacht, weil ich an bestimmten Stelle, als ich was hatte, wieder umgedreht bin. Und da sind noch ein paar Punkte, die ich nicht auf meiner Karte eingezeichnet habe. Aber ich weiß nicht, da kann nichts mehr sein, was entscheidend ist, weil ich hatte danach dann alle Gegenstände. Wie auch immer. Ich bin dann also auch da lang gelaufen und dann ist da ein Bettler, dem gibt man Gold, dann kriegt man Glück und dann kommt die Kutsche. Diesmal habe ich auch gedacht, ich bleibe mal stehen, schaue sie mir an, Lord Azur prescht an mir vorbei, ich kriege einen Peitschenhieb ab, der Arsch. Sau. Man könnte sich sogar entscheiden, noch stehen zu bleiben. Ich nehme an, dann wird man von der Kutsche überfahren. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Man muss es nicht übertreiben. Nee, das habe ich mich nicht getraut. Und dann beim Hafen, beim Schiff und dann habe ich in meine Aufzeichnungen geguckt und da ja zwei Abenteurer erfolglos und habe da Perlen gefunden. Ja, wusste Carlo, er muss sich jetzt auf das Schiff schleichen und da einem schlafenden Piraten einen Beutel vom Hals schneiden. Da sind die Perlen drin. Genau, das habe ich auch gemacht. Den ganzen Teil können wir überspringen. Und mein nächster Eintrag hier ist schon der Silberschmied. Also da kommt noch ein bisschen was dazwischen, aber nichts Wesentliches mehr, oder? Oh, eine Sache ist, ich habe, wenn man nach dem Schiff weitergeht, fragt es in mich einen, will man nach rechts abbiegen in die Straße, wo dann der Silberschmied ist oder will man nach Norden am Hafen entlang gehen? Nein, das haben wir, glaube ich, bislang noch nicht gemacht. Deswegen habe ich das einmal ausprobiert und das ist eine Sackgasse. Aber auf dem Rückweg bietet es einem dann an, ob man mit den Fischerfrauen, die da sitzt, reden möchte. Und dann kommt man zum Abschnitt, wo man denen sagt, hey, die sind die folgenden Dinge, die ich suche. Ah. Können die mir helfen? Und dann schauen die sich ein bisschen ratlos um und dann sagen sie, ja, also von den meisten davon haben wir keine Ahnung, aber Hexen? Es gibt Gerüchte, dass die Hexen in der Kanalisation Ratten jagen, um die Ratten für ihre Tränke zu verwenden. Und ich so. Oh, cool. Kanalisation. Okay, ich muss irgendwo die Kanalisation finden. Dann nannte ich das zumindest schon mal in meinem Logbuch, in meinem Questlog quasi. Voll gute Info. Ja. Also das habe ich aus irgendwelchen Gründen übersehen, die Stelle. Ich weiß auch nicht, warum. Dann gehe ich weiter, kommt der Silberschmied, dann kann man da ja für 10 Gold den Pfeil kaufen. Alles gut, habe ich ja. Ich bin ja reich, gehe da einfach weiter. und dann kommt ja relativ schnell eine Stelle, wo man gesagt kriegt, dass man einen Kanaldeckel hochheben kann. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich an der vorbeigegangen bin. Ja. Die müssten wir das letzte Mal schon gesehen haben, oder nicht? Das ist nämlich tatsächlich, da war ein Denkfehler im Plan quasi. Also erst mal kommt der Junge mit dem Reifen, von dem wissen wir schon, das ist ein gemeiner Kobold, an dem gehen wir vorbei. Der Kerzenzieher, der uns nur betrügen will, da gehen wir vorbei. Und dann kommt der Silberschmied, wir kaufen den Pfeil. Und dann sagt es, möchtest du nach rechts in die Turmgasse abbiegen oder geradeaus gehen? Und wir sind letztes Mal in die Turmgasse abgebogen und sind dann später auf dieselbe Straße, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, gekommen, die es auch wäre, wenn man geradeaus geht, aber mir ist aufgefallen, dass das nicht die gleichen Abschnitte sind. Das heißt, irgendwas müsste dazwischen sein, was wir noch nicht gespielt haben. Deswegen ich, voll schlau, mit meinem Stadtplan, der mich echt viel Zeit gekostet hat, denke mir, ah, ich sollte geradeaus gehen. Da ist irgendwas, was wir noch nicht erkundet haben, glaube ich. Und das war richtig. Ja, das habe ich auch so gemacht. Nicht so planvoll wie du, ehrlich gesagt. Sondern mit Glück. Ja, das ist auch okay. Aber einfach geradeaus weitergehen, weil ich dachte, ich kenne den noch nicht. Oh, der Typ mit der Warze, hast du das einen Trank genommen? Nee, habe ich nicht. Ich auch nicht. Da kommt noch so ein Typ, der bietet ja einen Heiltrank an, aber ich brauchte gar keinen Heiltrank. Ich hatte gerade meinen ganzen Proviant gegessen quasi und der hat eine riesige Warze auf der Nase, wo so Haare raussprießen und dann dachte ich irgendwie, ich weiß nicht, der sieht nicht so gesund aus. Ja, der ist kein gutes Werbeplakat für sein eigenes Produkt. Deswegen habe ich so gesagt, nein, danke. Ja, das ist wohl wahr. Ja, ich will hier nicht Luke-Hüssen betreiben, aber warum halst du nicht erstmal deine eigenen Hautprobleme? Ja, genau. Und dann kommt aber die Stelle, wo ein Kanaldeckel im Pflaster eingelassen ist. Den kannst du dann hochheben und kannst da reingehen und dann hast du die Wahl, nach Norden oder nach Süden zu gehen. Ja. Ich bin nach Süden gegangen, weil ich dachte, das ist ja die Gegenrichtung. Also nach Norden geht es ja wahrscheinlich einfach weiter in die Richtung. Ich habe mir nicht so ein klares Gefühl von der Stadt und dachte, vielleicht komme ich nach Süden, dann komme ich wieder zurück und dann kann ich einen anderen Teil nochmal gehen oder sowas. Ich dachte, das ist ein Weg. Aber der Süden ist einfach eine Sackgasse. Aber es ist eine super Sackgasse, weil da ist so eine Art riesiger Silberfisch, so ein riesiges, riesiges Monster. Äh. Ein gigantisches Insektenmonster mit Gewandtheit 10. Oh. Alter. Verdammt. Alter. Ja. Und dann fragt das Spiel so mich, lieber Gustav, du hast doch bestimmt Glück gehabt und den Insektenreif eingesteckt. Hast du einen Insektenreif? Wicht? Und ich so, wuhh, du hast noch nie einen Insektenreif gesehen im ganzen Spiel. Wo sollst du denn den gehen? Ich habe keine Ahnung, wo der noch sein soll. Ja. Noch nie gesehen Insektenreif. Keine Ahnung. Und dann greift es mich an. Ja. Und dann hat das mich verprügelt, ey. Heimatland. Aber ich habe ja Glück und immer die Glücksproben gemacht und so und bin dann mit sechs Stärkepunkten aus dem Kampf wieder rausgekrochen. Äh. Und dann kommt man an so eine Mauer. Also ist der Tunnel zugemauert im Untergrund und an einer Stelle sind so Mauersteine raus und dann ist dadurch ein Loch entstanden. Dann fragt das Spiel einen, ob man die Hand ins Loch stecken will. Und ich denke, ey, es muss doch eine Belohnung geben für dieses Megamonster, das stärkste Monster bisher im Spiel. Da wird es ja wohl eine Belohnung geben. Also ich stecke meine Hand da rein. Also sehr taktisch gedacht von Gustav, der immer einfach so ein bisschen so ein Game-Designer-Mind hat. Hier ist bestimmt was versteckt, wenn der Kampf vorher schwer war. Greift rein, ist ein Spiegel drin. Nehme ich mit, stecke ihn ein. Das war's. Okay. Keine Ahnung. Und dann kann man nur noch umdrehen. Dann kommt man wieder an den Eingang zurück und dann fragt das Spiel einen, ob man jetzt wieder rausgehen will oder noch den Tunnel nach Norden nehmen will. Und was ist im Norden? Ratten. Ich bin direkt nach Norden gegangen. Ich habe halt einfach so 50-50, einfach so nach Gut Dünken entschieden. Gehe nach Norden und komme einem drei Ratten entgegen. Die habe ich dann ziemlich mühelos weggewämst, weil die nicht sehr stark sind. Wie ist es dir dann mit deinen sechs Stärkepunkten ergangen? Nicht so schwer, weil die können dir fast nichts tun. Ja. Ja, ich habe keinen Punkt mehr verloren. Und dann sieht man das da irgendwie oder man könnte schwören, dass man da einen huschenden Schatten gesehen hat. Will man weitergehen oder umdrehen? Hexe! Das muss die Hexe sein, weil die Hexen sind im Untergrund, bin also hinterher und dann kommt tatsächlich eine Hexe auf einen zugestürmt mit einem wirren Haar und ausgestreckten Krallenfingern und dann fragt einen das Buch, haben sie denn den Trank des Gedankenlesens dabei? Und bei dir hat es so ein Zonk-Geräusch gemacht in dem Moment, nehme ich an. Ja, genau, das war so unangenehm. Und ich dachte, verdammt, den kenne ich doch irgendwoher. Den hätte ich doch jetzt haben können, den Trank. Hatte ich halt aber nicht. Und dann greift die einen an mit so einer magischen Attacke. Das fühlt sich sehr unangenehm an. Und dann muss man eine Glücksprobe machen. Aber Glück habe ich ja noch ein bisschen, auch wenn ich ein bisschen was eingesetzt habe. Ich habe noch so neun oder so oder acht und habe dann die Glücksprobe geschafft. Und wenn man die Glücksprobe schafft, dann haut man mit dem Schwert um sich wild und trifft sie zufällig. Und dann muss ich diesen Zauberangriff abbrechen. Und dann gibt es einen ganz normalen Kampf gegen sie und die hat bloß Gewandtheit 7. Und das geht schon. Okay. Möchtest du hören, was passiert, wenn man den Trank dabei hat? Oh, bitte gern. Bevor die Hexe ihre Verwünschungen noch zu Ende sprechen kann, holst du aus deinem Rucksack die Flasche mit dem Zaubertrank hervor. Sobald du ihren Inhalt hinuntergeschüttet hast, spürst du auch schon seine Wirkung. Zwar murmelt die Alte noch immer ihre üblen Sprüche vor sich hin, doch kannst du sie jetzt nicht mehr hören. Da du dich vor ihrer Bosheit in Sicherheit weißt, ziehst du dein Schwert und trittst dir entgegen. Dann packst du sie bei ihren verfilzten Haaren und schneidest davon eine Strähne ab, während sie sich windet, nach dem Tritt und dich anspuckt. Da entdeckst du frisches Blut auf ihrem Gesicht. Wahrscheinlich konnte sie es kaum erwarten, die von dir getöteten Ratten in das Gebräu in ihrem Hexenkessel zu werfen. Trotz deines Abscheus bist du überglücklich, dass du jetzt eines der Dinge in deinem Besitz weißt, die nötig sind, um den Prinzen der Dunkelheit zu überwältigen. Du stößt die Hexe in den Abwasserkanal und wirst zurück zum Einstiegsschacht. Das ist so beiläufig quasi. Ich verstehe nur nicht, warum der Trank des Gedankenlesens meine Gedanken schützt, aber vielleicht ist das irgendwie ein Übersetzungsproblem gewesen. Wir haben ja ja generell die deutsche Variante. Genau, es ist ja am Ende wurscht, weil das Spiel sagt einem ja genau, wofür man den einsetzen muss. Aber wenn man jetzt hier eine Möglichkeit hätte, hätte ich es nicht den Trank des Gedankenlesens hier eingesetzt gegen die Hexe. Ja, aber es hilft, ja. Und man steht da irgendwie vollkommen lässig, da schneidet ihr die Haare auf den Kopf und tritt sie dann noch in den Abwasserkanal und geht wieder pfeifend, stelle ich mir das vor. So schlendert man zurück zum Ausgang und dann fragt es einen, da willst du noch nach Süden gehen? Und ich so, ach, ich glaube nicht, dass hier noch was anderes ist. Ich weiß ja, wo der Rest sich verbirgt und bin hochgekleidert und habe mir den riesigen, was war es, Silberfisch gespart. Ja, wie schlau du bist, wie effizient. Wie viel Glück. Ja, alle die schlimmen Sachen lässt du aus, während ich da rein, ich habe einen Charakter genommen, der Gustav heißt und laufe in jede Falle, die das Spiel mir stellt. Ey, und du gehst einfach, weißt du, immer so locker, das Schwert so rumwirbelnd, um den Zeigefinger, singing in the rain, einfach durch. Sehr gut. Ja, und dann kommt man wieder oben raus und dann kann man entweder weiter nach Osten gehen oder wieder zurück in die andere Richtung. Ich so, Moment mal, jetzt kann hier eigentlich nichts mehr sein, was ich noch brauche. Ich gehe zurück, weil den anderen Weg kenne ich schon. Bin dann in die Gasse gegangen und da sind dann die Sachen, die man, wie gesagt, schon kennt. Erstmal Leute, die einen alten Mann verprügeln. Ich so, guter Mann, ist ihr Problem. Das ist zwar eine nette Begegnung, aber ich kann hier nicht so richtig irgendwie groß was gewinnen insgesamt im Schnitt. Lass den also da sich weiter verprügeln lassen. Die Arme saue dann die Brücke, wo Leute irgendwie verdächtig Sachen hin und her schleppen. Ich gehe einfach weiter, dann passiert auch nichts. Man darf die einfach nicht anrufen und es kommt dann tatsächlich irgendwie dann der Zusammenlauf dieser beiden Straßen. Dann geht man automatisch nach Norden weiter und kann also den Rest der Straße gar nicht sich mehr anschauen, den man dann verpasst hat, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, was da kommt. Dann kommt der Mann, der in Ketten liegt. Den liefere ich direkt den Wachen aus, weil ich weiß, die andere Möglichkeit funktioniert nicht. Kriege ich also nochmal Gold. Dann kommt der Park, dann pflücke ich den Lotus, den Verbotenen, im Kämpf gegen Büsche und dann biege ich in die Gasse mit dem Tätowierer ab. Läuft eigentlich alles richtig gut zu dem Zeitpunkt. Was hast du gemacht nach der Hexenbegegnung? Auch nicht viel anderes. Ich habe nur noch eine Sache gemacht. Ich glaube, ich bin eine weiter gerade ausgegangen und ich bin noch bei dem Schmied vorbei, den ich letztes Mal schon beschrieben habe, wo die zwei Pferde vor der Tür stehen und wo dann so ein Schmied ist. Der bietet dir ja an, für 20 Gold den Kettenpanzer zu schmieden. Ja, aber ich weiß, dass wenn man über die Mauer springt in der Begegnung, man den wieder ablegen muss. Ja. Deswegen habe ich das mir gleich gespart. Ja, du bist ja auch so schlau. Das unterscheidet uns ja auch so. Aber ich bin da nochmal hingegangen und ich habe gedacht, ich habe das Gefühl, vielleicht muss ich nochmal gegen Trolle kämpfen, vielleicht könnte da noch irgendwas passieren. Ich nehme den sicherheitshalber nochmal mit. Ich habe ja auch eh zu viel Gold. Ich habe, glaube ich, mehr Gold, als man braucht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich gebe nicht mehr so viel Gold aus im Endkampf sozusagen. Okay. Und kaufe jetzt hier für 20 Gold den Kettenpanzer. Außerdem gibt es ja, wie ich herausgefunden habe, mehrere Wege aus der Stadt. Ich muss ja gar nicht mit dem Kletterseil da raus. Zwei. Ja. Genau zwei. Genau zwei. Und bei dem einen musst du gegen Trolle kämpfen. Ich weiß nicht. Ja, aber mit einem Kettenpanzer vielleicht. Genau. Also jedenfalls bringt er zwei Gewandtheit. Und jetzt habe ich Gewandtheit elf und bin wieder auf der Stärke meines früheren Charakters. Nur halt mit mehr Mitteleinsatz. Entweder man ist halt geschickt oder man hat halt Geld. Das ist wie im richtigen Leben. Ja, dann kann man sich das dazukaufen. Genau. Und dann bin ich da hingegangen und dann geht es ganz genauso weiter wie bei dir zum Tätowierer. Der will nochmal zehn Gold haben. Die gebe ich ihm. Konnte man da auch mit magischen Sachen bezahlen? Ich erinnere mich gar nicht. Nee, ne? Man musste Gold haben. Ich glaube, der will tatsächlich einfach zehn Gold. Da gibt es keine Alternative. Aber wenn du die nicht hast, wirst du von ihm zu einem Pfandleiher gebracht und dann kannst du noch Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen. Genau. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach dem die zehn Gold gegeben. Danach noch. Also gar nicht so schlecht, finde ich. Und Gewandtheit elf und die Stärke habe ich auch wieder aufgerüstet. Proviant ist fast alle. Und jetzt habe ich aber auch das Tattoo. So, jetzt habe ich alles. Ja. Lotusblüte, Hexenhaar, die Perlen und die Tätowierung. Und den Silberpfeil. Und den Silberpfeil, genau. Und ich auch so check, 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 check. Super. Die Trollen kommen mir entgegen. Ich kletter auf den Baum. Ich springe rüber. Ich verliere eine Gewandtheit, weil ich mein Schild fallen lassen muss. Das kacke. Aber besser als nix. und habe mein Kletterseil, seile mich also ab. Dann ist man draußen und bei dem Abschnitt, weil es dann letztes Mal hieß, du hast nicht alles, damit hast du verloren, kann ich jetzt sagen, doch, ich habe alles. Und dann reist man weiter und dann gibt es die beste Nachricht des ganzen Buchs. Ich weiß nicht, hast du die noch gekriegt? Nee, ich habe jetzt hier aufgehört, als ich dann über die Mauer war. Okay. Ich habe nicht mehr lang weitergespielt mit dem Charakter, bevor der verendet ist. Deswegen würde ich dir das gerne kurz mitteilen, was als nächstes passiert, damit du dich drauf freuen kannst. Also es ist eigentlich ganz nett, man reist dann weiter, man weiß ja, wo man hin muss und der Weg ist ganz angenehm und die Vögelchen singen und man macht Nachtlager und man kocht sich was Nettes aus Kaninchenfleisch und Pilzen, kriegt zwei Stärkepunkte dazu. Dann bastelt man sich einen Bogen, damit man den Silberpfeil auch abschießen kann. Und dann, während man mit diesem Bogen noch ein bisschen rumspielt, kommt eine Taube an, die hat ein Papierböllchen am Bein. Und da steht drauf, lieber Freund, ich fürchte, ich werde allmählich zu alt, um noch irgendjemandem nützlich zu sein. Es tut mir leid, dass ich dir hinsichtlich der Dinge, die du brauchst, um San Barbone zu töten, etwas Falsches gesagt habe. Du darfst nur zwei der drei Bestandteile, die ich dir genannt habe, nehmen, aber ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, welche beiden. Ich kann dir nur den Vorschlag machen, entweder Hexenhaar und Schwarze Perlen oder Hexenhaar und Lotusblüte oder Schwarze Perlen und Lotusblüte zusammen auszuprobieren. Verzeih mir, viel Glück, N. Ah! In meinen Notizen steht hier tatsächlich Ah! Ausrufungszeichen unterstrichen. Oh, was für eine Schweinerei. Dieser blöde Arsch. Und vor allen Dingen, oh ja, ich kann dir nur vorschlagen, diese folgenden drei Kombinationen auszuprobieren, die die einzigen drei Kombinationen sind, die man daraus machen kann. Ja, danke, dass das nochmal gesagt hat, weil da wären wir ja nicht drauf gekommen. Ja, Dex geht dann weiter, du knüllst den Zettel zusammen, wirfst ihn zu Boden und Fluss. Das ist eine ziemlich gute Beschreibung von dem, was ich machen möchte. Das passt schon. Boah! Und dann steht hier, du triffst schon deine Wahl, du zerreibst die Sachen zu einem Pulver und packst den Beutel. Aber du musst hier tatsächlich noch nicht entscheiden, was du in deinen Beutel packst, sondern das wird dann wohl später. Dein Charakter hat das schon entschieden eigentlich an der Stelle. Also du musst es noch nicht aufschreiben oder noch nicht überlegen. Okay, aber boah, das ist ja fies. Ja. Dann ist ja eigentlich jetzt hier entschieden, ob du tot bist oder nicht. Eigentlich. Ja, weil, ob du es noch schaffen kannst oder nicht, weil dann sind doch zwei von drei Kombinationen falsch. Quasi. Aber du musst dich hier noch nicht festlegen. Ich nehme an, dass das dann später abgefragt wird. Aber es wird halt hier erzählt, dass du das Pulver schon bereit machst und nicht halt noch mit Perlen und Hexenhase in Rohzustand unterwegs bist. Okay, ja, gut. Und dann reist man weiter und alles wird finsterer. Jetzt sind die Bäume auf einmal verkrüppelt und die Vögel singen nicht mehr. Offenbar näherst du dich dem Reich des Prinzen der Dunkelheit. Und dann springt dich ein Monster an und du würfelst mit dem W6, um zu entscheiden, was es ist. Das kann ein Ork, eine Riesenschlange, ein Wolf, eine Pygmäe, ein Affenmensch und ein Höhlentroll sein. Wow. Und ich würfel eine 5. Das ist ein Affenmensch, der hat Gewandtheit 7 und Stärke 6. Ich prügel mich mit dem, ich schaffe es, den zu besiegen. Und der nächste Abschnitt fragt es, hast du gegen einen Affenmensch gekämpft oder gegen ein anderes Monster? Und ich so, wo geht's? Zufall? Ich habe gegen Affenmensch gekämpft. Und dann sagt es dir, du findest in der todesschlaffen Hand des Affenmenschen einen kleinen Anhänger in Form einer Eule, der es dir erlaubt, im Dunkeln zu sehen und nimmst den mit. Wow. Also ein Sechstel Chance, dass man im Dunkeln sehen kann. Exakt. Ich meine, ich habe auch eine Lampe. Ich weiß es nicht. Ich dachte, die würde auch diesen Zweck erfüllen, dass man im Dunkeln sehen kann. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Und dann geht's weiter und man kommt dann als nächstes zu zwei Wächtern vor der Festung von Zan Barbonen, dem Prinzen der Dunkelheit. Und das sind zwei Mondhunde, wir erinnern uns. Die terrorisieren gerade das Silvertunnel jene Nacht. Und vorsichtig gesagt, die sind gar nicht so schwach. Moment. Der eine hat Gewandtheit 9 und Stärke 10 und der andere hat Gewandtheit 11 und Stärke 9. Oh, 11. Ja, und ich habe zu dem Zeitpunkt nur noch Gewandtheit 8, weil ich einen Punkt verloren habe, als ich über die Mauer geklettert bin mit meinem Schild. Das heißt, das wird jetzt ein sehr langer und sehr zäher Kampf, wo ich auch all mein Glück einsetze und am Ende von diesen Mondhunden in kleine Stückchen gerissen werde. Nicht Ich würfel neuen Charakter aus. Otto, der Verzweifelte, heißt er. Und er startet mit 10 Gewandtheit, mit 22 Stärke und mit 8 Glück. Und er läuft also dahin. Hallo, ich will hier Diebesgut verkaufen. Ist verflucht, lassen Sie mich durch. Ich will keinen Tipp. Ich gehe geradeaus. Ich kaufe mir Kräuter. Ich gehe nicht in die Kneipe. Ich gehe nicht zu dem Haus mit dem Hund. Dann gehe ich geradeaus. Dann klaut mir jemand Gold. Was soll's? Ich gehe in den Laden. Ich kaufe diesmal alles, was man kaufen kann. Dann gehe ich weiter und dann gehe ich unter die Brücke und dann rede ich mit Nicodemus und dann sage ich ihm, bist du dir sicher? Bist du dir ganz sicher, dass ich das alles brauche? Und Nicodemus so, was? Also natürlich, der Text ist einfach der gleiche, aber in meinem Kopf hat es sich so abgespielt. Und dann ist Otto halt weitergegangen, ist erstmal rechts, ist an dem Haus mit dem Blumentopf und den zänklischen Alten vorbeigegangen, ist zu den Cricks, hat wieder Glück gehabt, hat wieder den Trank bekommen, dann ist er in die andere Richtung, ist auf das Schilf, hat sich die Perlen geholt, dann ist er nach Norden, aber abgebogen, bevor er zu den Fischerfrauen kommt und ist zum Silberschmied. Also wir haben jetzt auch schon übersprungen, ich bin der Kutsche einfach direkt aus dem Weg gegangen, ich bin an Bettlern vorbeigelaufen und sonst irgendwas und danach ignoriere ich den Jungen, der eigentlich ein Kobold ist und sonst irgendwas alles. Lauf dann bis zu der Stelle, wo der Zugang zur Kanalisation ist, geh runter, geh nach Norden, töte drei Ratten, trink wieder den Trank, wenn mir die Hexe entgegenkommt, trete sie ins Abwasser mit Genuss, während ich ihr die Haare vom Kopf schneide, geh in den Park, um mir den Lotus zu besorgen und geh auch wieder an dem Obststand vorbei und bin froh, dass ich das mache, weil sonst hätte ich das verpasst. Geh zum Tätowierer, lass mich dann wieder aus der Stadt werfen und dann kommt wieder die Stelle mit, du brauchst tatsächlich nur zwei von den drei Sachen und dann kommt der Kampf, diesmal würfel ich was anderes aus und nicht den Affenmenschen und kriege tatsächlich dann das Amulett nicht und komme dann zum Torum. Und dann bin ich auch nicht viel weiter gekommen mit Otto, dem Verzweifelten und habe mir dann einen dritten Charakter erstellt, der hieß dann, Moment, lass mich kurz nachschauen, Edelbert, der Endgültige und mit dem habe ich vor, den letzten Run zu machen. Deswegen habe ich ihn schon so genannt. Willst du noch wissen, was meine Begegnungen im Turm waren oder sparen wir uns das dann fürs große Finale? Nee, das sparen wir uns fürs nächste Mal. Ja, es war auch nicht mehr viel. Wir spielen das jetzt nächstes Mal auf jeden Fall durch. Da gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr und wir machen auch die Abschlussbesprechung und die Abschlussanalyse und unsere Bewertung dieses Projekts oder dieses Buches beim nächsten Mal. Ja, also ich gebe zu, ich habe bei diesem Durchgang war ich schon mehrfach versucht, vor Wut ins Buch zu beißen. Dabei sah es alles so gut aus bei dir. Bis allen fallen ausgewichen und so. Und dann kamen die scheiß Mondhunde und ich stand eigentlich ganz gut da. Ich hatte, glaube ich, volle Stärke, nachdem ich die Kanichi gegessen habe. Ich habe zwischendurch dann auch irgendwie eine Ration noch gegessen. Ich hatte nur halt keine besonders gute Gewandtheit. Aber das Buch behauptet ja, dass man keine Idealwerte braucht, um es durch das Spiel durchzuschaffen. Aber diese Scheiß-Mondhunde sind echt eine harte Nuss. Die haben insgesamt so viele Lebenspunkte, also 21, wie du überdurchschnittlich hast, wenn du gut würfelst bei deiner Stärke. Der eine hat 10 und der andere hat 11, Gewandtheit. Also die meisten meiner Helden konnten davon nur träumen. Wie willst du die denn schaffen? Und da ist keine Option, hast du diesen Gegenstand dabei, dann kannst du den einen schon schneller ausschalten oder sowas. Nein, das ist straight up einfach nur ein Kampf. Erst gegen den einen, dann gegen den anderen Mondhund. Und da bin ich also wirklich volle Kanne tödlich reingelaufen. Ich meine, Otto, der Verzweifelte, hat die Mondhunde dann geschafft. Aber auch richtig, nur so ganz knapp. Der ist da keuchend und ächzend, ohne Glück, wieder rausgelaufen im Grunde. Oder nur noch mit sechs Glück, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das schaffen willst mit unterdurchschnittlichen Werten. Das geht nicht, oder? Nee. Also, das ist ja echt hart. Aber das ist ja ein Fake. Man kann die ja nicht umgehen. Nee, die sind auf jeden Fall da. Das ist der nächste Abschnitt, nachdem du diesen einen Kampf gemacht hast. Also mit dem Affenmenschen oder dem anderen Monster. Und ich weiß nicht, oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Kann man Rationen auch mitten im Kampf essen? Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich dachte zwischen den Kämpfen. Genau. Ich glaube, es steht irgendwo explizit, dass du es nicht im Kampf zu dir nehmen kannst. Dann wäre es natürlich kein Problem. Dann könntest du ja immer wieder noch Stärkepunkte nachtanken, weil ich, glaube ich, mit irgendwie acht Rationen dort angekommen bin. Und jede davon ist vier Stärkepunkte. Also, es war eine Würfelorgie voller Frust, sag ich mal. Das ist doch alles fake, ey. Ja, das ist fake. Ja, das ist echt gemein. Aber wo es nicht fake ist, es gibt, glaube ich, genau einen Weg. Ja, das scheint so. Ich meine, den haben wir jetzt raus. Den ersten Teil der Stadt kann man ja rechts, links geradeaus gehen. Das macht nicht so einen großen Unterschied. Höchstens in dem, was du an Gold und ein paar kleinen Gegenständen dabei hast. Oh, ich habe dann kleiner Spoiler für das nächste Mal. Ich habe dann noch festgestellt, dass ein Gegenstand, den ich für totalen Tinnif hielt, in dem Turm wichtig sein kann, aber auch eh nur, wenn man eine blöde Entscheidung trifft. Also, es kann schon sein, dass man im Turm noch Gegenstände aus Port Blackstone braucht. Ja. Ah, okay. Aber wie gesagt, im Grunde nur, wenn du blöde Entscheidungen triffst. Okay, okay, gut. Ja gut, dann schauen wir mal. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das Spiel ist so gebaut, dass man jetzt hier gar nicht mehr sowas braucht. Aber who knows. Aber es ist schon ganz schön hart, dass es halt ein Nadelöhr gibt durch den schweren Kampf. Ja. Ich finde auch, an so einem Buch ist das ja das Uninteressanteste, dass du diese Kämpfe da machst, diese Würfelkämpfe. Ja, da sitzt eine Viertelstunde und würfelst diese Mondhunde zu Tode. Ja, das ist echt gemein. Na gut, da muss ich auch noch hin. Mein jetziger Charakter schafft das noch, ohne dass ich da nochmal neu anfangen muss. Aber wer weiß. Wer weiß. Ich kann dir sagen, ich war sehr, sehr, sehr versucht, unsere selbst auferlegten Regeln zu brechen, nachdem ich an den Mondhunden gestorben bin. Ich muss jetzt wirklich, wirklich das Ganze nochmal spielen. Ich war brav, ich hab's gemacht. Ich habe viel meiner Lebenszeit diesen arbiträren Regeln, die wir aufgestellt haben, geopfert. Ja, ich will aber auch eigentlich, also ich fände es jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt nochmal sterbe. Es gibt ja noch ein paar Stellen, wo wir noch gar nicht waren im Buch, in Point Black sind. Und die will ich eigentlich schon nochmal gesehen haben. Ja. Das ist vielleicht noch sowas, dass ich für das nächste Mal, also ich versuche jetzt einen Run zu machen, der zum Erfolg führt. Und dann vielleicht tatsächlich, wenn ich es dann einmal ehrlich geschafft habe, einfach die Abzweigungen, die ich noch nicht erkundet habe, und ich habe ja alles in meinem Stadtplan und sowas kartiert, einfach gucken, was da noch gewesen wäre, ob da was Lustiges ist. Genau. Ich finde es schon nett, dass wir dann hinterher das Buch so komplett erforscht haben. Dass man es dann sozusagen zufällig an einer Stelle aufschlagen könnte, und man würde wissen, was das für eine Stelle ist und nicht denken, wow, was ist denn hier los? Ein Zombie. Ja. Gut, dann vielen Dank für die Erzählung und die viele Mühe. Und dann hören wir uns nächstes Mal zur Auflösung. Ja, hoffentlich. Wenn wir die nächste Folge dann anfangen mit Ich habe es immer noch nicht geschafft, dann kann man so die kleinste Geige der Welt einspielen. Ja, genau. Ja. Aber es war mir wieder eine Freude, unseren gemeinsamen Frust und unsere Verwirrung und dann den Triumph, wiederum dann den Frustende zu teilen hier im Gespräch. Ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Hallo, Mairi. Hallo, Gunnar. Da sind wir wieder. Und das letzte Mal wahrscheinlich. Das letzte Mal, genau. Ich habe es nämlich durch und du ja wahrscheinlich ohnehin. Ja, tatsächlich. Ich war kurz vor dem Ende und ich habe es dann auch wirklich durchgeschafft mit meinem letzten Charakter. Mit meinem letzten Charakter. Ich habe noch ein paar Charaktere gebraucht auf dem Weg. Ich musste noch drei, vier Mal neu auswürfeln. Bin aber auch dann echt so weit gegangen dabei, so ein bisschen zu tricksen, als ich dann einen Charakter mit Gewandtheit 8 hatte, glaube ich. Ja. Dann habe ich halt gesagt, okay, der stirbt sofort auf dem Weg und ich gehe schon mal zum Nächsten über. Weil tatsächlich ist es nicht zu lösen ohne einen starken Charakter. Aber da kommen wir noch ein bisschen hin später. Das erzählen wir nachher, glaube ich. Ja. Lass mich mal ganz kurz einsteigen. Du hattest ja schon gesagt, wo du bist. Du warst ja schon weiter als ich, aus der Stadt raus, schon auf dem Weg zu Sundar Bone und da auch schon die ersten Kämpfe bestritten auf dem Weg. Ich war mit der Stadt noch nicht durch. Genau. Ich habe einen Affenmenschen bekämpft und von seiner Leiche ein kleines Amulett in Form einer Eule abgenommen. Und dann bin ich weitergegangen und bin auf zwei Mondhunde gestoßen und die haben mich zerfleischt. Das war nicht mehr schön. Das ist echt nicht so schön. Also ich hatte letztes Mal erzählt, dass ich das Hexenhaar hatte von der Hexe, dass ich mit dem Zufallskampf gewonnen habe. Da war ich zuletzt in meinem Spiel. Dann habe ich jetzt noch die Lotusbüte geholt. Das war nicht so schwer. Und in der Tat, ich habe es doch mal angeschaut, das, was wir letztes Mal kurz besprochen haben. Der Weg von der Lotusbüte zum Tätowierer ist nur ein, zwei Stationen lang. Also es kommt direkt hintereinander. Und auf dem Weg dahin kommt man in eine Straße und da ist ein junger Mann, der einem Obst verkauft und eine Gasse. Und wenn man das Obst kauft, geht man an der Gasse vorbei und kommt nicht mehr zur Gasse zurück. Ja, das habe ich im Nachhinein auch nochmal überprüft. Und es ist so, was? Warum? Warum wurde diese Entscheidung getroffen? Du hast damit verloren. Ja, da kannst du das Spiel verlieren an dieser Stelle, weil danach kommst du sofort zu den Trollen, die den Ausgang zur Stadt überwachen. Also es hat mich jetzt echt im Nachhinein nochmal richtig geärgert, dass das so ist. Das ist ja richtig unfair. Naja, und dann bin ich zu den Trollen gegangen und da hatte ich jetzt ein bisschen Angst, weil du hattest ja mich nochmal darauf hingewiesen, was ich völlig vergessen hatte, wenn ich über die Stadtmauer klette, um den Trollen auszuweichen, dass ich dann mein Kettenhemd verliere. Und das hat mir ja gerade erst frisch zwei Gewandtheitspunkte gebracht, die würde ich gerne behalten. Also habe ich gedacht, komm, notfalls kämpfst du halt gegen die Trolle, was kann schon schief gehen. Dann gehe ich zu den Trollen und dann habe ich keinen Pass und dann fragen die mich, was ich mache und dann habe ich zwei Möglichkeiten zu antworten. Die stellen mir nämlich eine Falle im Gespräch. Die sagen, na, bist du auch einer von denen, der in der Pfeffergasse Gewürze verkauft? Und dann sage ich, nee, ich bin einer, der am Markt Dolche verkauft. Und dann sagen sie, ist okay und bringen mich einfach raus, ohne Gewandtheitspunkteverlust aus der Stadt raus. Das heißt, dann bin ich aus der Stadt rausgegangen, im Zenit meiner Macht. Mit Gewandtheit 11, Kettenhemd glitzernd an, ja, das Schwert noch da, noch acht Proviant über oder sieben, das leuchtende Tattoo auf der Stirn, ja, alles gut. Kommen dahin, dann kommt der erste Kampf, wo man würfeln muss, wo du den Affenmenschen gewürfelt hast, dann würfel ich einen Wolf mit Gewandtheit 5. Ich lache ihn nur an, kämpfe gar nicht erst. Läuft schon lecker, wenn er mich nur sieht. Und dann kommen die Mondhunde und dann verliere ich den Kampf gegen die Mondhunde. Oh. Verliere schon beim ersten zwölf Stärkepunkte. Beim ersten Mondhund, der zwei Punkte schwächer ist als ich, habe ich schon zwölf Punkte verloren und dann hat mich der zweite tot gebissen. Ja, und das war's mit meinem Superhelden, mit dem ich jetzt gedacht habe, ich komme durch. Das hat mich jetzt echt schwer zurückgeworfen, ehrlich gesagt, an der Stelle. Der Kampf ist echt hart, ja. Also, der Stärkere von beiden hat Gewandtheit 11 und der andere 9. Das heißt, um den realistisch gewinnen zu können, musst du eigentlich Gewandtheit 11 haben. Mit 10 kannst du es schaffen, mit 9 fast nicht, meines Erachtens. Die haben auch zusammen 20 Stärkepunkte. Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, du hättest 10, dann ist die Gewinnchance schon nur 50-50. Ja, und das ist ja echt mal, das ist ein richtig hartes Gate, wie man im Game Design nennt, ja. Also so eine Schleuse an der Stelle, da kommst du nur weiter, wenn du halt gut würfelst. Und wenn nicht, und du fair spielst, so wie wir, dann musst du halt ja noch mal an den Anfang zurückgehen und das war schon ganz schön blöd. Dann habe ich sofort einen Helden mit Gewandtheit 7 gewürfelt. Hat der es aus der Stadt rausgeschafft? Den habe ich dann Morituro genannt, den Todgeweihten. Der hat es auch nicht aus der Stadt rausgeschafft. Ich habe mir auch nicht so viel Mühe gegeben irgendwie. Und beim nächsten Mal war ich dann wieder auf Gewandtheit 10, glaube ich. Oder, na weiß ich nicht mehr genau, 10, glaube ich. Und dann habe ich ihn Kaliban genannt, weil ich dann dachte, das ist mein Held, mit dem ich es schaffe. Durch das Kettenhemd kann man ja zwei Gewandtheitspunkte dazukriegen. Also hat man dann eine gute Chance so. Aber das Kettenhemd braucht man eigentlich, glaube ich, für diesen Weg. Also diese zwei Gewandtheitspunkte kannst du fast nicht darauf verzichten, wenn du gegen die Mondtunde kämpfen willst. Also ich kann dir verraten, dass ich es ohne geschafft habe, aber es war sehr viel Würfelglück da mit im Spiel, muss ich zugeben. Ja, genau. Wenn man das ein bisschen minimieren will, die Abhängigkeit vom Würfelglück, dann muss man eigentlich mit Gewandtheit 11 oder vielleicht sogar 12 da reingehen. Das heißt, man braucht am Anfang eine stabile Grundlage und muss dann hinterher noch so zwei Punkte, vielleicht glaube man kann noch irgendwo einen Punkt holen, oder? Also drei Gewandtheitspunkte aus der Stadt mit rausnehmen. Auf jeden Fall, dass du nicht irgendwie dein Schwert verlieren, weil ich glaube, das waren zwei Gewandtheitspunkte, die man verliert, wenn man in diese Situation kommt, wo sie dich erpressen und dann mit Pfeilen auf dich schießen und du dich danach heilen lassen musst. Genau. Wenn du über die Mauer kletterst am Ende, wo du dein Kettenhemd fallen lassen musst, da verlierst du auch einen Gewandtheitspunkt vor purem Schreck, weil du dann dein Schild wegwirfst. Also das geht alles nicht. Gewandtheit musst du ausoptimieren, würde ich sagen. Also wenn du darauf verzichtest, dann brauchst du am Ende zu viel Glück. Das geht nicht. Naja, gut. Also jetzt bin ich nochmal hin und hab dann auch die Mondhunde besiegt. Also ich hatte auch noch genug Proviant und so und kann mich dann ja quasi unbegrenzt heilen mit dem Proviant, weil du fängst ja mit zehn Proviant an und ein Proviantstück bringt vier Stärkepunkte zurück. Aber der Mondhundekampf, das sind halt zwei und du kannst dich dazwischen nicht heilen. Also weil das gilt dann als Kampf, so wie ich das verstanden habe aus den Regeln und dann kannst du halt dazwischen keine Tränke und kein Proviant einsetzen und das ist halt dann doof. Also du musst richtig durch diesen Kampf durch. Habe ich da geschafft. Dann nach dem Kampf gegen die Hunde kommt man dann tatsächlich an eine Tür. Also wir nähern uns richtig dem Finale, würde ich jetzt sagen. Und da kann man die Tür aufmachen, wenn man einen Passepartout hat. Wir erinnern uns, ich hatte in meinem allerersten Durchgang einen Passepartout bekommen, weil ich durch die Schlossergasse gegangen war. Ich bin aber in allen weiteren Durchgängen da nicht mehr lang gegangen und habe jetzt also keinen Passepartout. Dann kann ich einfach die Tür einschlagen oder an der Glocke läuten. Okay. Was hast du gemacht? Ich habe einfach geläutet und dann öffnet die Tür ein bleichhäutiger Mann in einer Bedienstetenuniform, dessen Augen auffallend dunkel und eingefallen sind. Ich habe noch nie eingefallene Augen gesehen, aber gut, eingefallene Augenhöhlen vielleicht. Und dann kann ich dem sagen, dass ich ein Reisender sei, der sich verirrt hat oder ich kann ihn einfach angreifen. Was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe den einfach angegriffen. Genau. Und die Stelle würde ich ganz gern kurz vorlesen. Okay. Du stößt den Mann zurück, ziehst dein Schwert und borst es ihm durch den Leib. Doch zu deiner Verblüffung scheint es ihm nicht das Geringste auszumachen. Er kommt langsam auf dich zu und versucht, deine Haut mit seinen Knochen dürren Händen zu berühren. Er packt dich am Arm. Es gelingt dir, ihn wegzustoßen. Dort, wo er dich angefasst hat, hat er einen wie ein Brandmahl aussehenden Abdruck hinterlassen, der den ekelhaften Gestank von faulendem Fleisch verströmt. Du verlierst zwei Stärkepunkte. Erst jetzt wird dir klar, dass vor dir ein Geisterjäger steht. Einer von Zanbar bei uns ergebenden Dienern. Als er erneut mit ausgestreckten Händen auf dich zukommt, versuchst du dir eilig ins Gedächtnis zu rufen, was du zu tun hast. Wirst du einen silbernen Pfeil schießen, ihm deinen Spiegel vorhalten oder ihm deinen Eisring entgegenschleudern? Hattest du einen Spiegel oder einen Eisring in dem Durchgang? Ja. Oh. Nee, in dem Durchgang nicht. Nee, das stimmt. In dem Durchgang hatte ich keinen. Der Held mit dem Spiegel, der ist ja an den Mondhunden gestorben. Und danach habe ich den Spiegel nicht nochmal geholt, weil für den Spiegel musst du einen Kampf machen gegen Gewandtheit 10 mit dem Insektenwesen, das bei der Hexe wohnt. Und da hatte ich ja also keinen Spiegel und den Eisring hatte ich auch nicht, den habe ich nie gekauft. Dann habe ich meinen Pfeil auf ihn geschossen. Und das war so ein bisschen eine komische Entscheidung, weil das Spiel sagt einem nicht deutlich, ob dann der Pfeil weg ist. Das ist ja der Pfeil, den ich für den Endkampf brauche. Ich nehme mal an, dass ich den hier einfach mehrfach einsetzen kann und den im Endkampf auch nochmal benutzen kann. Und dann ist es aber sofort vorbei. Also dann ist er halt sofort tot. Okay. Also ich kann ja mal kurz erzählen an derselben Stelle, ich habe dann Otto den Verzweifelten gewürfelt, der hat 10 Geschicklichkeit und mit dem habe ich es aus der Stadt raus geschafft und knapp durch den Kampf mit den verdammten Mondhunden. Ich bin dann mit irgendwie 10 Stärke am Ende rausgegangen aus der Sache, aber ich hatte noch Proviant. Und dann habe ich einfach versucht, die Tür aufzubrechen. Ja, auch gut. Oder sie einzurennen. Und was passiert ist, man nimmt Schaden und steht dann vor demselben Typen, der einen fragt, was zur Hölle man da macht. Ich habe ihn angelogen und habe gesagt, ich habe mich verirrt. Ich bin ein einsamer Wanderer, der Unterschlupf sucht und deswegen habe ich hier ihre Tür aufgebrochen. Und das nimmt er einem ab. Oh. Ja, also der weist dir dein Zimmer zu und dann kannst du tatsächlich dich da in das Zimmerchen begeben und dann gibt es dir zur Auswahl, möchtest du jetzt die Nacht da pennen oder möchtest du den Turm erkunden? Und dann hast du natürlich gesagt, was kann schon schaden? Ich schlafe da. Nein, ich habe gesagt, ich erkunde den Turm. Ich habe ganz am Ende, als ich durch war, mir halt noch eine ganze Reihe von den Alternativen angeschaut und es war auch richtig, den Turm zu erkunden. Und ich glaube, dann ist man am selben Punkt wieder und schleicht sich da durch Sunbar-Bones-Turm. Genau. Ich bin an die Stelle auch noch gekommen, einfach indem ich die Wendeltreppe hochgegangen bin. Wir kommen jetzt in so einen Raum, offensichtlich so ein großer Raum, wo so Porträts übel aussehender Männer und Frauen an den Wänden hängen. Finde ich auch gut. Übel aussehende Männer und zwei eiserne Schilde und dann kann ich die Schilde anfassen. Einer hat einen Turm, einer hat einen Einhorn oder ich kann die Wendeltreppe hochgehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat mich diese Wendeltreppe dann da sofort zu derselben Stelle geführt, zu der du gekommen bist, nur halt mit dem Geisterjäger. Genau. Und ich habe keine Schilde angrabbeln können. Hast du nicht? Nee. Ah, interessant. Das habe ich nicht gemacht, hier bin ich weitergegangen, aber ich habe das dann nach Durchspielen nochmal geschaut und ich sage mal so, mach mal nicht. Fass die mal nicht an. Bei einem verlebt man gleich einen Gewandheitspunkt und beim anderen verlebt man einen Gewandheitspunkt und vier Stärkepunkte. Au. Also, nee, Entschuldigung, bei dem einen gewinnt man einen Gewandheitspunkt und bei dem einen verlebt man einen, also Zufall. Okay. Also das ist auf jeden Fall zu risikoreich, wieder so eine Zufallschance da zu haben. Und wenn du halt aber einfach die Treppe hochgehst und ich fand das auch logisch, jetzt diese Wendeltreppe hochzugehen, weil das ist sicherlich der Turm, in dem er wohnt, also wahrscheinlich dann oben. Wenn du da weitergehst, dann kommst du halt, wie gesagt, dann dahin, wo du auch warst. Und jetzt kommen wir halt auf die Turmerkundung und der Turm hat drei Stockwerke, wenn ich das richtig sehe. Jedes Mal kommt man an ein Stockwerk und dann sagt es, hier ist eine Tür, willst du es aufmachen oder hochgehen? Tür aufmachen, hochgehen, Tür aufmachen, hochgehen, bis man ganz oben, bis man auf dem Dach ist. Und ich habe gar keine Tür aufgemacht. Hast du die Türen aufgemacht? Ja. Also ich meine, ich kann jetzt Ottos trauriges Schicksal zu Ende erzählen. Ich habe direkt die Tür im zweiten Stock aufgemacht und dahinter ist eine bleiche Frau, die mich zu sich lockt und dann wird abgefragt, ob man Knoblauch dabei hat oder nicht. Und wir erinnern uns, man konnte, glaube ich, wenn man den Kobold erschlagen hat, der sich als ein hungriges Kind ausgibt, bekommt man Knoblauch und Knöchelchen. Ja. Also dieser Held ist nicht nach dem Kobold vorbeigekommen beziehungsweise hat den ignoriert und hatte deswegen keinen Knoblauch und dann bist du sofort tot. Also du wirst zum Vampir gemacht und bist danach ein untoter Diener in San Barbones Armee. Ende. Und ich... Ich habe es bis hierhin geschafft. Es war echt anstrengend. Verdammte Scheiße. Okay. Habe einen neuen Charakter ausgewürfelt und zu meiner großen Freude tatsächlich Gewandtheit zwölf erwürfelt. Oh, na. Dafür nur Stärke 16. Boah, das kannst du ja mal ausgleichen, oder? Ja, ja. Aber man kann ja genügend Sachen zwischendurch essen. Ja. Und dann bin ich halt nochmal aufgebrochen mit Edelbärt, dem Endgültigen. Ja, das Übliche. Und dann bin ich fröhlich durch diesen Turm. Also ich bin wieder exakt denselben Weg gegangen. Also ich bin danach immer geradeaus durch die Stadt gegangen, habe immer die Diebe bekämpft und habe alles genauso gemacht wie vorher und habe immer gebibbert, ob ich ausreichend Glück würfle, wenn ich irgendwie an bestimmten Stellen bin. Aber ich habe es da durchgeschafft, bin aus der Stadt raus. Ich habe nicht den tollen Umweg gemacht wie du, die Wachen anzulügen und rauszukommen mit meiner Ausrüstung. Das heißt, ich hatte dann nur noch Gewandtheit elf, als ich bei San Babon ankam. Aber du bist direkt aufs Dach hoch. Genau. Da kommen noch zwei Stockwerke. Ich habe aber keins aufgemacht und bin dann gleich aufs Dach hoch. Und das ist meines Erachtens auch der richtige Weg, jedenfalls, wenn man sterben will. Weil das führt einen dann, wenn ich das richtig verstanden habe, in eine Sackgasse. Aber es ist ganz cool. Also ich gehe halt aufs Dach, und gucke da so rum auf dem Dach vom Turm und dann kommen da zwei Todesfalken. Die können da aber nichts. Sie heißen zwar Todesfalken, aber eigentlich können das gar nichts Falken. Die haben nämlich Stärke vier. Und dann flatsche ich die da so mit der Rückhand aus dem Himmel und dann stehe ich da kurz rum und dann zerstoße ich aus Versehen ein Glasgefäß, das da rumsteht. Und dann zerbricht das. Dann ist da ein Männchen drin. Ein kleines Männchen. Und dann freut sich das, dass ich es befreit habe. Und das ist voll dankbar. Und dann will es seine Dankbarkeit auch zeigen. Dann kann ich es bitten, mich zu heilen. Oder ich kann es fragen, wo denn Sunbar Bone ist. Und ich habe mich nicht geheilt. Kann ich auch so schaffen. Danke, da brauche ich kein Männchen für. Aber Sunbar Bone, das ist eine wichtige Info. Dann sagt es mir, der ist im vierten Stock, also ein Stockwerk unter dem Dach, hinter der schwarzen Tür. Und das ist ja eine sehr wertvolle Info. Was es mir nicht gesagt hat, ist, geh da mal in die schwarze Tür, aber mach vorher die weiße Tür auf. Weil sonst bist du tot. Das hat es mir nicht gesagt. Also, mei, bin ich halt diesem Ratschlag gefolgt und habe die schwarze Tür aufgemacht. Das ist dann auch tatsächlich die richtige Tür. Das ist die Tür, wo Sunbar Bone wohnt. Ich öffne die Tür und trete einen mit makaberen Gegenständen Gemälden eingerichteten Raum. Vor einem mit einem schwarzen Tuch bedeckten Tisch sitzt eine schwarze Katze. An der Stirnwand brennen rechts und links von einem Spiegel zwei schwarze Kerzen. Auf dem Tisch liegt ein offenes Kästchen, dem sich ein goldener Totenschädel befindet. Was wirst du tun? Zum Kästchen gehen, die Tür schließen und die weiße Tür öffnen. Das wäre eine gute Idee gewesen. Und die Tür schließen und wieder weggehen. Also, man kann hier tatsächlich noch mal zurück. Man kann auch noch mal aufs Dach zurück und dann wieder zurück. Also, ich glaube, du kannst sogar nur nach oben. Also, da steht die Wendeltreppe zum nächsten Stockwerk empor klettern. Genau, du kannst nicht runter. Genau, du kannst jetzt wieder nach oben gehen. Da kommst du theoretisch noch mal aufs Dach und dann kannst du ja wahrscheinlich noch mal wieder runtergehen. Ich bin einfach zum Kästchen gegangen, weil ich weiß ja, ja, dass hier Sunbar Bone wohnt. Ja, ich bin ja jetzt hier richtig. Ich muss ja jetzt wahrscheinlich nur das Kästchen zerstören oder so. Dann fragt das Spiel hintertückisch, ob ich den Ring des goldenen Auges habe. Und du so, was ist der Ring des goldenen Auges? Naja, hab ich noch nie von gehört. In meinem ganzen Leben nicht. Wo soll ich denn jetzt sowas her haben? Und dann sagt es, naja, Pech halt, ne? Und dann bin ich tot. Dann löst sich das Kästchen in Luft auf. Hinter meinem Rücken ertönt hämisches Gelächter. Im Spiegel erblicke ich ein abscheuliches, in schwarze Gewänder gehülltes Skelett mit blitzenden Augen. Das ist Sunbar Bone. Der fasst mich an. Und dann bin ich tot. Und richtig tot. Zack, ich bin einer seiner halbtoten Diener. So, blöd, wa? Wäre besser gewesen, hätte den Ring gehabt. Ja. Boah, ey. Ja. Also ich wusste jetzt ja, zweiter Stock ist schlecht. Du wusstest, schwarze Tür ist schlecht. Ich habe Edelbert, den Endgültigen, losgeschickt. Und der hat es auch problemlos durch die Stadt geschafft. Inzwischen hatte ich das raus. Er hatte auch genügend Glück, um alle die nötigen Sachen zwischendurch hinzubekommen. An Tipps und Krimskrams, die man sich einsammelt. Und bin dann halt wieder in den Turm. Hab knapp es geschafft unter Einsatz von Glück. Um mich durch die Mondhunde durchzumetzeln. Klingel diesmal an der Tür. Werde reingelassen und sag, ich möchte hier gern übernachten. Krieg wieder ein Zimmer zugewiesen. Schleich mich raus. Geh hoch. Im zweiten Stock gehe ich an der Tür einfach mal vorbei. Gut. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl bei. Und dann fragst du mich im dritten Stock, möchtest du hier die Tür öffnen? Und ich so, ich weiß ja nicht, was dahinter ist. Könnte auch Sandbarbon sein. Mach also die Tür auf und dann heißt es, hier ist es dunkel. Hast du zufällig ein Amulett in Form einer Eule? Boah, zufällig. Ja, und das kriegst du nur, wenn du von den sechs verschiedenen Monstern auf dem Weg zum Turm den Affenmenschen ausgewürfelt hast. Ansonsten hast du das nicht. Und ich so, so der logische Teil von mir, aber ich habe eine Lampe. Wie dunkel kann es hier sein? Nee, es kann nur eine Eule durchgucken. Ja, also, hm, ich habe dieses blöde Eulen-Amulett, also nicht. Das heißt, ich tappe im Dunkeln durch diesen Raum und löse eine Armbrustfalle aus. Muss Glück würfeln und ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie nur noch sechs Glück, weil ich das bei den Mondtuten verbrannt habe und schaffe es aber. Habe irgendwie, ich glaube, eine Vier gewürfelt. Ich schmeiße mich auf den Boden, die Armbrustbolzen, die auf mich abgefeuert wurden, schießen über mich rüber und ich gehe einfach wieder und habe keine Ahnung, was sonst in diesem Raum war, außer dieser Falle, aus der ich entkommen bin. Und dann kommt das Stockwerk mit der weißen und mit der schwarzen Tür. Hm, das sieht interessant aus. Es geht zwar noch weiter nach oben, aber wir probieren sie jetzt mal aus. Der nächste Held kann sie richten und welche Tür habe ich aufgemacht? Die schwarze. Nein. Nein, die weiße. Das ist crazy. Ich habe die weiße Tür aufgemacht, weil ich so vorsichtig stehe mir vor, Edelbett steht da so Schwarz. Das hier ist Klischee-Fantasy. Schwarz ist sicher nicht gut. Wir nehmen die weiße Tür. Also man muss dazu noch sagen, ganz kurz, dass sobald du auf diesem Treppenabsatz ankommst, dann ertönt die Stimme von San Barbon. Ah, genau, die verhöhnt einen. Genau, der lacht einen aus und sagt, ich verfolge jede deiner Bewegungen, während du keine Ahnung hast, wo ich bin. Ha, ha, ha. Das ist vollkommen korrekt. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber ich bin eingeschüchtert. Jetzt nehme ich erst mal die weiße Tür. Und dahinter ist ein Raum, der eigentlich nichts enthält außer einem Sarkophag. Kein gutes Zeichen. Das kann doch schon schief gehen. Ich meine, ist die Frage, ist ein Barbon jetzt ein Vampir? Nee, er ist der Prinz der Dunkelheit, das ist irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Sarkophag ist und man hat die Wahl, den aufzumachen oder wieder rauszugehen. Und, naja, stattdessen wir probieren wir es aus. Das ist jetzt wieder der Held zum Wegwerfen, obwohl ich ihn endgültiger genannt habe und der Nächste kriegt es dann hin. Und dann, sagt er mir das Buch, auch als du den Deckel des Sarkophages öffnest, liegt darin ein von Kopf bis Fuß einbandagierter menschlicher Körper. Das einfallende Licht hat, obwohl es nur sehr schwach war, den Schlaf einer Mumie gestört, die sich jetzt aufrichtet und ihren Kopf hin und her dreht. Offenbar spürt sie genau, wo du stehst, denn sie steigt aus dem Sarkophag heraus und kommt mit ausgestreckten Armen auf dich zu. Und dann kannst du entweder gegen sie kämpfen oder fragt dann das Buch, hast du eine Laterne bei dir? Kannst du sie auf die Mumie werfen? Und ich so, yes! Ja, du hast ja traditionell immer viele Laternen dabei. Ja, ich kaufe sie jedes Mal wieder. Das hat sich noch nicht als schlecht herausgestellt, abgesehen davon, dass sie die Dunkelheit in dem anderen Stockwerk nicht durchdringen konnten. Also werfe ich panisch meine Lampe auf diese Mumie. Ich meine, Mumien sind ja traditionell trocken, also die meisten Mumien. Es gibt natürlich auch Moorleichen-Mumienartig und es gibt diese chinesischen feuchten Mumien. Das klingt edelhaft, feuchte Mumie. Mit der Lady Di. Es gibt zwei berühmte Lady Di. Beide sind tot, aber eine länger als die andere. Und die Lady Di aus China ist in so eine komische, alchemistisches Gebräu eingelegt. Das nur am Rande. Also ich gehe davon aus, dass es eine von den trockenen Mumien und das Buch bestätigt das auch. Bei der Berührung mit der Mumie bricht die Laterne, sodass das brennende Öl auf die trockenen Bandagen übergreift und die Mumie binnen Sekunden verbrennt. Jetzt kann ich den Sarkophag, genau einen Augenschein nehmen und weißt du, was da drin liegt? Da ist das Amulett des goldenen Auges. Nee, der Ring des goldenen Auges. Der Ring des goldenen Auges. Und ich zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was das soll. Oh, cool. Wow. Ach, du wusstest gar nicht, wozu der gut ist. Das ist ja super. Nein, ich weiß nicht, dass ich den brauche. Ich würde nur rein, habe eine Mumie abgeflemmt und hatte einen Ring. Da dachte mir, oh, das ist ja nett. Ja, dann war das jetzt ein Home Run. Im Grunde. Wie hast du den nächsten Schritt bestritten mit deinem nächsten Helm? Also wir überspringen mal die drei Charaktere, die schlecht gewürfelt haben und kommen halt gleich zum Gewandtheit Elf Finalio. Der tapfere Finalio, der dann es auch an den Mondhunden vorbeigeschafft hat und danach in einem üppigen Mal aus dem Rucksack sich wieder geheilt hat und der dann auch die Mumie angezündet hat und diese ganzen Sachen mehr. Der kommt dann mit seinem Ring am Finger in diesen Raum hinter der schwarzen Tür, der so aussieht wie schon beschrieben und wenn man dann aufs Kästchen zugeht, dann warnt einen der Ring quasi, weil der Ring kann da durch diese Täuschung sehen, die da das Kästchen erzeugt. Das ist ja gar kein Kästchen, sondern das ist ja quasi er selber, der sich da drin versteckt. Eine innere Stimme sagt dir dann, dass die Truhe eine Sinnestäuschung ist und gar nicht existiert und du siehst, die schwarze Katze ist auch nicht das, wofür du sie gehalten hast. Das ist nämlich Sunbar Bone, ein in schwarze Gewänder gehülltes Skelett. Und dann willst du deinen Silberpfeil ziehen, ist ja klar, und dann zieht der Prinz der Dunkelheit drei Zähne aus seinem Mund und wirft sie auf den Boden. Und sie zerplatzen und stoßen drei Rauchwirken aus und aus denen steigen drei mit Schwertern bewaffnete Skelette. Man muss nacheinander mit allen kämpfen. Die Skelette haben Gewandtheit sechs, sieben und acht und auch entsprechende Stärken, so in diesem Bereich, sieben, sechs und sieben. Das ist nicht so ein schwerer Kampf, aber, ich meine, wenn man jetzt einen schwachen Charakter hätte mit Gewandtheit acht, dann könnte der daran schon sterben. Also um nochmal diesen Mythos aufzugreifen, dass man hier mit jedem Charakter durchkommt, das ist ein unumgänglicher Kampf, den man gewinnen muss. Nicht so schwer wie die Mondhunde, aber schon okay schwer, es sind halt immerhin drei. Und wenn man die besiegt, dann steht man vor Sunbar Bone. Und der versucht, einen zu berühren. Das machen die ja hier so. Die kämpfen ja nicht mit einem. Die kommen nur und sagen, ach, lass uns doch Hände schütteln. Und dann schieße ich mit meinem Silberpfeil auf ihn und das ist eine Glücksprobe. Ja, da dachte ich auch, ich werde nicht mehr. Ich habe schon echt Glück verbraucht für die Kämpfe. Und jetzt hängt es nochmal davon ab. Ja, ich habe es allerdings tatsächlich geschafft, die Glücksprobe mit Edelbert, weil er auch mit relativ viel Glück gestartet ist und noch ein bisschen was übrig hatte. Aber es war schon nicht mehr im sehr wahrscheinlichen Bereich, das hinzukriegen. Also es ist jetzt hier die Glücksprobe schaffen oder tot sein. Und das ist schon ganz schön hart für so weit hinten im Spiel. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Und das zeigt auch jetzt nochmal, wir sind ja am Anfang gefragt worden, ob wir einen Gewandtheitstrank, einen Stärketrank oder einen Glückstrank mitnehmen wollen. Und jetzt hiermit ist es völlig klar, du musst den Glückstrank mitnehmen. Die Stärke musst du aufladen mit Proviant und das reicht auch eigentlich, das Proviant, den du dabei hast bis dahin, außer sie verprügeln dich total, die Mondhunde, aber eigentlich kommst du damit ganz gut hin. Und Gewandtheit verlierst du nicht, wenn du keine Fehler machst, also wenn du das Spiel kennst. Die Gewandtheitsverluste, die passieren nicht einfach so, sondern die sind jeweils die Folge von, ich will nicht sagen Fehlentscheidungen, aber von Sachen, wo du dich entschieden hast, irgendwas zu machen, zum Beispiel eine Tür auf, was du nicht hättest tun dürfen oder ein Schild angefasst oder so. Also du kannst die Gewandtheitsverluste alle vermeiden, die Stärkeverluste kannst du eindämmen, aber die Glücksverluste kannst du nicht richtig gut vermeiden. Vielleicht brauchst du es auch im Kampf, das heißt, du musst hier vor diesem Raum noch einen Glückstrank haben zur Sicherheit, damit du hier dein Glück voll aufladen kannst. Meine Herren, meine Herren. Ja und dann trifft der Pfeil und dann ist der Prinz der Dunkelheit gelähmt. Nicht für lange. Und er kann außerirdische Kräfte zu Hilfe rufen steht im Buch. Bitte? Wie außerirdische Kräfte? Aliens oder was? Kingonen? Ich wüsste auch gerne, woher man das weiß. Ja genau. Also völlig überraschender Texteinschub hier. Außerirdische Kräfte? Ja, okay. Nehmen wir es mal an. Bis jetzt war das alles voll irdisch oder was? Mit den Mondhunden und den Skeletten oder okay. Es sind außerirdische Skelette danach jetzt. Nicht nur irdische Skelette. Naja und jetzt wird die Entscheidung abgefragt, die man kurz nach dem Verlassen der Stadt getroffen hat. Welches Pulvergemisch werde ich ihm in die Augen reiben? Ist es Hexenhaar und schwarze Perlen? Schwarze Perlen und Lotusblüte oder Lotusblüte und Hexenhaar? Und es ist ein bisschen, wie man sich denkt, es ist eine Drittelchance. Ja. Ich muss zugeben, ich habe an der Stelle gedacht, ich habe keine Ahnung. Es gibt keinen Hinweis, keinen, den ich in dem ganzen Buch gefunden habe, was davon jetzt richtig ist. Ich meine, Nikodemus schickt dir sowieso nur irgendwie so ein Telegramm so, sorry, du brauchst nur zwei von den dreien, aber ich weiß nicht welche. Und deswegen habe ich einfach ausgewürfelt, welches ich benutze. Weil macht keinen Unterschied. Nee, also ich wüsste auch nicht, ich habe auch noch mal geguckt, ich habe aus irgendwelchen Gründen, ich habe es richtig gemacht auf Anhieb, ich habe gedacht, schwarze Perlen sind irgendwie doof. Schwarze Perlen zermahlen, das ist doch doof. So eine Lotusblüte und die schönen Hexenhaar einwickeln, das ist bestimmt besser. Und das ist auch die Lösung, dann hat man ihn auch. Dann gibt es doch keinen Kampf mehr, dann ist er besiegt. Und dann zerfällt er zu Staub. Es gibt aber wirklich meines Erachtens gar keinen Hinweis drauf, dass die Perlen dir nicht helfen. Das ist schon ganz schön gemein. Und es ist halt wirklich zwei Abschnitte vom Ende des Buches entfernt, dass du noch mal alles in den Sand setzen kannst. Also ich habe gewürfelt und ich habe tatsächlich dann auch die gleiche Kombo, Hexenhaar und Lotusblüte gewürfelt. Und der nächste Abschnitt fängt zu prosage an. Herzlichen Glückwunsch, du hast Samba Bone, den berüchtigten Prinzen der Dunkelheit, getötet. Das ist so wie... Und diese Waschmaschine gehört jetzt Ihnen. Das ist auf einmal so, ich weiß nicht, ein bisschen Flair-arm. Einfach nur so, Gratulation. Sie haben es geschafft. Also für dieses Achievement hätte das Buch ein bisschen feiern können, finde ich. Also es kommt noch ein Abschnitt, dann bin sie dann erzählt, dass du jetzt da rauskommst und so. Ich hätte auch gerne gewusst, was da passiert, wenn ich ihm das in die Augen reibe. Ich hätte auch gerne gewusst, wie das genau aussieht, wenn ich das mache. Ich stehe dann da so mit meinem Pulverchen. Moment, halten Sie mal still. Machen Sie mal das Auge ganz weit auf. Ja, er ist ja gelähmt. Du musst halt nur schneller sein als seine außerirdischen Kräfte und dann dein Daumen und Zeigefinger auf die Augenlieder und ordentlich rubbeln. Das ist alles ein bisschen, ich weiß auch nicht. Unwürdig? Ja, es ist alles unwürdig. Auch in die Augen vor allen Dingen, das ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Also das, naja, wahrscheinlich ist es einfach bloß schlecht für ihn und nicht mal so. Es ist einfach, ich hätte ihm wahrscheinlich auch einfach Erde in die Augen schmieren können. Nein, ich weiß nicht. Also irgendwie ist das A, ein komisches Rätsel, B, ein wahnsinnig unfaires Rätsel und auch irgendwie in der Konsequenz irgendwie antiklimaktisch. Ich meine, ganz ehrlich, was hättest du gemacht, wenn du jetzt die falsche Variante gewählt hättest und dein, wie hieß der, Finalio, gar nicht Finalio gewesen wäre, sondern nur Semifinalio. Hättest du wirklich nochmal von vorne gespielt? Na, das geht ja nicht. Also da wirst du ja irre, das ist auch echt gemein, weil das ja gar keinen Sinn hat. Das ist auch sofort ein Tod, ja, es setzt sich auch nicht irgendwie zurück oder sowas. Ich fände es doch irgendwie ganz cool, wenn ich es nicht zurücksetzen würde oder dir irgendwie eine andere Konsequenz und das ist ja auch noch einfach sinnlos. Also, was ich dem Buch wahnsinnig übel nehme an der Stelle ist halt, dass es einem nicht einen Tipp gegeben hat, irgendeinen. Das ist halt irgendwie komisch. Ja, es ist wirklich so, du musst all diesen Scheiß machen in der Stadt, um die drei Sachen zusammen zu bekommen und dann hättest du dir eines davon wirklich sparen können. Also, es gibt wirklich nur einen einzigen Weg durch die Stadt. Das Lustige ist, dass das Buch dich dann, selbst wenn du weißt, du brauchst nur zwei davon, sozusagen, wenn du es nochmal spielst, mit allem Wissen, dann hast du trotzdem verloren, wenn du dich mit dreien aus der Stadt rausgehst, weil es dann ja abfragt, ob du alles dabei hast. Das ist echt. Ja, genau, du müsstest es gar nicht holen, das stimmt. Das musst du aber dann eigentlich doch. Ist einfach richtig ärgerlich vom Rätseldesign her. Na gut, so und dann? Dann geht man zurück nach Silverton. Ja, also man steckt noch den Turm in Brand, immerhin, und übernachtet auf einem abgemähten Feld. Erstaunlich präzise, auf einem abgemähten Feld. Und dann geht man nach Silverton, kommt da an, dann wird man als Held gefeiert und mit Geschenken überhäuft und die Straßen der Stadt sind wieder von Lachen und Musik erfüllt und es wird eine Rede gehalten und ich kriege eine schwere Goldkugel, eine schwere Goldkugel, auch ein überraschendes Geschenk an der Stelle, die hunderte von Goldstücken wert ist und dann geht in Silverton das Leben wieder seinen normalen Gang und alle sind glücklich. Immerhin haben sie nicht nur versucht, die Tochter des Bürgermeisters mit dir zu verheiraten. Das hätte ich dem Buch, glaube ich, übel genommen. Und das hätte noch gefehlt, genau. Ja, und das war's dann. Dann haben wir's geschafft. Und ich hab übrigens noch mal den dunklen Raum nachgeschaut, den, wo du die Eule hättest einsetzen können, die du dann nicht hattest. Genau, wo ich blind durch die Gegend getappt bin und irgendwie Fallen ausgelöst habe. Und das hat ja gar keinen Sinn. In den Raum bekommst du auch nichts. Das ist einfach nur, wenn du die Eule hast, die ja schon super zufällig ist, dass du sie kriegen kannst, dann bringt es dir nur, dass du hier keine Stärke verlierst. Ich weiß nicht. Hallo, willkommen in meinem Armbrustraum. Warum hat er das in seinem Turm? Ja, es hat ja alles keinen Sinn. Das ist ja oft so in solchen Büchern, dass das alles nur so aufgestellt ist für dich und auf dich wartet quasi und dass das keinen Sinn hat. Aber hier ist es echt ganz schön, also es ist offenkundig ja eine Falle. Es ist alles eine Falle. Auch dieser Raum, in dem er da sitzt, hat er nur aufgebaut für dich mit dieser Tarnung und allem. Und warum hat die Mumie den Ring? Er ist ja nicht besiegbar ohne den Ring der Mumie. Wenn er einfach die Tür mit der Mumie abgeschlossen hätte, dann hätte ich das nicht handeln können. Dann wäre ich da nicht durchgekommen. Ja, dann hättest du den Passepartout gebraucht. Nochmal. Das stimmt, aber das wird ja nicht abgefragt. Nee, also er hat tatsächlich das Mittel zu seiner Vernichtung im Raum nebenan unter einer Mumie verbuddelt. Wahrscheinlich hat er selber vergessen, dass der da liegt. Der ist ja schon irgendwie seit Jahrhunderten. Und da gab es nicht noch irgendwas, was über eine Illusionen durchschauen kann. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das ist. Das ist aber auch so ein Topos, der so häufig in solchen Geschichten, in Spielbüchern oder auch in Computerspielen halt vorkommt, dass halt das Mittel zur Vernichtung dann halt aber auch nur einen Raum weit weg sein darf. Damit du es auch gleich findest. Das finde ich immer so ein bisschen enttäuschend. Ja, es ist irgendwie, naja, aber ich hatte dann das Gefühl, nachdem ich gestorben war, ich brauche diesen Ring. Habe ich den in der Stadt vergessen? Habe ich irgendwie auf all meinen Wegen durch die Stadt diesen Ring übersehen? Weil ich hatte ja Sachen übersehen in der Stadt. Ich habe zum Beispiel immer noch nicht den Insektenring gefunden. Keine Ahnung, wo der ist. Und dachte, habe ich da wirklich noch was übersehen? Kann es jetzt echt sein, dass ich in Minute 15 des Lesens hier jetzt den Ring des goldenen Auges hätte kriegen können? Und das Spiel mir gar nicht sagt, dass ich ihn später noch brauche? Und dann dachte ich, ne, so sind solche Bücher nicht. Der Ring ist im Turm. Ich muss einfach nur alle Türen aufmachen. Und so war es dann ja auch. Es stimmt schon, dass es die Story so in Stages aufgeteilt hat. Und das ist ja auch ganz fair so dadurch wieder. Aber dadurch wird das auch sehr mechanisch. Weil eigentlich ahnt man das dann, dass dieser Ring nicht irgendwo liegt, sondern dass der da hinten sein muss. Der muss halt in einer der Türen im Turm sein, fertig. Den Insektenring kriegst du übrigens beim Juwelier. Ich glaube, wenn man nach Westen geht bei der ersten Entscheidung. Oder? Ne, nach Osten. Wenn man nach Osten geht, kommt man beim Juwelier vorbei. Bei dem kann man Krimskrams verkaufen. Aber man kann auch Ringe kaufen. Und der hat einen Eisring und einen Insektenring und noch einen Feuerring, glaube ich. Ne, ich schwöre, der hat den nicht. Okay. Ich bin bei dem gewesen. Ich gucke noch mal nach. Genau, da habe ich Eisring und Feuerring gesehen und nicht gekauft. Weil ich dachte, der muss doch den Insektenring haben. Und ich glaube, der hatte den nicht. Also vielleicht täuscht die mich auch. Okay. Wie gesagt, ich versuche noch mal den zu finden. Moment, irgendwo in meinen Aufzeichnungen ist ja die Zahl von diesem Abschnitt. Aber ich habe sehr viele Helden verheizt. Deswegen muss ich gucken, wer von denen überhaupt da hingegangen ist. Taverne. Nein, nein, nein. Komische Brücke. Nein. Kobold. Nein. Kerzenzieher. Oh Gott, nein. Scheiß Kerzenzieher. Okay. Ist ja jetzt nicht so kriegsentscheidend. Juwelier 336. Ich habe ihn gefunden. Das gucken wir jetzt hier live nach, meinst du? Ja, genau. Das gucken wir jetzt nach. Du fragst, was die Ringe kosten. 36. Blätter, Blätter, Blätter. Ah, ein unsichtbarer Ring. Die Ringe, die Träger unsichtbar machen. Feuerring, Eisring. Du hast recht. Ja, den gibt es ja nicht. Wo ist der Insektenring? Genau, das ist der einzige Ort, wo ich dachte, dass er sein könnte. Deswegen habe ich da extra noch mal geschaut und habe dann nicht herausgefunden, wo er ist. Und was aber hier noch interessant ist, ist, da gibt es einen Ring, der den Träger unsichtbar macht und ich schwöre, der ist an keiner Stelle des Spiels abgefragt worden. Weißt du was? Ich habe gerade auf derselben Seite nach unten geguckt. Abschnitt 38. Wir haben gerade 36 gelesen. Einer der Männer greift in eine Innentasche seines grünen Jacketts und zieht einen schmalen silbernen Armreif heraus. Als er ihn dir gibt, erkennst du die Umrisse eines in die Oberfläche geritzten Insekts. Der Mann erklärt dir, dass dieser Insektenreif über die Kraft verfügt, selbst Rieseninsekten zu töten. Du streifst den Armreif über dein Handgelenk, verlässt die Taverne und gehst Richtung Norden. Weiter bei 296. Jetzt müssen wir nur wissen, was da hinführt. Welche Taverne war es? Das ist die, wo ich... Der gescheckte Hund? Genau, da, wo ich reingegangen bin und dann vom Wirt so dumm angemacht worden bin, dass ich da gar nicht weiter drin irgendwas gelöst habe oder ein Gespräch geführt habe. Das habe ich letztes Mal erzählt. Und dann bin ich bei meinen ganzen weiteren Runs diesmal an der Taverne vorbeigegangen. Aha, siehst du, genau. Da hätte man noch mal reingehen können, nur der Neugier halber. Okay, aber dann haben wir das ja. Ich bin jetzt verwirrt, weil ich dachte, die hätte ich noch nachgespielt. Weil ich habe ja noch geschaut, ein paar von den Varianten, die ich nicht kannte, was da passiert ist. Das muss die einzige Stelle sein. Aber jetzt viel wichtiger ist, wenn du jetzt den Unsichtbarkeitsring für zehn Goldstücke gekauft hast beim Juwelier, wo fragt das Spiel dich, ob du den einsetzen willst, weil ein Unsichtbarkeitsring ist ja super mächtig, theoretisch. Müsstest du ja an den Trollen vorbei, vielleicht an den Mondhunden vorbei, vielleicht gegen den Geisterjäger einsetzen und das wird gar nicht mehr abgefragt. Ich habe keine Stelle gesehen, wo der gefragt wurde. Nee, ich auch nicht. Das ist alles ein bisschen komisches Game Design, finde ich. Es gibt ja so dieses Versprechen, sowohl draußen, also durch den Namen des Buchs, die Stadt der Diebel, City of Thieves und durch die Tatsache, wie es anfängt, dass du halt diese verzweigenden Straßen hast, dass es ein relativ freies, also eine Open World sozusagen in Buchform ist. Aber es führt dir halt die Wege, wo du auseinander gehen kannst, halt an zwei Stellen wieder ganz eng zusammen, nämlich einmal bei Nicodemus und einmal außerhalb der Stadt, was ja auch vielleicht wahrscheinlich ganz vernünftig ist für so ein Buch. Und du machst mindestens zwei Kämpfe gegen Stärke 8 und einen Kampf gegen Stärke 11. Und Glück ist wichtiger, als man denkt. Das ist meine, das nehme ich so mit an Erkenntnissen aus dem Buch. Ja, also es ist auf keinen Fall sinnig, mit einem schlecht ausgewürfeten Charakter da rein zu starten. Also, dass man das damit schaffen kann, ist, das ist so verschwindend gering, die Wahrscheinlichkeit. Vielleicht denkt es, dass du dir durch das Kettenhemd und so, dass du dir damit noch Gewandtheit holen kannst, aber selbst mit Gewandtheit 12 ist der Kampf nicht hundertprozentig gewinnbar. Also ist der nicht, da hast du zwar eine große Wahrscheinlichkeit gegen die Mondhunde, aber, ich habe dir jetzt nicht ausgerechnet, aber es ist auch nicht so, dass das ein Selbstläufer wäre. Ja, hast du noch irgendwie Abzweigungen dir angeschaut? Nee, ich habe alle erwähnt im Laufe dieses Gesprächs, die ich noch angeschaut habe. Im Wesentlichen habe ich mir halt nur die angeschaut im Turm noch und in der Stadt habe ich nicht noch mal groß gesucht. Ich habe ja sogar die Taverne übersehen. Also was ich gemacht habe, ist zum Beispiel ausprobieren, was passiert, wenn man die ganzen Händler angreift, weil das eine Option war, die meistens dabei steht. Ah ja, das habe ich ja in meinen normalen Runs immer gemacht. Das hieße ich nicht. Also ich habe festgestellt, dass wenn man den Kräuterhändler angreift, dann kriegt man Geld und Heilkräuter. Wenn man den Juwelier angreift, kriegt man seine Ringe und das Gold, was sehr praktisch ist. Und wenn man den Schmied angreift, verliert man viel Glück. Ach recht? Ja, da steht, das war ein aufrichtiger Mann. Was machst du? Was soll die Scheiße? Du verlierst viel Glück, das ungefähr. Aber damit ist ja nachher ein Urteil gefällt über die anderen Händler, die ja offenkundig keine aufrichtigen Leute waren. Ja, offensichtlich. Offensichtlich ist der Typ eine nette Person in der Stadt der Diebe. Sehr schön. Aber der ist ja auch wirklich nett. Diese Kämpfe gegen die Händler sind schwer. Also meines Erachtens ist acht der schwerste Kampf, bis man zu den Mondhunden kommt. Und die haben Gewandtheit neun, der Juwelier jedenfalls. Und ich glaube, der Katz ist hier auch. Daran merkt man auch, wenn man das weiß, dass das optionale Kämpfe sind, glaube ich. Ja. Ja, weil die schwerer sind als die Kämpfe, die du normal im Buch hast. Und der Schmied, der nimmt so eine glühende Eisenstange, die macht sogar bei jedem Treffer drei Schaden. Also der ist wirklich hart. Ah, ach so. Aber du kannst ihn besiegen? Ja, kannst du. Klar. Ah, okay. Und dann? Dann kriegst du den Kettenpanzer. Nee, du kriegst gar nichts. Du kriegst nur die Aussage, dass du ein Arschloch bist und vier Punkte Glück verlierst. Ei, ei, ei. Also das ist aber, jetzt kommt es auf mich sehr moralisch hier. Fühlst du dich damit nicht wohl? Das ist irgendwie sozusagen nicht abfragt. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil es im Rest des Buches da keinen Unterschied macht. Ja, genau. Das ist ein bisschen komisch. Was ich mir auch angeschaut habe, ist, was passiert, wenn man wirklich nicht weggeht, wenn diese Kutsche angerast kommt. Die Kutsche von Lord Azur. Und man spielt da sozusagen dann Chicken mit der und bleibt stehen, wenn die angerast kommt und die hält natürlich nicht an. Und dann am Ende steht es dich immer noch vor die Entscheidung. Also es sagt, naja, du musst jetzt zur Seite springen, würfel mit Glück, ob du das schaffst oder nicht. Und wenn du halt Pech hast, verlierst du da drei Stärke, weil du halt durch die Gegend geworfen wirst von dieser Kutsche. Da ist also wirklich nichts weiter. Die schlauste Sache, die du machen kannst, ist wirklich hinter dem Fass. Entdeckung gehen und warten, bis sie vorbei ist. War leider nicht so spannend. Ja, schade. Was ich noch ausprobiert habe, doch noch was war, ich bin doch in so ein Haus gelaufen. Das war wie so eine Einbruchssituation und dann bin ich in das zweite Jockwerk gegangen und dann habe ich Leute unten reinkommen hören und dann haben die gesagt, hier meine Schönheit, fang den Eindringling. Und dann bin ich aus dem Fenster gesprungen. Jetzt habe ich mir nochmal angeschaut, was passiert, wenn man dann da stehen bleibt. Okay, ja, das Haus habe ich auch nochmal durchgespielt, um das abzudecken. Und da kommt dann ein geflügeltes Monster von einem Meter Länge Feuerrot mit einem Schwanz und zwei spitzen Hörnern. Und es kreist schnell um deinen Kopf und speit dabei Feuer. Es ist ein Feuerteufel und auch hier sehen wir wieder Gewandtheit 9, also klares Anzeichen, optionaler Kampf hätte man vermeiden können, aber nur Stärke 4 ist nicht so schlimm, kann dir aber ordentlich Schaden zufügen, finde ich, wenn du halt da an dieser Stelle mit einem schwachen Helden reingehst. Ja, und hast du auch angeschaut, was passiert, wenn man das vorher macht? Oh nein, ich hatte vergessen, wo man den Schlüssel herbekommt. Man muss ja echt den Hund töten, um an den Schlüssel zu kommen, der vorne angebunden ist, vor dem Haus. Und bist du dann auch im Erdgeschoss unterwegs gewesen? Nee, aber das ist ja noch nicht vorbei an der Stelle. Ach ja, stimmt. Das kann auch zu lustigen Ergebnissen führen. Du kannst, also es passiert ja nichts, also es passiert ja jetzt automatisch. Du tötest dann den Feuerteufel und dann guckst du runter, ob da irgendjemand ist. Und dann gehst du langsam runter und dann sitzt da in großer Ruhe ein prächtig gekleideter, wohlbleibter Mann, der dich anblickt. Und der ist ganz ruhig und hat auch keine Angst vor deinem Schwert. Und dann sagt er, du hast meinen Liebling getötet, jetzt bist du des Todes. Dann hebt er seinen Arm und schießt aus seinen Fingern Zackenblitze, also seinen Zauberer, einen Magier, sogar ein mächtiger Magier. Zack, sofort drei Stärkepunkte weg und dann falle ich um. Und dieser Typ, ich meine die Situation, ja, der sitzt da ganz ruhig, schneiden kalte Stimme, guckt dich fies an, will dich umbringen, dann schießt er mit Zackenblitzen auf dich und dann lacht er sich tot, weil du da am Boden liegst. Ich meine, was ist denn das für ein Magier? Ja, so zack, pang, dieser Idiot, hab ich voll tot gezaubert. Und dann kannst du ihn nochmal überwältigen, indem du dein Schwert auf ihn wirfst und brauchst du eine Gewandheitsprobe, dann wirfst du ihm das Schwert in die Brust und dann stirbt er. Was ist das für ein absurder Typ? Eben noch super mächtig und jetzt aus. Gibt es da nicht auch irgendwie Verzweigungen, dass wenn du ihn irgendwie besiegst oder wenn irgendwas schief geht, genau wenn du seinen Blitz ausweichst, ich glaube, das geht, dann geht er einfach. Das ist irgendwie so abstrus. Es ist ja wie eine Slapstick-Szene. Ich finde das voll komisch. Du wirst an der Stelle abgefragt, ob du einen Totenkopf um den Hals hast und ich kann mich nicht genau erinnern, wo ich den herhaben sollte. Den kriegst du, wenn du in der Taverne zum gescheckten Hund die Kobolde ansprichst, die tötest und dann haben die den bei sich. Ah, genau. Ja, und der neutralisiert dann die Blitze und dann wird er wütend und dann gehst du einfach raus. Der kann dir aber nichts anhaben. Er kann halt nur Blitze und wenn du immun bist gegen Blitze, dann tut er dir nichts mehr. Dann bist du raus und kannst weitergehen. Was für eine Patz-Situation. Ah, ich kann nur diesen einen Zauber. Scheiße. Ja, ja, ja. Es ist eine sehr komische Situation, auch völlig sinnlos. Bringt dir nichts, kriegst dir keine Gegenstände, kannst nur was verlieren. Also es ist einfach eine sinnlose Situation, es ist einfach nur Fluff. Ich beginne gerade am Schauen. Ich bin da noch ins Erdgeschoss hingegangen und da kannst du noch durch einen weiteren Bogen durchgehen, aber vorher ist ein Tisch mit drei Kelchen. Kelch A, Kelch B, Kelch C. Die kannst du halt hochheben in beliebiger Reihenfolge und es stellt sich heraus und der Kelch B ist Geld. Kelch C verwandelt sich in glühende Kohlen, wenn du ihn anfasst und macht dir Schaden und Kelch A, wenn du den hochhebst, ist ein Skorpion drunter und wenn du dann wieder einen Glückstest halt nicht schaffst, dann wirst du von dem Skorpion gestochen. Warum? Wer baut das auf in seinem Haus? Das ist ähnlich, wie du erinnerst dich an die Skorpionsbroschen, über die du gestolpert bist? Ach ja, genau. Die Skorpionsbroschen sind aber noch ganz interessant jetzt im Nachhinein, weil da kann hochgehen und diesen Drachentypen direkt ansprechen, den ich damals beklaut hatte mit der Skorpionsbrosche und den kann man eben die abkaufen. Das ist ein Skorpionhändler. Das war so eine Art Skorpionsbroschen-Ausstellungsraum, in dem ich da war. Das ist auch logisch, aber hier, das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch hier. Okay, ja. Nee, und dann kann man noch weitergehen und dann ist da eine Truhe, die kann man versuchen aufzuschließen und wenn man das im ersten Anlauf nicht schafft, dann wird man mit Giftpfeilen beschossen und danach darf man es nochmal probieren, wenn man das überlebt hat und dann kriegt man sie auf und dann ist Gold drin, glaube ich. Das war's. Naja, also das war wieder so, es gibt mehrere von diesen Häusern, es muss noch eins geben, in dem wir nicht drin waren, weil ich immer mal wieder über, wenn ich nach was anderem gesucht habe, über Abschnitte gestoßen bin mit einem Haus mit Schlangen und mit einer Frau, die sich in Schlangen verwandelt. Also irgendwo muss noch was sein, was ich dann nicht mehr aufspüren konnte, welche Abzweigung das ist, tatsächlich. Also direkt vor Nikodemus gibt es ein Haus, wo dich sechs Schlangen umzingeln und gegen dich kämpfen. Ah, dann ist das das wohl, da wo man sich unterstellt im Regen. Genau, das war das, aber da war keine Frau, die sich in der Schlange verwandelt, das wüsste ich nicht. Also das Letzte, was ich ausprobiert habe, war dann noch, was passiert, wenn man die Stadtwache, wir haben ja, wir versuchen mit der Stadtwache zu kämpfen und sie nimmt uns gefangen oder wir versuchen sie zu verarschen und es funktioniert und ich habe jetzt mal geschaut, was passiert, wenn man mit der Stadtwache kämpft und sie tatsächlich totschlägt. Und dann? Beziehungsweise es versucht, weil dann versucht die Wache erstmal an eine Glocke zu kommen, um andere zu alarmieren und das ist dann eine Glücksprobe. Wenn er sie alarmiert, kommt die direkt dazu und du musst gegen sie gleichzeitig kämpfen. Wenn er es nicht schafft, dann kannst du ihn umbringen, aber dann kommen trotzdem noch zwei Leute und dann kannst du sie nacheinander bekämpfen. Aber wie es auch immer läuft, du bringst am Ende alle Wachen um und kriegst nichts. Wow. Kein Tipp. Du kannst auch nicht noch ins Wachhäuschen reingehen und den Pass besorgen, den du zum Beispiel bekommst, wenn du dich hast verhaften lassen. Und sowas ist es wirklich einfach nur die dümmste Art und Weise, die Sache anzugehen. Ah, das bringt ja überhaupt nichts. Ja, null. Also es ist ja oft so bei Computerspielen, wenn du halt einen wirklich schweren Kampf hast, egal ob du denen aus Dummheit eingegangen bist oder mit Absicht, dann kriegst du in der Regel ja auch eine größere Belohnung. Und hier ist es aber so, es gibt halt einfach Abschnitte, die sind einfach nur Bestrafung und Entscheidungen, die sind einfach falsch und für diese falschen Entscheidungen möchte ich dich gern bestrafen. Ja, zum Beispiel Obst zu kaufen. Obst zu kaufen ist eine der ganz großen falschen Entscheidungen. Was ist das für eine Aussage? Gesundes Leben? Nein, geh lieber in irgendwelche schummrigen Gassen, um dir etwas auf die Stirn tätowieren zu lassen. Das ist der Lebenswandel, den wir euch empfehlen wollen, liebe Jugendlichen, die jeder spielt. Diese Broschen, diese silbernen Skorpionsbroschen, goldenen Skorpionsbroschen, die du von diesem Monster kaufen kannst, die sind übrigens ja wirklich sehr toll. Die eine davon gibt dir nach jedem Kampf, den du überlebt hast, einen Stärkepunkt zurück. Zwar nur einen, aber immerhin. Trotzdem, ja. Ja, das ist ganz nett. Und die andere bringt dir halt zwei Glückspunkte. Und da das ja ein Zauber ist, würde ich ja sagen, das sind permanent zwei Glückspunkte zusätzlich, obwohl das Spiel das nicht so definiert eigentlich. Ja, die Diskussion hatten wir eher schon. Genau, und dann wäre es ja wirklich ziemlich wertvoll. Wenn das so wäre. Wenn es einfach nur zwei Glückspunkte auffüllt, die du schon verbraucht hast, ist es ja ein bisschen komisch, dass das an so einen Gegenstand gebunden ist. Ja. Also ich müsste sagen, am Ende, es hat eine Menge Sachen, die halt in sich nicht irgendwie zusammenpassen und die halt einfach rein mechanisch sind. Es ist teilweise so unglaublich unfair. Und es gibt halt wirklich nur so einen Idealweg mit ein bisschen Abweichungen im ersten Teil der Stadt, den du nehmen kannst, um durchzukommen. Aber was mich beeindruckt, ist, dass das alles in 400 Abschnitten untergebracht ist. Da passiert so viel in diesem Buch, aber es ist gar nicht so dick. Das ist schon ziemlich gut geplant. Das ist ja die Standardgröße für diese Bücher. Also spezifisch die Fighting-Fantasy-Bücher sind ja alle immer 400 Abschnitte dick, wenn ich das richtig sehe. Also zumindest die drei, vier, fünf, die ich in der Hand gehabt habe zuletzt. Also man merkt schon, der hat dazu seine Mechanik. Das ist halt alles gut ausgedacht. Das funktioniert alles. Der Weg führt dadurch und so. Also ich finde es halt unfair, zu sehr auf Zufall aus. Und es hat natürlich keine durchgängige Story, die irgendwie einen Sinn hätte. Also es ist wie so ein großer Dungeon, diese Stadt. Halt einfach einen Haufen random Orte, die auch in vieler Hinsicht keinen eigenen Sinn ergeben, so als Ort in der Stadt. Und dann halt diese super unfairen Choke Points da, an denen du groß scheitern kannst. Und das ganze Ende ist auch echt ehrlicherweise enttäuschend. Also da kommst du halt an diesen Ort, der nicht besonders spektakulär ist. Und hast da diesen komischen Turm mit diesen traurigen Einzelräumen, die alle nur auf dich warten. Also echt komisch, finde ich. Da hätte ich ein bisschen mehr Klimax erwartet am Ende. Ja, vielleicht sind ihm da die Abschnitte ausgegangen. Ja, vielleicht. Aber das plant man doch so zuerst. Also ich finde schon, du hast schon recht, das ist effizient geplant. Und man hat von den 400, ich weiß nicht, wie viel man braucht, um durchzukommen. 50? Nee, mehr. 80? Um einmal durchzukommen von den 400 Abschnitten? Oh, das müsste ich echt nachzählen. Wenn du mir genug Zeit gibst, kann ich das tun. Aber ja, ich glaube, es kommt ungefähr so in dem Bereich hin. Vielleicht 60, aber sowas in dem Rahmen. Also ich glaube, irgendwas zwischen 50 und 80 halte ich für realistisch. Dass du damit ganz gut durchkommst, wenn du so ein bisschen weißt, was du tust, vielleicht nicht beim ersten Run. Und das ist schon ganz vernünftig. Das heißt, du hast halt dann noch 300 Orte auf dem Weg liegen lassen, durch die du nochmal beim zweiten Run gehen kannst, um was auszuprobieren. Also es hat schon die richtige Größe. Es hat uns einigermaßen lange, ich habe Stunden und Stunden damit gespielt. Oh ja. Obwohl man echt auch viel würfelt bei den Kämpfen. Das ist eine Menge Zeit, die da reingeht. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen weniger ehrlich spielen würde und ein paar Mal mehr abkürzen würde und so, aber die Kämpfe trotzdem alle ernst nehmen würde. Also man spielt schon so fünf, sechs, sieben Stunden dran. Ich habe, glaube ich, noch mehr gespielt in meinen ganzen Runs. Aber das ist schon Value for Money, würde ich sagen. Kriegt man was fürs Geld. Ja. Und ich muss auch sagen, dass es für mich irgendwie, also ich meine, es gab Frustmomente. Das will ich ja gar nicht verhehlen. Und es gab sehr viele so WTF-Momente, wenn man sich fragt, warum hat meine Entscheidung jetzt das ausgelöst, ausgerechnet. Aber ich hatte Spaß tatsächlich. Also wirklich diese Stadt zu erkunden und da auch ihre abstrusen kleinen Ecken zu finden und dann diesen Idealweg durch die Stadt zu suchen. Wobei ich ja den Idealweg gar nicht gefunden habe, denn der ist die Trolle anzulügen am Ende. Ich bin einfach immer über die Mauer geklettert und habe mein Schild verloren. Ja, genau. Also es gibt schon an den meisten Stellen ganz gute Wege, aber es geht nicht ohne drei, vier, fünf Glücksschulden. Und es geht halt nicht ohne zwei schwere Kämpfe, mindestens drei schwere Kämpfe. Und das ist ja schon so ein bisschen schade, weil das ja kein idealer Weg durch die Stadt ist dadurch. Was mich total gefreut hat, richtig, war, dass du zwischendrin diesen Nicodemus-Quest kriegst, wo dir so ganz klar gesagt wird, hier sind drei Gegenstände, die brauchst du und jetzt geh die suchen. Sowas finde ich immer nett. Also dass du halt weißt, wenn ich am Ende der Stadt ankomme und ich habe noch nicht alles, dann bin ich halt falsch und dann muss ich halt noch mal spielen. Dadurch hat das Buch so eine mechanische Klarheit, die dem eigentlich ganz gut zu Gesicht steht. Ja. Ich muss jetzt kurz noch ein paar Worte zum Cover verlieren. Oh, bitte. Also ich habe mir angeschaut, die Cover im Original, es gibt ja zahlreiche verschiedene Ausgaben inzwischen von City of Thieves, aber die allermeisten zeigen halt irgendeine Version von San Barbonen, meistens mit einer Sense, obwohl die, glaube ich, im Buch nie erwähnt wird, nur dass er ein Skelett ist in Langrum. Oder eine irgendwie neuere Ausgabe, da ist einfach jemand, der ein Messer zieht und mit einem Kapuzenmantel, der dich bedroht, im Hintergrund siehst du eine Kneipe und sowas. Aber meine Ausgabe von Goldman von 85, glaube ich, ich kann auch mal kurz reingucken, am Anfang hatten wir das ja schon mal geklärt. Ja, 85. Die zeigt einen Typen in Science-Fiction-Power-Armor mit einem Jetpack auf dem Rücken, der ein Lasergewehr am Lauf gefasst hat, um damit ein Insektenmonster zu erschlagen, während im Hintergrund eine Insektenarmee ausrückt und ein großer Mond am Himmel steht. Und es ist so, warum? Ach, das ist ja total crazy. Das sind ja diese schwarzen Goldman-Bücher, fand ich voll cool damals, aber das ist ja einfach ein Zufalls-Artwork. Ja. Die haben einfach zufällig ein Artwork gekauft. Oder sie hatten irgendwo noch eines liegen, wo sie irgendwie mal ein Portfolio oder sowas gekauft haben und gesagt, ah, das ist so ein Science-Fantasy-Ding. Fertig. Also, ich meine, die außerirdischen Kräfte von San Baboon habe ich mir jetzt anders vorgestellt als ein Typ in Power-Rüstung oder in der Insektenarmee. Es hat wirklich null mit dem Inhalt zu tun und das finde ich wirklich bemerkenswert, das zu schaffen, bei so generischer Fantasy ein Cover zu finden, was wirklich absolut nicht dazu passt. Das muss ihnen fehlgeschlagen sein, weil diese Bücher haben eigentlich coole Cover, finde ich. Ich finde die auch, obwohl das kleine Bücher sind und die nicht so besonders gut gedruckt sind, fand ich das Design immer cool. Die waren halt schwarz und hatten alle so ein farbiges Artwork. Der Sumpf der Skorpione aus der Reihe zeigt halt ein Skorpion und die Insel des Echsenkönigs zeigt halt eine Echse und das Schwert des Samurai zeigt halt ein Samurai und der Tempel des Schreckens zeigt halt ein Tempel. Und Schrecken. Genau, und Schrecken, genau. Und die Stadt der Diebe zeigt halt what the fuck. Ja, weder eine Stadt noch Diebe. Also das ist komisch. Ich habe ja die Ausgabe von Tienemann. Also es ist ein Paperback mit so einklappbarem Cover drumherum. Das hat als Hauptfarbe Braun. Das ist ja nicht die allerschönste Farbe, aber passt hier vom Design her ganz gut. Und es hat ein offenkundig genau für dieses Buch angefertigtes Cover, was man auch nicht so oft hat. Das ist ja eins der, wie soll ich sagen, eins der Übel, die die Fantasy zu einer bestimmten Zeit geplagt haben, dass die deutschen Redakteure dann auf dem amerikanischen Markt einfach zufällig irgendwelche Cover gekauft haben, ob die dazu gepasst haben oder nicht. Boris Vallejo oder irgendwen. Und die dann halt auf die Bücher geklatscht haben. Und das hat dann ganz oft gar keinen Sinn gehabt. Ich verstehe es auch gar nicht, weil die sind ja alle aus dem Englischen übersetzt. Man hätte auch einfach die Originalcover nehmen können. Aber offenkundig haben die das nie gemacht. und dieses Buch hier hat nun wirklich also nicht sehr schön gezeichnetes Cover, finde ich. Aber es ist eindeutig, es zeigt die Wache beim Eingang dieser Stadt. Du siehst im Hintergrund eine Stadt, naja, ein bisschen sowas stadtähnliches. Am Anfang diese Wache, die dich halt anguckt, durch so einen Helm. Die Wache steht auf so einem Steinboden und hinter der Wache, da fehlen im Steinboden so zwei, drei Fliesen und da ist ein Würfel drin. Die entzückend. So ein roter Würfel, wie ein Rollenspieler zu Hause haben. Womit dir gleich gesagt wird, hier, das ist ein Spielbuch. Ich finde das anrührend. Okay. Ich meine, jemand hat nur Abschnitt 1 gelesen, um ein Motiv zu finden, aber hat es umgesetzt. Genau. Und ich finde das aber trotzdem schön. Sie haben sich halt Mühe gegeben und eine ganz ähnliche Figur, und das scheint es auch, was es zu sein, wo es herkommt, ist in Abschnitt 1. Hat deine Ausgabe Illustrationen in? Äh, da fragst du mich was? Doch, ja, hat sie. Moment. Die sind, glaube ich, auch aus dem Original. Genau. Die haben sie mitgekauft, weil die passen wirklich zusammen. Ich habe es jetzt einfach mal aufgeschlagen und da ist zum Beispiel zu dem Abschnitt mit dem Markt, wo du Eier auf den Typen werfen kannst, der da zur Schau gestellt wird. Und da siehst du halt, die alte Frau, die dir die Eier hinhält, im Hintergrund Leute, die Obst und Zeugs auf diesen armen Typen werfen. Genau. Das sind offenkundig die aus dem Original. Das sind so Zeichnungen, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, so Strichzeichnungen. Sehr hübsch, finde ich. Mag die gerne. Passen gut dazu, fangen das Flair gut ein. Und das, was wir hier in der deutschen Tienemann-Version auf dem Cover sehen, ist quasi eine einfache, nachempfundene Version der Zeichnung 1. Also der Zeichnung, die zu Abschnitt 1 gehört, also die Stadtwache. Ja. Die ist auch einfach nachgezeichnet. Und das ist ganz okay. Das lasse ich durchgehen. Okay. Ja, nee. Aber meins ist lustiger. Also mein überhaupt nicht passendes Cover. Das ist einfach unterhaltsam in seiner Absurdität. Ja, dein ist wild. Gut. Ah, genau. Wer hat das übersetzt? Sekunde. Blätter, Blätter. Das steht bestimmt am Anfang drin. Von Irene Hess. Genau, das habe ich auch. Ja, die gleiche Ausgabe. Das heißt, es gibt offenkundig nur eine deutsche Übersetzung, die aber mehrere Verlage dann verwendet haben. Weil meine Tienemann-Version ist ja auch so ein anderer Verlag als deine. Ja, aber bei Goldman steht drin, dass das Copyright tatsächlich bei Tienemann liegt. Also die haben wirklich einfach dann das eingekauft, den Text so von Tienemann wiederum und den einfach mit einem sinnlosen Cover versehen und nochmal gedruckt. Ja, die hätten auch das Tienemann-Cover mitkaufen können. Aber ich bin ganz sicher, dass man bei Goldman richtig viele Artworks noch rumliegen hatte aus so einem, von Ebay oder so. Ja, so eine Sammlung. Also ich weiß, dass Verlage zu der Zeit oft einfach wirklich Sammlungen von Artworks gekauft haben, gerade für solche Sachen. und es dann auch zu kuriosen Kombinationen kam, wie eben diese hier. Wie fandest du es denn insgesamt jetzt so, nachdem du dich stundenlang damit beschäftigt hast, deine armen, sterbenden Charaktere durch die Gassen zu jagen? So mittel, ehrlich gesagt. Also ich finde, diese Bücher haben alle so eine Grundfaszination. Ich mag auch das Absurde daran und die sind ja total regeldicht. Es gibt ja auch Spielbücher, die viel weniger Regelgewese machen und so, aber die hier haben ja immer Mitwürfeln und Werte mitführen und so. Und eigentlich mag ich das auf so eine Guilty Pleasure Art. So ein primitives Vergnügen ist das. Ich finde es aber objektiv kein besonders gelungenes Spielbuch. Hauptsächlich wegen der Sachen, die wir schon angesprochen haben. Dass es halt unfair ist, dass die Orte sich anfühlen wie zusammengewürfelt und dass sie irgendwie nicht zusammenpassen und dass es auch nicht so einen richtig roten Faden gibt, der dich durchzieht, bis auf diese Nicodemus Quest. Ja, also ich muss dir eigentlich in allen Punkten zustimmen. Es geht mir ähnlich und ich verstehe auch diesen Guilty Pleasure Aspekt, weil man sich denkt, ich verschwende ja eigentlich gerade meine Zeit damit, kleine Zahlen aufzuschreiben und Würfel zu würfeln, um festzustellen, ob ich fair diese Büsche besiegen kann, die mich gerade angreifen. Ich könnte auch einfach weiterblättern. Aber irgendwie macht es trotzdem so, ich weiß es nicht, der Teil in einem, der vielleicht doch Verwaltung gemacht hätte oder Betriebswirt oder so. Die Zufriedenheit, Zahlen korrekt eingeordnet zu haben und das alles richtig gemacht zu haben, das funktioniert. Ja, das gehört ja dazu bei diesem Spielempfinden, also mit ihrem Charakterblatt und so. Aber es ist schon alles ein bisschen unfreiwillig komisch mit Sandbarbauen und den Mondhunden. Also ich habe es jetzt nicht nochmal auf Englisch gekauft und nochmal zu gucken, ob die Übersetzung auch super ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist mir jetzt nichts ganz krass Negatives aufgefallen bei der Übersetzung. Sie haben halt Namen nicht mitübersetzt, das macht man ja oft nicht. Das finde ich immer so ein bisschen komisch. Also ich habe zum Beispiel bei dem Ork, dem Halb-Ork, der hat mir doch, was habe ich da getrunken? Was konnte man da kaufen? Irgendeinen Trank. Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass die Trolle Sourbelly heißen und so. Genau. Und bei dem Ork, da konnte man Tränke kaufen und dann habe ich da einen Old Trollborn-Trank gekauft. Und dann sagt er das so, du verträgst ja nicht mal Old Trollborn. Warum übersetzt man sowas nicht mit? Das wirkt da drin wie so ein Fremdkörper, sowas. Und man stellt sich auch so vor, dass die Leute in so einer Stadt nicht so sprechen würden, sondern dass sie irgendeinen Trank einfach so benennen würden, wie sie selber sprechen. Das wird aber oft gemacht in Büchern aus dem Englischen, dass man die Namen stehen lässt. Das finde ich immer ein bisschen schade. Naja, also bei Fantasy finde ich das sehr schade. Also wenn es keinen Sinn macht, weil so in meiner Vorstellung sprechen die Leute in dieser Fantasy-Stadt, in einer Fantasy-Welt, wahrscheinlich auch nicht modernes Englisch, sondern halt eine Fantasy-Sprache. Und das soll einfach dann diejenige sein, die wir auch sprechen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt doof klingt, aber für mich sollte es dann halt alles schon meine Muttersprache haben, wenn der Rest des Buchs sie hat. Sonst fühlt es sich komisch an und irgendwie unstimmig. Ist halt so random. Dann heißt halt die Stadt Port Blacksand. Ja, ist ja gut, aber die Feuerechse heißt ja auch Feuerechse und nicht irgendwie. Also ich meine, man übersetzt ja dann Teile davon und dann wird immer alles, was Eigennamen ist, dann hat man eine große Angst davor, das zu übersetzen, weil das irgendwie, keine Ahnung, dann Namensmagie ist oder so, ich weiß es nicht. Also ich würde die immer mit übersetzen. Ich fand das immer schöner. Hat nicht Game of Thrones die Orte übersetzt in der deutschen Version? Ja, und das hat auch nicht allen gefallen. Und ich erinnere mich auch an den Aufschrei, als bei WoW beschlossen wurde, jetzt doch tatsächlich alles zu übersetzen und dann aus Troutmoor Prachtmeer wurde und alle, oh, das geht gar nicht, wir haben uns so an die englischen Sachen gewöhnt. Also es gibt unterschiedliche Varianten. Ja, aber alle Leute, die das finden, haben halt Unrecht. Tut mir leid. Okay. Also im Herr der Ringe zum Beispiel profitiert ja ganz stark davon, dass sie den Namen übersetzt haben. Oh ja, das ist aber auch eine wirklich hervorragende Übersetzung, also die alte Übersetzung vom Herr der Ringe. Da ist so viel Überlegung reingeflossen, die Namen zu übersetzen. Das sind ein paar Beispiele, also jetzt, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich bin so ein Nerd, was Übersetzungen angeht, weil das auch einer meiner Jobs ist. Und in der alten Übersetzung vom Herr der Ringe sind ein paar tolle Beispiele dafür drin, wie man das machen kann. Wie zum Beispiel Shilop und Kankra. Weil Shilop kommt von Lobster oder von einem englischen Wortstamm, der mit, es hat viele Beine und ist furchtbar zu tun, der sowohl für halt Wassertiere als auch für Spinnen genutzt wird. Also das heißt im Grunde, die große, grässliche Spinne nur halt in einen Namen verpackt, Shilop. Und dann hat die Übersetzerin nach einem passenden deutschen Äquivalent gesucht und es gibt wohl den plattdeutschen, alldeutschen Begriff des Kanker. Das, was tatsächlich mit Cancer, mit dem Krebs im wahrsten Sinne des Wortes zu tun hat und auch was Hässliches mit vielen Beinen beschreibt oder eine Spinne. Und dann hat sie Kankra gemacht und es weiblich gemacht. Also es ist im Endeffekt die gleiche Logik hinter Shilop, aber nur ein anderer Name dabei rausgekommen und das ist super. So, Vortrag beendet. Wie geil, das wusste ich gar nicht. Ihr habt nun wirklich viel Nerdwissen über den Herrn Ringe angesammelt und auch über die Übersetzung und so, aber das wusste ich nicht. Wie geil ist denn das? Ja, ist das nicht ein super Beispiel? Die Frau muss ein Wissen gehabt haben an Sprachschatz im Englischen wie im Deutschen oder halt echt, echt gute Wörterbücher. Es war ja nicht die Zeit, wo sie es einfach hätte im Internet recherchieren können. Ich finde das halt so liebevoll, weil Tolkien hat sich ja nun Gedanken gemacht über diese ganzen Sachen, so wie sich ja auch, glaube ich, George R.R. Martin Gedanken gemacht hat über seine Orte. Und die bedeuten ja was in seiner Sprache. Wenn du da Riverrun hast, da ist ja ein Bild von so einem kleinen Fluss, der schnell fließt, irgendwas. Und wenn das in Deutschland halt auch Riverrun heißt, was einfach ein Wort ist, mit dem du halt nicht so eine starke Verbindung hast. Und dann finde ich es halt gut, dass die es halt Schnellwasser nennen. Und das ist aber in Game of Thrones nicht durchgängig gemacht. Ich weiß noch, in meiner Ausgabe, da hieß es Riverrun Schnellwasser, aber die ältere Frau, die bei den Starks wohnt und da den Jungs Geschichten erzählt, das ist Old Nan. Ich so, what the fuck? Ja. Bedeutet denn Old Nan nichts? Hm? 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 Könnte das ein Wort sein, das sprechend ist? Hm? Hm? Ja, ganz komisch so. Und ich hätte das hier den Schwarzsandhafen genannt oder sowas in der Art oder Port Schwarzsand oder so. Ich weiß nicht. Ich finde das immer ein bisschen enttäuschend. Wobei wir echt zugeben müssen, dass sich, glaube ich, hier niemand Großgedanken um die Namen gemacht hat. Da wurde halt eben in die Lücke eingefüllt, was einem als erstes eingefallen ist. Und der Gülsewist heißt Bam, 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 Semberbone. Und die Stadt heißt Silberton. Das ist jetzt keine große Kunst gewesen. Die große Kunst hier ist, den Überblick zu behalten und diese Struktur zu erstellen. Das stimmt nicht. Das denkst du dir so in deinem jugendlichen Unverstand. Aber bedenke, dass der Tätowierer Jimmy Quicktint heißt. Ja. Da hat sich jemand lange Gedanken drüber gemacht, wie ein Tätowierer heißen kann. In meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich sagen, nur weil es ein sprechender Name ist, ist er nicht zwingend ein guter Name. Jimmy Quicktint. Ja. Und da wüsste ich jetzt aber wirklich gerne, heißt der im Englischen auch so? Ja, ne? Ich gehe davon aus. Also ich nehme stark an, es gab es einfach die Ansage, die Eigennamen nicht übersetzen. Das kann manchmal tatsächlich auch eine Vorgabe von den Lizenzgebern sein. Ich kann da nur mit dem Hintergrund aus der Rollenspielszene sprechen, aber da gibt es durchaus manchmal dann Aussagen, wie die Eigennamen oder bestimmte Eigennamen auf dieser Liste sollen nicht übersetzt werden, weil die sind gesichert, markenrechtlich in irgendeiner Form. Für Dungeons & Dragons war das zum Beispiel zwischenzeitlich eine Weile so, dass man bestimmte Sachen nicht übersetzen durfte oder nicht übersetzen sollte. Und dann hast du halt ein deutsches Buch, wo dann aber der Herrscher über Niewinter und dann wird die Stadt übersetzt oder beziehungsweise nein, andersrum. Die Stadt durfte nicht übersetzt werden, die hieß dann Neverwinter. Aber derjenige, der aktuell über See herrscht, heißt im Original Neverember und der wurde dann als Nieglut übersetzt. Also dann entstehen halt solche Situationen einfach aus einer rechtlichen Lage heraus, wo es dann irgendwie die Aussage gibt von den Leuten, die halt sich nur mit den Amerikanischen beschäftigen und sagen, ja, wir geben jetzt international die Aussage, das darf nicht übersetzt werden, weil wir haben das gesichert und das muss jetzt überall so sein, ohne sich, glaube ich, der Tatsache bewusst zu sein, wie scheiße es wird. Ach, stimmt, natürlich, ist ja klar. Ja, ich weiß nur, Games Workshop hat ja immer ... Oh Gott, ja, die machen das am schlimmsten. Die haben ja alle sich einlassen und dann hast du halt so eine Rasse wie die Genestealer, die im All rumlaufen. Das bedeutet ja was, Genestealer. Und dann müssen die aber auch Genestealer heißen, obwohl die haben sie ja sogar übersetzt. Quatsch, was rede ich? Die heißen nochmal ... Das sind Symbionten, was auch nicht passend ist. Ja, ganz krasser Namenswechsel, genau. Ja. Dann stimmt. Immerhin haben sie es versucht. Ja, ich habe eine kleine Armee hier von Ihnen stehen an Genestealern oder Symbionten oder wie man sie jetzt nennen will. Aber da gibt es noch ganz, ganz schlimme Exzesse mit Games Workshop. Aber ich habe das Gefühl, wir schweifen ab, was vielleicht auch eine Aussage dazu ist, wie sehr dieses Buch nachhalt in uns. Nämlich gar nicht so sehr. Gar nicht so sehr, genau. Wir sind damit durch. Ja. Ich hatte Spaß. Also Spaß hatte ich vor allen Dingen im Austausch jetzt mit dir darüber, um rauszufinden, was du so erlebt hast. Aber das gehört ja so ein bisschen zu unserem Format Stave River spielt dazu, dass man nicht hauptsächlich den Spaß mit dem Werk hat, sondern den Spaß im Austausch findet. Im Erzählen, ja. Also ich hatte oft Situationen, wo ich mir dachte, boah, das ist so blöd. Ich freue mich schon drauf, darüber zu reden. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein großer Teil der Motivation hier. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für deine Mitwirkung. Vielen Dank von mir für das gemeinsame Projekt. Und vielen Dank euch fürs Zuhören bis hierher. Das ist jetzt der Abschluss der möglicherweise ersten Staffel Stave River spielt Bücher. Da freuen wir uns auf ein Feedback. Habt ihr Vorschläge, was wir noch spielen sollten? Sollten wir überhaupt noch weitere Sachen spielen? Wir sind für alles offen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Mayri, lieber Gunnar. Hallo. Hallo. Diese nicht vertraute Stimme hier für Hörer der Staffel, das bin ich, der Christian. Und ich habe die Gelegenheit ergriffen, um mich auch nochmal reinzuschmuggeln. in eure wunderbare Staffel, hat mir große Freude gemacht, dazu zu hören. Und eigentlich hatte ich das überhaupt nicht vor, aber dann hat bei uns auf Patreon ein Hörer, der Stefan, vermutlich im Scherz geschrieben, jetzt fehlt eigentlich zum Abschluss nur noch ein Excel-Special mit Christian. Und dann las ich das und dachte, hm, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Zum einen, weil, wie man weiß, ich ja gerne in Excel rumbastle und zum anderen, weil ich aber durch eure Staffel so angefixt worden bin, auch wieder in Abenteuerspielbücher reinzuspielen, was ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, dass ich dachte, das lässt sich dadurch ganz gut verbinden. Und außerdem hat es mich ein bisschen gereizt, als Fingerübung zu schauen, was kann ich denn aus so einem Abenteuerspielbuch rausziehen eigentlich an Daten, an Datensatz. Und ja, darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Es hat nicht so viel Aufmunterung gebraucht, Christian, oder? Nee. Eigentlich nicht. Aber es war ganz nett, sich auf diese Weise mal mit dem Spielsystem auseinanderzusetzen und mit dem Abenteuer der Stadt der Liebe. Okay. Ich denke, allen, die zuhören, ist noch einigermaßen vertraut, wie euer Abenteuer gelaufen ist. Es gab ja einige Stellen, wo ihr sehr geflucht habt. Und ich musste jetzt als Zuhörer, der das Buch auch nicht mehr im Kopf hatte, musste ich immer daran denken, dass in der Präambel von diesen Fighting-Fantasy-Büchern, also ganz vorne, wo das Spielsystem erklärt wird und wo man seinen Charakter auswürfelt, ja auch immer drin steht, so auch hier in der Stadt der Diebe, ich zitiere mal, der richtige Weg ist mit einem Minimum an Risiko verbunden und selbst ein Spieler, der nur sehr wenige Anfangspunkte mitbringt, müsste in der Lage sein, ihn ohne große Schwierigkeiten zu bewältigen. Und da fragte ich mich auch beim Zuhören schon, was wäre denn jetzt eigentlich der richtige Weg durch die Stadt der Diebe und stimmt denn das eigentlich, dass man mit einem schlecht gewürfelten Charakter da auch durchkommen müsste, wenn man nur die richtigen Entscheidungen trifft? Also, ich glaube, das Urteil von Gunnar und mir war ein ziemlich lautes Nein. Genau, richtig. Aber habt ihr vielleicht, seid ihr noch irgendwo falsch abgebogen? Habt ihr irgendeine Sache übersehen, dachte ich mir dann. Bestimmt dachtest du das. Haben wir Obst gekauft an der falschen Stelle. Genau. Naja, es fiel ja da, vor allem in den letzten beiden Folgen, häufiger mal das gezischte und gefluchte Wort Mondhunde. Das wird auch wieder kommen in dieser Folge, weil das ist schon, also, ja, das ist schon eine ziemliche Hürde, die es in diesem Abenteuer zu nehmen gibt. Es beruhigt mich aber ein bisschen, dass du keinen Weg an den Mondhunden vorbeigefunden hast. Das hätte mich jetzt geärgert, wenn wir das übersehen hätten. Es gibt keinen Weg an den Mondhunden vorbei. Die Frage ist da eher, gibt es eine Möglichkeit, das Kampfgeschick zu seinen Gunsten zu bestimmen? Also gibt es eine Möglichkeit, sich vorzubereiten sozusagen auf diesen Kampf? Das wäre jetzt ja auch noch eine legitime Frage. Es ist ja auch ein Buch, in dem man Gegenstände sammelt und solche Dinge. Also kann ich meine Chancen verbessern? Aber dazu kommen wir noch. Jetzt umreiße ich nochmal kurz den Punkt, in dem wir hier sind, in dieser Welt der Fighting Fantasy, weil das ist ja nun eine ganze Buchreihe, die da erschienen ist. Das war das fünfte Buch aus dem Jahr 83 und das ist insofern relevant, als es noch recht früh ist. Und das heißt, dieses Charaktersystem und dieses Kampfsystem, diese Würfelregeln, die da in dem ersten Buch im Hexenmeister vom Flammenden Berg definiert wurden, die gelten hier noch unverändert. Da ist also keine Variation drin. Das kam dann später mal. Ich habe hier zum Beispiel neben mir liegen Der Stern der Schmuggler, das ist das fünfzehnte Buch. Da gibt es dann zum Beispiel Fernkampf als neues Regelwerk und Raumschiffkämpfe als neues Subregelset sozusagen. Aber das haben wir hier alles noch nicht. Wie gesagt, die Frage ist, also es gibt offensichtlich einen richtigen Weg durch das Abenteuer, aber wie sieht das denn aus? Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr dann das reflektiert habt, das Abenteuer, und euch nochmal den Weg quasi durch die Stadt der Diebe vergegenwärtigt habt. Kam euch das sehr vielfältig vor oder eher linear? Also ab dem Nicodemus, sobald man bei der Brücke ist und den genauen Auftrag kriegt vom Magier, ist es ziemlich linear. Danach gibt es einen idealen Weg, den man laufen sollte. Aber vorher, ich bin mir nicht sicher, welcher von den drei Wegen, die man am Anfang nehmen kann, tatsächlich der beste ist. Möglicherweise, wenn man rechts geht, weil man dann den Pass partout bekommen kann, also den Schlüssel, mit dem man, aber ich weiß nicht, ob der einem wirklich so groß was bringt, weil man kommt in den Turm am Ende auch ohne den rein. Aber vielleicht hast du da ja eine genauere Erkenntnis, wo man tatsächlich hätte lang gehen sollen. Ich bin am Ende immer strak durch die Mitte. Aber die Frage habe ich mir auch gestellt, auf jeden Fall. Gunnar, hast du da auch eine Präferenz, eine Theorie, welchen Weg man einschlagen sollte? Nee, ich glaube, war nicht die eine Stelle mit dieser Falle, wo man in der Mitte der Straße angegriffen wird, eine, wo man zwar hinterher geheilt wird, aber in jedem Fall ein bisschen Energie verliert und war das nicht auf dem einen der anderen Wege umgehbar? Das war, wenn man links geht. Genau. Wenn man links geht, wird man überfallen, muss entweder zehn Gold zahlen oder im Pfeilhagel da durchrennen, durch diese Falle. Genau, den Weg bin ich nicht mehr gegangen, dann in späteren Versuchen, weil ich dachte, das ist zu teuer. Auch das behalten wir mal im Hinterkopf. Da kommen wir nämlich nochmal dazu. Ich will nur nochmal kurz skizzieren, der Vollständigkeit halber, wie dieser Weg aussieht, denn Mayre hat recht, die eigentliche Aufgabelung passiert in diesem ersten Teil, wo man diese drei Wege geht, diese drei Straßen gehen kann und danach ist es fast komplett linear. Da geht man ja über die Brücke von Nicodemus, wie du schon gesagt hast und folgt dann im Endeffekt der Hafenstraße bis zum Hafen nach Westen, also an den Westteil dieser Stadt. Das Park Black Sand ist ja eine Hafenstadt im Westen dieses Kontinents, auf dem wir hier sind. Die Fighting Fantasy Bücher sind zum großen Teil, also zu ungefähr der Hälfte in der gleichen Welt angesiedelt. Da ist tatsächlich eine ganze Fantasy Welt dahinter und auf diesem Kontinent gibt es also da eine Westküste und da ist diese Stadt dran. Und da im Westen ist dieser Hafen, da geht man hin und dann geht man nach Osten wieder in die Stadt hinein und da gibt es nochmal eine Aufteilung. Da kann man entweder in die Tower Street nach Norden gehen oder nach Osten weiter und das ist einer von ganz wenigen Punkten im Spiel, wo man tatsächlich eine falsche Entscheidung treffen kann. Wenn man hier nämlich nicht nach Osten geht, dann kommt man nicht in die Kanalisation und wir erinnern uns, man muss ja diese Gegenstände aufsammeln in der Stadt und ohne dieses Hexenhaar, das man hier in der Kanalisation bekommt, ist das nicht mehr lösbar, das Spiel. Und danach führen die Wege wieder zusammen, am Park vorbei, dann wird man von den Trollwachen rausgeschmissen aus der Stadt oder flieht vor ihnen und dann kommt die Wildnis und dann der Turm von seinen Babauen mit seinen sechs Stockwerken und das war's schon. Und auf diesem ganzen Weg ist keine weitere relevante Verzweigung mehr. Denn der allergrößte Teil von den Entscheidungen im Spiel ist tatsächlich diese Straßen abzugehen und dann gehst du ja von Haus zu Haus und dann ist da mal ein Laden und da mal ein Haus und immer ist eigentlich nur die Entscheidung, schau ich in dieses Haus rein, ja oder nein. Aber da verzweigt sich nichts. Das ist nur eine Nebenepisode und dann kommst du wieder auf den Hauptfahrt zurück. Gab's nicht noch eine Stelle, wo man sowas machen konnte, wie ich mit dem Obst? Also wo man da irgendwas macht, wo man reingeht und dann aber dadurch einen Weg sich auftut, den man, also wo man sich dann eine Möglichkeit vertut? Nee, das war nur die eine Stelle. Genau, das Obst ist tatsächlich die zweite von zwei Entscheidungen, wo du einen Fehler machen kannst. Das habt ihr ja ausführlich beschrieben, dass man eben kein Obst kaufen darf. Ich hab ihn ja auch ausführlich gemacht, diesen Fehler. Ja, gesund leben ist einfach nicht angesagt in diesem Spiel. Dass das eher linear ist, diese Erfahrung, das muss eigentlich auch so sein, denn die großen Verzweigungen in diesen Büchern sind ineffizient, weil das ja Strecken sind, wo ein großer Teil der Spieler dann den Teil nicht sehen wird, den er da nicht bereist und du also viel Platz in dem Buch füllst, viel Bauplatz verbrauchst, das ist ja auf 400 Absätze beschränkt, mit Sachen, die das Abenteuer nicht strecken, sondern die nur Varianten schaffen. Um mal ein Beispiel zu machen, wenn man zum Beispiel am Anfang nach Westen geht, also nach links geht, dann gibt es da diesen Hinterhalt, den ihr schon beschrieben habt, wo man entweder zehn Goldstücke auf den Boden legt oder eben dem Pfeilhagel aufgesetzt ist. Dann trifft man diese Entscheidung und wenn man von den Pfeilen getroffen wird, dann gibt es noch diese Verzweigung, wo ein Mädchen sagt, hey, folge mir, dann folgt man dem, dann wird man verarztet oder man entscheidet sich dagegen und schleppt sich selber weiter und das war es schon wieder. Das sind zwei Entscheidungen, eine Probe, die du da machen musst, dann ist die Begegnung schon wieder vorbei, du hast was erlebt und das füllt im Buch genau sechs Abschnitte. Und dann gibt es später im Spiel dieses Haus der Schlangenkönigin, in das ihr, glaube ich, nicht reingegangen seid, oder? Das habt ihr nur nachgetragen dann. Ja, ich glaube auch, selbst beim Nachtragen haben wir das nicht nochmal aufgearbeitet. Das war so, ich bin irgendwann mal drüber gestolpert, als ich was anderes gesucht habe und dann so in einen anderen Abschnitt gerutscht und so, Schlangen? Was? Wo? Genau. Ja, man rutscht da leicht in einen Abschnitt von der Schlangenkönigin, weil da gibt es nämlich ziemlich viele davon. Das ist ein Haus mit einem Encounter letztendlich. Da ist nur diese Schlangenkönigin drin und das beste Ergebnis ist, dass du da mit zwölf Goldstücken wieder rausmarschierst. Das ist das Beste, was du da erreichen kannst. Dann gibt es aber in diesem Haus diverse Entscheidungen. Eigentlich ganz cool, weil du wirst dann von dieser Schlangenkönigin durch einen verschlossenen Vorhang hindurch, also du kannst sie nicht sehen, wirst du dann gefragt, was machst du hier? Und dann kannst du sagen, ich liefere Blumen oder ich sammle Lumpen oder ich bin der Steuereintreiber und wenn du das mit den Blumen sagst, dann fragt sie dich, ja, von wem kommen denn die Blumen? Wer hat die geschickt? Und dann gibt es wieder drei Auswahlmöglichkeiten, was du da nennen kannst, was also zu diversen Verzweigungen führt. Das wiederum wird dann wieder zusammengefügt in zum Beispiel einem Kampf gegen die Schlangenkönigin und den kann man aber auf drei unterschiedliche Arten und Weisen erreichen und hat auch drei unterschiedliche Konsequenzen. Deswegen gibt es diesen Kampf dreimal im Spiel, also drei Abschnitte mit Kampf gegen diese Schlangenkönigin. Das sind eine ganze Reihe von Entscheidungen, die letztendlich dann nur wieder zusammenführen in entweder Kampf oder halt mit einer kleinen Belohnung rausgehen und das füllt 19 Abschnitte in dem Buch. Das heißt, in diesem gleichen Stauraum sozusagen hätte man zwei bis drei kleinere Begegnungen einbauen können. Die sind also sehr ineffizient, diese starken Verzweigungen mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten und deswegen gibt es da auch nicht so viele davon. Es gibt in dem nächsten Buch in der Reihe, das ist das berühmte Death Trap Dungeon, also das Labyrinth des Todes von Ian Livingston. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo man in einen Raum kommt und da steht eine riesige Steinstatue in einer Höhle und die hat ganz eindeutig Edelsteinaugen. Und dann kann man da hochklettern und dann fragt das Buch, hast du ein Seil dabei? Je nachdem, ob man das dabei hat oder nicht, kann man dann mit dem Seil da hochklettern oder man schafft es halt so, muss dann eine Probe würfeln und dann gibt es da oben die Entscheidung, willst du die Kristalle rausbrechen, welches, das linke Auge, das rechte Auge, dann kommt da ein Kampf mit Vogelwesen, die das verteidigen und dann gehst du wieder runter und unten fragt dich das Buch dann, ob du das Seil wieder mitnehmen möchtest. Das kann das Buch aber ja nur dann wissen, wenn es dich bei der Entscheidung vorher, nämlich ob man ein Seil hat oder nicht, verzweigt hat. Und so ist es auch tatsächlich. Also es gibt diesen gesamten Mittelteil mit den Kristallen, mit dem Kampf und sowas zweimal, nämlich einen Strang mit ich habe gesagt, ich habe ein Seil dabei und einen Strang mit ich habe kein Seil dabei. Es ist also redundant sozusagen und das füllt halt echt, solche Entscheidungen füllen echt viel Raum und deswegen passieren die meistens auch nicht in diesen Büchern. So, das nur Klammer zu. Das müsste ja nicht so sein. Das ist ja nur, wenn es ineffizient gebaut ist. Du könntest ja aus einer Stadtstruktur einfach, keine Ahnung, 25 Encounters über die Karte verteilen und den Spieler frei gehen lassen dazwischen und dann auch wieder zurückgehen lassen. Das ist das Problem hier und auch im Forst der Finsternis, ist ja nur, dass das Spiel dich nicht zurückgehen lassen will. Das ginge aber auf einer Stadtkarte eigentlich. Aber es will dich ja da durchschleusen und deswegen hast du diese ganzen unangenehmen Entscheidungen von Wegeentscheidungen, wo du nicht weißt, ob links oder rechts besser ist. Das Buch hat ja im Gegenteil zu einem Computerspiel nicht die Möglichkeit zu tracken, ob du etwas schon getan hast oder nicht. Das sieht man ja auch in diesem Buch, dass es immer mal wieder so ein bisschen ungelenk fragen muss, willst du die linke Tür öffnen, sofern du das nicht schon getan hast? Also da vertraut es auf deine Ehrlichkeit als Spieler, weil das Buch selbst kann das einfach nicht wissen. Aber es ist ja kein Problem, das ist ja eine Konvention in diesen Büchern. Ja, das ist auch in Ordnung. Es zeigt halt nur, was die Limitierungen von dem System sind. Also es gibt ja dann spätere Bücher, also gibt es ja bis heute verschiedenste Choose Your Own Adventure Bücher, die dann einfach Zustände tracken, wo du halt eine Reihe von Dingen hast, die du antickst oder wieder entfernst und wo dann halt immer nur abgefragt wird, welchen Zustand man hat oder so etwas in der Art. Das ist ein bisschen effektiver, aber am Ende natürlich muss es immer darauf vertrauen, dass man ehrlich ist, was das angeht. Also dies ist halt ein altes Buch, man merkt das und es ist kein besonders experimentelles Buch. Auch in der Fighting-Fantasy-Reihe wurde ja später noch viel mehr experimentiert mit den Regeln. Hier sind ja die Standards gerade erst etabliert. Also wir kommen dann noch zum Kampfsystem zum Beispiel und das ist alles nicht ideal, sagen wir es so. Das ist zwar ein funktionierendes Regelwerk, aber das hat seine deutlichen Schwächen und das zum Beispiel mit einem Zustand zu tracken ist eine ganz clevere Möglichkeit, um Entscheidungen des Spielers mitzuführen. Das stimmt. Genau wie Gegenstände ja eigentlich auch. Gegenstände sind ja auch nur eine Art Flaggensetzung oder Variable, die tracken sozusagen, ob der Spieler in der Vergangenheit eine entsprechende Entscheidung getroffen hat oder nicht, um an diesen Gegenstand zu kommen. Wenn ich mir ganz kurz beziehungsweise nicht mal mir, sondern eher Nico, also der anderen Hälfte von Orkenspalter.TV auf die Schultern klopfen darf, wir haben mal so ein Buch geschrieben, wo es dann das System gab, dass jeder Gegenstand, den man hatte, in seinem Inventar eine Zahl hatte und wenn man die addiert hat zu dem Abschnitt, in dem man war, wurde man weitergeleitet unter der Zahl zu dem Abschnitt, in dem Stand, was das Ergebnis ist, wenn man den Gegenstand an dem Ort benutzt. Das war sehr viel Planung, damit man nicht 350.000, das funktioniert nicht, Abschnitte hat. Aber das hat am Ende funktioniert und konnte es nicht immer direkt vorhersehen, ob das erfolgreich sein wird oder nicht. Also so viel nur zum Exkurs. Und ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die hier mal so ein Mechanismus erfunden haben. Wenn doch, dann yay. Sag mal schnell, wie das Buch heißt, falls unsere Hörer das jetzt ausprobieren möchten. Das heißt, die verbotene Kammer. Aber ich glaube, das ist nicht mehr zu kriegen. Das ist fürchtlich vergriffen. Aber man könnte schauen, die tauchen immer mal wieder auf Ebay auf oder anderen elektronischen Marktplätzen. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal zu dieser Frage des besten Wegs durch das Spiel. Oder anders gesagt, erst mal des kürzesten Wegs durch die Stadt der Diebe. Und das heißt, der kürzeste vollständige Weg, also wo man alle Gegenstände sammelt und wo einem nicht das Gold ausgeht und sowas. Wir haben ja schon gesagt, das Buch besteht aus 400 Abschnitten. Was schätzt ihr denn? Wie viele davon muss man durchlaufen, um erfolgreich zum Ende zu kommen? Das hatten wir uns gefragt. Und wir haben irgendwie gesagt, irgendwas zwischen 60 und 80, oder? Genau. Wir hatten es nicht ausgezählt, sondern hatten es so im Kopf überschlagen. Und das war ungefähr unser Ergebnis. Okay. Dann habt ihr ein bisschen zu niedrig geschätzt. Es sind mindestens 86 Abschnitte. Also mindestens ein Fünftel des Buches muss man durchlaufen, um zum Ende zu kommen. Was ich gar nicht so schlecht finde. Das gibt auch in dem Buch ja Endzustände, also Tode, die man erreichen kann. Schätzt auch da mal, was glaubt ihr denn, wie viele Gescheitertpunkte gibt es? Also quasi Abschnitte, in denen keine weitere Zahl mehr steht, sondern wo das Abenteuer zu Ende ist. Also ohne die Kämpfe, bei denen man ja auch verlieren kann und dann raus ist. Genau, genau. Ich würde gar nicht sagen, gar nicht so viele. Irgendwie fünf, acht, so in dem Bereich. Hätte ich auch gesagt, zehn. Mehr gibt es, glaube ich, nicht. Ja, es sind sogar ein bisschen mehr. Es sind zwölf insgesamt. Aber allein sieben davon sind im Turm von San Barbone. Also da merkt man auch, dass das Spiel da nochmal deutlich, wenn Schwierigkeitsgrad, also da ist es so, kann man es eigentlich gar nicht sagen. Da ist es gemeiner, schlichtweg. Zum Beispiel ja auch, weil man die falschen Zutaten zusammenmischen kann. Das allein führt schon in zwei von diesen Sackgassen. Ja, vielen Dank, Nicodemus, nochmal. Ich habe einen solchen Brast auf diese nicht existente Person. Und was denkt ihr, wie viele Kämpfe gibt es eigentlich im Spiel, in diesen 400 Abschnitten? Oh, jetzt versuche ich, das mal zu überschlagen. Okay. Auch die, die wirklich, die man wirklich suchen muss, wie zum Beispiel, ich greife jeden Besitzer eines Ladens an, den ich angreifen kann? Ja. 30? Bisschen weniger, 25. Meiri ist näher dran. Es sind 35 Kämpfe, tatsächlich. Manche davon gibt es sogar mehrmals, weil man sie auf verschiedene Weise erreichen kann, wie zum Beispiel die Stadtwachen am Anfang. Je nachdem, wie du auf dem Gefängnis ausbrichst, gibt es den Kampf mehrmals. Und es gibt insgesamt 38 Gegnertypen im Spiel, das mehr sind, als Kämpfe liegt zum Beispiel an diesem wandernden Monster, wo ja ein zufälliges Monster einem begegnet, das dann ausgewürfelt wird. Und der stärkste Gegner, den man im Spiel bezwingen muss, ist der zweite von diesen Mondhunden, zu denen wir dann nochmal kommen werden. Der schwächste Gegner, davon gibt es mehrere, die haben dann eine Gewandtheit von vier, zum Beispiel die wilden Hunde, in deren Blut man die Blumen eintauchen kann. Oder Goblins oder eine der Ratten hat auch nur eine Gewandtheit von vier. Der minimale Gewandtheitswert, den man als Spieler ja auswürfeln kann, dann ist eine Sieben. Das heißt, durch die Natur des Kampfsystems, auf das wir gleich noch kommen, sind vier Gegner eigentlich grundsätzlich harmlos. Und davon gibt es eine ganze Menge im Spiel. Aber für die Sicherheit des Wegs ist nicht unbedingt die Zahl der Kämpfe relevant, sondern die Stärke, die die Gegner haben. Der sicherste Weg, der durch das Spiel führt, was glaubt ihr, wie viele Kämpfe muss man da unterwegs bestreiten? Also verpflichtende Kämpfe? Also Mondhunde auf jeden Fall. Das rumlaufende Monster auf jeden Fall. Und dann, glaube ich, das meiste andere kann man irgendwie umgehen, indem man den richtigen Ring dabei hat. Also ich würde sagen, vier, fünf tatsächlich nur. Glaube ich auch. Kann man nicht alle in der Stadt umgehen, theoretisch? Ja, also man kann ein paar Kämpfe umgehen, wenn man die richtigen Gegenstände dabei hat. Das sind zum Beispiel die Mumie, die man verbrennen kann oder die Hexe, wo man den Trank dabei haben kann oder diese Heckenviecher, die man verbrennen kann. Wenn man den kürzesten Weg geht, wird man diese Gegenstände aber nicht dabei haben und muss stattdessen dann die Kämpfe schlagen, mit Ausnahme der Mumie. Aber was man auf jeden Fall bekämpfen muss, sind die Mondhunde, ist dieses wandernde Monster, sind die Ratten in der Kanalisation und die Skelette im Turm von Sunbarbon. Also mindestens mal vier, plus je nachdem, ob man Gegenstände dabei hat oder nicht, nochmal drei zusätzlich, drei, vier zusätzlich. Stimmt, die Skelette im Bossfight, die hatte ich vergessen. Das ist von dem Ganzen und jetzt mit dem Silberpfeil schießen und Dinge in den Augen. Beim nochmal, also beim nochmal Hören, beim Autofahren liefen die Folgen jetzt tatsächlich und ich war tatsächlich selber amüsiert. Das schiebe ich jetzt einmal alles auf Gunnar. ist mir aufgefallen, dass wir nicht hinterfragt haben, dass wir einem Skelett Dinge in die Augen reiben. Im Endeffekt, lassen wir das so in seinen Schädel reinrieseln durch die Augenhöhlen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau wir da tun. Hat der nicht so glühende Plasma-Augen, dachte ich. So habe ich mir den vorgestellt. Und dass man da irgendwas reinreiben kann, reinstreuen kann. Möglich. Ja, es ist unbekannt, wie genau das technisch vor sich geht. Also wir halten schon mal fest, ohne Kämpfen wird man nicht durch das Abenteuer kommen. Auch auf dem einfachsten, auf dem sichersten Weg sind also mindestens diese vier Kämpfe zu schlagen. Und das führt uns wieder zu der Frage, wie hoch ist denn die Überlebenswahrscheinlichkeit von dem schlechtesten Held, den man auswürfeln kann. Also man muss ja mindestens diese vier Kämpfe schlagen. Man muss mindestens drei Glücksproben absolvieren auf dem sichersten Weg. und am Ende ist ja auch noch eigentlich diese 33%-Entscheidung, ob man die richtigen Zutaten zusammengemischt hat, die ja einfach eine Glücksentscheidung ist, wenn man das ehrlich spielt. Aber bevor ich euch jetzt sage, wie hoch die Überlebenswahrscheinlichkeit für so einen Held ist, müssen wir nochmal schnell sagen, was ist denn eigentlich der schlechtest mögliche Held? Das ist beim Auswürfeln. Am Anfang ist es also ein Held, der einen Gewandtheitswert von sieben hat, 14 Lebenspunkte, was ja Stärke heißt in dem Spiel, und einen Glückswert von sieben. Das ist das Niedrigste, was man haben kann. Versus der bestmögliche Held hat zwölf an Gewandtheit und Glück und 24 Lebenspunkte. Also es klingt nicht nach so viel im Unterschied, das macht aber doch eine Menge aus. Und dann hat man ja von Anfang an auch 30 Goldstücke dabei und zehn von diesen Proviantpaketen. Die Proviantpakete übrigens, davon gibt es auch nur genau diese zehn im Spiel, weil ich weiß nicht, ob ihr das im Hinterkopf hattet, aber man kriegt nie welche dazu im ganzen Spielverlauf. Das sind andere Fighting-Fantasy-Büchern, glaube ich, ist das teilweise anders gelöst, aber das ist eines, wo du in diesem Fall mit den Anfangsrationen auskommen musst. Und es gibt Möglichkeiten, im Abenteuer sie einzusetzen, außer dich zu heilen. Zum Beispiel kannst du sie im Zweifelsfall einsetzen, um den Silberpfeil zu bekommen, wenn du nicht genügend Geld hast, oder um die goldenen Blumen zu kaufen. Und es gibt ein Zusammentreff mit einem Ogre, der auch was zu essen haben möchte. Da kannst du also auch zwei Proviantrationen einsetzen. Aber das war es schon. Darüber hinaus haben sie keinen Nutzen, außer halt dich zu heilen. Und weil das so ist, würde ich auch deutlich dazu raten, sie nur zum Heilen zu verwenden und für nichts anderes. Ich kann auf jeden Fall davon abraten, sie dem Ogre zu geben, weil danach greift er einen trotzdem an. Dann hat man ihn gerade noch gefüttert. Ja, also alle Kämpfe vorher sind wahrscheinlich gar nicht so der Knackpunkt, aber gegen die Mondhunde, die eine hat gewandt, der andere zehn, wenn ich mich richtig erinnere. Elf sogar. Elf sogar. Also ich würde sagen, dass die Überlebenschancen von dem schlechtesten Held nicht höher als so 25, 30 Prozent liegen. Ja, schon mal ein guter Tipp. Das behalten wir noch mal kurz im Hinterkopf. Ich würde noch mal schnell bei diesem Start, bei diesem Heldenbau bleiben. Da gibt es ja noch eine Entscheidung zu treffen, nämlich welchen von den drei möglichen Tränken man ins Abenteuer mitnimmt. Ein Stärketrank, einen Gewandtheitstrank oder einen Glückstrank. Hattet ihr da eine Präferenz? Also ich glaube, Gunnar sagte am Ende, der Glückstrank muss der entscheidende sein, weil man dadurch einen enormen Vorteil zwischen den Kämpfen bekommt, wenn man das wieder zurücksetzen kann. Allerdings, wenn man Glück nur sieben hat, es bringt einem alles nicht so viel. Ich glaube, ich habe immer den Gewandtheitstrank mitgenommen, weil ich nie den Weg irgendwie gefunden hatte, aus der Stadt rauszukommen, ohne zumindest einen Punkt Gewandtheit zu verlieren. Okay. Ja, ich stehe zu meiner Meinung mit dem Glückstrank. Der Stärketrank ist doch einfach nur eine weitere Ration, oder nicht? Nee, der macht ganz voll, glaube ich. Ja, eine besonders starke natürlich. Aber ich hatte, glaube ich, das Gefühl, dass ich die Rationen nicht aufgebraucht habe im Durchschnitt. Also, dass das eigentlich gereicht hat mit den zehn Rationen, wenn man mit denen ein bisschen Haus hält. Und ich habe also wirklich in ein paar Situationen im Kampf Glück einsetzen müssen, um zu gewinnen. Das war dann schon relativ schnell weg, weil das kannst du ja nicht mehr benutzen, wenn das auf fünf oder sechs runter ist, ehrlich gesagt. Also, ob der Gewandtheitstrank für dich relevant ist, oder, nein, fangen wir an an, ob der Stärketrank für dich relevant ist oder nicht, hängt sehr stark von deinem Gewandtheitswert ab. Interessanterweise. Je höher der ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt Lebenspunkte verlieren wirst. Und Gunnar hat recht. Die Rationen sind so großzügig. Also, der geben ja vier Lebenspunkte pro Ration. Du hast zehn, also kannst du 40 Lebenspunkte wiederherstellen. Und bei so einem durchschnittlichen Durchlauf durch das Spiel auf dem sichersten Weg mit einem schlechten Charakter wirst du im Schnitt so 45, 46 Lebenspunkte verlieren. Und das heißt, die 40, die du durch die Ration wiederherstellen kannst, sollten rein statistisch locker ausreichen, um durch das Spiel durchzukommen. Also, es gibt meiner Meinung nach in diesem Abenteuer keinen guten Grund, um den Stärketrank zu nehmen. Der Gewandtheitstrank, ja, das kommt sehr darauf an, welchen Weg du nimmst, weil es gibt elf Stellen im Spiel, wo man Gewandtheit verlieren kann und keine einzige Stelle, wo man sie wieder zurückbekommt. Also, die einzige Möglichkeit, Gewandtheit wieder zurückzubekommen, ist, abgesehen von magischen Gegenständen, ist eben dieser Trank. Aber das ist jetzt ein bisschen ein Gamble, ob du da auf Nummer sicher spielen möchtest oder nicht, um deine Gewandtheit wiederherzustellen. Wenn du das Spielbuch gut kennst und den idealen Weg kennst, dann wirst du nie Gewandtheit verlieren. Dann ist also auch dieser Trank unsinnig. Glück dagegen ist verpflichtend. Ich sagte ja vorhin schon, es sind mindestens drei Glücksproben im Spiel, die du machen musst auf dem Hauptweg. Und mit jeder Glücksprobe wird dir ja auch ein Glückspunkt immer abgezogen. Also, du kannst es nicht vermeiden, Glück zu verlieren, selbst auf dem besten Weg. Und der Glückstrank hat ja auch noch den gravierenden Vorteil, dass er sogar deinen Maximalwert um einen Punkt erhöht beim Glück. Und das macht doch einen sehr deutlichen Unterschied. Wenn du es schaffst, dein Glück hoch zu pushen, auf einen Wert von 10 zum Beispiel, dann hast du schon eine 92-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine Glücksprobe zu schaffen. Wenn du auf Glück 11 kommst, dann sogar 97 Prozent und bei 12 100 Prozent. Also, diese oberen Glücksregionen sind doch sehr erstrebenswert, um die Proben, von denen es viele gibt im Spiel, die Glücksproben, um die zu bewältigen. Und deswegen würde ich auch sagen, es sollte der Glückstrank sein. Okay. Dann hat Herr Lord recht und ich fühle mich da. Es ist ein bisschen hier wie so, wir haben jetzt gebüffelt und jetzt nimmt Herr Schmidt uns irgendwie die Prüfung ab über den Inhalt des Buchs. Vielleicht wollt ihr in Zukunft nochmal ein Fighting-Fantasy-Buch machen, dann ist das vielleicht ein bisschen von dem Hinterkopf. Aber das hängt natürlich sehr stark vom Abenteuer ab. Wenn du ein Abenteuer hast, das dir zum Beispiel sehr viele Stärkepunkte abzieht oder sehr viele starke Kämpfe hat, dann sind die anderen Tänker doch sinnvoller. Das bringt mich zu der Frage, welchen Einfluss haben denn eigentlich Gewandtheit und Stärke auf die Kämpfe und welcher von diesen beiden Werten ist der wichtigere? Habt ihr da eine Theorie, eine Tendenz? Ist ja klar, oder? Gewandtheit. Ja, genau. Gewandtheit ist ja der wichtigste Wert im Spiel. Ja, Gewandtheit ist der wichtigste Wert im Spiel. Und zwar durch die Art und Weise, wie das Kampfsystem gemacht ist. Also beide Kämpfer würfeln ja gleichzeitig. Das heißt, es gibt jetzt keinen Vorteil durch sowas wie First Strike zum Beispiel, sondern es gibt einfach eine Chancengleichheit. Wenn du mit einem Gegner kämpfst, der den gleichen Gewandtheitswert hat und im Zweifel auch die gleiche Stärke, dann ist es die Chance, dass du den Kampf überlebst, genau 50 Prozent. Aber das Ding ist, dass das Kampfsystem natürlich alles oder nichts ist. Das heißt, in jeder Runde, die ausgewürfelt wird, kann nur der Gewinner Schaden zufügen. Und das heißt, dass die Gewandtheit, die ja die Gewinnchance für den einzelnen Würfelwurf bestimmt, überproportional hohe Bedeutung hat. Weil nur, wenn ich den Wurf gewinne, also die Runde gewinne, dann füge ich auch Schaden zu. Und die Stärke, also meine Lebensenergie, hat eine relativ geringe Bedeutung, weil sowas wie einen starken Gegner einfach abzunutzen, in dem der mich zwar die ganze Zeit haut, aber ich bringe auch immer ein paar Nadelstiche an, das gibt es nicht in diesem Kampfsystem. Es ist so ein Winner-Takes-It-All-System. Und das bedeutet, Gewandtheit ist wirklich alles. Ich sagte schon, die Chance, einen Kampf zu gewinnen, ist genau 50 Prozent. Bei gleicher Gewandtheit, sobald du einen Punkt mehr hast, steigt die Gewinnchance bereits auf 80 Prozent. Und wenn du zwei Punkte mehr hast, sind wir bei 95 und sobald es drei Punkte mehr sind, sind es 100. Also, das ist ein bisschen gerundet, na, aber. Also wenn du einen annähernd sicheren Sieg haben möchtest, dann musst du drei Gewandtheitspunkte höher sein als der Gegner. Und da ist es auch völlig irrelevant, wie hoch das ist. Also ob du jetzt zehn hast und der Gegner sieben oder ob du vier hast und der Gegner eins, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern nur der Unterschied ist das Entscheidende. Und umgekehrt, was den Stärkewert angeht, also wenn zwei gleich starke Gegner gegeneinander kämpfen mit der gleichen Stärke, mit der gleichen Lebensenergie und du hast einen Punkt Lebensenergie mehr, dann erhöht es deine Gewinnchance nur um 10 Prozent. Also von 50 auf 60 Prozent. Du brauchst also, um annähernd sicher den Kampf gegen einen gleich starken Gegner gewinnen zu können, musst du mindestens 14 Punkte Stärkeunterschied haben. Also gravierend ungleich. Dementsprechend, wenn man einen Held auswürfelt am Anfang, der zwar sehr gewandt ist, aber nicht stark, ja super, rein damit ins Abenteuer. Wenn es der umgekehrte Fall ist, dann wird es sehr haarig werden. Dann verheizen wir den möglichst schnell. Ja. So wie die drei namenlosen Helden von Gunnar, die irgendwie zwischendurch alle in der Stadt verloren gegangen sind. Ja nun, was soll man denn machen? Ich bin kein so richtig toller Stochastiker. Also Wahrscheinlichkeitsberechnungen bin ich jetzt nicht so firm. Das heißt, ich habe mir, um mal zu gucken, wie gut sind denn meine Gewinnwahrscheinlichkeiten gegen bestimmte Monster, habe ich mir einen Simulator gebaut. Also wo ich meine Werte eintragen kann und die vom Monster und dann rechnet der schnell 200 Kämpfe durch und spuckt mir aus, wie viele davon gewinne ich denn und wie viele verliere ich. Das gibt einem dann ein ganz gutes Gefühl dafür, wie dann eigentlich so die Wahrscheinlichkeiten sind. Aber es gibt ja ein paar Varianten von dem Kampfsystem hier auch schon in diesem Abenteuerbuch. Also zum Beispiel eine Variable, die vom Buch normalerweise nicht verändert wird, ist der Schadenswert. Also wie viel Schaden machst du eigentlich pro Schlag? Nämlich zwei Schadenspunkte und beim Gegner ist es genauso. Es gibt zwei Kämpfe im Spiel, wo die Gegner mal mehr Schaden anrichten. Nämlich die Schlangen, die einen Giftbiss haben, das sind dann vier Schadenspunkte und falls du dumm genug bist, gegen den Schmied zu kämpfen, ja, der macht dann auch drei Schadenspunkte. Ja, das führt im Endeffekt ist das Gleiche, was ich vorhin schon gesagt habe. Das Ausschlaggebende ist da eher der Gewandtheitswert. Also die Wahrscheinlichkeit, ob der Gegner dich überhaupt treffen kann. Die Schlangen zum Beispiel haben Gewandtheit fünf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die überhaupt treffen, ist so gering, dass es schon gerade egal ist, ob die mehr Schaden machen. Beim Schmied ist es was anderes. Das tut dann weh, weil der hat eine Gewandtheit von neun. Diese ganzen Varianten, von denen es nicht so viele gibt und auch nur in seltenen Fällen in diesem Abenteuerbuch, die ändern nichts groß, was an dem Primat von Gewandtheit. Und jetzt kann man sich angucken, was ist denn eigentlich der Mittelwert der Gewandtheit, den die Gegner im Spiel haben. Und das ist sechs, sechs Punkte oder 6,6 genau zu sein. Irgendwo zwischen sechs und sieben. Und der schwächste mögliche Held ist, wie gesagt, ein Siebener Held. Das heißt, der sollte eigentlich ganz gut durchkommen. Aber das Ausschlaggebende sind natürlich die Schwierigkeitsspitzen. Ja, Stichwort Mondhunde. Der kann ganz toll durch zehn, zwölf Kämpfe durchkommen, aber dann steht er halt diesem zweiten Mondhund gegenüber mit Gewandtheit elf. Und da gilt wieder der Gewandtheitsunterschied. Sobald der zu groß ist, hast du eigentlich kaum noch eine Chance, diesen Kampf zu gewinnen. Jetzt haben wir also unseren Minimalheld mit Gewandtheit sieben und der zweite Mondhund hat Gewandtheit elf. Das ist ein Unterschied von vier Punkten. Das heißt, der hat über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, der Mondhund. Der hat sogar 100 Prozent Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Das ist ja auch noch ein Doppelkampf, wo du dazwischen kein Proviant essen kannst oder sowas. Also du musst ja beide Hunde besiegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Minimalheld durch diesen Kampf durchkommt, liegt bei null. Vielleicht bei null Komma. Aber also dieser Anspruch des Buchs, wenn man so möchte, dass du selbst mit niedrigen Werten durchkommst, heißt nicht für niedrigste Werte. Zumindest nicht in diesem Urzustand. Damit ist dieser Kampf nicht zu schaffen. Was hier nicht berücksichtigt, ist das Einsetzen von Glück. Du kannst natürlich versuchen, im Zweifelsfall noch mit Glückswürfen dann zum Beispiel deinen Schaden zu erhöhen. Dann steigt deine Gewinnwahrscheinlichkeit ein bisschen. Aber das macht das Kraut jetzt nicht groß fett, zumal du das Glück später noch brauchen wirst im Turm von Sunbarbone. Zum Beispiel für das Abschießen des Silberpfeils. Wie viele Lebenspunkte hat der zweite Mondhund? Oder überhaupt die Mondhund? Neun, ja. Okay, es ist ja hoffnungslos, dein Glück einzusetzen. So viel Glück kannst du gar nicht haben, dass du das Glück auch einfach einsetzen kannst. Ja, das Glück erhöht, glaube ich, die Schadenspunkte von zwei auf drei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vier, dachte ich. Auf vier? Also du musst ihn auf jeden Fall mindestens dreimal treffen und auch dreimal einen erfolgreichen Glückswurf haben. Also was dich wiederum drei Glückspunkte kostet. Das ist schon herb. Theoretisch kannst du Kämpfen mit Glück gewinnen, wenn der Gegner eine Glaskanone ist sozusagen. Also jemand, der selber wenig Stärke hat. Dann geht das schon. Und ich glaube, also ich glaube, es sind wirklich vier Punkte, die du dann anrichtest. Und wenn so ein Gegner sechs hat oder so, dann musst du ihn bloß einmal mit Glück treffen und einmal nochmal so treffen. Und dann geht das schon. Hast du die Trefferanzahl von drei auf zwei reduziert? Und das kann schon genau den Unterschied machen. Genau. Also wenn das Buch so gebaut wäre, dass es dir zum Beispiel solche asymmetrischen Kämpfe gibt mit einem sehr starken Gegner, den du aber nur einmal treffen müsstest theoretisch oder zweimal, dann könnte das eine ganz spannende Konstellation sein. Aber so funktioniert das nicht. Es gibt solche Gegner nicht im Spiel. Nicht in diesem Buch. Nun habe ich schon gesagt, also dieser Minimalheld wird nicht durch das Buch kommen. Punkt. Ja, das ist einfach so. Das ist ja nicht der einzige Kampf, den er schaffen müsste, plus die Proben und so weiter. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit ist null. Aber im Laufe des Abenteuers hat er ja möglicherweise die Chance, stärker zu werden. Und da kommen wir nochmal zu diesem Punkt. Darf ich eigentlich meine Anfangswerte über den ausgewürfelten Wert heraus erhöhen oder nicht? Also wenn ich zum Beispiel die Gewandtheit 7 würfle, darf ich da eigentlich drüber gehen? Die englische Ausgabe, die Originalausgabe des Buchs sagt explizit im Vorwort never. Also deine Werte können niemals über den Ausgangswert steigen. Im Abenteuer an sich kommt es aber trotzdem zu Situationen, wo im Text dann explizit steht, dass man Punkte to your total hinzuzählen soll. Also über das Maximum hinaus. Das heißt, das ist einfach eine Widersprüchlichkeit im Buch. Die deutsche Fassung, die ihr, glaube ich, gespielt habt, die sagt, dass normalerweise die Anfangspunktzahl nicht überstiegen werden darf. Aber es gibt Situationen, wo das möglich ist. Das heißt, theoretisch hat auch unser Siebener Held die Chance, noch ein bisschen stärker zu werden. Und zwar durch magische Gegenstände. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die in diesem Buch existieren, um Gewandtheit zu bekommen. Gehört da nicht auch die Rüstung zu? Ich dachte, man kann bei dem Schmied ja eine Rüstung irgendwie kaufen, die einem zwei Punkte auf Geschicklichkeit gibt. Ja, genau. Das Ding ist, in beiden Fassungen, sobald ich das gesehen habe, in der deutschen und in der englischen, steht da nicht dabei, dass es zum Total ist. Sondern einfach nur gibt dir zwei Punkte. Und das ist jetzt ein bisschen Auslegungssache. Da würde ich gerne noch mal nachher dazukommen, wie man das jetzt bestimmen sollte oder nicht. Die Sachen, wo es deutlich ist, also die Gegenstände, wo im Spiel auch explizit beschrieben ist, dass du da etwas dazu bekommst, das sind nicht viele. Das sind die magischen Schuhe, von denen ihr auch erzählt habt, dass man sie anziehen kann, die einen Gewandheitspunkt dazu bringen, also obendrauf. Dann gibt es den geflügelten Helm. Der bringt zwar keine Gewandtheit, aber der bringt einen Punkt mehr auf die Würfe im Kampf. Was im Endeffekt genau das gleiche ist, als ob man einen Punktgewandtheit hätte, aber halt nur für den Fall von Kampf, nicht für Proben. Und genau das gleiche gilt auch für das magische Schild, das man finden kann. Auch das bringt eins zur Angriffsstärke, was das gleiche ist im Kampf wie eins zur Gewandtheit. Das Problem ist nur, diese drei Gegenstände sind auf den drei Wegen verteilt am Anfang. Das heißt, du kannst nur einen davon bekommen. Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, diese Skorpionbroschen zu bekommen auf dem westlichen Weg. Und da ist der goldene Skorpion dabei, der zwei Punkte zum Glück dazu gibt. Und zwar auch wieder to your total, also auf die Gesamtpunktzahl dazu. Und das ist schon sehr attraktiv, angesichts der Glücksproben und der Bedeutung von Glück in dem Spiel. Also wenn unser Anfangsheld einen der Gegenstände findet auf der Weggabelung am Anfang, die ihn eben effektiv plus einen Gewandtheit dazu gibt, dann steigt seine Chance gegen die Mondhunde auf fünf Prozent. Ganze fünf? Immerhin! Ja, immerhin. Also, um das kurz zu machen, eine vernünftige Chance gegen diese Mondhunde hast du ab einem Gewandtheitswert von neun, wenn du den Gegenstand mitbringst, ansonsten eigentlich ab zehn. Ja, und darunter bist du im Endeffekt totgeweiht. Ja, ich glaube, ich bin mit einem neuner Charakter da reingelaufen das erste Mal. Beziehungsweise einen Charakter, der zehn hatte, dann über die Mauer geklettert ist, dann hatte er nur noch neun. Und ja, dann halt von den Mondhunden wirklich zerfleischt wurde. Ja. Das war ein langer, aber kein schöner Kampf. Das Unschöne an dem Kampfsystem oder dem Charaktersystem des Spiels ist, dass es so unausgewogen ist, weil es eben die Extreme so betont. Das heißt, wenn du einen sehr schwachen Held hast, wie eben diesen Siebener Held, dann reißt der auch echt nichts gegen so einen Gegner wie diesen Elfer-Mondhund. Umgekehrt, wenn du einen Maximalhelden hast, also einen mit Gewandtheit 12, dann ist der in jeder beliebigen Situation immer mindestens einen Punkt besser als der stärkste Gegner. Meistens zwei, drei oder vier. Der läuft durch das Abenteuer einfach nur durch. Also einen Maximalhelden zu spielen ist keine Herausforderung mehr, weil du wirst jeden Kampf damit gewinnen und die allermeisten davon. Es gibt überhaupt nur drei Kämpfe, wo selbst ein Durchschnittscharakter mit also zehn Punkten Gewandtheit so eine Art Anstrengung machen muss. Das sind eben die Mondhunde, das sind die Trollwachen, die du ja aber vermeiden kannst und der Schmied, den man ja auch vermeiden kann. Also eigentlich sind es nur die Mondhunde. Aber selbst für einen Durchschnittscharakter ist das ein Kampf, wo eine Chance besteht, dass man stirbt. Schon der Hammer, ne? Also es ist wirklich eine harte Hürde. Passend dazu, dass wir heute hier drüber reden, hat Ian Livingston heute was gepostet, gerade exakt zu diesem Buch, zum Manuskript. Und ich habe dann bei mir angeschaut, die Kommentare drunter und da waren Leute, die geschrieben haben, dass sie bis heute dieses Buch nicht durchgespielt haben. Komisch. Da habe ich mich, da dachte ich mir, wow, wie oft hat man das dann versucht und hat dabei versagt? Oder ist das einfach irgendwann frustriert hingelegt? Und sollte man den Leuten vielleicht sagen, dass sie mit einem niedrigstufigen Charakter das gar nicht erst versuchen sollen? Ja, es wäre fairer gewesen, es entweder so zu gestalten, dass man da, also das blieb, es hätten eigentlich die Mondhunde rausgemusst. Dann wäre das schon ein ganz, ganz anderer Schnack. Aber das ist ein unfairer Kampf, genau wie die Drittelwahrscheinlichkeit zu versagen im Bosskampf natürlich auch einfach nur arschig ist. Aber so ist das Buch gestaltet. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Frage zurück, welchen Weg soll ich am Anfang gehen? Wir hatten ja schon gesagt, es gibt da diese drei Möglichkeiten, nach links, nach rechts oder geradeaus. Und Meiri sagte, entweder nach rechts oder sie ist dann immer geradeaus nach Norden gegangen. Gunnar sagte, Hauptsache nicht nach Westen, also nicht nach links gehen. Der kürzeste Weg ist der nach Norden. Wenn man einfach nur durchläuft, ohne nach links und rechts zu gehen, ist man in sechs Abschnitten durch und ist am Marktplatz. Also wenn man einen Speedrun machen wollte, ohne irgendwas mitzunehmen, dann auf jeden Fall nach Norden durchmarschieren. Der Weg nach Osten, der ist ein bisschen länger und da kriegt man den Helm. Das ist ein leichter Kampf und braucht nur einen kleinen Umweg. Also da ist man mit dem Gegenstand in zwölf Abschnitten durch. Aber der beste Weg ist der nach Westen. Also den nach links durch zu gehen. Das kostet einen zwar die zehn Goldstücke, die man auf den Boden legen muss bei diesem Pfeil hinter Hals. Wenn man das nicht macht, ist das hoch riskant, weil du hast eine Chance, dass dir da 18 Stärkepunkte abgezogen werden, im schlimmsten Fall. Also das ist brutal. Dementsprechend ist das, also ist ganz klar, die Entscheidung, die hier fallen muss, ist das Geld hinzulegen. Aber du kriegst auf diesem Weg auch Geld wieder zurück. Sieben Punkte, also einen Teil davon kriegst du wieder zurück. Du kriegst dort die magischen Stiefel, die eigentlich der beste von diesen magischen Gegenständen sind, weil es auf Skill geht und nicht nur auf das Kampfergebnis. Und du hast die Chance, da die beiden Skorpionbranchen zu stehlen, die dir diese zwei Punkte auf das Glück bringen und nach jedem Kampf einen Stärkepunkt wieder heilen. Und diese Kombination ist einfach die beste Wahl. Also geht am Anfang nach links. Aber zehn Goldstücke, dafür bin ich zu geizig, Christian. Ja, das ist gut, dass du das sagst, Gunnar, weil Gold ist auch noch so ein Punkt. Eine der, eigentlich die letzte große Frage, die ich noch habe für euch, ist, ob es sich denn überhaupt lohnt, von dem idealen Weg abzuweichen. Dazu müssen wir mal kurz über Gold reden, weil was gibt es überhaupt für Gründe, von dem geraden Weg abzuweichen? Naja, das wäre Machtgewinn. Entweder durch mehr Gold, mit dem man irgendwas anfangen kann, oder durch Gegenstände oder irgendwelche Segen oder solche Dinge. Und da ist natürlich die Frage, brauche ich denn eigentlich Gold? Also wenn man den schnellsten Weg durch das Spiel geht, dann hat man am Ende 25 Goldstücke übrig. Das ist der Nordweg. Auf den anderen Wegen bleiben einem sechs oder acht Goldstücke übrig. Und auch das heißt, es gibt keinen Grund, irgendwo abzuweichen, um Gold zu bekommen. Du kriegst auf dem besten Weg einmal fünf Gold dazu, wenn du diesen Häftling triffst, diesen entflohenen Typen, und da in der Stadtwache übergibst, dann gibt es nochmal fünf Gold. Und man muss zahlen, nur für den Silberpfeil, für diese Tätowierung, einen Eintritt in diesen Garten, ein Goldstück, dann ist empfehlenswert, das Seil und die Laterne zu kaufen und am Marktplatz wirst du beklaut, wo ein Goldstück weg ist. Aber das war es auch schon, mehr Geld braucht man nicht. Und weil du nach der Stadt eh kein Gold mehr brauchst, kannst du dir das im Zweifel von den Trollen am Ende auch abnehmen lassen. Die erpressen dich ja und sagen, hier, gib mal alles Gold her und dann schmeißen sie dich aus der Stadt raus. Das ist völlig egal, weil du brauchst kein Gold mehr. Macht also nichts, macht keinen Unterschied. Nur ein schlechtes Gefühl. Ein schlechtes Gefühl, genau. Der östliche Weg, also nach rechts zu gehen am Anfang, da wirst du zwangsläufig überfallen unterwegs. Und da findet eine Glücksprobe statt. Und wenn du diese Glücksprobe nicht gewinnst, wird dir alles Gold gestohlen. Also die 30 Goldstücke vom Anfang. Und das ist dann tatsächlich problematisch. Das ist kurz vor dem Marktplatz. Das heißt, du kommst dort ohne Geld an. Da gibt es auch keine Chance mehr, das Geld wiederzubekommen vorher. Und da kannst du dir dann nichts kaufen. Also nicht die Laterne, nicht das Seil. Wirst aber auch nicht beklaut, weil du hast ja kein Geld mehr. Und das macht das Spiel nicht unschaffbar, aber das ändert ein bisschen die Strategie. Du kannst dann, macht es keinen Sinn mehr, über die Stadtmauer zu klettern. Dann musst du dich rausschmeißen lassen und gegen die Mumie musst du dann kämpfen, wenn du die Laterne nicht hast und sowas. Aber für die anderen Sachen gibt es Alternativen. Beim Silberschmied zum Beispiel musst du dann halt deinen Proviant eintauschen, statt ihn zu bezahlen. Das Spiel ist in der Hinsicht erstaunlich, ja, fair ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist zumindest so, dass du selbst dann, wenn dir solche Schicksalsschläge zugemutet werden, doch noch die Chance hast, durchzukommen. Also du musst nicht vom Weg abweichen, um Gold einzusammeln. Dann bleibt also nur noch die Gegenstandsgeschichte. Es gibt mit deinem Startschwert und diesen Potions, die du am Anfang ausbilden kannst, gibt es insgesamt 48 Gegenstände im Spiel, die man ins Inventar legen kann. Da habe ich jetzt nicht eingerechnet sowas wie diesen Seidenhandschuh, den du dir anziehen kannst, der verschmilzt dir dann mit deiner Hand und richtet einfach nur Schaden an. Also es sind diese 48 Gegenstände und die allermeisten davon sind auch in irgendeiner Form nützlich. Es gibt den Eisring und den Spiegel, die man gegen den Geisterjäger im Turm von San Barbón einsetzen kann, der übrigens doof übersetzt ist, im Englischen heißt der Spirit Stalker. Also eigentlich ist es ein Geist, der jagt und kein Geisterjäger. Aber diese beiden Gegenstände sind die einzigen, die man einsetzen kann und sie haben dann keinen Nutzen. Die sind ineffektiv gegen diesen Geisterjäger. Und dann gibt es noch zehn weitere Gegenstände, die sind tatsächlich völlig unnütz. Also sowas wie das Kreidestück oder Kantenbrot oder sowas, was man finden kann. Wobei es ja manchmal Entscheidungen gibt, wo man Gegenstände verliert und man darf selbst was ausstreichen. Also zum Beispiel, wenn man bei dem Kerzenmacher ist und sich von dem betören lässt. Und da haben die ja dann tendenziell doch wieder einen Nutzen. Ich werde nie wieder Kerzenmachern vertrauen. Aber es gibt ja auch echt welche, wo du dich dann überrascht, dass du sie noch brauchst. Wie die Knoblauchzehe. Ja. Also wenn man im Turm die falsche Tür aufmacht, sehr wichtig wird. Und selbst die Knöchelchen, was glaube ich, ich glaube, das sollen diese Spielknochen sein. Also die man, das sind so Schafmittelfußknochen, die man wirft irgendwie für ein Spiel, wie Würfel. Also ich glaube, nicht einfach nur wahllos. Die kann man verkaufen für Geld, wenn man seine Tätowierung nicht bezahlen kann. Ganz genau. Also es gibt eine ganze Reihe von Gegenständen, die nominell keinen Nutzen haben, aber die du verkaufen kannst. Zum Beispiel die Augenklappe oder auch die Silberpfeife und so. Die haben insofern einen Nutzen, als sie im Zweifelsfall dir noch Geld bringen. Also insgesamt kannst du 15 Gegenstände im Spiel verkaufen, was gar nicht so wenig ist, finde ich. Diese Schlangenkönigin, von der ich schon erzählt habe, da gibt es einen Entscheidungsstrang, der dich dahin führt, dass sie von dir einen Silbergegenstand haben möchte. Das ist ja schon sehr speziell ist, aber es gibt tatsächlich acht silberne Gegenstände. Man kann zum Beispiel so einen Insektenarmrei finden, der ist aus Silber. Es gibt die silberne Skorpionbranche, es gibt den silbernen Pfeil und eine ganze Reihe waren weiteren silbernen Gegenständen. Und diese Fighting-Fantasy-Bücher sind ja oft gemein. Also es gibt ja auch diverse Abzweigungen, wo du einfach Dinge verlierst, in Fallen kommst, alles Gold verlieren kannst und sowas. Und es gibt ja nun auch Gegenstände, die einen schlechten Effekt haben. Eben zum Beispiel dieser Handschuh. Aber das sind überraschenderweise sehr wenige. Nämlich abgesehen von dem Handschuh ist das der eine Schild, den man im Turm von Sanbar bauen nehmen kann und eine Kupferskorpionbranche, die beide einen Malus auf die Gewandtheit bringen. Und das war's. Alle anderen Gegenstände im Spiel sind man mindestens nicht nachteilig. Immerhin. Immerhin, ja. Das Ding mit den Gegenständen in diesen Fighting-Fantasy-Büchern ist aber, es gibt zwar viele davon, aber die meisten haben genau einen Anwendungsfall. In diesem Spielbuch sind das vier Gegenstände, die tatsächlich zweimal benutzt werden können. Sowas wie der Dietrich zum Beispiel, der Passpartout. Aber wenn das einen Anwendungsfall hat, dann musst du ja nicht nur die richtigen Entscheidungen treffen, um diesen Gegenstand zu bekommen, sondern dann auch noch die richtige Kette von Entscheidungen, um zu dem Punkt zu kommen, wo du ihn einsetzen kannst. Und das macht es alles sehr unwahrscheinlich. Und das wiederum bedeutet, dass die meisten Gegenstände einfach unattraktiv sind. Vor allen Dingen die Risiken, die damit verbunden sind, sie zu bekommen, sind unattraktiv. Und auf dem Hauptpfad durch das Spiel brauchst du nur die Zutaten, die du für den Kampf gegen seinen Barbauen benötigst. Und darüber hinaus gibt es genau zwei Gegenstände, die wirklich nützlich sind, nämlich das Kletterseil und die Laterne. Das Kletterseil, um aus der Stadt rauszukommen, die Laterne, um den Kampf mit der Mumie abzukürzen oder zu vermeiden. Auch die sind nicht zwingend, kannst du auch anders lösen. Und ja, es gibt noch ein paar andere nützliche Gegenstände, aber die sind entweder mit Risiken verbunden oder machen den Weg so viel länger, dass es auf deinem Hauptpfad nicht notwendig ist, hier einzusammeln. Jetzt ist es ja auch so, dass Gunnar jedes Mal darauf gepocht hat, dass man ja mit einer Laterne schon startet. Und gemeint hat, weil ich jedes Mal die Laterne gekauft habe, dass ich dann zwei dabei habe. Aber wo steht das? Das ist mir nicht aufgefallen. Im Buch steht, dass man mit einer Lederrüstung startet und einem Schwert. Laterne habe ich nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch einfach nur überlesen. Ich bin der Meinung, das steht da, wo auch steht, dass du Proviant hast. Ich müsste nochmal nachlesen. Es kann auch sein, dass sich das pro Ausgabe unterscheidet, also in der Englischen und der Deutschen. Du hast ja eine andere Ausgabe als wir sogar noch. Du hast ja die Goldmann gespielt. Ich habe die Goldmann-Ausgabe. Und wir haben die Tine gespielt. Tine Mann. Vielleicht ist das bei euch nochmal ein bisschen anders. Ja, aber das ist, also ich habe die Goldmann-Ausgabe, aber die ist meines Wissens nach Inhalts identisch, weil die einfach die Tine Mann-Übersetzung gekauft haben. Da steht ja drin, dass die Rechte bei Tine Mann liegen am Text. Ich glaube jetzt auch nicht dran, dass da irgendwas anderes drin ist. Aber ich schwöre, ich habe mir das doch nicht ausgedacht. Aber ich mag die Vorstellung, dass jemand bei Goldmann dieses Buch durchgegangen ist, nochmal irgendwie ein Lektorat gemacht hat oder sonst was. Und dann so, nein, diese kostenlose Lampe, die streichen wir jetzt raus. Die ist doppelt. Das spart dir drei Gold, wenn du die Lampe nicht kaufen musst. Und du musst ja ja, das ist ja auf dem Marktplatz, wo du eh vorbeikommst. Das heißt, du musst noch nicht mal einen Umweg machen dafür. Das macht das Kraut jetzt nicht fett, ob man die Laterne mitnimmt oder nicht. Ja, außerdem besser zwei Laternen als keine, ja. Wie gesagt, so eigentlich das ein bisschen fast bizarre Fazit, das man ziehen muss. Und das ist auch aus meiner Perspektive die größte Schwäche von diesem Buch ist, dass es praktisch keinen Grund gibt, vom kürzesten Pfad durch das Spiel hindurch, durch die Strategie hindurch abzuweichen. Das Einzige, wo ich sagen würde, vielleicht, dass es sich rentiert, ist, wenn man nach der Brücke von Nicodemus ist, dann hat Gabelsicht die Straße und man hat die Chance, auch nach Osten zu gehen für ein kurzes Stück, bevor man dann automatisch wieder zurückkehrt. Und da kommt man zu diesem Cricket-Spiel, wo die Cricks spielen. Im Englischen sind das übrigens die Bays und sie spielen Baseball. Und da kann man ja dann mitspielen. Und wenn man da eine Gewandtheitsprobe besteht, dann bekommt man da den Trank, der einem später in der Kanalisation bei der Hexe hilft. Und das kann diesen Kampf vermeiden. Also das Risiko könnte man eingehen, wenn man diese Probe machen möchte. Und das war es eigentlich mit der Ausnahme, das hatten wir vorhin schon erwähnt, was ist denn mit der Kettenrüstung? Wenn die Kettenrüstung wirklich zwei Punkte zur Gewandtheit dazu bringen würde, dann wäre das ein Game Changer. Weil wir haben ja schon gesagt, Gewandtheit ist enorm wichtig. Und einen Siebenerheld auf neun hoch zu pushen und mit dem anderen magischen Gegenstand, also den Schuhen auf zehn, dann hat er auf einmal wirklich eine Chance gegen die Mondhunde. Und vielleicht war das auch der Gedanke bei dem richtigen Weg. Aber dann ist es falsch geschrieben im Buch. Weil da steht das nicht drin mit dem Total. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es so ist, also dass man zwei dazu bekommt, dann wäre das auf einmal der ideale Weg für niedrige Helden. Und dann müsste er irgendwo Geld dazu bekommen. Weil die 20 Gold, die das kostet, die kriegst du nicht mehr so ohne weiteres. Dann wäre auf einmal entweder der Nordpfad der Beste, weil dort gehst du durch den Kampf gegen die Diebe und wenn man einen Umweg macht und den magischen Schild holt, geht man da auf einmal mit 41 Gold mehr raus. Und damit hat man alles, was man für den Rest des Spiels braucht. Oder auf den anderen Pfaden müsste man das Pillenspiel machen. Im Haus mit den sechs Totenköpfen, wo man eine fünf Sechstel Chance hat, 20 Gold zu bekommen und eine ein Sechstel Chance zu sterben. Alternativ könnte man dieses Cricket-Spiel spielen, da gibt es acht Gold und dann später noch bei der Schlangenkönigin vorbeischauen. Da ist der beste Weg, da reinzugehen, zu sagen, hey, ich bin hier die Steuern einzusammeln, dann schmeißt du dir einen Sack mit zwölf Gold hin, dann gehst du wieder raus. Und dann hast du auch 20 Gold inzusammeln. Ernsthaft? Okay. Ja, das ist der beste Weg, ja. Und es gibt noch die Methode, dass man in dem Blumenladen die goldene Blume kauft, dann wenn man der Kutscher ausweicht oder in die eine Gasse geht, die Hunde erschlägt, dann die Blume in das Hundeblut tut, dann kriegt man auch irgendwie gar nicht so wenig Gold, glaube ich. Ja, ist den Aufwand aber nicht wert. Der Kampf gegen die Hunde ist trivial, das sind die einfachsten gegen ein Spiel, aber du musst, um die Blumen zu bekommen, ja Proviant oder magische Gegenstände eintauschen. Kannst du nicht für Geld kaufen, die Blumen, zumal du dann auch ja zwangsläufig den Ostweg gehen musst und das ist eigentlich der unattraktivste. Also, ja, könnte man machen, aber nur um 10 Gold rauszubekommen, lohnt es sich nicht, weil da kriegst du eine andere Stelle mehr. Wie gesagt, die Schlangenkönigin gibt sicher 12 Goldstücke. Okay, also immer sagen, man ist für eine Steuer. Genau. So, jetzt habe ich als allerletzten Punkt noch auf meiner Liste stehen. Ich hatte das vorhin ja schon erwähnt, man kann ja praktisch jedem Ladenbesitzer das Schwert in den Bauch rammen. Lohnt sich das denn eigentlich? Also, wenn das Spiel uns das schon anbietet, sollte man das denn tun, ja oder nein? Und die Antwort darauf ist, also es gibt insgesamt sechs Ladenbesitzer, die du angreifen kannst, wenn man da den Barkeeper in der Taverne mit dazu zählt oder wenn du die Feuerechse, die ja die Skorpionbranchen verkauft, mit dazu zählst, dann sind es sogar sieben Leute, die dir was verkaufen wollen und die du angreifen kannst. Und die meisten davon bringen dir nichts oder nur Nachteile. Also gerade den Schmied anzugreifen, das kostet dich auch noch Glück, das bringt dir überhaupt gar nichts. Den einzigen, den man wirklich bedenkenlos vermöbeln kann, ist der Kräuterhändler, der ja auch noch unverschämt ist. Wenn der dir das Rauchzeug verkauft, da verlierst du ja dann Stärke und wenn du dich beschwerst, lacht er dich aus und so. Wenn du den dann ins Gesicht trittst, das ist okay. Da gehst du dann mit elf Goldstücken und einer Heilsalbe raus. Theoretisch wäre auch der Juwelier noch attraktiv, der ist aber gar nicht so ohne, der hat Gewandtheit von neun und wenn du den besiegst, dann sackst du alle seine drei Ringe ein und auch noch 13 Gold obendrauf. Der kleine Pferdefuß ist, das Spiel sagt dir dann nicht, was für Ringe das sind. Das sagt dir einfach nur, du findest drei Juwelen besetzte Ringe. Das heißt, wenn du es ernsthaft spielen würdest, nutzt dir das eigentlich nichts, weil du nicht erfährst, dass es magische Ringe sind und du auch nicht weißt, wofür sie gut sind. Und alle anderen umzuhauen ist eher nachteilig, zumal das meistens auch so mittelschwere Kämpfe sind. Ja, ich hatte den Eindruck, dass es einem damit ein klares Signal gibt. Die unnötigen Kämpfe sind härter als die, die man auf jeden Fall machen muss. Abgesehen von den Mondhunden. Der Silberschmied ist der einfachste von denen. Also der ist wirklich trivial, den umzuhauen und da bekommst du dann, wenn du den Dietrich dabei hast, den Passepartout, auch einen richtigen Schatz, nämlich zwei Silberkelche und eine Silberschale und eine Silberkelle. Teil davon von den Dingern kannst du später verkaufen bei dieser Pfandleihe. Aber wenn du das machst, kriegst du den Silberpfeil nicht. Und damit bist du dann ein wandelnder Toter, weil das Spiel unlösbar dadurch geworden ist. Also lass die Händler in Ruhe, unterm Strich. Ja, das will einem das Spiel doch auch sagen, oder? Die sind ja auch überdurchschnittlich stark in solchen Spielen immer. Also die sind ja dann so stark wie Kämpfer oder wie schwache Mondhunde oder so. Ja, also gerade der Schmied zum Beispiel, der ist ein echter Brocken und du bekommst dann auch noch einen Tritt in den Hintern vom Spiel, wenn du das machst. Also nicht nur, weil es dir Glück abzielt, sondern das sagt dir dann auch noch, du gehst da mit richtig schlechten Gewissen raus, weil der Schmied ein guter Mann war. Da kommt auch noch die Moralkeule. Ich stelle mir halt vor, wenn du Silberschmied bist in einer Stadt wie Port Black Sand, und dann musst du zwangsweise ziemlich fit sein oder Selbstverteidigungskurse nehmen, weil ansonsten machst du diesen Job nicht lang, so wie der Rest der Stadt drauf ist. Also ich finde das nicht so unlogisch, dass die alle ziemlich wehrhaft sind. Da kommen regelmäßig irgendwelche Trolle rein und wollen den Geld abziehen oder irgendwelche Kinder schleichen sich rein und entpuppen sich dann als Kobolde oder irgendjemand verflucht sie oder unter ihnen wohnen Schlangenleute und was weiß ich was alles. Die müssen echt, echt zäh sein. Oder gute Gefährten haben, wenn man den Schlosser angreift, diesen Schlüsselmacher, der kämpft ja nicht selber, sondern der hetzt dann seine Wolfshunde auf dich. Das sind aber auch gar nicht so, die haben eine Siebener-Gewandtheit und sind zwei Stück. Da kriegst du dann hinterher den Dietrich umsonst. Also das könnte man sagen, das lohnt sich vielleicht auch noch, diesen Kampf zu machen. Aber naja. Den Passepartout braucht man, den braucht man doch nur, um bei Zendba Bone in den Turm zu kommen. Und das kann man auch, wenn man einfach klingelt und sagt, hallo, ich hab mich verlaufen. Bitte achten Sie nicht drauf, dass ich eine Tätowierung auf der Stirn habe und diesen Sachvollzug taten, um ihren Meister zu töten. Genau. Kann ich ihn übernachten. Da kommst du auch auf anderem Wege rein. Das heißt, das bringt dir da keinen großen Vorteil. Und wie ich gerade erzählt habe, kannst du ihn benutzen, um den Schrank beim Silberschmied aufzusperren, wenn du ihn getötet hast. Aber das ist insofern nutzlos, weil du dann auf der Verliererstrecke in dem Spiel bist. Also eigentlich, obwohl er nominell zwei Anwendungen hat, ist es eigentlich nur eine sinnvolle und die ist nicht notwendig. Ja. Diese Failstates sind sowieso echt. Dann läufst du noch weiter durch das Spiel und erfährst irgendwie erst eine halbe Stunde später, dass du eigentlich schon versagt hattest. Ja, es ist unausgewogen, unausgegoren in der Hinsicht. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein frühes Werk. Ja, das ist alles, was ich für euch habe. Es sei denn, ich kann euch noch irgendwelche Fragen beantworten, die ihr habt, die euch noch auf dem Herzen liegen. Wie lange hast du gebraucht, um das alles zusammenzustellen? Das ist die Frage, die sich mir vor allen Dingen stellt. Also ich habe da jetzt drei Abende reingesteckt, aber auch deswegen, weil ich ein bisschen rumgebastelt habe. Ich habe das als Gelegenheit genommen, um mal zu schauen, ob ich ein Netzwerkdiagramm bauen kann in Excel. Also das bietet sich ja an, diese ganzen Verzweigungen, die diese Abschnitte haben, grafisch darzustellen mit so Nodes, die dann mit Pfeilen verbunden sind. Also mit halt so einem Netzwerkdiagramm. Und da habe ich ziemlich viel Zeit reingesteckt und habe aber keine befriedigende Lösung gefunden. Also ich habe mir dann eins gebaut mit einem Plugin, das aber, das sich nicht gut speichern lässt. Das heißt, wenn da irgendjemand eine Erfahrung hat über irgendein Excel-Plugin oder irgendein anderes Tool, mit dem man das besser machen kann, dann wäre ich da sehr dankbar dafür. Weil eigentlich wäre das für diese Art, für die Darstellung von dieser Art von Spielabläufen, das ist ja fast so eine Art Flowchart, wäre das eigentlich fantastisch. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen, ein bisschen einfach rum experimentiert. Ich würde gerade sagen, das war gar nicht so wenig Zeit, die da reingeflossen ist. Nee, war aber eine nette Finger. Also beim Planen von solchen Büchern, wir haben ja ein paar geschrieben, die nach so einem Prinzip funktionieren. Sieht das eigentlich immer so aus, dass wir eine Rolle Tapete haben, die dann an die Wand gepinnt wird, so quer, und dann darauf, also mit Edding, Flowcharts von Hand gemalt werden. und die dann abgearbeitet werden. Es ist meistens nicht mal schön. Aber das klingt ganz vernünftig. Ich meine, das Konzeptionieren ist ja was ganz anderes als das Analysieren hinterher. Da sind die Prozesse natürlich dann auch unterschiedlich. Das war ein bisschen schade bei den Fotos von Ian Livingston. Der hat also gezeigt, sozusagen die Druckabnahme vom Cover, dem ursprünglichen, von der Stadt der Diebe. und die erste Seite vom Script tatsächlich kann man da sehen, was handgeschrieben ist. Dann sieht man auch die ganzen Verbesserungen, aber man sieht die Planung nicht, die ja irgendwo auch stattgefunden haben muss. Also das schreibt man nicht einfach so aus dem Kopf mit all dem Hin- und Herblättern und dem Verteilen der Abschnitte. Das heißt, man sieht da den Abschnitt 1 und man sieht, dass die Stadt ursprünglich anders hieß und er das durchgestrichen hat und dann Port Black Sand draus gemacht hat und das war vorher Port Black irgendwas. Das fuchst mich jetzt total an. Wie hieß diese Stadt vorher? Sehr gut. Ich glaube, es ist ein E hinten. Aha. Black May, Black K, irgendwie sowas. Also ich hätte gedacht, das hätte auf A-E geendet. Was eine komische Endung wäre, dann ist viel besser mit Sand. Da kann ich euch jetzt nicht helfen. Ich weiß, ihr verliert euch ja gerne in diesen Namensdiskussionen. Das hatten wir in der Vögel. Entschuldigung auch. Aber gut. Wie gesagt, das war es, was ich jetzt hier dabei hatte. Ich hoffe, es war ein bisschen erhellend und unterhaltsam, vielleicht auch für unsere Zuhörer da draußen. Aber mir hat das auf jeden Fall noch ein bisschen Freude gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Jetzt müsste man eigentlich mal in den Querschnitt gehen und mehrere von diesen Fighting-Fantasy-Büchern auf diese Weise aufarbeiten, um dann da Durchschnitte bilden zu können und zu gucken, wie die Verhältnisse in anderen Büchern sind. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Vielleicht machen wir ja noch mal eins und dann hast du noch mal Gelegenheit dazu. Ja, genau. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt. Also ja, ich würde sagen, dass die Erkenntnis, dass man wirklich keine Gewinnchance hat mit den niedrigsten Werten, also keine, also zumindest in dem Bereich, wo es lächerlich ist, es überhaupt erst zu versuchen, nur irgendwie in der Nachkommastelle, das finde ich schon hart. Das hätte ich, wie man ja gehört hat, deutlich höher eingeschätzt, dass es zumindest irgendwie machbar wäre. Das ist schon herb. Das ist tatsächlich Hertha. Betrug alles. Ich frage mich, ob die Autoren, ob ihn übrigens denn das damals auch wusste oder ob der halt einfach geschrieben hat und dann Werte eingesetzt und dann passt das schon irgendwie. Das ist eine sehr gute Frage. Das müsste man ihn mal fragen. Mein Gefühl ist, das ist ein bisschen wie in den frühen Rollenspielen, also Computerrollenspielen, dass man da so eine Mentalität hatte, so gegen den Spieler und gedacht hat, dass die auch mal sterben müssen. Was heißt hier Mal? Ja, das ist halt mit dem Mal. Ich kenne halt eins, also mein Lieblingsbuch, keine Ahnung, ob wir das auch mal spielen, ist You Can Beat the Stainless Steel Rat von Harry Harrison und das ist das einzige Buch aus dieser Zeit, das keinen Failstate hat. Gar keinen. Muss einfach nur durchkommen. Ich weiß noch, was das damals für eine Offenbarung war. Ach so, geht das auch? Das Monkey Island der Spielbücher sozusagen. Ja, genau. Ich muss das mal wieder finden. Ich erinnere mich, dass ich als Kind irgendwann mal eins aus der Bibliothek ausgeliehen hatte, wo man eine Zeitreisemaschine hatte und das hatte auch keinen Failstate, wo man sterben konnte und das hat mich auch total fasziniert, weil die, wo man ständig gestorben ist, haben mich ziemlich genervt, um ehrlich zu sein als Kind. Ich weiß nicht. Ich war wohl sehr ungeduldig. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Also falls da irgendjemand Tipps zu hat, Zeitreise, man ladet unter Zwischenzug bei Dinosauriern und dann ist es wichtig, ob man weiß, in welchem Jahrmillionen Vergangenheit man ist, je nachdem, ob da Blütenpflanzen sind oder nicht. kuriose Dinge, die man dann lernt als Kind. Sehr gut. Okay, aber damit sind wir jetzt endgültig durch mit der Statitive. Ich freue mich auf eure nächste Staffel und welches Buch auch immer es sein wird, dass ihr euch dann raussucht und dann bin ich auch wieder nur Zuhörer und genieße das, was ihr dann da erlebt. Bis du am Ende die Excel auspackst. Genau, du wirst ja schon eine Excel-Tabelle machen wollen. Ich gebe, mal schauen, ich gebe da keine Prognosen ab. Gut, vielen Dank, ihr beiden, fürs Zuhören, fürs Mitmachen und damit wünsche ich euch dann noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank dir, Christian und vielen Dank euch fürs Zuhören allen. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss und vielen Dank für die Aufarbeitung.